Er fuhr fort. »Wir machen, gelten, Sir, dass die ursprüngliche Anhörung einen anderen Ausgang genommen hätte und dass die Staatsanwaltschaft ohne Mr. Fergusons angebliches Geständnis die Anklage fallen gelassen hätte. Selbst wenn es im schlimmsten Falle doch zu einer Hauptverhandlung gekommen wäre, hätte Mr. Fergusons Verteidiger ein sehr gewichtiges Argument auf seiner Seite gehabt.« »Verstehe«, sagte der Richter und entzog dem Verteidiger zugleich mit erhobener Hand das Wort. »Mr. Boylan, euer Ehren, die Staatsanwaltschaft vertritt die Auffassung, dass dieser Fall vor einem Berufungsgericht verhandelt werden sollte. Und was eine neue Beweislage betrifft, Sir, so sind Behauptungen, die in Zeitungen erhoben werden, nicht als Bonafide Beweise zu werten und vor einem Gericht zu verhandeln.« »Und wieso nicht?«, fragte der Richter nach und blickte den Staatsanwalt dabei finster an. »Inwiefern sind solche Behauptungen weniger relevant? Vorausgesetzt, die Verteidigung kann beweisen, dass sie der Wahrheit entsprechen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie sie das anstellen wird, aber weshalb sollte sie nicht Gelegenheit dazu haben?« »Wir machen geltend, dass diese sogenannten Beweise auf Hörensagen beruhen und daher nicht gerichtsverwertbar sind.« Der Richter schüttelte den Kopf. »Ich muss Ihnen doch wohl nicht sagen, dass es alle möglichen Ausnahmen bei Beweisen im Rahmen von Hörensagen gibt, Mr. Boylan. Vor einer Woche haben Sie in diesem Gerichtssaal genau andersherum argumentiert.« Der Richter blickte ins Publikum. »Ich entscheide, die Sache zu verhandeln,« verkündete er ohne Umschweife. »Rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf.« »Das ist es,«, flüsterte Coward dem Fotografen zu. »Was? Wenn er es verhandelt, hat er sich schon entschieden.« Der Fotograf zuckte mit den Achseln. Der Gerichtsdiener erhob sich und rief, »Detektiv Bruce Wilcox.« Während Wilcox vereidigt wurde, stand der stellvertretende Staatsanwalt auf und sagte, »Euer Ehren, ich sehe mehrere Zeugen im Saal und denke, dass die Zeugenregel gelten sollte.« Der Richter nickte. »Alle Zeugen warten bitte draußen.« Tenny Brown erhob sich von seinem Stuhl, und Coward verfolgte seine Schritte durch den Gang hinunter, bis er im Flur verschwand. Ihm folgte ein kleinerer Mann, in dem Coward einen stellvertretenden Gerichtsmediziner wiedererkannte, und zu seinem Staunen entdeckte er auch noch einen Mitarbeiter aus dem Gefängnis, den er bei einem seiner Besuche im Todestrakt gesehen hatte. Als er sich wieder nach vorne wandte, sah er den Finger des Staatsanwalts auf sich gerichtet. »Ist Mr. Coward kein Zeuge?« »Vorerst nicht«, erwiderte Roy Black mit einem zarten Lächeln. Dem Staatsanwalt lag eine weitere Bemerkung auf der Zunge, doch er überlegte es sich offenbar anders. Der Richter beugte sich vor und fragte in forschem, ein wenig ungläubigen Ton, noch einmal nach. »Sie beabsichtigen nicht, Mr. Coward in den Zeugenstand zu rufen.« »Derzeit nicht, Euer Ehren. Ebenso wenig wie Mr. und Mrs. Schriver.« Er deutete auf die erste Reihe, in der die Eltern des ermordeten Mädchens saßen und mit stoischer Miene zum Richtertisch blickten, um die Fernsehkameras zu ignorieren, die, so wie alle Augen im Zuschauerraum, in ihre Richtung schwenkten. Der Richter zuckte mit den Achseln. »Fahren Sie fort«, sagte er. Der Verteidiger trat ans Rednerpult und legte eine Pause ein, bevor er Detective Wilcox ins Visier nahm, der inzwischen auf dem Zeugenstuhl saß und sich die Hände am Geländer wie vor dem Startschuss zu einem Pferderennen leicht nach vorn lehnte. Der Anwalt leitete seine Befragung zunächst mit der Aufforderung ein, die Umstände von Fergusons Verhaftung zu beschreiben. Dabei ließ er sich bestätigen, dass Ferguson klaglos und ohne jede Gegenwehr mitgekommen war und dass zunächst die Ähnlichkeit des Fahrzeugs das Einzige gewesen sei, das Ferguson mit dem Mord in Verbindung brachte. Schließlich fragte er, »Demnach wurde er wegen des Autos verhaftet?« »Nein, Sir. Er wurde erst in Untersuchungshaft genommen, nachdem er das Verbrechen gestanden hatte.« »Aber beträchtliche Zeit, nachdem Sie ihn in Gewahrsam genommen hatten. Mehr als vierundzwanzig Stunden, nicht wahr?« »Ja.« »Und glauben Sie, er stand während der Vernehmung unter dem Eindruck, dass er die Wache jederzeit verlassen kann?« »Er hat nie darum gebeten.« »Glauben Sie, er wusste, dass es ihm zustand?« »Ich weiß nicht, was er dachte.« »Kommen wir zur Vernehmung. Erinnern Sie sich daran, wie Sie bei einer Anhörung hier in diesem Gerichtssaal vor drei Jahren als Zeuge ausgesagt haben?« »Ja.« »Und erinnern Sie sich an die Frage von Mr. Burns, haben Sie Mr. Ferguson im Zuge seines Geständnisses geschlagen, und Ihre Antwort nein?« »Entsprach diese Aussage der Wahrheit, Sir?« »Ja.« »Ist Ihnen eine Reportage bekannt, die vor wenigen Wochen im Zusammenhang mit diesem Fall im Miami Journal erschienen ist?« »Ja.« »Dann gestatten Sie mir Ihnen, einen Absatz daraus vorzulesen.« »Die Detektives leugneten, dass Ferguson geschlagen wurde, damit er ein Geständnis ablegt, allerdings räumten sie ein, dass er zu Beginn der Vernehmung geohrfeigt wurde.« »Ist Ihnen diese Aussage in der Zeitung bekannt?« »Ja.« »Und entspricht sie der Wahrheit?« »Ja.« Roy Black schritt plötzlich sichtlich genervt vor dem Zeugenstuhl auf und ab. »Also, was ist denn nun wahr?« Detective Wilcox lehnte sich zurück. Mit einem Anflug eines Lächelns sagte er, »Beide Aussagen sind wahr. Es stimmt, dass ich ihn zu Beginn der Vernehmung zweimal geohrfeigt habe, mit der offenen Hand, nicht fest, nachdem er mich mit einem Schimpfwort belegt hatte, und für diesen einen Moment konnte ich mich nicht beherrschen. Aber bis zu seinem Geständnis vergingen danach noch viele Stunden, fast ein ganzer Tag. Da haben wir in freundlichem Ton miteinander gesprochen, sogar ein paar Witze gerissen. Er bekam zu essen und Zeit, sich auszuruhen. Und meinen Anwalt hat er nie gebeten, auch nicht darum, nach Hause zu dürfen. Ich hatte den Eindruck, dass er sich, nachdem er seine Tat gestanden hatte, erleichtert fühlte.« Detective Wilcox spähte zu Ferguson hinüber, der finster dreinsah, den Kopf schüttelte und sich auf seinem Block Notizen machte. Als sein Blick einen Moment zu Coward wanderte, lächelte er. Roy Black wechselte in einen Ton flammender Entrüstung. »Was, glauben Sie, Detective, ist in Fergusons Kopf vorgegangen, nachdem Sie ihn geohrfeigt hatten? Meinen Sie, er ging davon aus, in Haft zu sein? Oder hielt es für selbstverständlich, dass er jederzeit nach Hause konnte? Oder hat er vielleicht damit gerechnet, er könnte noch ein paar Schläge von Ihnen abbekommen?« »Das weiß ich nicht.« »Wie hat er sich denn nach den Ohrfeigen verhalten?« »Er zeigte mir Respekt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es Ferguson viel ausgemacht hatte.« »Und?« »Und auf Bitten meines Vorgesetzten habe ich mich entschuldigt.« »Oh, wenn er jetzt im Todestrakt daran zurückdenkt, ist ihm diese Entschuldigung zweifellos überaus wichtig,« bemerkte der Verteidiger in sarkastischem Ton. »Einspruch!« Boynen war halb aufgesprungen. »Die letzte Bemerkung ziehe ich zurück,« erwiderte Black. »Gut so,« sagte der Richter. »Kluge Entscheidung.« Dabei strafte er den Anwalt mit einem vernichtenden Blick. »Keine weiteren Fragen.« »Die Staatsanwaltschaft?« »Ja, euer Ehren. Nur ein, zwei Dinge zur Klärung. Detective Wilcox, hatten Sie schon früher Gelegenheit, Tatverdächtige zu vernehmen, die im Lauf ihrer Befragung ein Geständnis ablegten?« »Ja, schon oft.« »Gab es welche, die vor Gericht nicht zugelassen wurden?« »Nein.« »Einspruch, das ist nicht relevant.« »Einspruch stattgegeben und Aussage gestrichen. Fahren Sie bitte fort.« »Nur, um das noch einmal klarzustellen. Sie sagen, Mr. Ferguson legte sein Geständnis erst ab, nachdem er 24 Stunden lang aufgefordert worden war, eine Aussage zu machen?« »Ja, das ist richtig.« »Und zu den Ohrfeigen, wie Sie es nennen, kam es ungefähr in den ersten fünf Minuten.« »Und gab es irgendwelche anderen physischen Drohungen gegen Mr. Ferguson?« »Nein.« »Danke.« Der Staatsanwalt nahm wieder Platz. Wilcox erhob sich und durchquerte den Saal mit düsterer Miene, bis er die Kameras passiert hatte und zu grinsen begann. Als nächstes wurde Tenny Brown als Zeuge gerufen. Die ruhige und entspannte Haltung, die er an den Tag legte, machten deutlich, wie oft er schon an dieser Stelle gesessen hatte. Cowart hörte sehr aufmerksam zu, als der Lieutenant die Schwierigkeiten erläuterte, mit denen sie sich bei diesem Fall herumgeschlagen hatten, und sachlich feststellte, das Fahrzeug sei das erste und im Grunde einzige Beweismittel gewesen, das sich ihnen bot. Er beschrieb Ferguson als nervös, ängstlich und ausweichend, als sie an der Hütte seiner Großmutter eintrafen. Sein Verhalten sei verstohlen, seine Bewegungen fahrig gewesen, und er habe sich geweigert, ihre Frage zu beantworten, wieso er seinen Wagen von oben bis unten putzte, oder ihnen plausibel zu erklären, wo das fehlende Stück in der Fußmatte sei. Brown erklärte, diese mit Händen zu greifende Nervosität habe bei ihm den Eindruck erweckt, als ob Ferguson ihnen Informationen vorenthalte. Anschließend bestätigte er, Ferguson sei zweimal geurfeigt worden, nicht häufiger. Er wählte fast dieselben Worte wie zuvor seinem Partner. Detective Wilcox schlug den Tatverdächtigen zweimal mit der offenen Hand, nicht fest. Danach zeigte er mehr Respekt. Ich habe mich dennoch persönlich bei ihm entschuldigt und darauf bestanden, dass Detective Wilcox meinem Beispiel folgt. Und wie hat er diese Entschuldigungen aufgenommen? Er schien sich zu entspannen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Mr. Ferguson den Ohrfeigen große Bedeutung beimaß. Aber sicher, aus jetziger Sicht haben sie allerdings mehr Bedeutung, nicht wahr, Lieutenant? Danny Brown ließ sich mit der Antwort auf die verärgerte Frage Zeit. Das ist richtig. Aus heutiger Sicht haben sie wesentlich mehr Bedeutung. Und sie haben während der Befragung natürlich nie eine Handfeuerwaffe gezogen und auf meinen Klienten gerichtet. Nein. Sie haben nie bei leerer Kammer abgedrückt und ihn aufgefordert, die Tat zu gestehen? Nein. Er musste zu keinem Zeitpunkt um sein Leben fürchten. Nein. Aus ihrer Sicht hat er das Geständnis ganz und gar freiwillig abgelegt. Ja. Bitte erheben Sie sich, Lieutenant. Verzeihung? Bitte erheben Sie sich und treten Sie aus dem Zeugenstand. Danny Brown folgte der Aufforderung. Der Verteidiger ging zu ihm und hob einen Stuhl, der hinter seinem Tisch stand, zu sich herüber. Der Staatsanwalt stand auf. Euer Ehren, ich sehe nicht ganz, was mit dieser Vorführung bezweckt werden soll. Der Richter beugte sich vor. Mr. Black, würden euer Ehren mich bitte einen Moment gewähren lassen? Der Richter warf einen Blick auf die Fernsehkamera, die sich jetzt auf den Detektiv richtete. Meinetwegen, aber machen Sie es kurz. Bitte bleiben Sie so stehen, Lieutenant. Danny Brown stand, die Hände im Rücken verschränkt, entspannt mitten im Saal und wartete. Black warnte sich an Ferguson und nickte. Der Häftling stand auf und kam zügig hinter dem Tisch der Verteidigung hervor. Für einen Moment stellte er sich neben den Lieutenant, lang genug, um den Größenunterschied zwischen den beiden Männern wirkungsvoll in Szene zu setzen. Dann setzte er sich auf den Stuhl. Neben Danny Brown wirkte er geradezu schmächtig. Als er so dasaß, in Handschellen und ganz auf sich gestellt, glauben Sie wirklich, er hätte nicht um sein Leben gefürchtet? Nein. Nein. Nein? Danke. Bitte kehren Sie auf Ihren Platz zurück. Cowart schmunzelte. Ein bisschen Theater für die Presse, dachte er. Diese Bilder würden in sämtlichen Abendnachrichten erscheinen und sich in den Köpfen der Zuschauer einnisten. Der Hühne von einem Mann neben dem ohnmächtigen, zartgebauten Jungen. Auf die Entscheidung des Richters würde es nicht den geringsten Einfluss haben. Doch Cowart war klar, dass Roy Black mit seiner Bühnenkunst nicht nur das Publikum im Saal im Auge hatte. Erkommen wir zu einem anderen Punkt, Lieutenant. Gut. Erinnern Sie sich daran, wie Sie ein Messer in Empfang genommen haben, das unter einem Regenrohr etwa drei, vier Meilen vom Tatort entfernt gefunden wurde? Ja. Wie sind Sie an dieses Messer gekommen? Mr. Cowart vom Miami Journal hat es entdeckt. Und was ergab die Laboruntersuchung dieses Messers? Die Länge der Klinge stimmte mit einigen der tiefen Stichwunden beim Opfer überein. Sonst noch etwas? Ja. Durch eine mikroskopische Analyse der Klinge und des Schafts wurden kleine Partikel von Blutrückständen nachgewiesen. Cowart saß senkrecht. Das hörte er zum ersten Mal. Und zu welchem Ergebnis kamen die Untersuchungen dieser Blutrückstände? Die Blutgruppe stimmte mit der des Opfers überein. Wer hat diese Tests durchgeführt? Die Labors des FBI. Und zu welchem Schluss sind sie gelangt? Dass es sich bei dem Messer um die Mordwaffe handeln könnte. Cowart schrieb ebenso wie die anderen Reporter fieberhaft. Wem gehörte dieses Messer, Lieutenant? Das können wir nicht sagen. Weder konnten darauf Fingerabdrücke, noch irgendwelche anderen Merkmale nachgewiesen werden, die sich einer Person zuordnen ließen. Und woher wusste der Reporter, wo es zu finden war? Ich habe keine Ahnung. Kennen Sie einen Mann namens Blair Sullivan? Ja, er ist ein Serienmörder. Galt er bei diesem Mordfall zu irgendeinem Zeitpunkt als Tatverdächtiger? Nein. Und inzwischen? Nein. Aber hat er sich, als Jonny Schreiber ermordet wurde, in Escambia County aufgehalten? Nach kurzem Zögern antwortete Tenny Brown, Ja. Wussten Sie, dass Mr. Cowart von Mr. Sullivan erfahren hat, wo er das Messer finden würde? Das habe ich in der Zeitung gelesen, aber ich weiß es nicht. Ich habe keinen Einfluss auf das, was in der Presse steht. Natürlich nicht. Haben Sie versucht, Mr. Sullivan in Verbindung mit diesem Fall zu vernehmen? Ja, er hat sich geweigert, mit uns zu sprechen. Wie genau haben wir uns diese Weigerung vorzustellen? Er hat uns ausgelacht und jede Stellungnahme abgelehnt. Was hat er im Wortlaut gesagt, als er seine Aussage verweigerte, und wie kam es dazu? Tenny Brown biss die Zähne zusammen und sah den Anwalt wütend an. Ich glaube, Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Lieutenant. Wir haben ihn in seiner Zelle im Staatsgefängnis in Stark zur Rede gestellt. Wir, das heißt Detective Wilcox und ich, erklärten ihm, zu welchem Zweck wir gekommen seien, und wir haben ihn über seine Rechte belehrt. Er hat uns sein entblößtes Hinterteil gezeigt und gesagt, ich weigere mich, Ihre Fragen zu beantworten, und zwar, weil ich mich selbst belasten könnte. Der fünfte Zusatzartikel zur Verfassung? Ja. Wie oft hat er das wiederholt? Keine Ahnung. Vielleicht ein Dutzend Mal. Und hat er das in normalem Ton wiederholt gesagt? Tenny Brown wechselte auf dem Zeugenstuhl die Stellung und zeigte zum ersten Mal eine gewisse Anspannung. Matthew Cowart beobachtete ihn genau und sah, dass er mit sich kämpfte. Nein, nicht in normalem Ton. Wie dann, Lieutenant? Tenny Browns Miene verfinsterte sich noch mehr. Er hat gesungen. Zuerst eine Art Sing-Sang, wie einen Kinderreim. Als wir auf dem Weg nach draußen waren, hatte es, so laut er konnte, gegrölt. Er hat es also gesungen, ja? Richtig, erwiderte Brown mit kaum verholenem Ärger. Und gelacht. Danke, Lieutenant. Als der kräftige Mann aus dem Zeugenstand tat, hatte er die Hände geballt und im ganzen Gerichtssaal war zu sehen, wie ihm vor Wut die Nackenmuskeln vortraten. Doch das Bild, das in der drückenden Atmosphäre des vollbesetzten Gerichtssahls haften blieb, war das des Mörders in seiner Zelle, der seine Weigerung wie ein Spottvogel im Käfig sang. Die Befragung des stellvertretenden Gerichtsmediziners beschränkte sich im Wesentlichen auf die Bestätigung der Übereinstimmungen zwischen Messer und Stichwunden des Opfers, zu denen sich bereits Brown geäußert hatte. Dann war Ferguson an der Reihe. Coward registrierte, wie selbstbewusst der Verurteilte den Saal durchquerte und, wie er sich, nachdem er Platz genommen hatte, ein wenig nach vorn beugte, um, wie es schien, den Fragen seines Anwalts mit größter Konzentration zu folgen. Ferguson sprach leise, er antwortete zügig, doch ruhig, als versuchte er, seine Präsenz im Zeugenstand herunterzuspielen. Seine Worte waren nicht überhastet, sondern artikuliert. »Gut einstudiert«, dachte Coward. Er erinnerte sich an die Beschreibung von Ferguson bei seinem ersten Prozess, das ein unsteter Blick nach irgendeiner Zuflucht zu suchen schien, in der er sich vor den Fakten, die von den Zeugen auf ihn niederprasselten, verstecken konnte. »Diesmal nicht«, stellte Coward fest und merkte sich auf seinem Block vor, den Unterschied herauszuarbeiten. Er hörte gespannt zu, wie Black mit Ferguson die inzwischen bekannte Geschichte des erzwungenen Geständnisses durchging. Ferguson sagte erneut aus, man habe ihn geschlagen und mit der Pistole bedroht. Anschließend beschrieb er, wie er in die Zelle im Todestrakt gekommen und wie einige Zeit später Blair Sullivan sein Zellennachbar geworden sei. »Und was hat Mr. Sullivan zu Ihnen gesagt?« »Einspruch! Hörensagen!« Die Stimme des Staatsanwalts klang entschlossen und selbstgefällig. »Er kann nur sagen, was er gesagt oder getan hat.« »Stattgegeben.« »In Ordnung«, lenkte Black augenblicklich ein. »Haben Sie sich mit Mr. Sullivan unterhalten?« »Ja.« »Und was kam bei diesem Gespräch heraus?« »Ich wurde sehr wütend und habe versucht, auf ihn loszugehen. Daraufhin wurden wir in verschiedene Trakte verlegt.« »Und was haben Sie infolge dieses Wortwechsels unternommen?« »Ich habe an Mr. Cowart vom Miami Journal geschrieben.« »Was haben Sie ihm mitgeteilt?« »Ich habe ihm mitgeteilt, dass Blair Sullivan Johnny Friver ermordet hat.« »Einspruch!« »Mit welcher Begründung?« Der Richter hielt die Hand hoch. »Ich werde das zulassen, deshalb sind wir schließlich hier.« Mit einer stummen Geste forderte er den Verteidiger auf, fortzufahren. Black hielt für einen kurzen Moment mit offenem Mund inne, als wollte er die Windströmung im Gerichtssaal mit der Zunge schmecken oder auch riechen, wie es für ihn lief. »Keine weiteren Fragen, euer Ehren.« Der junge Staatsanwalt sprang sichtlich aufgebracht zum Podium. »Welche Beweise haben Sie dafür, dass sich das alles so abgespielt hatte?« »Keine. Ich weiß nur, dass Mr. Cowart mit Mr. Sullivan gesprochen hat und anschließend losfuhr und das Messer fand. »Meinen Sie wirklich, dieses Gericht kauft Ihnen ab, dass ein Mann Ihnen in einer Gefängniszelle einen Mord gestanden hat?« »So etwas kommt häufig vor.« »Das beantwortet nicht meine Frage.« »Ich meine gar nichts.« »Als Sie den Mord an Joni Schriver gestanden haben, haben Sie die Wahrheit gesagt, richtig?« »Nein.« »Aber Sie standen unter Eid.« »Ja.« »Und für dieses Verbrechen drohte Ihnen die Todesstrafe, nicht wahr?« »Ja.« »Und Sie würden lügen, um Ihre Haut zu retten, oder etwa nicht?« Als diese Frage im Raum stand, sah Cowart, wie Ferguson seinem Anwalt einen kurzen Blick zuwarf, der seinerseits die Mundwinkel zu einem angedeuteten, vielsagenden Lächeln verzog und dem Mann im Zeugenstand kaum merklich zunickte. »Sie hatten damit gerechnet,« stellte Cowart fest. »Sie würden lügen, um Ihr Leben zu retten, nicht wahr, Mr. Ferguson?« wiederholte der Staatsanwalt in scharfem Ton seine Frage. »Ja,« erwiderte Ferguson langsam. »Das würde ich.« »Danke,« sagte Boylan und griff zu einem Stoß Papieren. »Aber ich tue es nicht,« fügte Ferguson genau in dem Moment hinzu, als der Staatsanwalt sich wieder an seinen Platz begeben wollte, so dass der Mann mitten in der Bewegung verharrte. »Sie meinen, jetzt lügen Sie nicht?« »Nein.« »Obwohl Ihr Leben daran hängt?« »Mein Leben hängt an der Wahrheit, Mr. Boylan,« erwiderte Ferguson. Der Staatsanwalt machte eine wütende Bewegung, als wollte er sich auf den Häftling stürzen, doch im letzten Moment hatte er sich wieder im Griff. »Wer wollte da widersprechen?« sagte er sarkastisch. »Keine weiteren Fragen.« Während Ferguson wieder am Tisch der Verteidigung Platz nahm, herrschte eine kurze Pause. »Was, das Mr. Black?« fragte der Richter. »Ja, Sir. Eine letzte Frage. Wir möchten Mr. Norman Sims in den Zeugenstand rufen.« Wenig später kam ein kleiner, bebrillter Mann mit braunem Haar und farblich passendem, schlecht sitzenden Anzug in den Gerichtssaal und trat in den Zeugenstand. Black war mit fast einem Satz bei ihm. »Mr. Sims, würden Sie sich bitte dem Gericht vorstellen?« »Ich heiße Norman Sims. Ich bin stellvertretender Direktor des Staatsgefängnisses in Stark.« »Und was gehört zu Ihren Aufgaben?« Der Mann zögerte. Er sprach in bedächtigem Ton und mit leichtem Akzent. »Soll ich alles aufzählen, was ich mache?« Black schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Mr. Sims. Lassen Sie es mich anders sagen. Gehört es zu Ihren Pflichten, die Post, welche die Insassen des Todestrakts schreiben oder empfangen, durchzusehen und zu zensieren? Ich mag das Wort nicht. Zensieren. Ja, ich nehme Einsicht in die Post. Gelegentlich sehen wir uns gezwungen, etwas abzufangen. Meistens geht es dabei um Schmuggel. Aber ich halte niemanden davon, abzuschreiben, was er will. Im Fall von Mr. Blair Sullivan allerdings, das ist ein spezieller Fall, Sir. Inwiefern? Nun, er schreibt obszöne Briefe an die Familien seiner Opfer. Was machen Sie mit diesen Briefen? Naja, ich habe in allen diesen Fällen versucht, mich mit den Angehörigen, an die sie adressiert sind, in Verbindung zu setzen. Dann unterrichte ich sie über den jeweiligen Brief und frage sie, ob sie ihn haben wollen oder nicht. Ich versuche, ihnen klarzumachen, was drinnen steht. Die meisten wollen nichts davon sehen. Ausgezeichnet, verwundernswert rücksichtsvoll. Weiß Mr. Sullivan, dass Sie seine Post abfangen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon. Er scheint über den letzten Dreck Bescheid zu wissen, über alles, was in der Haftanstalt vor sich geht. Verzeihung, euer Ehren. Der Richter nickte und bleig fuhr fort. Und hatten Sie in den letzten drei Wochen Gelegenheit, einen Brief von ihm abzufangen? Ja. Und an wen war der gerichtet? An einen Mr. und eine Mrs. Schreiber hier in Petschola. Black hechtete quer durch den Saal, holte ein Blatt Papier und hielt es dem Zeugen vor die Nase. Ist das der Brief? Der Gefängnisaufseher starrte einen Moment darauf. Ja, Sir, es sind oben meine Initialen drauf und ein Stempel. Ich habe auch einen kurzen Vermerk geschrieben, der mein diesbezügliches Gespräch mit den Schreibers wiedergibt. Sie wollten nichts davon hören, nachdem ich angedeutet hatte, was drinsteht. Black nahm den Brief, reichte ihn dem Urkundsbeamten des Gerichts, der ihn als Beweisstück kennzeichnete und dem Anwalt wieder aushändigte. Black setzte zu einer Frage an, brach jedoch mitten im Satz ab. Er kehrte dem Richter und dem Zeugen den Rücken und lief zur Schranke des Zuschauerraums, hinter der die Schreibers saßen. Cowart hörte, wie er flüsterte. Also, ich lasse ihn den Brief vorlesen. Er dürfte für Sie unerträglich sein, tut mir wirklich leid, aber falls Sie so lange lieber rausgehen wollen, dann jetzt. Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihre Plätze wiederbekommen, wenn Sie wieder reinkommen. Cowart war über den schlichten, menschlichen Ton des scharfzüngigen Anwalts erstaunt. Er sah, wie Mr. und Mrs. Shriver nickten und die Köpfe zusammensteckten. Dann erhob sich der schwere Mann und nahm seine Frau bei der Hand. Auf dem Weg nach draußen herrschte im Saal absolute Stille. Ihre Schritte verhalten, und die Tür fiel knarrend hinter ihnen zu. Black nickte dem Zeugen zu. »Bitte, Mr. Sims, lesen Sie den Brief vor.« Der Zeuge hüstelte und wandte sich dem Richter zu. »Ähm, er ist ziemlich abstoßend, euer Ehren, ich weiß nicht«, der Richter fiel ihm ins Wort. »Lesen Sie vor.« Sims neigte ein wenig den Kopf und rückte seine Brille zurecht. Er las hastig in verlegenem Ton und kam bei den Obszönitäten ins Stottern. »Sehr geehrte Mrs. Shriver, sehr geehrter Mr. Shriver, ich hätte Ihnen schon viel früher schreiben sollen, aber ich hatte wirklich alle Hände voll damit zu tun, mich auf das Sterben vorzubereiten. Ich wollte Ihnen nur sagen, was für ein besonderer Leckerbissen es war, ihre Kleine zu ficken, den Schwanz in ihre Möse zu stoßen, rein und raus, rein und raus. Das war wie ein Kirschenpflücken an einem Sommermorgen. Es war einfach die leckerste, frische, kleine Muschi, die man sich nur vorstellen kann. Das Einzige, was noch besser war, als sie zu ficken, war, sie zu töten. Ihr das Messer in die pralle, glatte Haut zu stechen, war, als würde man eine Melone zerschneiden. Und genau das war sie. Wie eine Frucht. Zu schade, dass sie längst verfault und ungenießbar ist, nicht wahr? Grün und Maden zerfressen, seit sie unter der Erde ist. Ein Jammer. Jetzt wäre sie ein schrecklich kalter, dreckiger Fick, aber frisch und sonnengereift war sie wirklich ein Leckerbissen. Sims sah zum Verteidiger auf. Er war unterzeichnet mit, in inniger Verbundenheit, ihr Blair Sullivan. Bleck sah zur Decke und gab den Anwesenden Zeit, das Gehörte zu verdauen. Dann fragte er, »Der Mann hat auch an die Familien anderer Opfer geschrieben.« »Ja, eigentlich an alle Angehörigen von sämtlichen Opfern, deren Ermordung er gestanden hat.« »Schreibt er regelmäßig?« »Nein, offenbar nur, wenn es ihn dazu drängt. Die meisten Briefe sind sogar noch schlimmer als der hier. Manchmal geht er noch mehr ins Detail.« »Kann ich mir vorstellen.« »Ja.« »Keine weiteren Fragen.« Der Staatsanwalt erhob sich langsam und schüttelte den Kopf. »Mr. Sims, ähm...« »Er sagt in dem Brief nicht ausdrücklich, er hätte Joni Schreiber getötet, nicht wahr?« »Nein.« »Er sagt, was ich vorgelesen habe.« »Er sagt, sie sei lecker gewesen.« »Er sagt nicht, er hätte sie getötet.« »Nein, aber indirekt natürlich schon.« Der Staatsanwalt schien aus dem Konzept gekommen zu sein. Er öffnete den Mund, überlegte es sich aber anders. Schließlich sagte er... »Keine weiteren Fragen.« Mr. Sims erhob sich vom Zeugenstuhl und verließ zügig den Gerichtssaal. Es dauerte ein, zwei Minuten, bis die Schreivers wiederkamen. Coward sah, dass ihre Augen vom Weinen gerötet waren. »Bringen Sie jetzt Ihre Ausführungen vor,« forderte Richter Trench, die Vertreter der Anklage und der Verteidigung, auf. Zu Cowards Verwunderung hielten sich die beiden Kontrahenten in ihren Ausführungen wohltuend kurz und an das Vorhersehbare. Er versuchte, sich Notizen zu machen, ertappte sich jedoch dabei, immer wieder auf den Mann und die Frau zu starren, die in der ersten Reihe mit den Tränen kämpften. Er sah, dass sie sich nicht zu Ferguson umdrehten. Vielmehr fixierten sie den Richter, während sie sich mit reglosen, steifen Schultern ein wenig nach vorne neigten, als kämpften sie gegen einen mächtigen Sturm an. Als die Anwälte geendet hatten, sagte der Richter in scharfem Ton... »Für beide Rechtsauffassungen erwarte ich entsprechende Fallbeispiele. Ich werde meine Entscheidung treffen, nachdem ich die Rechtslage geprüft habe. Heute, in einer Woche, ist der nächste Termin.« Im selben Moment stand er auf und begab sich durch eine Tür in seinem Rücken zum Richterzimmer. Als das Publikum sich erhob, herrschte zunächst wirres Gedränge. Coward sah noch, wie sich Ferguson per Handschlag von seinem Anwalt verabschiedete und den Wachmännern zu einer Tür an der Rückseite des Gerichtssaals folgte, wo sich eine Zelle befand. Als Coward wieder nach vorne blickte, registrierte er, wie die Schrivers, umgeben von einer dichten Traube von Reportern, Mühe hatten, die Meute abzuschütteln und über den schmalen Mittelgang aus dem Saal zu kommen. Im selben Moment sah er, wie Roy Black den Staatsanwalt mit Handzeichen auf die Schwierigkeiten des Elternpaars aufmerksam machte. Mrs. Shriver hielt die Hand hoch, als könnte sie so die Fragen abwehren, die auf sie niederprasselten. George Shriver legte einen Arm um seine Frau und bekam ein rotes Gesicht, als er sich durch die Menschentraube kämpfte. Im nächsten Moment war Boylan an ihrer Seite und führte sie an der Vorderseite zum Richterzimmer hinaus. Der Fotograf von Cowards Seite bemerkte, »Ich habe einen Schnappschuss im Kasten, keine Bange.« Für Sekunden wechselte der Verteidiger einen Blick mit ihm und machte unauffällig das Siegeszeichen. Doch unerklärlicherweise empfand Coward zuerst eine seltsame Leere und dann eine Nervosität, die zu der Aufbruchstimmung im Raum in Widerspruch stand. Rings um ihn herrschte Stimmengewirr. Black gab vor einer Minikamera einem Fernsehteam ein Interview. Er sagte, »Natürlich sind wir zuversichtlich, unseren Standpunkt hinlänglich klargemacht zu haben. Es ist einfach nicht zu übersehen, dass es bei diesem Verfahren allzu viele offene Fragen gibt. Mir ist unbegreiflich, wieso die Staatsanwaltschaft das nicht genauso sieht.« Im selben Moment stand Boylan, nur wenige Schritte entfernt, vor einer anderen Kamera und erläuterte mit derselben Inbrunst den entgegengesetzten Standpunkt. »Wir sind davon überzeugt, dass der richtige Mann für ein entsetzliches Verbrechen im Todestakt sitzt. Wir sehen keinen Grund, von dieser Auffassung abzurücken. Selbst wenn der Richter einer Revision zustimmen sollte, sind wir zuversichtlich, dass die Beweislage gegen Mr. Ferguson für eine erneute Verurteilung mehr als ausreicht.« Ein Reporter rief dazwischen, »Auch ohne ein Geständnis?« »Selbstverständlich«, kam prompt die Antwort. Jemand lachte, verstummte jedoch, als Boylan mit verärgerter Miene herumfuhr. »Wieso ist eigentlich nicht Ihr Vorgesetzter als Anklagevertreter gekommen? Wieso wurden Sie geschickt? Sie gehören nicht einmal dem ursprünglichen Team der Anklagevertretung an. Wieso Sie?« »Das hat sich einfach so ergeben«, erklärte Boylan, ohne es zu erklären. Unterdessen beantwortete Roy Black drei Meter entfernt dieselbe Frage. »Weil gewählte Amtsträger nicht gerne in Gerichtssäle kommen und sich die Köpfe einschlagen lassen. Die haben regelrecht gerochen, dass sie hier auf verlorenen Posten stehen, und das dürft Ihr gerne wörtlich zitieren, Jungs.« Plötzlich richtete sich eine Kamera mit ihrem unbarmherzigen Scheinwerferlicht auf Cowart, und jemand rief ihm eine Frage zu. »Cowart, das war Ihre Geschichte. Wie ist die Anhörung Ihrer Meinung nach gelaufen? Was halten Sie von diesem Brief?« Er versuchte, sich irgendeine clevere, schlagfertige Bemerkung einfallen zu lassen und schüttelte schließlich den Kopf. »Ach, komm schon, Matt!«, rief ihm jemand zu. »Zieh dich nicht so!« Doch er drängte an den Kollegen vorbei. »Mimose«, hörte er jemanden sagen. Cowart eilte durch den Flur und fuhr mit der Rolltreppe zur Eingangshalle hinunter. Kaum hatte er das Gerichtsgebäude durch die Haupttür verlassen, blieb er auf den Eingangsstufen stehen. Ihm schlug ein heißer Wind entgegen, der an den drei Flaggen im Eingangsbereich zerrte. Eine für den Bezirk, eine für den Bundesstaat und eine für die Nation. Mit jeder erneuten Brise machten sie ein knatterndes Geräusch. Auf der anderen Straßenseite sah er Tanny Brown stehen. Der Detektiv starrte ihn an, bevor er mit resignierter Miene wortlos in seinen Wagen stieg. Cowart sah, wie er sich langsam in den Verkehr einfädelte und verschwand. Eine Woche später ordnete der Richter in einer schriftlichen Erklärung die Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Robert Earl Ferguson an. Diesmal wurde der Angeklagte nicht als »wilde Bestie« charakterisiert. Auf die zahlreichen Leitartikel, in denen ein neuer Prozess für Ferguson gefordert wurde, einschließlich derer, die in Escambia County gelesen wurden, ging er ebenfalls mit keiner Silber ein. Dafür ordnete der Richter an, Fergusons Aussagen gegenüber den beiden Detektives beim anberaumten Verfahren nicht zuzulassen. Schließlich stellte Roy Black den nicht-öffentlichen Antrag, Ferguson gegen Kaution freizulassen. Mehrere Protestvereinigungen gegen die Todesstrafe hinterlegten die Summe. Erst später erfuhr Cowart, dass ein Produzent ihnen den Betrag vorgestreckt hatte, ein Mann, der die Filmrechte auf Robert Earl Fergusons Lebensgeschichte erworben hatte. Dieses Hörbuch wurde für den Download in mehrere Teile aufgeteilt. Der nächste Teil liegt schon in Ihrer Online-Bibliothek bei audible.de für Sie bereit. Auf Wiederhören bei Audible! Audible – clever lesen, einfach Zeit sparen! Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible – clever lesen, einfach Zeit sparen! Hinrichtungsbefehl Es folgte eine Zeit der Rastlosigkeit. Cowart hatte das Gefühl, als wäre sein Leben plötzlich in einer Aneinanderreihung von Momenten zersplittert, und er sehnte sich danach, dass alles wieder seinen gewohnten Gang nahm. So sehr er sich auch bemühte, er konnte ein nagendes Unbehagen, eine ungute Ahnung nicht abschütteln, die er sich nicht erklären konnte. Er fuhr an dem Tag ins Gefängnis, an dem Robert Earl Ferguson im Vorgriff auf seinen neuen Prozess, den der Richter auf Dezember verschoben hatte, aus dem Todestrakt entlassen wurde. Es war die erste Juliwoche und die Straße zur Anstalt daher mit behelfsmäßigen Verkaufsständen gesäumt, an denen man Feuerwerkskörper, Wunderkerzen und rot-weiß-blaue Wimpel erwerben konnte. Der Frühling war im Sonnenstart mit Macht in den Sommer übergegangen, und die Glut dörrte die Erde unbarmherzig aus, bis sie sich wie rissiger Zement unter den Füßen anfühlte. Über dem Boden flirrte die Hitze wie Traumbilder, so unabweislich wie ein Schneesturm in New England und genauso kräfteraubend. Sie zehrte an der Energie der Menschen, an ihren Ambitionen und Wünschen. Je höher die Temperaturen stiegen, desto langsamer schien sich die Erde zu drehen. Draußen vor dem Gefängnistor wartete eine schwitzende Meute Presseleute auf Ferguson. Eine beträchtliche Zahl Demonstranten gegen die Todesstrafe hatte sich dazugesellt. Einige von ihnen hielten Transparente, auf denen sie seine Freilassung willkommen hießen, und ihre Sprechchöre waren nicht zu überhören. Mit der Todesstrafe Schluss! Menschenrechte sind ein Muss! Als der Gefangene schließlich aus der Anstalt trat, ertönten Hochrufe und hier und da Applaus. Ferguson warf einen kurzen Blick in den strahlend blauen Himmel, dann blieb er zwischen seinem hochgewachsenen Anwalt und seiner zerbrechlich zarten, grauhaarigen Großmutter stehen, die für die Reporter nur einen finsteren Blick übrig hatte. Als die Berichterstatter mitsamt Kameraleuten auf sie zudrängten, hielt sich die alte Frau mit beiden Armen am Ellbogen ihres Enkels fest. Von der erhobenen Warte der Eingangsstufen aus richtete Ferguson ein paar Worte an die Wartenden. Seinen Fall, erklärte er, zeige zum einen, wie das Rechtssystem nicht funktionierte und wie doch. Er sei froh, wieder frei zu sein. Als erstes, verriet er, freue er sich auf eine richtig gute Mahlzeit, Brathähnchen mit Gemüse und einem extra großen Schokoladeneisbecher zum Nachttisch. Er empfinde keine Bitterkeit, was ihm niemand abnahm. Er endete mit den Worten, »Ich möchte nur meinem Schöpfer dafür danken, dass er mir den Weg gewiesen hat, natürlich auch meinem Anwalt und dem Miami Journal, sowie insbesondere Mr. Cowart, der zugehört hat, als ich bei niemandem ein offenes Ohr fand. Ohne ihn stünde ich jetzt nicht vor Ihnen.« Cowart bezweifelte, dass es dieser letzte kleine Teil seiner Ansprache in die Spätnachrichten schaffen oder in irgendeiner der anderen Zeitungen als Zitat erscheinen würde. Er schmunzelte. Die Reporter bombardierten den Entlassenen mit Fragen. »Wollen Sie nach Petschula zurück?« »Ja, das ist meine einzige richtige Heimat.« »Was haben Sie für Pläne?« »Ich möchte studieren. Vielleicht Jura oder Kriminologie. In Strafrecht kenne ich mich ja inzwischen recht gut aus.« Dafür erntete er Gelächter. »Und der Prozess?« »Was gibt's da zu sagen?« »Mir soll noch einmal der Prozess gemacht werden. Allerdings sehe ich nicht, worauf sich eine Anklage stützen will. Ich denke, ich werde freigesprochen. Ich möchte nur mein Leben zurück, nicht länger im Rampenlicht stehen. Wieder ganz normal sein. Nicht, dass ich was gegen Sie hätte.« Wieder erntete er Gelächter. Die Presse schien den eher zart gebauten Mann, der im Hagel der Reporterfragen jedes Mal mit dem Kopf herumfuhr, um dem Betreffenden ins Gesicht zu sehen, aufzusaugen. Cowart entging nicht, wie souverän, entspannt und sogar humorvoll Ferguson die Fragen der improvisierten Pressekonferenz parierte. Offenbar genoss er die Situation. »Aus welchem Grund wird man Ihrer Meinung nach noch einmal Anklage gegen Sie erheben?« »Um das Gesicht zu warnen. Andernfalls müsste die Staatsanwaltschaft einräumen, dass sie versucht hat, einen Unschuldigen hinzurichten, einen Unschuldigen Schwarzen. Sie würden wohl eher an einer Lüge festhalten, als sich der Wahrheit zu stellen.« »Ja, genau, Mann!«, rief jemand aus der Gruppe der Demonstranten. »Wird Zeit, dass das mal gesagt wird!« Von einem Kollegen wusste Cowart, dass diese eingeschworene Schar bei jeder Exekution aufkreuzte, Kerzenmahnwachen hielt und »We Shall Overcome« oder »I Shall Be Released« sang, bis der Gefängnisdirektor erschien und erklärte, der Hinrichtungsbefehl sei vollstreckt. Normalerweise gesellte sich dann ebenso zuverlässig eine Schar Aktivisten in Jeans und weißem T-Shirt sowie spitzen Cowboystiefeln hinzu, die dafür eintraten, am besten gleich das ganze Pack auf dem Bratrost schmoren zu lassen und die sich mit den Gegnern das eine oder andere Gerangel lieferten. Heute glänzten sie jedoch durch Abwesenheit. Die Presse wiederum sah, wenn möglich, über beide Gruppierungen geflissentlich hinweg. »Können Sie uns etwas zu Blair Sullivan sagen?« brüllte ein Fernsehreporter und hielt Ferguson sein Mikrofon vors Gesicht. »Was soll mit ihm sein? Ich denke, er ist ein gefährlicher, schwer gestörter Mensch.« »Hassen Sie ihn?« »Nein.« »Schließlich sollen wir die andere Wange hinhalten, aber ich gebe zu, dass das wahrhaftig nicht immer einfach ist.« »Glauben Sie, er legt ein Geständnis ab und erspart Ihnen den Prozess?« »Nein. Ich denke, der bereitet sich nur noch auf das Geständnis vor, das er ablegen muss, wenn er seinem Schöpfer gegenüber tritt.« »Haben Sie mit ihm über den Mord gesprochen?« »Er redet mit niemandem, schon gar nicht darüber, was er in Petsula getan hat.« »Was halten Sie von den beiden Detektives?« Er zögerte einen Moment. »Kein Kommentar,« sagte er schließlich. Dann grinste er plötzlich. »Mein Anwalt hat mir geraten, wenn mir nichts Nettes oder Neutrales über die beiden einfallen würde, sollte ich keinen Kommentar sagen. Bitteschön.« Womit er bei den Reportern noch eine Lachsalve auslöste. Er lächelte gewinnend, und als die Kameraleute und die Tontechniker mit ihren Galgenmikrofonen um die letzten Aufnahmen kämpften, herrschte noch einmal Chaos. Das Surren der Kameras klang wie das Summen von Insekten an einem stillen Abend. Schließlich hob Ferguson die Hand zum Siegeszeichen. Dann wurde er durch die Menge zu einem Auto geschleust, wo er auf dem Rücksitz verschwand und durch das geschlossene Fenster eine Handvoll Fotografen zuwinkte, die ihre letzten Bilder schossen. Dann fuhr der Wagen los und entschwand über die lange Gefängniszufahrt in einer feinen Staubwolke über dem heißen Asphalt, während ihm ein Arbeitstrupp von Anstaltsinsassen entgegenkam, die schweißgetränkt, die Spitzhacken auf der Schulter zur Mittagspause zurückkehrten. Die Männer sangen ein Arbeitslied und auch wenn Cowart die Worte nicht ausmachen konnte, halte ihm der monotone Rhythmus noch lange in den Ohren. Ein paar Wochen später fuhr er mit seiner Tochter nach Disney World, wo sie sich im Contemporary Hotel in einem der obersten Stockwerke mit Blick über den Vergnügungspark einquartierten. Becky war mit kindlichem Vergnügen zur Expertin für das reichhaltige Angebot geworden und entwarf für jeden Tag einen detaillierten Plan, welche Achterbahnfahrten und anderen Attraktionen sie in welcher Reihenfolge in Angriff nehmen sollten. Nur allzu gerne ließ Cowart ihr freie Hand. Wenn sie vier- oder fünfmal hintereinander auf der Space Mountain oder der Mr. Toad's Wild Ride Achterbahn fahren wollte, wieso nicht? Wenn ihr nach einer schwindelerregenden Mischung aus Hot-Dogs, Fritten und Zuckerwatte war, verkniff er sich jede Bemerkung über den Nährwert. An den Nachmittagen war es zu warm, um für die Fahrten anzustehen, und so verbrachten sie stattdessen Stunden im Hotelpool, alberten herum und tauchten sich gegenseitig unter. Unzählige Male warf er sie ins Wasser, ließ sie auf seiner Schulter reiten oder zwischen seinen Beinen schwimmen. Sobald mit Sonnenuntergang ein wenig kühler eintrat, zogen sie sich an und kehrten ins Wunderland zurück, um sich Feuerwerks- und Lichtschauspektakel anzusehen. Jeden Abend fuhr er mit seiner erschöpft schlafenden Tochter in der Einschienbahn zum Hotel, trug sie in ihr Zimmer, legte sie behutsam auf ihr Bett und lauschte, nachdem er sie zugedeckt hatte, auf ihren regelmäßigen, unbeschwerten Atem, der für eine Weile alle Gedanken aus seinem Kopf verbannte und ihm einen gewissen Frieden brachte. Während ihres gesamten Aufenthalts hatte er nur einen einzigen lebhaften Albtraum, in dem Ferguson und Sullivan ihn zu einer Achterbahnfahrt zwangen, und ihm seine Tochter aus den Armen rissen. Als er keuchend erwachte, hörte er Beckys besorgte Frage, »Daddy?« »Alles in Ordnung, Schatz. Alles in bester Ordnung.« Sie seufzte und drehte sich auf die andere Seite, bevor sie wieder in Tiefschlaf verfiel. Er jedoch lag in seinen nassverschwitzten Laken wach. Dank Beckys unermüdlichem Tatendrang verging die Woche wie im Flug. Als es so weit war, sie heimzufahren, ließ er sich alle Zeit der Welt. Sie legten eine Pause für die Wasserrutsche in der Waterworld ein und ließen sich in einer Highway-Raststätte Hamburger schmecken. Es folgte eine weitere Pause auf ein Eis und schließlich eine vierte Unterbrechung an einem Spielzeugladen, wo er ihr noch ein Geschenk kaufte. Als sie schließlich das teure Vorstadtviertel von Tempa erreichten, in dem seine Ex-Frau und ihr neuer Ehemann wohnten, rollte er nur noch im Schneckentempo durch die Straßen, während sein Widerstreben, sich von ihr zu trennen, im fröhlichen Mitteilungsdrang seiner Tochter unterging, die ihm unterwegs sämtliche Häuser ihrer Freundinnen zeigte. Zu Beckys Haus führte eine lange, halbkreisförmige Einfahrt. Ein älterer Schwarzer schob den Mäher über die weite Fläche des saftig-grünen Rasens. Sein ramponierte kleiner LKW, ursprünglich rot, jetzt eher rostbraun, parkte unauffällig am Rand. An der Seite stand in weißen Lettern »Nads rundum Rasenservice«. Der alte Mann blieb kurz stehen, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen und Becky zuzuwinken, die seinen Gruß übermütig erwiderte. Cowart sah, wie sich der Mann wieder vorbeugte und der Aufgabe widmete, das Gras auf eine einheitliche Höhe zu trimmen. Sein Hemdkragen hatte eine dunklere Farbe angenommen als seine Haut. Cowart blickte zur Haustür. Sie war zweiflüglich und das Holz. Bei dem Haus selbst handelte es sich um einen weitläufigen Bungalow, der an einem leichten Hang zu liegen schien, denn auf der Rückseite ragte der schwarze Gitterzaun eines eingeschlossenen Swimmingpools gerade so über das Dach. Den Vorgarten zierte eine Reihe von Pflanzen, die mit ihrem gepflegten Schnitt an ein sorgfältiges Make-up in einem Gesicht erinnerten. Becky sprang aus dem Wagen und rannte zur Tür hinein. Er blieb stehen und wartete, bis Sandy erschien. Die Schwangerschaft war fortgeschritten, und sie bewegte sich in der Hitze mühsam und bedächtig. Sie hatte den Arm um ihre Tochter gelegt. »Und?« »War's schön?« »Wir haben nichts ausgelassen.« »Dachte ich mir. Bist du erschöpft?« »Ach, ein bisschen.« »Und wie läuft's sonst?« »Nichts zu klagen.« »Du weißt, dass ich mir noch immer Sorgen um dich mache?« »Danke, das ist nett, aber ich komme schon klar. Es ist alles in Ordnung.« »Ich würde gerne mit dir reden. Möchtest du nicht kurz reinkommen? Auf einen Kaffee oder was Kaltes?« Sie lächelte. »Ich möchte alles hören. Wir haben so viel zu bereden.« »Becky wird dir das erzählen.« »Das meine ich nicht«, sagte sie. Er schüttelte den Kopf. »Ich muss los. Bin ohnehin schon spät dran.« »Tom kommt ungefähr in einer halben Stunde zurück. Er würde sich freuen, dich zu sehen. Deine Artikel haben ihm mächtig imponiert.« Er schüttelte weiter den Kopf. »Richte ihm bitte meinen Dank aus. Aber ich muss wirklich zusehen, dass ich nach Hause komme. Ich schaffe es auch so kaum vor Mitternacht nach Miami.« »Ich...« »Ich möchte nur«, fing sie an, überlegte es sich aber anders und sagte schließlich. »Also gut.« »Ich melde mich bei dir.« Er nickte. »Ey, lass dich noch mal drücken, Schatz.« Er ging in die Hocke und schloss seine Tochter in die Arme. Für einen kurzen Augenblick durchströmte ihn ihre Energie, ihr kindlicher Überschwang. Dann trat sie zurück. »Wiedersehen, Daddy«, sagte sie. Und diesmal klang es ein wenig bedrückt. Er strich ihr über die Wange und sagte. »Und verrate deiner Mom lieber nicht, was du gegessen hast.« Er senkte die Stimme zu einem Bühnenflüstern. »Und verrate ihr nichts von all den Geschenken, die du bekommen hast. Sonst wird sie eifersüchtig.« Becky grinste und nickte heftig mit dem Kopf. Bevor er einstieg, drehte er sich noch einmal um und winkte ihr betont unbekümmert zu. »Den geschiedenen Vater hast du schon richtig gut drauf«, bescheinigte er sich. »Bis in die letzten Gesten hinein.« Noch Stunden danach hätte er sich für sein Verhalten ohrfeigen können. In der Redaktion versuchte Will Martin mit mäßigem Erfolg, ihn für eine Reihe redaktioneller Vorstöße zu begeistern. Immer wieder ertappte Cowart sich dabei, in Gedanken abzudriften und über Fergusons bevorstehenden Prozess nachzudenken, auch wenn er im Grunde nicht damit rechnete, dass es überhaupt dazu kam. Als der unbarmherzige Sommer in den Herbst überging, ohne dass die spüle Hitze nachließ, beschloss er, noch einmal nach Petschula zu fahren und einen Artikel darüber zu schreiben, wie die Stadt auf Fergusons Freilassung reagierte. Der erste Anruf von seinem Hotelzimmer aus galt Tanny Brown. »Lieutenant Matthew Cowart. Ich wollte Ihnen nur die Mühe ersparen, auf Ihre Spione und Gewehrsleute zurückzugreifen. Ich bin für ein paar Tage in der Stadt.« »Darf man fragen, wozu?« »Nur für einen kleinen Nachtrag im Fall Ferguson. Planen Sie immer noch, Anklage zu erheben?« Der Detektiv lachte. »Das entscheidet der Staatsanwalt. Ich habe damit nichts zu tun.« »Sicher, aber seine Entscheidung richtet sich nach den Informationen, die er von Ihnen bekommt. Gibt es irgendetwas Neues?« »Und wenn dem so wäre, erwarten Sie, dass ich es Ihnen sage?« »Na ja, Fragen kostet zumindest nichts.« »Ja, da Sie es ohnehin von Roy Black erfahren würden, nein, es gibt nichts Neues.« »Und was macht Ferguson?« »Wieso fragen Sie ihn nicht selbst?« »Mache ich noch.« »Ich schlage vor, Sie fahren erst zu seiner Großmutter raus und rufen dann noch mal bei mir an.« Als Coward auflegte, beschlich ihn das vage Gefühl, das der Detektiv sich über ihn lustig machte. Er holperte den schattigen Feldweg zwischen den Kiefern zur Hütte von Fergusons Großmutter entlang und stoppte den Wagen schließlich inmitten von ein paar Hühnern. Für einen Augenblick blieb er auf der steinharten Erde stehen. Da er draußen niemand sehen konnte, ging er die Eingangsstufen hoch und klopfte fest an den Holzrahmen der Tür. Wenig später hörte er schlurfende Schritte, dann öffnete sich die Tür einen Spalt. »Mrs. Ferguson, ich bin's, Matthew Coward, vom Journal.« Der Spalt wurde breiter. »Was wollen Sie denn jetzt schon wieder?« »Wo steckt Bobby Earle? Ich würde gerne mit ihm reden.« »In den Norden zurück.« »Was?« »Er ist wieder an dieses College in New Jersey zurück.« »Wann ist er abgereist?« »Letzte Woche. Ihr hielt ihn nichts. Das wissen Sie doch so gut wie ich.« »Und was ist mit seinem Prozess?« »Der schien ihm keine allzu großen Sorgen zu machen.« »Wie kann ich ihn erreichen?« »Er hat gesagt, er schreibt mir, sobald er eine Bleibe gefunden hat. Bisher habe ich noch nichts von ihm gehört.« »Ist hier in Petsula etwas passiert, bevor er weggegangen ist?« »Hat er zumindest nicht gesagt.« »Haben Sie noch mehr Fragen, Mr. Reporter?« »Nein.« Coward ging die Stufen hinunter und blickte sich noch einmal zum Haus um. Noch am selben Nachmittag rief er Roy Black an. Wo steckt Ferguson?« Wo steckt Ferguson? fragte er gerade heraus. »In New Jersey. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen seine Adresse und Telefonnummer geben.« »Aber wie kann er den Bundesstaat verlassen? Was ist mit seinem Prozess, der Kaution?« »Ach, der Richter hat es ihm erlaubt. Hat keine großen Überredungskünste gekostet. Ich habe ihm erklärt, dass es das Beste für ihn ist, wieder ein normales Leben zu führen, und er wollte seinen College-Abschluss machen. Was ist daran so verwunderlich? Die Staatsanwaltschaft muss uns gegebenenfalls neues Beweismaterial vorlegen, über das sie verfügt, und bis jetzt haben Sie nichts geschickt. Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber mit großen Überraschungen rechne ich nicht.« »Sie meinen, der Fall verläuft einfach im Sande?« »Ja, schon möglich. Fragen Sie die Detectives.« »Ja, habe ich auch vor.« »Sie müssen sich klarmachen, Mr. Cowart, wie diese Staatsanwälte es hassen, bei einem Prozess eins auf die Rübe zu bekommen. Die gewählten Amtsträger stehen nun mal nicht drauf, sich in aller Öffentlichkeit zu blamieren, nur lassen Sie lieber ein bisschen Zeit ins Land gehen. Gas über die ganze Sache wachsen. Und wenn es soweit ist, wird die Klage bei einem netten kleinen Plausch im Richterzimmer vom Programm gestrichen. Schieben die ganze Schuld ihm in die Schuhe, weil er dieses Geständnis zugelassen hat. Der dreht den Spieß natürlich um und sagt, die Anklagevertreter seien schuld. Vor allem aber bleibt es an diesen beiden Polizisten hängen. Schluss. Aus. Ist doch für Sie bestimmt nicht das erste Mal, dass in unserer Strafjustiz etwas sang- und klanglos untergeht, da? Vom Todestrakt runter auf Null? Genau. Kommt vor. Nicht alle Tage, aber immer mal wieder. Gibt nichts an diesem Fall, das ich nicht so oder ähnlich schon mal gehört hätte. Und nach diesen drei Jahren macht man dann einfach so weiter? Ganz genau. Als wäre nichts gewesen, ein stinknormales Leben. Mit einer Ausnahme natürlich. Als da wäre? Dieses kleine Mädchen ist tot. Er rief Tanny Brown an. Ferguson ist nach New Jersey zurückgekehrt. Wussten Sie das? Ja, war nicht gerade ein Geheimnis. Die Lokalzeitungen brachten einen Artikel über seinen Abgang. Es hieß, er wollte mit seiner Ausbildung weiterkommen. Hat dem Blatt erklärt, so wie die Leute ihn hier ansehen, hätte er in Pachula keine Aussicht auf einen Job. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht mal, ob er es auch nur versucht hat. Jedenfalls ist er weg. Ich glaube eher, er wollte verschwinden, bevor ihm jemand was antut. Wer zum Beispiel? Kann ich nicht sagen. Der eine oder andere war ziemlich erschüttert, als er auf feinen Fuß kam. Manche fanden es in Ordnung. Kleinstadt eben, Sie wissen schon. Die Leute sind unterschiedlicher Meinung. Die meisten wussten einfach nicht, was sie davon halten sollten. Wer war erschüttert? Tanny Brown zögerte einen Moment mit seiner Antwort. Ich zum Beispiel? Das genügt. Und wie geht es jetzt weiter? Sagen Sie's mir. Cowart musste passen. Am Ende schrieb er den beabsichtigten Artikel doch nicht, sondern kehrte in die Redaktion zurück, wo er sich in die Arbeit zu den bevorstehenden Gemeindewahlen stürzte. Er verwandte Stunden darauf, die Kandidaten zu befragen, Positionspapiere zu lesen und mit den Kollegen der Redaktion zu diskutieren, welche Stellung die Zeitung beziehen sollte. Es herrschte eine anregende Stimmung im Team. Mit ihren abwegigen Themen, wie der Forderung, Englisch zur Amtssprache im Bundesstaat zu erklären, der unergründlichen Frage der Demokratie in Kuba oder gar der Diskussion um Schusswaffenkontrolle, besaß die Lokalpolitik in Südflorida einen hohen Unterhaltungswert. Nach den Wahlen stürzte Cowart sich in eine weitere Reportage, diesmal über die Wasserversorgung in den Keys. Er sah sich genötigt, Haushaltsentwürfe und ökologische Prognosen zu studieren, sodass sich auf seinem Tisch immer mehr Tabellen und Grafiken stapelten. Er nahm, so viel war ihm vagebewusst, Zuflucht zu zahlen. In der ersten Dezemberwoche ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Robert L. Ferguson wegen vorsätzlichen Mordes fallen. Einer kleinen Reporter-Schar erklärte man achselzuckend, ohne das Geständnis gebe es wenig belastbare Beweise. Anklage wie Verteidigung machten ein großes Tamtam darüber, wie wichtig das Rechtssystem sei und betonten, kein einziger Fall könne so wichtig sein wie die Rechtsnormen, die bei jeder Entscheidung anzuwenden seien. Danny Brown und Bruce Wilcox glänzten bei der Anhörung durch Abwesenheit. »Mir steht im Moment wirklich nicht der Sinn, danach über den Fall zu reden,« sagte Brown, als Cowart ihn in seinem Büro aufsuchte, und Wilcox fügte hinzu, »Gütiger Gott, ich hab ihn ja kaum angefasst! Glauben Sie, er hätte keine Spuren davongetragen, wenn ich wirklich zugeschlagen hätte? Meinen Sie, der könnte noch gerade stehen? Gott, ich hätte dem Kerl den Kopf abgerissen!« In der stickig schwülen Abendluft fuhr Cowart an der Schule und der Weide vorbei, an der Johnny Schrivers Leben anfing zu enden. Vor der Straßengabelung blieb er stehen und starrte den Weg entlang, auf den der Mörder abgebogen war. Als er sich zum Haus der Schrivers umdrehte, entdeckte er George Schriver im Garten, wo er mit einer Motorsäge die Hecke schnitt. Der füllige Mann war schweißgebadet, als Cowart heranfuhr. Er hielt mit seiner Arbeit inne, schaltete den Motor ab und japste nach Luft, während der Reporter sich zu ihm gesellte und sein Notizbuch bereit hielt. »Wir haben es gehört«, sagte er leise. »Tanny Brown hat uns angerufen.« »Sagt, es wäre jetzt amtlich.« Natürlich kam es nicht wirklich überraschend. Wir wussten längst, dass es darauf hinauslief. »Tanny Brown hat uns mal erzählt, dass die Anklage auf ziemlich tönenden Füßen steht.« »Hat wohl nicht standgehalten, jedenfalls nachdem Sie den Fall unter die Lupe genommen haben.« Cowart hatte gegenüber dem Mann mit dem roten Gesicht ein unbehagliches Gefühl. »Glauben Sie nach wie vor, dass Ferguson Ihre Tochter getötet hat?« »Was ist mit Sullivan, diesem Brief, den er geschrieben hat?« »Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich von alledem halten soll. Schätze, für meine Frau und mich ist es genauso verwirrend wie für jeden anderen auch. Aber wenn ich in mich hineinhorche, wissen Sie, dann glaube ich immer noch, dass er es gewesen ist. Seinen Gesichtsausdruck beim Prozess, den... den werde ich nie vergessen. Niemals.« Mrs. Shriver brachte ihrem Mann ein Glas eisgekühltes Wasser und, als sie Cowart entdeckte, schwang in ihrem erstaunten Blick Ärger mit. »Ich begreife einfach nicht,« sagte sie, »wieso wir das alles zum zweiten Mal durchmachen mussten. Zuerst sie, dann der ganze Presse rumme. Als ob sie noch einmal ermordet worden wäre. Das wurde so schlimm, dass ich nicht mehr gewagt habe, den Fernseher anzumachen, aus Angst, sie würden ständig wieder ein Foto bringen. Nicht, weil wir es auf diese Weise nie vergessen können. Wir wollen nicht vergessen.« Aber auf einmal ging es um etwas ganz anderes. Um das, was dieser Ferguson gesagt hatte oder was dieser Sullivan gesagt hatte. Es ging darum, was diese beiden Kerle getan hatten. Dass mir mein kleines Mädchen genommen worden war, das war nicht mehr wichtig. »Und das hat wehgetan, Mr. Cowart, verstehen Sie das? Das tut immer noch weh.« Die Frau weinte, während sie sprach. Doch ihre Stimme wankte nicht. George Shriver holte Tiefluft und nahm einen großen Schluck von seinem Wasser. »Natürlich geben wir nicht Ihnen die Schuld, Mr. Cowart.« Er schwieg. »Na ja, vielleicht schon ein bisschen. Wir, wir werden einfach das Gefühl nicht los, dass irgendwo etwas schiefgegangen ist. Natürlich können Sie nichts dafür, ganz und gar nicht, wie gesagt. Auf tönernen Füßen. Hat nicht standgehalten.« Der Bär von einem Mann nahm seine Frau bei der Hand, und Matthew Cowart blieb zusammen mit der Heckenschere im Vorgarten zurück, während die beiden im Dunkel ihres Hauses Zuflucht suchten. Als er Ferguson anrief, schlug Cowart ein solch intensives Hochgefühl entgegen, dass es ihm so vorkam, als stünde er dem Mann direkt gegenüber, statt ein Ferngespräch mit ihm zu führen. »Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll, Mr. Cowart. Ohne Ihre Hilfe wäre es nie dazu gekommen.« »Doch, früher oder später schon.« »Oh nein, Sie waren derjenige, der die Sache ins Rollen gebracht hat. Ohne Sie säße ich jetzt noch immer im Todestrakt.« »Was haben Sie nun vor?« »Ich habe Pläne, Mr. Cowart. Ich will etwas aus meinem Leben machen. Meinen Studienabschluss. Karriere. Ich kann jetzt tun, was ich will.« Irgendwie kam Cowart der Satz bekannt vor, doch er konnte nicht sagen, woher. Stattdessen fragte er, »Wie läuft's denn am College?« »Oh, ich habe eine Menge gelernt«, sagte Ferguson und lachte. »Ich glaube, ich bin um einiges klüger geworden. Diese Zeit hat alles grundlegend verändert. Lektionen fürs Leben.« »Haben Sie vor, in New York zu bleiben?« »Ah, wohl eher nicht. Hier ist es kälter, als ich es in Erinnerung habe. Ich denke, ich gehe wieder in den Süden.« »Nach Pechula?« Ferguson antwortete nicht sofort. »Also, das wage ich zu bezweifeln. Nach meiner Freilassung haben die mir nicht unbedingt das Gefühl gegeben, dass ich da willkommen bin. Die Leute haben mich angestarrt, hinter meinem Rücken über mich getuschelt, mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich konnte nicht mal in den Laden um die Ecke, ohne dass ein Streifenwagen draußen stand, wenn ich wieder rauskam. Sie haben mich nicht aus den Augen gelassen, als ob sie vermuteten, dass ich jeden Moment was anstellen würde. Ich bin sonntags mit meiner Granny in den Gottesdienst gegangen, aber sobald wir zur Tür reinkamen, fuhren alle Köpfe zu uns rum. Ich habe mich nach dem Job umgesehen, aber egal, wo ich hinkam, hatten sie die Stelle angeblich ein paar Minuten vorher vergeben. Es spielte keine Rolle, ob der Chef schwarz oder weiß war. Sie haben mich alle nur angesehen, als wäre ich das personifizierte Böse, das mitten unter Ihnen lebt, ohne dass Sie was dagegen machen können. Es war nicht in Ordnung, Mr. Cowart, ganz und gar nicht in Ordnung. Ich konnte trotzdem nichts dagegen machen. Aber Florida ist groß. Sie werden es nicht glauben, vor ein paar Tagen hat mich eine Kirche in Orkerla eingeladen, bei Ihnen eine kleine Rede über meine Erfahrungen zu halten, und die waren nicht die ersten. Nicht überall werde ich wie ein tollwütiger Hund behandelt, vielleicht überhaupt nur ein Patchola. Und solange Tenny Brown dort das sagen hat, wird sich daran auch nichts ändern. Halten Sie mich auf dem Laufenden? Selbstverständlich, versprach Ferguson. Ende Januar, fast ein Jahr nachdem er den Brief von Robert Earl Ferguson bekommen hatte, wurde Cowart für seine Reportage vom Presseverband Florida ausgezeichnet. Kurz darauf folgten Auszeichnungen von der Journalistenschule Penny, Missouri und ein Ernie-Pyle-Preis der Scripps-Howart-Stiftung. Genau zu dieser Zeit bestätigte der oberste Gerichtshof den Schuldspruch und das Strafmaß gegen Blair Sullivan und Cowart bekam einen weiteren Anruf als R-Gespräch. Cowart? Sind Sie das? Ja, am Apparat, Mr. Sullivan. Haben Sie von dieser Gerichtsentscheidung gehört? Ja, was haben Sie vor? Sie bräuchten nur einen Anwalt einzuschalten. Was halten Sie davon, Roy Black anzurufen? Mr. Cowart, halten Sie mich für einen Mann ohne Rückgrat? Ich bin ein Überzeugungstäter, sagte er lachend. Das sollte ein Witz sein. Wie kommen Sie nur auf den Gedanken, ich könnte es mir plötzlich anders überlegen. Keine Ahnung. Vielleicht, weil für mich das Leben ein kostbares Gut ist. Sie hatten nicht mein Leben, vergessen Sie das nicht. Da haben Sie recht. Und Sie haben nicht meine Zukunft. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was das für eine Zukunft ist. Aber Sie werden staunen. Ich bin ganz ohr. Soll ich Ihnen etwas sagen, Mr. Cowart? So komisch das klingt. Aber mir geht's gerade richtig gut. Es freut mich zu hören. Und soll ich Ihnen noch was sagen, Mr. Cowart? Wir sprechen uns wieder, wenn die Uhr tickt. Haben Sie schon irgendetwas über den Zeitpunkt erfahren? Nein. Ich frage mich, wieso der Gouverneur so lange braucht. Wollen Sie wirklich sterben, Mr. Sullivan? Ich habe Pläne, Mr. Cowart. Große Pläne. Der Tod ist ja nur eine begleitete Erscheinung. Ich melde mich wieder. Er legte auf und Cowart unterdrückte einen Schauder. Es war ihm, als hätte er mit einer Leiche gesprochen. Am 1. April wurde Matthew Cowart für seine herausragende Lokalreportage der Pulitzer-Preis verliehen. In den guten alten Zeiten als Fernschreiber eine endlose Flut an Worten in alle Welt verbreiteten, fand alljährlich an dem Tag, an dem die Preisträger bekannt gegeben wurden, ein Wettbewerb statt. Die Associated Press und die United Press International konkurrierten gewöhnlich darum, welche der beiden Organisationen die Bekanntgabe am schnellsten hereinbekamen und verbreitete. Die alten Maschinen waren mit Klingeln ausgestattet, die jedes Mal schwellten, wenn eine wichtige Meldung hereinkam, und so wurde die Verkündigung der Preisträgernamen von quasi-religiösem Geläut begleitet, gefolgt von Jubelrufen oder enttäuschten Seufzern, sobald der Fernschreiber die Namen herausgerattert hatte. Das alles war der Computerübertragung in Echtzeit gewichen, und die Namen erschienen im selben Moment auf sämtlichen Monitoren, wie sie jede moderne Nachrichtenagentur beherrschten. An den Jubelrufen und Seufzern hatte sich allerdings nichts geändert. An dem betreffenden Nachmittag war Cowart auf einer Konferenz zum Thema Wasserwirtschaft gewesen. Als er danach in das Großraumbüro zurückkehrte, erhoben sich sämtliche Mitarbeiter und applaudierten. Jemand reichte ihm ein Glas Champagner und schob ihn vor einen Bildschirm, damit er die Neuigkeit selbst lesen konnte. Jemand hielt den denkwürdigen Moment auf Fotos fest. Der Redaktionsleiter und der Lokalredakteur drückten ihm die Hand, und Will Martin sagte, »Ich hab's gewusst.« Die Gratulationsanrufe nahmen kein Ende. Roy Black meldete sich ebenso wie Robert R. Ferguson, der nur ein paar Worte mit ihm wechselte. Tanny Brown beschränkte sich auf die kryptische Bemerkung, »Freut mich, dass wenigstens einer was von der Sache hat.« Seine Ex-Frau war am Telefon zu Tränen gerührt. »Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast,« beteuerte sie. Im Hintergrund hörte er ein Babykrähen. Als sie seine Tochter an den Apparat holte, stieß diese einen Freudenschrei aus, auch wenn sie nicht ganz verstand, worum es ging. Er wurde von drei Lokalsendern interviewt und bekam einen Anruf von einem Literaturagenten, der wissen wollte, ob er vielleicht ein Buch schreiben wollte. Der Produzent, der die Rechte zu Robert Earls Biografie erworben hatte, schlug Cowart vor, ebenfalls einen Deal mit ihm einzugehen. Der Mann war nur schwer abzuschütteln und hatte es schließlich geschafft, über die Telefonrezeptionistin, die darüber entschied, welche Anrufe sie weiterleitete, Matthew Cowart an die Strippe zu bekommen. »Mr. Cowart! Jeffrey Maynard am Apparat! Ich rufe im Auftrag der Produktionsfirma Instacom an. Wir wären sehr daran interessiert, einen Film über Ihre Arbeit zu drehen.« Der Produzent wirkte atemlos, gehetzt, als sei jede ergebnislose Minute vertane Zeit und hinausgeworfenes Geld. Cowart antwortete betont langsam. »Äh, tut mir leid, Mr. Maynard, aber bitte geben Sie mir keinen Korb, Mr. Cowart. Was halten Sie davon, wenn ich zu Ihnen nach Miami runterfliege und wir uns persönlich unterhalten? Oder noch besser, Sie kommen zu uns, natürlich auf Kosten des Hauses.« »Äh, ich glaube nicht. Nur so viel, Mr. Cowart. Wir haben mit fast allen Leuten, die das Sagen haben, darüber gesprochen und bemühen uns um die entsprechenden Investitionen. Es geht hier um nicht unerhebliche Summen. Sie könnten die Arbeit bei der Zeitung an den Nagel hängen.« »Ich habe keineswegs vor, meine Arbeit bei der Zeitung an den Nagel zu hängen.« »Ich dachte, alle Reporter wollten etwas anderes machen.« »Da irren Sie sich. Trotzdem würde ich mich gerne persönlich mit Ihnen treffen. Mit den anderen haben wir bereits geredet und viele Kooperationszusagen erhalten. Ich denke darüber nach, Mr. Maynard. Höre ich wieder von Ihnen?« »Sicher.« Ohne die geringste Absicht, sein Versprechen zu halten, legte Cowart auf. Er kehrte zu der aufgeregten Meute in die Redaktion zurück, trank Champagner aus einem Plastikbecher, sonnte sich in der Aufmerksamkeit, die ihm von allen Seiten entgegenschlug, und vergaß unter all dem Schulterklopfen und den Gratulationen die unterschwelligen Fragen und Zweifel. Doch als er an diesem Abend heimging, war er nach wie vor allein. Beim Betreten seiner leeren Wohnung musste er an Vernon Hawkins denken, wie dieser sich in seinen letzten, einsamen Tagen langsam die Seele aus dem Leib gehustet hatte. Der tote Detektiv schien in Cowarts Erinnerung allgegenwärtig zu sein. Er versuchte, das Bild von seinem Freund im Kopf in die Gratulanten einzureihen und sich vorzustellen, Hawkins wäre der Erste gewesen, der ihn angerufen und zur Feier des Tages mit ihm eine teure Flasche Champagner geköpft hätte. Doch das Bild verflüchtigte sich, und stattdessen sah er den alten Polizisten nur in seinem Krankenhausbett liegen und hörte, wie er mit schwacher Stimme durch den Nebel der Medikamente und unter der Sauerstoffmaske murmelte, »Wie lautet das zinte Gebot der Straße, Matty?« Und seine Antwort? »Was weiß ich, Vernon, keine Ahnung.« Ruh dich aus, Mann. »Das zehnte Gebot lautet. Es ist immer anders, als es scheint.« »Wernon, was zum Teufel soll das nun wieder heißen?« »Das heißt, ich drehe gleich durch. Ruf die verfluchte Schwester. Aber nicht die alte, sondern die junge mit den tollen Titten. Sag ihr, ich brauche eine Spritze. Egal, egal was für eine Spritze. Sie reibt mir ein paar Minuten lang den Allerwertesten zum Desinfizieren. Seinem Wattebauschein, bevor sie zusticht.« Cowart sah noch vor sich, wie er die Schwester holte und wie der alte Mann seine Injektion bekam und mit einem irren Grinsen hinüberdämmerte. »Aber ich hab gewonnen, Vernon.« »Ich hab's geschafft«, dachte er und warf einen Blick auf die Morgenausgabe, die er sich unter den Arm geklemmt hatte. Sein Bild und der Artikel prangten auf der Titelseite. »Verfasser der Todestrakt-Reportage mit Pulitzer geehrt.« Bis in die frühen Morgenstunden hinein starrte er, zwischen Euphorie und Zweifel hin- und hergerissen, in den endlosen schwarzen Himmel, bis die Droge des Erfolgs über die diffusen Ängste siegte und er im Glücksrausch endlich einschlief. Zwei Wochen später, Cowart schwamm immer noch auf der Woge seines Hochgefühls, erreichte die Redaktion eine zweite Meldung. Demnach hatte der Gouverneur den Hinrichtungsbefehl für Blair Sullivan unterschrieben. Der Zeitpunkt für seine Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl war auf genau eine Woche nach der Unterzeichnung um 24 Uhr festgesetzt. Es wurde darüber spekuliert, ob Sullivan sich doch noch vor dem Stuhl retten würde, indem er Berufung einlegte, was ihm, wie der Gouverneur bei der Unterzeichnung selbst einräumte, jederzeit offen stand. Doch der Gefangene hüllte sich in Schweigen. Ein Tag verging, der zweite, dritte und vierte. Am Morgen des fünften Tages seit Unterzeichnung des Hinrichtungsbefehls klingelte Cowarts Telefon. Gespannt griff er nach dem Hörer. Es war Sergeant Rogers von der Haftanstalt. »Cowart, sind Sie das Kumpel?« »Ja, Sergeant.« »Ich habe mit Ihrem Anruf gerechnet.« »Tja, jetzt wird's ernst, nicht wahr?« Cowart verstand dies als eine rhetorische Frage. »Und Sullivan?« »Mann, waren Sie schon mal im Zoo in einem Reptilienhaus und haben diese Schlangen hinter den Glasscheiben beobachtet? »Die bewegen sich kaum, aber Ihr Blick schießt in alle Richtungen. Die haben alles im Visier.« »So müssen Sie sich Sally vorstellen.« »Es ist unsere Aufgabe, ihn zu bewachen, aber er hat diesen Schlangenblick, als rechnete er mit irgendetwas. So was habe ich bei noch keinem Kandidaten kurz vor der Vollstreckung gesehen.« »Was wäre normal?« »Normalerweise wimmelt es hier von Anwälten, Priestern und Demonstranten. Alle hängen ständig am Telefon, rennen zu diesem oder jenem Richter. Eine Besprechung jagt die andere. Und dann kommt der Tag und es ist soweit. Also eins kann ich Ihnen sagen. Wenn der Staat einschließlich brutzelt, muss man es nicht allein durchstehen. Es kommen Angehörige und Gutmenschen und alle möglichen Leute, die so lange über Gott und Gerechtigkeit und alles Mögliche reden, bis einem die Ohren abfallen. Das ist normal. Das hier ist nicht normal. Für Sally ist niemand da, weder draußen noch drinnen. Er ist einfach allein. Ich rechne jeden Moment damit, dass der Bursche platzt, so angespannt und verschlossen wie der Kerl ist. Wird er Berufung einlegen? Er sagt nein. Und was tippen Sie? Der steht zu seinem Wort. Was meinen die anderen? Naja, die meisten glauben, er knickt doch noch ein, vielleicht am letzten Tag, und bittet irgendjemanden, doch noch schnell was einzureichen. Die Vollstreckung wird ausgesetzt, und er hat noch zehn Jahre, in denen er in schöner Regelmäßigkeit seine Berufungen einreicht. Aber jetzt läuft eine Wette. Falls er sich doch grillen lässt, springt für die Betreffenden einen Fünfziger raus. Ich hab's selbst draufgesetzt. Der Vertreter des Gouverneurs sieht es genauso. Vor allem, sagt er, wollen Sie, dass der Mann endlich Farbe bekennt. Aber der Kerl macht's ganz schön spannend. Das muss man ihm lassen. Mein Gott. Kann man wohl sagen. Mit dem hat er es in der letzten Zeit auch mächtig. Und wie weit sind die Vorbereitungen? Naja, der Stuhl funktioniert einwandfrei, haben wir heute früh getestet, befördert den Kerl in 0,0 ins Jenseits. Jedenfalls kommt er 24 Stunden vorher in Einzelhaft. Er darf sich eine Mahlzeit bestellen, das ist Tradition. Erst wenige Stunden vorher nehmen wir uns den Mann vor, scheren ihm die Haare und so. Bis dahin versuchen wir, so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten. Die anderen im Trakt sind auch so schon nervös genug. Die mögen es nicht, wenn es jemand kampflos hinnimmt. Wissen Sie, als Ferguson freikam, war das für alle sowas wie ein Hoffnungsschimmer. Auf Sully sind alle stinksauer. Sowas entmutigt die Jungs. Keine Ahnung, was uns noch bevorsteht. Ach, schwierige Situation für sie, kann ich mir denken. Sicher, aber letztendlich gehört es einfach zum Job. Hat Sully mit irgendjemandem gesprochen? Nein, aber deshalb ruf ich an. Wie? Er will sie noch einmal sehen, so schnell wie möglich. Mich? Ganz recht. Wahrscheinlich, damit sie über den Albtraum berichten. Er hat sie auf die Zeugenliste gesetzt. Was ist das? Wonach klingt es denn? Die handverlesenen Ehrengäste zu Blair Sullivans kleiner Abschiedsfete. Ach, du liebe Güte, ich soll einer Exekution beiwohnen. Genau. Himmel, ich weiß nicht, ob ich... Wie wäre es, wenn Sie ihn selber fragen würden? Sie müssen bedenken, Mr. Cowart, dass die Zeit verdammt knapp wird. Statt dass wir weiter am Telefon plaudern, sollten Sie schleunigst einen Flug buchen und heute Nachmittag hier sein. Ja, ja, Sie haben recht, ich werde kommen. Mein Gott. Immerhin war es Ihre Geschichte, Mr. Cowart. Schätze, der alte Sully will nur sicherstellen, dass Sie auch das letzte Kapitel schreiben. Ehrlich gesagt, überrascht. Hat mich das nicht. Matthew Cowart legte, ohne noch etwas hinzuzufügen, auf. Dann schaute er kurz in Will Martins Büro vorbei und erklärte ihm in aller Eile den ungewöhnlichen Anruf. Worauf wartest du? erwiderte der Ältere. Du solltest längst weg sein. Das ist eine Wahnsinnsstory. Hab die Post. Zwischen Tür und Angel folgte ein kurzer Wortwechsel mit dem Redaktionsleiter, dann eine hastige Fahrt zu seiner Wohnung, um das Nötigste zu packen. Mit knapper Not erwischte er noch einen Mittagsflug. Obwohl er mit dem Leihwagen hart am Tempolimit gefahren war, traf er erst am späten Nachmittag im Gefängnis rein. Es war ein regnerischer Tag und das rhythmische Geräusch der Scheibenwischer hatte ihn wie das Ticken einer Uhr weiter vorangetrieben. Sergeant Rogers empfing ihn im Verwaltungstrakt und schüttelte ihm wie beim Wiedersehen mit einem alten Mannschaftskameraden die Hand. Von der schnellen Truppe, hm? kommentierte der Sergeant sein frühes Erscheinen. Wissen Sie, für mich ist es der schiere Wahnsinn. Ansteckend irgendwie. Auf der Fahrt hierher war ich mir plötzlich jeder Minute, jeder Sekunde bewusst, die verstreicht. Stimmt, pflichtete der Sergeant bei. Geht nichts über einen konkreten Zeitpunkt zum Sterben, um einem klarzumachen, wie kostbar jeder Augenblick ist. Furchterregend. Da will ich nicht widersprechen. Wie gesagt, Mr. Cowart, im Todestrakt sieht man das Leben mit anderen Augen. Keine Demonstranten draußen? Bis jetzt noch nicht. Um sich für den alten Sully in den strömenden Regen zu stellen, muss man die Todesstrafe von ganzem Herzen hassen. Schätze, die lassen sich erst in ein, zwei Tagen sehen. Da soll das Wetter besser werden. Ist sonst noch jemand gekommen, um ihn zu besuchen? Es sind ein paar Anwälte da, die auf Abruf ihre Anträge bereithalten, aber er hat keinen zu sich gerufen, abgesehen von ihnen. Auch ein paar Detektives sind da. Gestern sind die beiden aus Petschula gekommen. Er wollte nicht mit ihnen reden. Ein paar Leute vom FBI und eine Handvoll Polizisten aus Orlando und Gainesville. Die wollen alle etwas über ein paar ungeklärte Morde in ihren Akten erfahren, aber die lässt er auch nicht an sich ran. Redet nur mit ihnen. Vielleicht verrät er ihnen ja, was die wissen wollen. Würde einigen Leuten auf jeden Fall helfen. Genau das hat auch der alte Ted Bundy gemacht, bevor er auf den Stuhl kam und damit eine Menge Rätsel gelöst, mit denen sich die Ermittler rumgeschlagen hatten. Ob es ihm drüben was gebracht hat, ist eine andere Frage, aber wer weiß. Okay, gehen wir. Sie haben recht. Sergeant Rogers überprüfte pro forma Matthew Cowards Notizblock sowie seine Aktentasche und führte ihn durch die Schleusen und Metalldetektoren in die Eingeweide der Anstalt. Sullivan wartete in seiner Zelle auf ihn. Der Sergeant zog vor dem Gitter einen Stuhl heran und forderte Coward mit einer stummen Geste auf Platz zu nehmen. Unter vier Augen, schnauzte Sullivan. Er sah blass aus, stellte Coward fest. Im Licht einer Gitterlampe glänzte sein zurückgegeltes Haar. Mit eingezogenen Schultern lief Sullivan nervös zwischen den Wänden seiner Zelle hin und her. Ich kann nur unter vier Augen reden, wiederholte er. Sully, Sie wissen doch, dass in den Zellen links und rechts niemand ist. Sie können hier reden, erklärte ihm der Sergeant geduldig. Dem Gefangenen huschte ein kurzes Lächeln über das Gesicht. Die sorgen dafür, dass man sich schon vorher wie in einem Grab fühlt, sagte er zu Matthew Coward, als der Sergeant sie verließ. Totenstille, damit man sich schon mal dran gewöhnt, in einem Sarg zu leben. Er trat an die Gitterstäbe und rüttelte daran. Genau wie ein Sarg, sagte er. Zugenagelt. Blair Sullivan brach in ein wiehrendes Lachen aus, das in ein heftiges Keuchen überging. Also, Coward, Sie sehen nach einem erfolgsverwöhnten Mann aus. Ich kann mich nicht beklagen. Weshalb wollten Sie mich sprechen? Nur keine Eile. Gönnen Sie mir einen Moment Spaß. Ach, haben Sie von unserem Freund Bobby Earl gehört? Als ich den Preis bekam, hat er angerufen, um mir zu gratulieren, aber es war nur ein kurzes Gespräch. Wie ich höre, ist er ans College zurück. Tatsächlich? Irgendwie hätte ich ihn nicht für den wissbegierigen Typ gehalten. Aber wer weiß, vielleicht hat das College dem guten alten Bobby Earl ja noch anderes zu bieten. Wie meinen Sie das? Ach, nur so nichts Besonderes, nichts, was Sie sich für später merken müssen. Blair Sullivan warf den Kopf zurück und zitterte plötzlich am ganzen Körper. Finden Sie auch, dass es kalt hier drin ist, Coward? Coward rann der Schweiß die Brust herunter. Nein, es ist heiß. Sullivan grinste und lachte trocken. Ist das nicht ein Witz, Coward? Auf einmal kann ich es nicht mehr unterscheiden, kann nicht sagen, ob es heiß ist oder kalt, Tag oder Nacht, wie bei einem kleinen Kind nehme ich an. Es gehört wohl dazu, zum Sterben, als ob die Zeit für einen Rollklatz läuft. Er stand auf und trat an ein kleines Waschbecken in der Ecke seiner Zelle. Er drehte den Hahn auf, beugte sich herunter und trank in großen Schlucken. Und ich habe Durst, bekomme trockenen Mund, als ob irgendwas alle Flüssigkeit aus mir aussaugen würde. Coward schwieg. Wenn Sie einem das erste Mal diese 2500 Volt einjagen, macht das vermutlich allen, die dabei sind, Durst. Matthew Coward merkte, wie es ihm selbst die Kehle zuschnürte. Werden Sie doch noch Berufung einlegen? Sullivan sah ihn finster an. Was glauben Sie? Ich glaube gar nichts. Eins sollten Sie begreifen, Coward, sagte Sullivan. Im Moment fühle ich mich so lebendig wie nie zuvor. Wieso wollen Sie mit mir sprechen? Sowas wie meine letzte Verfügung, mein Testament, die berühmten letzten Worte, wie finden Sie das? Liegt bei Ihnen. Sullivan ballte die Faust und boxte in die Luft. Ich habe Ihnen vor einer Weile erzählt, wie weit mein Arm reicht. Erinnern Sie sich? Und wie lächerlich diese Mauern und Gitter hier in Wahrheit sind, nicht wahr, Coward? Dass ich keine Angst vor dem Tode habe, sondern dass ich ihn sogar willkommen heiße. Ich glaube, die haben mir in der Hölle einen Ehrenplatz reserviert und Sie werden mir helfen, dahin zu kommen. Darf ich fragen, wie? Sie werden mir ein paar Gefälligkeiten erweisen. Und wenn ich Nein sage? Das werden Sie nicht, Coward. Sie stecken doch schon viel zu tief in der Sache drin, oder etwa nicht? Coward nickte, auch wenn er sich fragte, worein er da gerade einwilligte. Also gut, Coward, Mr. Super Reporter. Ich möchte, dass Sie für mich wohin gehen und eine von Ihren Sonderreportagen machen. Es ist ein kleines Haus. Klopfen Sie an die Tür. Wenn niemand aufmacht, gehen Sie einfach rein. Kümmern Sie sich nicht darum, wenn abgeschlossen ist. Haben Sie das soweit verstanden? Egal, wie Sie aber ich will, dass Sie in dieses Haus hineingehen. Halten Sie die Augen offen und drinnen merken Sie sich jede Einzelheit. Verstanden? Sie interviewen jeden, den Sie vorfinden. Sullivan belegte das Wort mit beißendem Sarkasmus. Er lachte. Und und dann kommen Sie wieder und erzählen mir, was Sie vorgefunden haben, und ich erzähle Ihnen eine Story, wie Sie noch keine zu hören bekommen haben. Blair Sullivans Vermächtnis. Der Mörder legte das Gesicht in beide Hände, strich sich mit den Fingern über die Stirn, schließlich durchs Haar, während er in ein breites Grinsen ausbrach. Und die Story wird sich lohnen, das verspreche ich Ihnen. Coward schmieg. Er hatte das Gefühl, in einen dunklen Strudel zu geraten. Na schön, Mr. Coward, sagte Sullivan. Sind Sie bereit? Fahren Sie jetzt in den Toppen Drive Nummer 13. Wie gefällt Ihnen die Zahl? Toppen Drive in Isla Morada. Das liegt in den Keys. Ich komme doch gerade. Fahren Sie einfach hin. Und dann kommen Sie zurück und erzählen mir, was Sie da vorgefunden haben. Und lassen Sie nichts aus. Für einen Moment sah Coward den Häftling zögernd an. Dann schwanden die Zweifel und er stand auf. Heilen Sie sich, Coward. Fahren Sie los, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Damit wandte er sich von Coward ab und brüllte nach draußen. Sergeant Rogers, halten Sie mir den Mann vom Leib, ich will ihn nicht mehr sehen. Ein Letztes Mal streifte sein Blick den Journalisten. Bis morgen. Das ist der sechste Tag. Coward nickte und strebte mit eiligen Schritten zum Ausgang. Nur knapp erwischte er den letzten Flug nach Miami. Erst nach Mitternacht war er endlich in seiner Wohnung, wo er sich in seinen Kleidern aufs Bett warf. Ihm war so mulmig, als hätte er Lampenfieber, wie einen Schauspieler, den man auf die Bühne vor das Publikum schubst, ohne dass er weiß, welche Figur er in welchem Stück spielen, geschweige denn, welchen Text er sprechen soll. Er verdrinkte seine Gedanken so gut er konnte und fiel für ein paar Stunden in unruhigen Schlaf. Am folgenden Tag fuhr er bereits um 8 Uhr morgens in der klaren, sich rasch erwärmenden Luft Richtung Süden in die Upper Keys. Am Himmel leuchteten ein paar träge weiße Wolken in der frühen Morgensonne. Er manövrierte sich am Berufsverkehr vorbei, der sich auf dem verstopften South Dixie Highway in die City quälte und raste in die entgegengesetzte Richtung. Hier dehnte sich Miami endlos aus, bis nur noch ein flaches Einkaufszentrum mit grellbunten Schildern und leeren Parkplätzen aufs andere folgte. Auf seinem Weg durch die Außenbezirke hatte er freie Bahn. Am Stadtrand ließ er eine Reihe Autohäuser hinter sich, vor deren hochglanzpolierter Flotte hunderte US-Fahnen und übergroße Spruchbänder mit verlockenden Sonderangeboten flatterten. In der kristallklaren Luft steuerten im großen Bogen zwei silberne Kampfjets um die Wette die Basis der Air Force in Homestead an. Begleitet von Maschinenlärm vollführten sie bei ihrem Anflug dicht nebeneinander wie zwei Balletttänzer einen eleganten Pas de Deux. Wenige Meilen weiter überquerte er auf seiner rasanten Fahrt zu den Kies die Carls Sound Bridge. Auf einem der Telefonmasten entdeckte er ein weiter rauschte Coward durch eine flache grüne Landschaft dann folgten zu seiner linken in immer dichteren Abständen Buchten und schließlich die riesige Florida Bay. Das blaue Wasser kräuselte sich in der leichten Dünung. Er fuhr zielstrebig weiter. Die Straße zu den Kies windet sich durch Feuchtgebiete und Wasser. Überall da, wo fester Boden ein paar Meter aus dem Wasser ragt, greift die Zivilisation zu. Wo immer der unwegsame Boden am Rand der Korallenriffe ein festes Fundament für Gebäude bietet, entstehen Jachthäfen und Wohnkomplexe in einem Ausmaß, als bildeten sie Ableger oder Horste. Eine Tankstelle weitet sich zum Minimarkt aus, ein grell-pink gestrichenes T-Shirt-Geschäft schlägt Wurzeln, aus der die Filiale einer Fast-Food-Kette sprießt. An einer Anlegestelle wächst ein Restaurant aus dem Boden, auf der anderen Straßenseite entsteht ein Motel. Wo genug Grund und Boden ist, da sind Schulen und Krankenhäuser, da halten sich Wohnwagenparks hartnäckig auf einer Mischung aus Splitt, Lehm und zerstoßenen weißen Muscheln. Das Meer ist nie weit weg und seine endlos glitzernde Fläche spottet, so scheint es den jämmerlichen Anstrengungen des Menschen hohen. Coward ließ Marathon hinter sich und erreichte den Eingang zum Panacamp State Park. Am Jachthafen Whale Harbour erspähte er einen riesigen blauen Marlin aus Plastik, der am Eingang zum Sportfischereihafen prangte und alle lebenden Fische, die je mit dem Golfstrom hierher gekommen waren, in den Schatten stellte. An den Geschäften und dem Supermarkt, die er passierte, verblich die weiße Wandfarbe in der unbarmherzig heißen Sonne der Keys. Erst am späten Vormittag fand er den Tarpen Drive. Die Straße lag an der Südspitze des Key, etwa eine Meile von der Stelle entfernt, an der das Meer so weit vordrang, dass es jede weitere Bautätigkeit vereitelte. Die Straße bog nach links ab, ein schmaler, von ein paar Wohnwagen und einstöckigen Häusern gesäumter Weg aus knirschendem Muschelbelag. Der Straßenverlauf war so unberechenbar, als hätte man die Grundstücke ohne Plan und Verstand so zurechtgeschnitten, wie man sie gerade brauchte. In einem Vorgarten war ein verrosteter VW-Bus mit verblassten psychedelischen Hippie-Malereien aufgebockt. In einem improvisierten Sandkasten dicht daneben spielten zwei Kleinkinder in Windeln. Eine Frau in engen abgeschnittenen Jeans zum Trägerhemd saß auf einem umgedrehten Köder-Eimer und rauchte eine Zigarette, während sie über die beiden wachte. Sie warf Matthew Cowart einen misstrauischen Blick zu. Vor einem anderen Haus lag ein Boot mit einem zersplitterten Loch in der Seite. Vor einem Wohnwagen saß ein älteres Paar auf billigen grün-weißen Liegestühlen unter einem rosafarbenen Sonnenschirm. Sie bewegten sich keinen Millimeter, als er an ihnen vorbeikam. Als er die Scheibe herunterkurbelte, hörte er ein Radio, das in voller Lautstärke eine Talkshow sendete. Körperlose Stimmen halten ihm entgegen, die sich in aufgebrachten Ton über bedeutungslose Themen stritten. Überall ragten verbogene und verdrehte Fernsehantennen in den Himmel. Cowart fühlte sich, als käme er in eine sonnenversenkte Schindelholz. Ungefähr in der Mitte der Straße befand sich hinter einem verrosteten Drahtzaun eine Kapelle aus weißem Schindelholz. Vor dem Eingang stand auf einem großen handgeschriebenen Schild »Erste Baptistenkirche in den Kies. Alle sind willkommen, um Erlösung zu finden.« Auf den zweiten Blick sah er, dass das Tor zur Straße schief an einer Angel hing und die Holztreppe zur Tür morsch und brüchig war. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Auf der Suche nach Nummer 13 fuhr er weiter. Das Haus lag etwa dreißig Meter von der Straße zurück gesetzt, unter einem knorrigen Mangrovenbaum, der ein lebhaftes Muster aus Licht und Schatten auf die Vorderseite warf. Es war ein gemauertes Haus, mit alten Jalousien und dunklen Scheiben an den Fenstern, die geöffnet waren, um jede Brise herein zu lassen, die durch den Dschungel aus Bäumen und Gestrüpp ihren Weg fand. An den Fensterläden blätterte die schwarze Farbe ab, und die Haustür schmückte ein großes Kruzifix. Es war ein kleines Haus, mit zwei Propangasflaschen an einer Wand. Der Lehmboden davor war geschottert, und deshalb war Coward, als er vor dem Eingang hielt, in eine Staubwolke gehüllt. An der Tür waren die Worte ins Holz geschnitzt, Jesus wohnt uns allen inne. Irgendwo in der Ferne bellte ein Hund. Die Mangrove bewegte sich kaum merklich in dem Windhauch, den sie irgendwo aufgespürt hatte. Coward spürte nichts. Er klopfte energisch. Einmal, zweimal, ein drittes Mal. Nichts. Er trat zurück und rief, Hallo? Jemand zu Hause? Er wartete auf Antwort, doch ihm schlug nur Stille entgegen. Er klopfte noch einmal. Mist, fluchte er innerlich. Coward trat erneut ein Stück von der Tür zurück und sah sich um. Er konnte keinen Wagen entdecken, auch sonst kein Zeichen, dass jemand da war. Er rief noch einmal, diesmal lauter, Hallo, ist da jemand? Keine Antwort. Für diesen Fall hatte er nichts geplant. Also ging er zur Straße zurück und wandte sich aus dieser Entfernung noch einmal zum Haus zurück. Was treibe hier eigentlich verflucht noch mal? Was soll das werden? Auf dem Weg hörte er Schritte knirschen und er sah, wie der Postbote aus einem weißen Jeep stieg. Er steckte Wurfsendungen und Briefe in den ersten Kasten, dann in den zweiten. Coward behielt ihn im Auge, wie er sich allmählich zu Nummer 13 vor arbeitete. Hallo, sagte er, als der Mann schließlich auf ihn zukam. dazu im Kontrast zur Uniform einen straff nach hinten gekämmten Pferdeschwanz sowie einen Seehund Schnauzbart. Seine Augen verschwanden hinter einer dunklen Sonnenbrille. Ei, sagte er und kamte dabei in seinem Postsack. Wer wohnt hier? fragte Coward. Wer will das wissen? Ich bin Reporter beim Miami Journal, Matthew Coward. Ah, ich lese Ihr Blatt, erwiderte der Briefträger. Allerdings vor allem den Sportteil. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich wollte zu den Leuten, die hier wohnen, aber es macht niemand auf. Ehrlich? Die verlassen doch praktisch nie das Haus. Wer? Mr. und Mrs. Callum, die alte dort und der gute Fred, sitzen normalerweise drinnen und lesen die Bibel, während sie entweder auf das jüngste Gericht warten oder auf den Sears-Katalog. Der Katalog kommt ziemlich zuverlässig. Leben die beiden schon lange hier? Seit sechs oder sieben Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen länger vor meiner Zeit. Cowart war noch immer zwiegespalten, doch er schob rasch eine Frage hinterher. Bekommen Sie manchmal Post aus Stark, aus dem Staatsgefängnis? Der Zusteller ließ den Sack zu Boden fallen und seufzte. Ach, sicher, vielleicht einmal im Monat. Wissen Sie, wer Blair Sullivan ist? Was dachten Sie denn, antwortete der Mann, den brutzeln Sie auf dem Stuhl, habe ich dieser Tage in Ihrer Zeitung gelesen. Hat das hier was mit Sullivan zu tun? Kann schon sein, ich bin mir nicht sicher, erwiderte Cowart. Während der Briefbote einen Stoß Wurfsendungen hervorzog und die Klappe zum Kasten öffnete, starrte Cowart zum Haus. Oh, sagte der Zusteller. Was? Sie haben die Post nicht reingeholt. Jetzt wanderte auch der Blick des Boten über den staubigen Vorgarten zum Eingang. So was hasse ich. Alte Leute holen immer ihre Post rein, immer, es sei denn, es stimmt irgendwas nicht. In jüngeren Jahren habe ich in Miami Beach ausgetragen, man wusste genau, was man drinnen vorfinden würde, wenn sie die Post nicht reingeholt hatten. Wie lange? Offenbar schon seit ein paar Tagen. Oh, Mistmann, wie ich das hasse! Cowart lief zum Haus zurück. Er trat an ein Fenster und blickte hinein. Drinnen konnte er nur billige Möbel in einer kleinen Sitzecke ausmachen, an der Wand hing eine bunte Jesus-Darstellung mit einem Lichtkranz, der seinen Kopf überstrahlte. Können Sie da drüben irgendetwas sehen? fragte er den Postboten, der nun ebenfalls an der Vorderseite des Hauses stand und zu einem anderen Fenster hinein spähte, in dem er gegen die helle Sonne die Hand über die Augen legte. Ah, nur ein Schlafzimmer, niemand drin! Beide Männer traten ein paar Schritte zurück und Cowart rief »Mister und Mrs. Kalun! Hallo!« Stille. Cowart ging zur Haustür und packte den Knauf, er ließ sich drehen. Er warf dem Postboten einen Blick zu, den dieser mit einem stummen Nicken quittierte. Er öffnete die Tür und trat ins Haus. Im selben Moment schlug ihm ein mörderischer Gestank entgegen. Der Postbote seufzte und legte Cowart die Hand auf die Schulter. »Ich weiß, was das ist«, sagte er. »Habe ich zum ersten Mal in Vietnam gerochen, bekomme ich nie wieder aus der Nase.« Er verstummte und lauschte. »Hören Sie mal!« Der Geruch schnürte Cowart die Kehle zu. Wie in einer giftigen Rauchwolke bekam er kaum noch Luft. Dann hörte er ein summendes Geräusch von der Rückseite des Hauses. Der Briefträger trat den Rückzug an. »Ich hole die Polizei!« »Ich sehe nach«, erwiderte Cowart. »Lassen Sie das lieber«, sagte der Mann. »Nicht nötig!« Cowart schüttelte den Kopf. Er begab sich tiefer ins Haus, als zögen ihn der Gestank und das Surren magisch an. Ein kurzer Blick über die Schulter genügte, um festzustellen, dass der Zusteller zum Haus eines Nachbarn gerannt war. Cowart machte noch ein paar Schritte ins Haus hinein. Er spähte in alle Richtungen, prägte sich Einzelheiten Ort auf Erden war. Er tauchte in die Gluthitze und den unerträglichen Gestank ein wie in eine brodelnde Kloake, die ihm in die Kleider, die Nase, in sämtliche Poren drang und ihm den Magen umdrehte. Vom Wohnzimmer ging er in die Küche. Dort entdeckte er den alten Mann und die alte Frau. Sie saßen sich wie zu einer gewöhnlichen Mahlzeit an einem Esstisch mit Linoleum Platte gegenüber. Die Arme waren hinter der Rückenlehne gefesselt, der Mann trug Kleider, die Frau war nackt. Man hatte ihnen die Kehle aufgeschlitzt. Auf dem Boden zu ihren Füßen hatten sich Blutlachen gebildet, unter den wirren Haaren krabbelten ihnen Fliegen, ihre Köpfe waren nach hinten gesackt, sodass ihre leblosen Augen zur Decke starrten. Coward wirkte, kämpfte gegen die Ohnmacht und seinen Magen an, der sich in einer Woge der Übelkeit zusammenkrampfte. Als er einen letzten Schritt nach vorne machte, um zu lesen, was auf der aufgeschlagenen Seite stand, schien ihm das Surren der Insekten unerträglich laut. Er starrte auf das Buch der Bücher. Mit Blut war eine Textstelle markiert. Sie haben einen solchen Namen hinterlassen, dass man noch heute von ihnen erzählt und sie lobt. Aber andere haben keinen Ruhm und sind umgekommen, als wären sie nie gewesen. Und als sie noch lebten, war es, als lebten sie nicht, und ebenso ihre Kinder nach ihnen. Er zuckte zurück und sah sich in der Küche um. In der Ecke führte eine Tür mit einem einfachen aufgebrochenen Kettenschloss zum Garten, das Schloss hing am zersplitterten morschen Holz. Er wandte sich wieder zu dem Paar am Tisch um. An den schlaffen Brüsten der Frau klebte braun-schwarzes verkrustetes Blut. Er trat zurück, erst einen Schritt, dann noch einen, dann rannte er los und sah Haustür hinaus. Die Hände auf die Knie gestützt, atmete er tief durch, während der Briefträger gerade von der anderen Straßenseite herüberkam. Cowart wurde plötzlich so schwindelig, dass er sich auf die Eingangstreppe setzen musste. Sind die tot? rief der Briefbote ihm zu. Cowart nickte. Mein Gott, sagte der Mann. Ist es schlimm? Wieder nickte er. Die Polizei ist schon unterwegs. Sie wurden ermordet, sagte Cowart leise. Ermordet? Im Ernst? Ein drittes Mal senkte er den Kopf. Gütiger Gott, sagte der Postbote. Wieso? Cowart antwortete nicht, sondern schüttelte nur den Kopf, auch wenn tausend Gedanken auf einmal über ihn hereinbrachen. Ich weiß es, dachte Cowart. Ich weiß wieso. Ich weiß, wer sie sind und weshalb sie sterben. mussten. Diese beiden Menschen, hatte Blair Sullivan ihm erzählt, hatte er schon immer töten wollen. Schon immer. Und nun hatte er es schließlich getan, ohne dass ihn Gitter, Tore und Zäune, Gefängnismauern und Stacheldraht daran gehindert hätten, so wie er es angekündigt hatte. Nur wie? Das war die Frage. Ein Pakt auf dem Weg zur Hölle Erst Nach nach einer Weile hörten sie das Knirschen von Reifen auf dem Top & Drive und als sie aufblickten stellten sie fest, dass ein einziger Polizist gekommen war. Er parkte vor dem Haus, stieg gemächlich aus dem Auto und kam auf die beiden Männer zu. Wer hat angerufen? Es war ein junger Mann mit den Muskeln eines Bodybuilders und einer piloten Sonnenbrille, die seine Augen verbarg. Ich sagte der Zusteller. Aber er ist reingegangen. Dabei zeigte er mit dem Daumen auf Coward. Wer sind Sie? Ein Reporter vom Miami Journal, erwiderte Coward gedrückt. Verstehe. Und was liegt vor? Zwei Tote, ermordet. Der Polizist klang plötzlich lebhaft interessiert. Woher wollen Sie das wissen? Gehen Sie rein und sehen Sie selbst. Rühren Sie beide sich nicht vom Fleck. Der Polizist drängte an Ihnen vorbei. Was dachten Sie denn, wo wir hingehen? fragte der Postbote leise. Gütiger Gott, ich habe sowas unendlich viel häufiger gesehen als der Bursche. Hey! rief er dem Kopf hinterher. Es ist genau wie im Krimi, fassen Sie nichts an! Das weiß ich auch, antwortete der junge Beamte. Gott! Sie beobachteten, wie er mit vorsichtigen Schritten ins Haus ging. Schätze, dem steht der erste Schock seiner beruflichen Laufbahn bevor, sagte Cowart. Der Postbote grinste. Wahrscheinlich hatte bis jetzt gedacht, sein Job bestünde im Wesentlichen darin, Raser nach Key West zu jagen. Noch ehe Cowart etwas erwidern konnte, hörten sie den Polizisten brüllen. Scheiße! Der Ausruf kam gedehnt und schrill, wie von einer Möwe, die sich mit flatternden Flügel in den Himmel Schaffte es gerade noch zur Tür hinaus und an den beiden Männern vorbei, dann erbrach er sich vor dem Haus. »Hey!« sagte der Postbote in stoischem Ton. »Na, sowas!« Er zupfte an seinem Pferdeschwanz und lächelte. »Sie haben gesagt, es wäre schlimm, wahrscheinlich wissen sie, wovon sie reden, hm?« »Muss der Gestank gewesen sein«, sagte Cowart, während er zusah, wie der junge Polizist wirkte. Schließlich richtete sich der junge Mann auf, seine Frisur hatte ein wenig gelitten und er war blass. Cowart warf ihm ein Taschentuch zu. Der Polizist nickte. »Aber wer? Wieso? Oh, mein Gott!« »Wer?« »Blair Sullivans Mutter und Stiefvater«, sagte Cowart. »Warum? Das ist ein bisschen komplizierter. Meinen Sie nicht, dass Sie die Sache erst melden sollten?« »Im Ernst?« fragte der Polizist. »Wollen Sie mich verarschen? Soll der nicht gegrillt werden?« »Allerdings.« »Mann, aber wie kommen Sie hierher?« »Gute Frage«, dachte Cowart, sagte aber nur, »war auf der Suche nach einer guten Story.« »Tja, wie es aussieht, sind sie fündig geworden«, brummte der Briefbote leise. Cowart hielt sich im Hintergrund, während die Kriminaltechniker am Tatort ganze Arbeit leisteten. Dabei war er sich bewusst, dass ihm die Zeit davon lief. Immerhin war es ihm gelungen, zwischendurch die Lokalredaktion anzurufen und deren Leiter zu informieren, was vorgefallen war. Selbst bei einem Mann, der in Südflorida einiges gewöhnt war, sorgte die Nachricht für Staunen. »Was meinst du, wie wird der Gouverneur reagieren?« fragte er. »Glaubst du, er setzt schon? Bis wann schaffst du's wieder zurück, um dieses durchgeknallte Arschloch zu fragen, was Sache ist?« »Sobald die mich hier ziehen lassen.« Doch die Polizisten zwangen ihn zu warten. Tatort Arbeit erfordert Geduld. Kleine Details können große Bedeutung erlangen, das geringste Indiz kann ausschlaggebend sein. Für Profis, denen es Spaß macht, einem Gewaltverbrechen mit den Methoden der Wissenschaft auf den Grund zu gehen, ist seiner Zelle auf ihn wartete. Alle paar Sekunden starrte er auf seine Armbanduhr. Erst am späten Nachmittag kamen endlich zwei Detectives aus Monroe County auf ihn zu, ein Mann mittleren Alters in einem beigen verschwitzten Anzug und eine wesentlich jüngere Frau mit dunkelblondem, streng nach hinten gekämmten Haar. Die betont männliche Baumwolljacke umspielte ihre schlanke, durchtrainierte Figur ebenso wie die weitsitzende Baumwollhose, Cowart erhaschte einen Blick auf eine halbautomatische Pistole in einem Schulterholster unter dem Blazer. Beide Ermittler trugen Sonnenbrillen, doch die Frau nahm ihre ab, als sie auf Cowart zutrat und ihn mit ihren grauen Augen musterte, bevor sie das Wort ergriff. Mr. Cowart, Andrea Schaeffer, Detective beim Morddezernat, mein Partner, Michael Weiss, wir leiten die Ermittlungen in diesem Fall und wir würden sie gerne befragen. Sie zückte einen kleinen Notizblock und einen Kugelschreiber. Cowart nickte. Auch er griff zum Notizbuch und die Frau lächelte. Ihr ist größer als meins, sagte sie. Was können Sie mir über den Tatort sagen, fragte er. Fragen Sie als Reporter? Selbstverständlich. Nun, wie wäre es, wenn Sie zuerst unsere Fragen beantworten würden. Im Gegenzug beantworten wir einige von Ihren. Mr. Cowart, wir ermitteln hier in einem Mordfall, schaltete sich Detective Weiss ein. Wir sind es nicht gewöhnt, dass Pressevertreter uns auf Verbrechen aufmerksam machen, bevor wir selbst davon erfahren. Folglich wüssten wir gerne, wieso gerade Sie hier im richtigen Moment auftauchen und zwei Leichen entdecken. Die schon seit ein paar Tagen tot sind, stellte Cowart klar. Detective Schäffer nickte. Offensichtlich. Trotzdem tauchen Sie heute Morgen plötzlich hier auf. Wieso? Blair Sullivan hat mir gesagt, ich sollte herkommen. Gestern. In seiner Todeszelle. Sie schrieb seine Aussage auf, schüttelte jedoch den Kopf. Ich kann ihm nicht ganz folgen. Hat er gewusst? Ich weiß nicht, was er wusste. Er hat lediglich darauf bestanden, dass ich hierher komme. Wie hat er sich ausgedrückt? Er hat mich gebeten, hierher zu fahren und die Leute im Haus zu interviewen. Erst im Nachhinein wurde mir klar, um wen es sich handelt. Danach sollte ich unverzüglich wieder zur Haftanstalt zurückkehren. Als er daran dachte, wie die Minuten verstrichen, erfasste ihn eine Woge der Nervosität. Wissen Sie, wer diese Leute ermordet hat? fragte sie. Er zögerte. Nein, noch nicht, fügte er in Gedanken hinzu. Anders gefragt, glauben Sie, Blair Sullivan weiß, wer diese Leute getötet hat? Möglicherweise ja. Sie seufzte. Mr. Coward, Ihnen ist schon bewusst, wie ungewöhnlich das alles ist, ja? Könnten Sie vielleicht ein wenig mitteilsamer sein? Coward spürte den bohrenden Blick von Detective Schäffer, als könnte sie seinem Gedächtnis durch einen reinen Willensakt auf die Sprünge helfen. Er wechselte unbehaglich die Stellung. Ich muss nach Stark zurück, sagte er. Vielleicht kann ich Ihnen danach weiter helfen. Sie nickte. Ich denke, einer von uns kommt am besten mit, vielleicht wir beide. Als er endlich die Haftanstalt erreichte, war es schon der frühe Nachmittag des achten Tages. Schweigend hatten sie zu dritt den morgendlichen Pendlerflug nach Norden genommen, und jetzt folgten die beiden Ermittler aus Monroe ihm in ihrem eigenen Leihwagen dicht auf den Fersen. Er wird nicht mit Ihnen reden, sagte Coward. Tatsächlich und wieso nicht? Er mag keine Polizisten. Doch Coward wusste, dass dies nur eine lahme Ausrede war. Als er endlich die Haftanstalt erreichte, war es schon früher Nachmittag des nächsten Tages. Erst als die Detektives am Abend den Tatort im Tarpendrive endlich freigaben, hatten sie ihn gehen lassen. Er war unverzüglich zur Nachrichtenagentur des Journal gefahren und hatte, während die beiden Detektives im Büro der Chefredaktion warteten, unter dem enormen Zeitdruck einige Einzelheiten in reißerischer Manier zu einem Artikel zusammengeschustert. Einerseits wollten sie ihn nicht gehen lassen, andererseits hatten sie an diesem Abend ihren letzten Flug verpasst. Deshalb hatten sie sich in ein kleines Motel in der Nähe seiner Wohnung eingemietet. Sie trafen sich kurz nach Tagesanbruch mit ihm. Schweigend hatten sie den morgendlichen Pendlerflug nach Norden genommen und jetzt folgten die beiden Ermittler aus Monroe ihm in ihrem eigenen Leihwagen dicht auf den Fersen. Er war nur 48 Stunden weg gewesen, doch die Eingangsseite der Haftanstalt war kaum wieder zu erkennen. Auf dem Parkplatz drängten sich zwei Dutzend Sendewagen mit Namen wie Live Dabei oder Action News Teams, von denen die meisten mit Satelliten Übertragungsgeräten für Live Aufnahmen ausgestattet waren. Kameracrews lungerten herum und erzählten sich Geschichten oder überprüften wie Soldaten vor einer Schlacht noch einmal ihre Ausrüstung. Wie der Sergeant vorhergesagt hatte, säumten Demonstranten beider Lager die Zufahrt und lieferten sich mit johlenden Schmährufen den gewohnten verbalen Schlagabtausch. Cowart parkte seinen Wagen und versuchte sich unauffällig einen Weg zum Eingang zu bahnen, doch er wurde fast augenblicklich erkannt und von Kameras umringt. Die beiden Detektives schlichen sich im Rücken der Menschentraube, die sich um ihn bildete zum Gebäude. Er hob abwehrend die Hand. Nicht jetzt! Bitte, hab noch ein wenig Geduld! Matt! rief ein Fernsehreporter, den er aus Miami wieder erkannte. Will Sullivan dich sprechen? Wird er dir erzählen, was da gespielt wird? Cowart versuchte, die Augen vor den Scheinwerfern und der blendenden Sonne zu schützen. Kann ich noch nicht sagen, Tom, wir werden sehen. Gibt es schon Verdächtige, beharrte der Fernsehreporter, das weiß ich nicht. Zieht Sullivan das jetzt durch! Kann ich nicht sagen, kann ich im Moment wirklich nicht sagen. Was hat er dir erzählt? Nichts, noch nichts. Sagen Sie es uns, wenn Sie mit ihm reden, brüllte eine andere Stimme. Selbstverständlich, log er, nur um sich aus dem Knoll herauszuwinden. Während er sich durch die Meute zum Eingang manövrierte, sah er dort schon Sergeant Rogers auf ihn warten. Hey, Matty, meldete sich der Kollege vom Fernsehen noch einmal zu Wort. Hast du das Neueste vom Gouverneur gehört? Nein, Tom, was denn? In einer Pressekonferenz hat er gerade erklärt, wenn Sullivan keine Berufung einlegt, gewährt er keinen Aufschub. Cowart nickte und schlüpfte unter dem breiten Arm von Sergeant Rogers ins Gebäude. Die beiden Ermittler waren schon vor ihm hineingegangen und entzogen sich mit zügigen Schritten den Scheinwerfern der Kameraleute. Rogers sagte ihm leise ins Ohr, ja, nicht so früh in die Karten schauen lassen, den Trumpf in der Hand halten und erst ausspielen, wenn es soweit ist. Danke, erwiderte Cowart in sarkastischem Ton. Ziemlich interessant, was da abläuft, bemerkte der Sergeant. Für Sie vielleicht, entgegnete Cowart ebenfalls im Flüsterton. Für mich wird das alles ein bisschen schwierig. Der Sergeant lachte. Dann wandte er sich an die beiden Detektives. Sie müssen weiß und schärfer sein. Sie schüttelten einander die Hände. Sie können Warten, erwiderte Weiss Barsch. Wir wollen Sullivan sprechen, auf der Stelle. Der Sergeant fasste Cowart unauffällig am Ellbogen und geleitete ihn zur Schleuse, während er unentwegt den Kopf schüttelte und den Polizisten zurief. Aber er sie nicht. Hören Sie, Sergeant, versuchte es Andrea Schäffer auf die sanfte Tour. Wir ermitteln in einem Mordfall. Das ist mir bekannt, antwortete der Wachmann. Hören Sie, wir verlangen mit Sullivan zu reden, aber plötzlich, wiederholte Weiss mit Nachdruck. So läuft das nicht, Detective. Der Mann hat von ... Hören Sie, Sergeant, versuchte es Andrea Schäffer auf die sanfte Tour. Wir ermitteln in einem Mordfall. Das ist mir bekannt, antwortete der Wachmann. Hören Sie, wir verlangen mit Sullivan zu reden, aber plötzlich, wiederholte Weiss mit Nachdruck. So läuft das nicht, Detective. Der Mann hat von Amts wegen noch ... Er blickte auf die Wanduhr und schüttelte den Kopf ... ... Neun Stunden und 42 Minuten zu leben. Wenn er da keinen sehen will, werde ich ihn nicht dazu zwingen, verstanden? Aber kein Aber. Mit Coward wird er sprechen? fragte Schäffer. Das ist richtig. Tut mir leid, Miss, ich versuche gar nicht erst zu verstehen, was Mr. Sullivan sich bei all dem denkt. Aber wenn Sie Beschwerde einlegen wollen und wenn Sie glauben, Sullivan überlegt es sich noch anders, dann müssen Sie sich an das Gouverneursbüro wenden. Vielleicht gewähren die Ihnen noch ein bisschen Zeit. Wir dagegen müssen uns an den derzeitigen Stand der Dinge halten und das bedeutet nur Mr. Coward mit seinem Notizbuch und Aufnahmegerät allein. Die Frau nickte und wandte sich an ihren Partner. Klingeln Sie im Büro des Gouverneurs Sturm und hören Sie nach, was denen dazu einfällt. Dann sah sie Coward an. Mr. Coward, Sie tun auch nur Ihren Job, ich weiß, aber würden Sie ihn bitte fragen, ob er mit uns reden will? Bitte? Das kann ich gerne machen, antwortete Coward. Und fuhr die Polizistin fort, sicher ist es nicht allzu schwer zu erraten, was ich ihn fragen würde, versuchen Sie es von ihm auf Bann zu bekommen. Sie öffnete eine Aktentasche und hielt ihm ein halbes Dutzend zusätzlicher Kassetten entgegen. Ich gehe nirgendwohin, nicht bevor wir uns noch einmal gesprochen haben. Der Reporter nickte. Verstehe. Schärfer wandte sich an den Sergeant. Nimmt das jedes Mal solche Formen an? fragte sie mit einem Lächeln. Rogers drehte sich zu ihr um und erwiderte ihr Lächeln. Nein, Ma'am, gab er erschöpfend Auskunft. Dann sah der Sergeant erneut auf die Wanduhr. Vielleicht sollten wir das Reden auf ein andermal verschieben. Die Uhr tickt. Coward deutete auf die Schleuse und folgte dem Sergeant ins Innere der Anstalt. Die beiden Männer durchquerten zügig einen langen Flur, in dem ihre Schritte auf dem Linoleum wiederhalten. Der Sergeant schüttelte den Kopf. Was ist? Ach, nichts, ich kann nur dieses Durcheinander nicht leiden, antwortete Rogers. Vor dem Sterben sollte alles seine Ordnung haben, geregelt sein, keine Ungereimtheiten und offene Fragen. Ich denke, genau das hatte er die ganze Zeit im Sinn. Ja, und ich denke, da liegen Sie Sully ist in einer Einzelzelle, ganz in der Nähe vom Stuhl, ganz in der Nähe eines Büros mit Telefonen und allem drum und dran, sodass wir es sofort erfahren, falls es doch noch einen Aufschub gibt. Wie schlägt er sich? Sehen Sie selbst, damit deutete er auf eine Einzelzelle. Vor dem Gitter stand ein Stuhl. Cowart legte die letzten Meter allein zurück auf einem Metallbett lag und auf einen Fernseher starrte. Sie hatten ihm das Haar geschoren, sodass sein Kopf an eine Totenmaske erinnerte. Er war von kleinen Kartons umgeben, die von Kleidern, Büchern und Papieren überquollen, seine persönliche Habe, die aus der alten Zelle hier herüber geschafft worden war. Der Häftling drehte sich abrupt im Bett um und forderte Cowart mit einer ausladenden Geste auf, vor der Zelle Platz zu nehmen, während er selbst die Füße von der Liege schwang und sich räkelte, als wäre er müde. In der Hand hielt er eine Bibel. Ich muss schon sagen, Cowart, Sie haben es nicht gerade eilig gehabt, zu meiner kleinen Abschiedsparty zurückzukehren. Er zündete sich eine Zigarette an und hustete. Es sind zwei Detektives aus Monroe County hier, Mr. Sullivan, die wollen Sie sprechen. Na, die können mich mal. Sie wollen sie zum Tod ihrer Mutter und ihres Stiefvaters befragen. Ach ja, können mich mal. Ich soll sie bitten, mit ihnen zu reden. Er lachte. Achso, das ist natürlich was anderes. Wie gesagt, die können mich mal. Mit einem Satz sprang Sullivan auf und sah sich einen Moment um, bevor er an die Stangen trat, zwei davon mit den Händen umfasste und das Gesicht dagegen drückte. Hey, rief er laut. Wie spät ist es eigentlich? Ich will wissen, wie spät es ist. Hallo, antwortet mir vielleicht mal jemand. Es ist noch Zeit, sagte Coward langsam. Sullivan trat zurück und starrte ihn wütend an. Sicher, sicher. Der Mann schauderte, schloss die Augen und holte Tiefluft. Wussten Sie, Coward, dass man auf einmal spürt, wie sich sämtliche Muskeln in der Herzgegend mit jeder Sekunde enger zusammenziehen? Sie können immer noch einen Anwalt herbestellen. Die können mich mal. Man muss das Blatt spielen, das man bekommen hat. Dann werden Sie also nicht... Nein, damit eins klar ist. Ich bin vielleicht ein bisschen nervös und hab ein bisschen Schiss. Aber mit Sterben kenne ich mich aus. Oh ja, Sir, daran bin ich Experte. Blair Sullivan lief unruhig in der Zelle auf und ab, dann setzte er sich schließlich auf die Kante der Liege und beugte sich vor. Von einem Moment zum anderen schien er zu entspannen. Er lächelte verschwörerisch und rieb sich aufgeregt die Hände. Erzählen Sie mir von den Interviews, sagte er lachen. Ich möchte alles wissen. Sullivan deutete auf den Fernsehapparat. Die verdammten Nachrichten und Zeitungen bringen keine Einzelheiten, die labern nur einen Haufen Mist. Ich will es von Ihnen hören. Cowart wurde eiskalt. Einzelheiten? Ganz recht. Lassen Sie nichts aus. Schildern Sie es so, dass ich es mir alles genau vorstellen kann. Sie sind doch sonst so geschickt mit Worten. Cowart holte tief Luft, während ihm der Gedanke kam, ich bin genauso verrückt wie der Kerl. Doch er tat ihm den Gefallen. Sie waren in der Küche. Sie waren gefesselt. Gut, gut, richtig fest an allen Vieren, oder wie? Nein, nur die Arme nach hinten gezogen, so. Er machte es vor. Sullivan nickte. Gut, reden Sie weiter. Die Kehlen durchgeschnitten. Sullivan nickte wieder. Es war alles voller Blut. Ihre Mutter war nackt. Ihre Köpfe waren so nach hinten gesackt. Erzählen Sie weiter, vergewaltigt. Kann ich nicht sagen, es wimmelte von Fliegen. Nein, das gefällt mir. Die haben gesucht, richtig laut. Ja. So wie ihm die Worte über die Lippen kamen, hatte Cowart eine Art Echoeffekt. Ein anderer Teil von ihm, den er bisher nicht gekannt hatte, schien Regie zu führen. Sind Sie qualvoll gestorben? fragte der Todeskandidat. Wie soll ich das wissen? Kommen Sie schon! Sah es so aus, als hätten Sie eine Zeit lang den Tod vor Augen gehabt. Ja. Sie waren an Ihre Stühle gefesselt. Sie müssen sich bis zu dem Moment, in dem Sie getötet wurden, angesehen haben. Einer hat zugeschaut, wie der andere starb nämlich an, es sei denn, es wäre mehr als ein Täter gewesen. Nein, nur einer, sagte Sullivan ruhig. Er rieb sich die Arme. Sie saßen auf den Stühlen? Ja, gefesselt. So wie ich. Wie bitte? Auf einem Stuhl festgebunden und dann hingerichtet. Er lachte. Es lag eine Bibel auf dem Tisch. Aber andere haben keinen Ruhm und sind umgekommen, als wären sie nie gewesen. Ja, richtig. Perfekt. Genau wie geplant. Sullivan stand plötzlich auf, schlang die Arme um den Oberkörper, als könne er nur so den Aufruhr an Gefühlen eindämmen. An seinen Armen traten die Muskeln hervor, auf seiner Stirn pulsierte eine Ader. Sein bleiches Gesicht wurde plötzlich rot, er stieß einen gewaltigen Seufzer aus. Ich sehe es vor mir, sagte der Todeskandidat. Ich hab's genau vor Augen. Sullivan hob die Arme und streckte sich. Dann ließ er sie ebenso plötzlich fallen. Gott, sagte er, es ist getan. Wie ein Wettläufer auf den letzten Metern keuchte er eine Weile, dann starrte er auf seine Hände, während er sie langsam zu Fäusten ballte, sodass die Drachen an seinen Unterarmen lebendig wurden. Er lachte in sich hinein und wandte sich wie der Kauer zu. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Extra, das, wofür sich das Ganze hier überhaupt lohnt. Ich verstehe kein Wort. Sullivan schüttelte den Kopf. Holen Sie Ihr Notizblock raus und dieses Aufnahmegerät. Wird Zeit, dass wir uns ein bisschen eingehender mit dem Tod beschäftigen, sagte ich Ihnen ja bereits. Mein Vermächtnis. Das Testament des alten Sully. Während Coward tat, was Sully sagte, setzte der Todeskandidat sich wieder auf die Lege. Er griff zu seiner Zigarette und genoss jeden einzelnen Tiefenzug. Sind Sie soweit, Coward? Coward nickte. Gut. Also, wo fangen wir an? Naja, logischerweise mit Nummer eins. Coward, wie viele Morde haben Sie mir angehängt? Zwölf. Offiziell. Richtig. Aber wir müssen ein bisschen genauer unterscheiden. Schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt haben Sie mich für dieses reizende Pärchen in Miami, diese süße kleine Mädchen und ihren Freund. Das ist sozusagen amtlich. Und dann habe ich noch diese zehn anderen gestanden, aus reinem Entgegenkommen, schätze ich mal. Die Geschichten habe ich schon den Detektives erzählt, also können wir uns die Einzelheiten sparen. Und dann wäre da noch dieses kleine Mädchen in Pachola. Nummer 13, stimmt's? Stimmt. Also, die lassen wir für den Augenblick beiseite. Gehen wir einfach zu Nummer 12 zurück und rollen es von da auf. Einverstanden? Einverstanden. Nummer 12. Er stieß ein ironisches Lachen raus. Also, es ist reichlich untertrieben. Sowas von untertrieben. Wie viele? Er grinste. Ich habe hier gesessen und versucht, auf die Gesamtsumme zu kommen. Ich habe addiert und addiert. Wenn schon, dann präzise nicht, dass es hinterher große Diskussionen gibt. Wie viele? Wie wär's mit? Neununddreißig, Cowart. Der Verurteilte lehnte sich nach hinten und schaukelte ein wenig vor und zurück. Er zog die Beine an und legte die Arme um die Knie. Ach, kann natürlich nicht ausschließen, dass ich noch ein, zwei vergessen habe. Soll vorkommen. Manche Morte sind gesichtslos. Ohne dieses gewisse Etwas, das sie einem ins Gedächtnis einbrennt. Cowart schwieg. Beginnen wir mit einer kleinen alten Frau, nicht weit von New Orleans. Wohnte allein in einem Seniorenheim. In einer Kleinstadt namens Jefferson. Ich sah sie eines Nachmittags, wie sie alleine nach Hause ging, einfach so. Genoss den schönen Tag, ahnungslos und unbeschwert. Ich folgte ihr. Die Straße, in der sie wohnte, hieß Lowell Place. Und die alte Dame, wenn ich mich recht entsinne, Eugenia May Phillips. Ich gebe mir redliche Mühe, mir diese Einzelheiten in Erinnerung zu rufen, Cowart, denn wenn sie mit ihren Recherchen anfangen, brauchen sie schließlich ein paar Anhaltspunkte. Das muss vor ungefähr sechs Jahren gewesen sein, im September. Nach Einbruch der Dunkelheit habe ich die Schiebetür an der Rückseite aufgehebelt. Ihre Wohnung war im Erdgeschoss, hatte nicht mal ein Bolzenschloss. Kein Außenlicht, kein gar nichts. Wieso tut sich jemand seine Wohnung an? Geradezu eine Einladung an jeden Vergewaltiger, Einbrecher oder Mörder, der was auf sich hält, was ein Kinderspiel ist, da reinzukommen. Wenigstens hätte sie sich einen bissigen, schwarzen Hund halten sollen, als aber nicht. Nur einen Sittich, einen gelben in einem Käfig. Den habe ich auch erledigt. Und das war's dann eigentlich. Natürlich habe ich mir vorher ein bisschen Spaß mit ihr gegönnt. Oh, sie hatte solche Angst, dass sie kaum einen Muckser von sich gegeben hat, als sie ihr das Kissen aufs Gesicht drückte. In derselben Gegend habe ich mir dann noch fünf Leute vorgenommen. Nur Vergewaltigung und Raub. Sie war die Einzige, die daran glauben musste. Ja, dann bin ich weitergezogen. Sie dürfen nur keine Wurzeln schlagen, wissen Sie, dann passiert ihnen auch nichts. Sullivan schwieg für einen Moment. Das sollten Sie sich merken, Coward. Immer in Bewegung bleiben, nie versacken und Wurzeln schlagen. Ziehst du weiter, kriegt dich die Polizei nicht zu fassen. Sie werden's nicht glauben, aber die haben mich für Landstreicherei, Unbefugtes betreten, wegen Verdachts auf Einbruch und allem möglichen Mist festgenommen. Ich habe ein paar Nächte im Knast zugebracht und einmal vier Wochen in einem Bezirkskitchen in Dothan, Alabama. Es war vielleicht ein Drecksloch, sage ich Ihnen. Keller hasseln und Ratten und ein gestankner Scheißemann. Aber keiner hat gemerkt, was ich wirklich war. Wie denn auch? Ich war ein Niemand. Er grinste. Dachten die jedenfalls. Er überlegte einen Moment und starrte durch die Gitterstäbe. Das hat sich natürlich geändert, nicht wahr? Im Moment bin ich wer. Habe ich recht? Er durchbohrte den Reporter mit seinem Blick. Ob ich recht habe, verdammt! Ja. Dann sagen Sie das auch gefälligst! Im Moment sind sie wer. Sullivan schien zu entspannen. Er redete langsamer weiter. Will ich doch meinen. Für einen Moment schloss er die Augen. Doch als er sie wieder öffnete, war sein Blick so dreist und unbeschwert, dass es Coward eiskalt den Rücken herunterlief. Ja, was sag ich? Wahrscheinlich bin ich im Moment der bekannteste Mann in ganz Florida, oder nicht? Möglich. Na ja, alle wollen Sie wissen, was der alte Sully weiß, oder etwa nicht? Das stimmt. Sehen allmählich das große Ganze, Coward? Ja, ich denke schon. Sag ich doch. Sie werden staunen, wie viele Leute sich noch für das interessieren werden. Er ließ sich jedes Wort wie ein Bonbon auf der Zunge zergehen. Was der alte Sully zu sagen hat. Coward nickte. Gut. Es kommt noch besser. Also, auf meinem Weg nach Mobile, habe ich in einer 7-Eleven-Filiale einen Jungen getötet. Nun, kleiner Raubüberfall, keine große Sache. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer es bei diesen Fällen für die Copse ist, einen dran zu kriegen? Wenn dich keiner reingehen und keiner rauskommen sieht, dann hat es hinterher fast den Anschein, als hätte einfach nur das Schicksal zugeschlagen, und zack! Jemand stirbt. Der war auch noch nett. Hat mich ein, zweimal angefläht. »Nehmen Sie das Geld, nehmen Sie das Geld!« Sagte, »Bitte lassen Sie mich leben, ich bin noch nicht mal im College, bitte lassen Sie mich leben!« Habe ihm den Gefallen nicht getan. Habe ihm mit der Pistole einen gezielten Schuss in den Hinterkopf verpasst, kurz und schmerzlos. Und ein paar hundert Mäuse eingesackt. Dann habe ich mir noch ein paar Twinkies, ein, zwei Dosen Cola und eine Limo geschnappt. Und schließlich eine Tüte Chips und den Burschen hinter der Theke liegen gelassen. Er schwieg. Coward sah einen dünnen Schweißfilm auf der Stirn des Mannes. Seine Stimme zitterte ein wenig vor Erregung. »Falls Sie Fragen haben, fragen Sie ruhig.« »Können Sie sich an Uhrzeit, Datum und Ort erinnern?« »Ja, ich weiß, ich ... ich muss noch überlegen. Schließlich brauchen Sie ja was Konkretes.« Sullivan entspannte sich, um nachzudenken, dann postete er heraus. »Mann, ich hätte ein Notizbuch dabei haben sollen, so wie Sie jetzt. Ach, jetzt muss ich mich auf mein Gedächtnis verlassen.« Er lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und durchforstete seine Geschichte. Nach und nach förderte er Namen, Orte und Einzelheiten zutage. Coward hörte aufmerksam zu, warf gelegentlich eine Frage ein, um die Fakten, die er zu hören bekam, mit Einzelheiten zu unterfüttern. Nachdem er die ersten Morde festgehalten hatte, ließ der Schock allmählich nach. Was blieb, war das Unbegreifliche der Schreckensszenarien, die in ihrer monotonen, kalten Aneinanderreihung als Memoiren eines verurteilten Mörders darüber hinwegtäuschten, was dieser Mann in jedem einzelnen Fall Menschen aus Fleisch und Blut angetan hatte. Fast als stünde der unablässige Wortschwall, den Coward über sich ergehen, ließ in keiner Beziehung zur realen Welt. Stunden verstrichen, in denen Blair Sullivan seine Verbrechen in einem Ton vor Coward ausbreitete, als wären sie kaum der Rede wert. Sergeant Rogers brachte eine Mahlzeit. Sullivan schickte ihn mit einer stummen Bewegung weg. Die traditionelle Henkers-Mahlzeit, ein gebratenes Steak mit Kartoffelpüree und Apfelkuchen, blieb unangetastet auf dem Tablett. Coward hörte einfach weiter zu. Als Blair Sullivan schließlich endete und ein kurzes Lächeln über seine bleichen Züge huschte, war es kurz nach 23 Uhr. »Das sind alle 39«, sagte er. »Irrre Story, was? Vielleicht kein neuer Rekord, aber vermutlich auch nicht weit davon entfernt.« Er stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ach, das hätte ich eigentlich toll gefunden, wissen Sie. Ich meine einen Rekord. Was hat jemand wie ich von einem Rekord kauert? Haben Sie die Zahlen parat? Bin ich die Nummer eins oder gebührte Ehre jemand anderem?« Er lachte trocken. »Aber selbst wenn ich rein zahlenmäßig nicht die Nummer eins wäre, dann bin ich den meisten anderen Trotteln zumindest...« »Wie würden Sie das nennen, Coward an...« »Originalität überlegen.« »Mr. Sullivan, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn Sie wollen, das...« Sullivan sprang auf und sah ihn mit funkelnden Augen an. »Haben Sie nicht zugehört, Junge?« Coward hob beschwichtigend die Hand. »Ich wollte nur...« »Was Sie wollen, zählt nicht!« »Hier geht es nur um das, was ich will.« »In Ordnung.« Sullivan blickte durch die Gitterstäbe. Er atmete tief ein und senkte die Stimme. »Und jetzt ist es Zeit für eine letzte Geschichte, Coward. Bevor Sie mir Feuer unterm Hintern machen und ich dieser schnöden Welt den Rücken kehre.« Coward fühlte sich ausgelagt. Er bekam einen trockenen Mund und einen Kloß im Hals. »Und jetzt erzähle ich Ihnen die Wahrheit über die kleine Jonny Schreiber. Vor Gericht nennen Sie das eine Erklärung auf dem Sterbebett. Sie gehen offenbar davon aus, dass niemand mit einer Lüge auf den Lippen hinübergehen will.« Er lachte laut. »Das heißt, es muss die Wahrheit sein.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu. »Wenn Sie es glauben können.« Er starrte Coward an. »Die schöne, kleine Jonny Schreiber.« »Die makellose, kleine Jonny.« »Nummer vierzig«, sagte Coward. Blair Sullivan schüttelte den Kopf. »Nein.« »Ich verstehe nicht.« Er lächelte. »Ich hab sie nicht umgebracht.« Coward zog sich der Magen zusammen und er spürte, wie ihm der Schweiß aus den Poren trat. Was? »Ich hab sie nicht umgebracht. All die anderen gehen auf mein Konto, aber die Kleinen nicht.« »Sicher. Ich war an der Scambia County und soviel steht fest. Hätte ich sie da stehen sehen, wäre ich auch in Versuchung geraten. Ich hätte mit ihr genau dasselbe gemacht. Ich hätte die Scheibe runtergekurbelt und gesagt, hey, kleines Urmädchen, komm mal rüber. Klare Sache. Hab ich aber nicht. »Nein, ihr Tod geht nicht auf mein Konto.« Er schwieg einen Moment und wiederholte. »Nicht schuldig.« »Aber... Aber der Brief...« »Jeder kann einen Brief schreiben.« »Und das Messer?« »Na ja, da liegen sie richtig. Das war tatsächlich das Messer, mit dem das arme Mädel ermordet wurde.« »Ja, aber ich verstehe nicht...« Blair Sullivan hielt sich die Seiten. Sein Gelächter ging in einen trockenen Husten über, der durch den Gefängnisflur halte. »Darauf habe ich gewartet«, sagte er. »Auf dieses Gesicht... Habe ich so gewartet?« »Ich... Das ist unnachahmlich, Coward. Sie sehen aus, als wären Sie ein bisschen durch den Wind. Als kämen Sie gleich auf den Stuhl und nicht ich. Was läuft da gerade in Ihrem Oberstübchen ab?« Sullivan tippte sich an die Stirn. Coward machte den Mund zu und starrte den Mörder an. »Sie haben sich ja für so schlau gehalten, nicht wahr, Coward? Sie dachten, Sie hätten den Durchblick. Und jetzt sag ich Ihnen mal was, Mr. Pulitzer-Preisreporter. So schlau sind Sie nicht.« Er lachte und hustete weiter. »Was ist wirklich geschehen?« fragte Coward. Sullivan sah auf. »Haben wir noch genug Zeit?« »Ja«, antwortete Coward mit zusammengebissenen Zähnen. Der Mann in der Zelle stand auf und fing an, hin und her zu gehen. »Mir ist kalt«, sagte der Mörder. »Wer hat Johnny Schreiber auf dem Gewissen?« Blair Sullivan blieb stehen und grinste. »Als ob Sie das nicht wüssten«, erwiderte er. Coward hatte das Gefühl, als täte sich der Boden unter ihm auf. Er griff nach dem Stuhl, seinem Notizbuch, seinem Stift und versuchte, sich zu fassen. Er sah, wie sich in der plötzlich eintretenden Stille die Spule der Kassette in seinem Aufnahmegerät drehte. »Sagen Sie schon«, »Na schön, Coward, stellen Sie sich zwei Männer in benachbarten Zellen im Todestrakt vor. Einer von Ihnen will raus, weil er durch die mieseste Anklage da reingekommen ist, die je ein Detektiv zusammengestoppelt hat, von Hinterwäldlern auf der geschworenen Bank für schuldig befunden, für die er wahrscheinlich der verrückteste Mörder-Nigger war, den Sie je gesehen hatten. Natürlich haben Sie zu Recht verurteilt, nur eben mit den lärmsten Begründungen. Dieser Mann ist ungeduldig und wütend. Der andere Mann dagegen weiß, dass er früher oder später mit dem elektrischen Stuhl Bekanntschaft machen wird. Bestenfalls ist ein bisschen Aufschub drin, aber er weiß, der Tag wird kommen. Und was ihm am meisten zu schaffen macht, ist ein Stück unerledigter Hass. Da ist noch dieser glühende Wunsch, er will unbedingt, dass es geschieht, und sei es erst kurz vor seinem Tod. Etwas so abgründig Unrechtes und Böses, dass er nur einen Menschen auf Erden kennt, den er darum bitten könnte. Wen? Jemanden wie ihn selbst? Sullivan sah Coward mit einem so furchterregenden Blick an, dass dieser auf seinem Stuhl erstarrte. Jemand vom selben Schlag wie er. Coward sagte nichts. Und so finden sie heraus, dass es zwischen ihnen ein paar zufällige Parallelen gibt, dass sie zum Beispiel zur selben Zeit am selben Ort gewesen sind, dass sie sehr ähnliche Autos fahren. Und da kommt ihnen eine Idee, eine richtig gute Idee. Ein Plan, den der Teufel höchstpersönlich kaum hätte besser aushecken können. Der Mann, der nie mehr aus dem Todestrakt rauskommt, gesteht das Verbrechen des Anderen. Dafür erledigt der Andere, wenn er rauskommt, eine gewisse Kleinigkeit für seinen Partner. Na, na, dämmert's bei Ihnen? Coward rührte sich nicht. Sie hätten die Geschichte doch nie geglaubt, sie, dämlicher Hund, hätte es nicht so schön ins Bild gepasst. Der arme, unschuldig vorurteilte Schwarze, tragisches Opfer rassistischer Vorurteile und der wirklich schrecklich böse Weiße. Andersrum hätte es doch nicht funktioniert. War gar nicht mal schwer, was draus zu machen. Ich brauchte Ihnen nur von dem Messer zu erzählen und im richtigen Moment diesen Brief zu schreiben, damit er bei der Anhörung verlesen wird. Und das Beste, ich musste den Mord beharrlich leugnen. Immer wieder beteuern, ich hätte nichts damit zu tun, was der Wahrheit entsprach. Beste Methode, überzeugend zu lügen, Coward, ist allen Funken Wahrheit. Sehen Sie mal, ich wusste, hätte ich es einfach nur gestanden, dann wäre es Ihnen irgendwie gelungen, zu beweisen, dass ich es doch nicht war. Ich brauchte nur bei Ihnen und all Ihren Kumpeln vom Fernsehen und den anderen Zeitungen den Eindruck erwecken, ich wär's gewesen. Es genügte, dass es so aussah. »Den Rest würden Sie alle miteinander besorgen, sobald ich die Tür einen Spalt breit geöffnet hätte.« Wieder lachte er. »Und Bobby Earl marschierte aus dem Knast, sobald Sie die Tür weit genug aufgemacht hatten.« »Wieso sollte ich Ihnen das glauben?« »Weil in Monroe County zwei Tote gesessen haben. Nummer vierzig und einundvierzig.« »Und wieso erzählen Sie mir das?« »Tja«, Sullivan lächelte ein letztes Mal. »Das gehört ehrlich gesagt nicht zu dem Deal zwischen mir und Bobby Earl. Er glaubt, wie sein Quitt, seit er zum Top-and-Drive runtergefahren ist und diese Sache für mich erledigt hat. »Leben gegen Tod, klare Sache. Fang irgendwo anders neu an, so sieht er das. Ja, aber wie gesagt, der Arm vom alten Sully reicht weit.« Sein Lachen klang hart. Auf seinem kahlgeschorenen Schädel spiegelte sich die Glühbirne an der Zellendecke. »O na ja, Coward, ich bin nicht gerade für meine Vertrauenswürdigkeit bekannt.« Sullivan stand auf und streckte die Finger. »Also kann ich ihn vielleicht doch noch in die Hölle mitnehmen. Nummer zweiundvierzig. Genialer Streich, nicht wahr? Und er gäbe einen netten Reisegefährten ab, auf der Überholspur in die Hölle.« Sullivan hörte mit einem Schlag zu lachen auf. »Ist das nicht ein guter, letzter Streich? Er rechnet nicht im Traum damit, dass ich am Ende noch diesen Joker aus dem Ärmel ziehe.« »Und wenn ich Ihnen nicht glaube«, Sullivan kicherte. »Jemand von meinem Schlagkohort. Vergessen Sie das nicht«, er sah dem Reporter ins Gesicht. »Sie wollen Beweise, ja? Was hat Bobby Earle Ihrer Meinung nach wohl die ganze Zeit gemacht, seit Sie ihn frei geboxt haben?« »Er ist ans College zurückgegangen, er studiert. Er hält kleine Ansprachen in Kirchengemeinden.« »Cowart«, fiel ihm Sullivan ins Wort. »Merken Sie eigentlich nicht, wie albern das klingt? Glauben Sie, Bobby Earle hätte, als er mit unserer großartigen Strafjustiz Bekanntschaft gemacht hat, nichts dazugelernt? Halten Sie den Burschen für so dämlich!« »Keine Ahnung.« »Ah, da will ich Ihnen nicht widersprechen. Sie haben keine Ahnung. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Sie es rausfinden würden. Denn ich möchte wetten, dass Bobby Earle in der Zwischenzeit dafür gesorgt hat, dass eine Menge Tränen fließen. Finden Sie es raus?« Cowart drehte sich unter der Wucht der Ungeheuerlichkeiten, der unsagbaren Schrecken, auf die Sullivan anspielte der Kopf. »Ich, ich brauche Beweise«, wiederholte er verzagt. Sullivan pfiff durch die Zähne und verdrehte die Augen. »Ach, wissen Sie was, Cowart? Sie sind wie einer von diesen alten, verrückten Mönchen im Mittelalter, die von morgens bis abends nur da saßen und über ihren Gottesbeweisen brüteten. Können Sie die Wahrheit nicht einfach erkennen, wenn Sie sie hören, Mann?« Cowart schüttelte den Kopf. Sullivan löchelte. »Hatte ich mir gedacht.« Einen Moment lang schwieg er genüsslich, bevor er fortfuhr. »Also, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, wissen Sie. Folglich habe ich, als Bobby Earle und ich unser kleines Arrangement trafen, noch ein bisschen mehr herausgefunden, als das, was ich ohnehin wusste. Ich brauchte sozusagen noch ein kleines Pfand. Nur, um ganz sicher zu gehen, dass Bobby Earle seinen Teil der Verabredung erfüllen wird. Und außerdem, um Ihnen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.« »Was?« »Ein bisschen Abenteuer, Geist-Cowart. Hören Sie gut zu. Es gab nicht nur das Versteck mit dem Messer. Es gab auch eins, wo er ein paar andere Sachen verstaut hat.« Er überlegte einen Moment, dann grinste er dem Reporter ins Gesicht. »Allerdings befinden sich diese Dinge an einem richtig widerwärtigen Ort. Aber Sie können sie sehen, Cowart, wenn Sie einen Arsch mit Augen haben.« Er brach in brüllendes Gelächter aus. »Ich kann Ihnen nicht folgen.« »Denken Sie einfach an den genauen Wortlaut, wenn Sie nach Petschola zurückkehren. Der Weg zur Erkenntnis ist manchmal nicht nur steinig, er kann auch richtig eklig sein.« Während die Worte des Gefangenen von den Wänden widerhalten, saß Matthew Cowart sprachlos da. »Was meinen Sie, habe ich damit auch Bobby Earls Tod besiegelt?« Er beugte sich vor. »Und wie steht's mit Ihnen, Cowart? Ist das auch Ihr Todesurteil?« Mit einem Ruck lehnte er sich zurück. »Das war's«, sagte er. »Ende der Geschichte. Ende unserer Unterhaltung. Leben Sie wohl, Cowart. Zwei zum Sterben, bis dann in der Hölle.« Der Gefangene stand langsam auf, kehrte dem Reporter den Rücken zu, verschränkte die Arme vor der Brust und starrte auf die Wand seiner Zelle, während ihm mit einem Mal in einer schrecklichen Mischung aus Kichern und Angst die Schultern bebten. Matthew Cowart war plötzlich nicht mehr Herr über seine Glieder und blieb wie angewurzelt sitzen. Er fühlte sich wie ein alter Mann, als lasteten die Worte des Gefangenen wie Blei auf seinen Schultern. Ihm pochte der Schädel, seine Kehle schien ausgedacht. Als er nach seinem Notizblock und dem Aufnahmegerät griff, sah er, wie ihm die Hand zitterte. Unsicher stand er auf. Zaghaft setzte er einen Fuß vor den anderen und entfernte sich mit ungelenkten Schritten von dem einsamen Mann, der in seiner Zelle stand und die Wand anstarrte. Am Ende des Flurs hielt er noch einmal an und versuchte, einmal tief durchzuatmen. Ihm war speiübel und heiß, als hätte er Fieber. Als er Schritte hörte, rang er Umfassung und hob den Kopf. Er blickte in das ernste Gesicht von Sergeant Rogers, der mit einem Trupp starker Männer erschien, mehreren Vollstreckungsbeamten, die nervös auf die Armbanduhr sahen, schließlich einem Mann mit Priesterkragen und einem Schweißfilm auf der Stirn. Hoch an der Wand hing eine elektrische Uhr. Er sah, wie der Sekundenzeiger unerbittlich kreiste. Auf der Uhr war es zehn vor zwölf. Panik Er stürzte kopfüber in ein schwarzes Loch. »Mr. Cowart?« Er schnappte nach Luft. »Mr. Cowart! Alles in Ordnung mit Ihnen?« Er traf auf dem Boden auf und spürte, wie sein Körper zerschmettert wurde. »Hey, Mr. Cowart! Hören Sie mich!« Cowart öffnete die Augen und sah das kantige, blasse Gesicht von Sergeant Rogers. »Es wird Zeit, Mr. Cowart. Wir warten auf niemanden. Die registrierten Zeugen müssen vor Mitternacht ihre Plätze einnehmen.« Der Sergeant schwieg einen Moment und fuhr sich nervös und erschöpft mit der kräftigen Hand durch sein kurzes Haar. »Das ist nicht wie im Kino, wo Sie zu spät kommen können. Alles klar mit Ihnen?« Cowart nickte. »Es ist für alle Beteiligten hart«, sagte Rogers. »Gehen Sie rein. Die Tür da vorne. Sie finden Ihren Sitz in der ersten Reihe, neben dem Detective aus Escambia County. Sully hat das so bestimmt, schien ihm wichtig zu sein. Geht's wieder? Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts fehlt?« »Ich schaff das schon«, krächtzte Cowart. »Es ist nicht so schlimm, wie Sie denken«, sagte der bullige Sergeant. Dann schüttelte er den Kopf. »Ach, was rede ich da? Es ist so schlimm, wie es nur geht. Wenn es Ihnen nicht den Magen umdreht, dann stimmt was nicht mit Ihnen. Aber Sie stehen das durch, ja?« Cowart schluckte. »Geht schon.« Der Wachmann mustete ihn skeptisch. »Ihnen müssen ja die Ohren abgefallen sein, so wie Sully geredet hat. Was hat er Ihnen denn in all den Stunden erzählt? Sie kommen mir wie ein Mann vor, der ein Gespenst gesehen hat.« »Hab ich auch«, dachte Cowart. Doch er antwortete nur, »er hat vom Sterben gesprochen.« Der Sergeant schnaubte verächtlich. »Ja, damit kennt er sich ja auch aus. Und gleich macht er seine eigene Bekanntschaft damit. Sie müssen jetzt wirklich auf Ihren Platz. Der Tod wartet auf keinen.« Cowart wusste, wovon er sprach, und schüttelte den Kopf. »Oh, doch.« »Das tut er«, antwortete er. »Er wartet den richtigen Augenblick ab.« Sergeant Rogers sah den Reporter forschend an. »Klingt ja, als würden Sie selbst Ihren letzten Gang antreten. Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts fehlt? Ich möchte nicht, dass jemand da drin ohnmächtig wird oder eine Szene macht. Wir sorgen für gesittetes Benehmen, wenn wir jemanden grillen.« Der Wachmann versuchte, über seine Ironie zu schmunzeln. Cowart wankte auf unsicheren Beinen zur Hinrichtungskammer und drehte sich noch einmal zu Rogers um. »Ich schaff das schon.« Er hätte sich schütteln können, als er diese Lüge über die Lippen brachte. »Ich schaff das«, sagte er sich. »Ich schaff das.« »Es war, als redete ihm eine fremde Stimme gut zu.« »Aber klar, kein Problem, keine große Sache.« »Ich habe doch eben nur mal aus Versehen einen Mörder auf freien Fuß gesetzt.« Plötzlich sah er vor Augen, wie Robert Earl Ferguson vor dem kleinen Haus in den Kies stand und ihn auslachte, bevor er hineinging und seinen Teil der Abwachung erfüllte. Die Stimme des Mörders hallte ihm durch den Kopf. Dann erinnerte er sich an die Hochglanzfotos, die am Leichenfundort im Sumpf von Jonny Schreiber aufgenommen worden waren. Er erinnerte sich, wie glatt sie sich in seiner Hand angefühlt hatten, wie Blut verschmiert. »Ich bin tot«, dachte er wieder. Doch er zwang seine Füße voran. Zwei Minuten vor zwölf trat er durch die Tür. Das erste Augenbaar, das er entdeckte, gehörte Bruce Wilcox. Der kleine, aufgeblasene Detektiv saß in der ersten Reihe und trug zur Feier des Tages ein Sportsakko mit leuchtend bunten Karos, ein irrsinniger Widerspruch zu dem schmutzigen Anlass, der bevorstand. Er rang sich ein kurzes Lächeln ab und deutete mit dem Kopf auf den leeren Platz neben sich. Cowart ließ den Blick über die anderen etwa zwanzig Zeugen schweifen, die reglos wie Wachsfiguren in zwei Reihen auf Klappstühlen saßen und gebannt nach vorne starrten, um nichts zu verpassen. Eine Glaswand trennte sie von der Hinrichtungskammer, sodass es aussah, als verfolgten sie das Geschehen auf einer Bühne oder in einer Art dreidimensionalem Fernsehapparat. In dieser Kammer befanden sich vier Männer, zwei Vollstreckungsbeamte in Uniform, ein dritter Mann, der Arzt mit einer kleinen schwarzen Tasche, ein weiterer Mann im Anzug – irgendwo flüsterte jemand, Vertreter des Generalstaatsanwalts – wartete unter einer großen elektrischen Uhr. Cowart starrte auf den Sekundenzeiger, der sich in seinem Kopf in eine Sense verwandelte. »Setzen Sie sich doch, Cowart«, zischte Wilcox. »Die Show kann jeden Moment losgehen.« Cowart entdeckte zwei Kollegen, einen vom Tampa Tribune und einen von der St. Petersburg Times. Mit stummen Gesten forderten auch sie ihn auf, Platz zu nehmen, bevor sie sich mit ernster Miene wieder über ihre kleinen Notizblöcke beugten. Hinter ihnen saß eine Frau von einem Fernsehsender in Miami. Sie hatte nur Augen für den immer noch leeren Stuhl in der Hinrichtungskammer. Er sah, wie sie sich ein einfaches weißes Taschentuch fest um die geballte Faust wickelte. Er stolperte zu dem Stuhl, der auf ihn wartete. Die harte Metalllehne drückte ihm in den Rücken. »Ganz schön hart, Cowart, was?«, flüsterte Wilcox. Er antwortete nicht. Der Detective schob einen Seufzer hinterher. »Wenn auch nicht ganz so hart wie für jemand anderen.« »Da wär ich mir nicht ganz so sicher,« erwiderte Cowart leise. »Wie sind Sie denn hier reingekommen?« Tanny hat Freunde. Er wollte wissen, ob der alte Sully es wirklich durchzieht. Ich kaufe Ihnen diesen Quatsch, den Sie da verzapft haben, was Sullivan, die kleine Joni, auf dem Gewissen hat, jedenfalls nicht hat. Tanny meinte, wenn Sullivan tatsächlich nicht noch im letzten Moment kneift, könnte er mir auch nicht sagen, welchen Reim ich mir drauf machen soll. Aber falls er ernst macht und ich es mit eigenen Augen sehe, könnte es mir nur Respekt vor dem Justizsystem einflößen. Tanny versucht immer, mir Dinge beizubringen, meint, es wäre für einen Polizisten eine wichtige Erfahrung, selbst zu sehen, was am Ende passieren kann. Die Augen des Detektivs blitzten vor Sarkasmus. »Und?«, fragte Cowart. Wilcox schüttelte den Kopf. »Es ist ja noch nichts passiert. Die Unterrichtsstunde hat doch gerade erst angefangen.« Er grinste Cowart ins Gesicht. »Sie sind ein bisschen blass um die Nase. Bedrückt Sie was?« Bevor Cowart antworten konnte, wisperte Wilcox, »Haben Sie seine letzten Worte notiert? Es ist Mitternacht.« Sie warteten ein, zwei Sekunden. Eine Seitentür ging auf und der Gefängnisdirektor trat ein. Hinter ihm kam Blair Sullivan zwischen zwei Wachmännern, angefolgt von einem Dritten. Sein Gesicht war starr und bleich, fast wie das eines Toten. Sein ganzer drahtiger Körper schien plötzlich gebrechlich und eingesunken. Er trug ein einfaches weißes Hemd, das bis zum Hals zugeknöpft war, und eine dunkelblaue Hose. Der Priester kam mit einer Bibel und einem betretenen Gesichtsausdruck hinterher. Der Kirchenmann ging mit schweren Schritten auf eine Seite des Raums, fragte den Wärter mit einer stummen Geste, ob er anfangen sollte, schlug das Buch des Herrn auf und las stumm. Coward sah, wie Sullivan die Augen aufriss, als er den Stuhl vor sich sah. Im selben Moment fuhr sein Kopf zu dem Telefon an der Wand herum und für einen winzigen Moment schienen ihm die Knie weich zu werden, sodass er taumelte. Doch binnen Sekunden hatte er sich wieder im Griff, und das Zögern war vorbei. Zum ersten Mal hatte Coward bei Sullivan ein annähernd normales menschliches Verhalten gesehen. Von da an ging alles sehr schnell und ruckartig, wie in einem Stummfilm. Sullivan wurde auf den Stuhl gesetzt, zwei Wachmänner gingen auf die Knie, um die Bein- und Armriemen festzuziehen, dann zogten sie ihm braune Ledergurte um die Brust, sodass sich das weiße Hemd aufbauschte. Ein Beamter brachte eine Elektrode am Bein des Verurteilten an, während ein anderer blitzschnell hinter den Stuhl trat und eine Haube in die Hand nahm, um sie Sullivan im richtigen Moment über den Kopf zu stülpen. Der Wachmann trat vor und fing an, das schwarz umrandete Schriftstück mit dem Todesurteil zu verlesen, das der Gouverneur von Florida unterzeichnet hatte. Jede Silbe traf Coward wie ein Nadelstich und machte ihm Angst, als gelte das Urteil ihm. Der Wachmann las hastig, holte dann tief Luft und versuchte, das Tempo zu drosseln. Seine Stimme klang seltsam blechern und wie von Ferne. In die Wände waren Lautsprecher eingelassen und in der Todeskammer selbst versteckte Mikrofone. Der Vollzugsbeamte endete. Einen Moment lang starrte er auf das Blatt Papier, als hoffte er, dort noch mehr Lesestoff zu finden. Dann hob er den Kopf und sah Sullivan an. »Haben Sie vor Ihrer Hinrichtung noch etwas zu sagen?« fragte er ruhig. »Leg mich! Leg los!« sagte Sullivan. Anders als sonst zitterte seine Stimme. Der Beamte gab mit der rechten Hand, in der er den aufgerollten Hinrichtungsbefehl hielt, dem Beamten hinter dem Stuhl ein Zeichen, der daraufhin dem Gefangenen die schwarze Lederhaube mit der Gesichtsmaske über den Schädel stülpte. Anschließend brachte er einen großen Stromleiter an der Haube an. Im selben Moment zuckte Sullivan und bäumte sich mit Macht gegen die Gurte auf, die ihn fixierten. Coward sah, wie die Drachentätowierungen an den Armen des Mannes zum Leben erwachten, als sich die Muskeln anspannten und bebten. An seinem Hals traten die Sehnen wie straffgespannte Seile hervor. Sullivan brüllte etwas, doch durch den Kinnriemen und die Zungenlasche zwischen den Zähnen brachte er nur unverständliche Laute heraus, ein unartikuliertes Schreien, das mit dem Grad der Panik jeweils lauter und leiser wurde. Im Zeugenraum war außer langsamem, gequälten Ein- und Ausatmen kein Laut zu hören. Coward sah, wie der Vollstreckungsbeamte kaum merklich in Richtung einer Trennwand an der Rückseite der Todeskammer nickte. Darin befand sich ein kleiner Schlitz, und für einen Moment erblickte er darin ein Augenpaar. Die Augen des Henkers. Sie richteten sich auf den Mann im Stuhl und verschwanden. Es gab ein dumpfes Geräusch. Jemand schnappte nach Luft, jemand anderes hustete heftig. Es waren ein paar geflüsterte Kraftausdrücke zu hören. Für Sekunden verdunkelten sich die Lichter, danach herrschte wieder Stille im Raum. Coward glaubte nicht mehr, atmen zu können. Ihm war, als drückte ihm jemand mit dem Arm die Brust so fest zusammen, dass seine Lunge vollkommen leer gepumpt war. Reglos sah er zu, wie sich die Haut an Sullivans Fäusten von Rosa über Weiß zu Grau verfärbte. Erneut nickte der Vollzugsbeamte in Richtung der rückwärtigen Trennwand. Das ferne Surren eines Generators erklang und ließ den kleinen Raum erzittern. Ihm stieg ein schwacher Geruch nach verbranntem Fleisch in die Nase. Und zum zweiten Mal an diesem Tag wurde ihm speiübel. Der Arzt wartete kurze Zeit, bis die 2500 Volt aus dem Körper des Toten entwichen waren. Dann trat er vor und zog ein Stethoskop aus seiner schwarzen Tasche. Und dann war es vorbei. Coward betrachtete die Beamten in der Hinrichtungskammer, die Sullivans Leiche auf dem Stuhl aus polierter Eiche umringten. Sie erinnerten ihn an Schauspieler, die nach der letzten Aufführung eines durchgefallenen Stücks die Kulissen abbauen. Er und die anderen Zeugen starrten unverwandt auf die Bühne, um einen Blick auf das Gesicht des Toten zu erhaschen, der vom Stuhl in einen Leichensack aus schwarzem Gummi verfrachtet wurde. Schließlich wurde der Tote auf einer Bahre durch eine Seitentür hinausgefahren. Es hätte entsetzlich sein müssen, dachte er. Aber es war einfach nur Routine. Vielleicht war dies das Schlimmste von allem. Er hatte die Fließbandverarbeitung des Bösen gesehen. Ein Prozess, bei dem alle kleinen Produktionsschritte unumkehrbar ineinandergreifen. »Ein schlimmer Zeitgenosse weniger«, sagte Wilcox voller Genugtuung, ohne jeden scherzhaften Unterton. »Es ist vorbei.« Der Detektiv sah Coward an. »Bis auf das Geschrei.« Zusammen mit den übrigen Zeugen lief er durch die Gefängnisflure zur Eingangshalle, in der sich das übrige Pressekontingent und die Demonstranten im künstlichen Licht der Fernsehkameras versammelt hatten. Der blankgebohnerte Boden glänzte, die weißgetünchten Wände waren in einen übernatürlichen Schimmer getaucht. Hinter einem behelfsmäßigen Podium war eine Phalanx von Mikrofonen aufgepflanzt. Als der Gefängnisdirektor vor die Presse trat und die Hand hob, um sie zum Schweigen zu bringen, versuchte Coward, sich seitlich an der Menge vorbei zum Ausgang zu schleichen, doch es gab nirgendwo Schatten, in dessen Schutz er unbemerkt hätte verschwinden können. »Ich verlese eine kurze Erklärung«, sagte der Gefängnisdirektor. Von der Anspannung klang seine Stimme erschöpft. »Anschließend stehe ich Ihnen Rede und Antwort, und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Berichterstatter, die der Exekution beigewohnt haben.« Den offiziellen Todeszeitpunkt gab er mit 0.08 Uhr an. In ausdruckslosem Ton fuhr der Direktor fort, »Sowohl bei den Vorbereitungen des Delinquenten zur Exekution als auch während der Hinrichtung sei ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft zugegen gewesen, um zu gewährleisten, dass Sullivan keiner Rechte beraubt, verhöhnt oder geschlagen werde.« Weiter erklärte er, Sullivan habe bis zuletzt vor der Tür zur Todeskammer seinen Verzicht auf Berufung bekräftigt. Er zitierte die letzten Worte des Toten, »Leck mich! Legt los!« Die Kameras der Fotografen sirrten und klickten wie ein flatternder Vogelschwarm aus Leichtmetall. An dieser Stelle übergab der Direktor das Wort den drei Reportern, die bei der Hinrichtung dabei gewesen waren. Nacheinander konsultierten sie ihre Notizen und beschrieben in sachlichem Ton jede winzige Einzelheit der Exekution. Trotz ihrer bleichen Gesichter sprachen sie mit fester Stimme. Die Frau aus Miami berichtete, Sullivans Finger wären erstarrt und hätten sich zur Faust geballt, als ihn der erste Stromschlag durchzuckte und sein Oberkörper habe sich aufgebäumt. Der Berichterstatter aus St. Petersburg hatte Sullivans kurzes Zögern bemerkt, als er den Stuhl erblickte. Der Reporter von der Tampa Tribune hatte mitbekommen, dass Sullivan, als er festgeschnallt wurde, die Zeugen wütend angesehen habe. Auch war ihm aufgefallen, dass einer der Vollstreckungsbeamten den Riemen an Sullivans rechtem Bein noch einmal festschnallen musste. Das Leder sei unter der Wucht des Stromschlags spröde geworden, sagte der Reporter, und durch die heftigen Zuckungen unter dem Schock der Exekution fast gerissen. »2500 Volt«, rief der Journalist den Zuhörern ins Gedächtnis. Cowart hörte eine andere Stimme dicht hinter ihm. Er fuhr herum und sah die beiden Ermittler aus Monroe County. Andrea Schäffer säuselte. »Was haben Sie von ihm erfahren, Mr. Cowart? Wer hat diese Leute ermordet?« Vor dem fragenden Blick ihrer grauen Augen gab es keinen Tränen. »Er«, antwortete Cowart. Sie packte ihn am Arm, doch bevor die Polizistin weiter in ihn dringen konnte, wurde die versammelte Reporterschar unruhig. »Wo steckt Cowart?« »Cowart, Sie sind dran! Was ist passiert?« Cowart riss sich von der Polizistin los und begab sich mit unsicheren Schritten zum Rednerpult, während er fieberhaft versuchte, in das, was Sullivan ihm anvertraut hatte, Ordnung zu bringen. Er spürte, wie seine Hand zitterte, wusste, dass er rot wurde und dass seine Stirn schweißnaß glänzte. Er zog ein weißes Taschentuch heraus und tupfte sie sich ab, als könnte er so auch die Panik wegwischen. »Ich habe nichts Unrechtes getan«, dachte er, »schließlich bin ich nicht der Schuldige.« Doch er kaufte sich die Ausrede nicht einmal selber ab. Eigentlich hätte er einen Moment gebraucht, um nachzudenken und sich seine Worte zurechtzulegen, doch er hatte keine Zeit. Also klammerte er sich an die erste Frage, die er aufschnappte. »Wieso hat er nicht Berufung eingelegt?«, brüllte jemand. Coward holte tief Luft und antwortete, »Er wollte nicht im Gefängnis sitzen und warten, bis ihn der Staat irgendwann doch noch holt. Also hat er dafür gesorgt, dass der Staat sofort eingreifen muss. So ungewöhnlich ist das nicht. Das haben schon andere vor ihm getan in Texas, North Carolina und drüben in Utah. Eine Art Selbstmord mit amtlicher Genehmigung.« Er sah, wie mit Kugelschreiber emsig auf Papier gekritzelt wurde. »Was hat er Ihnen erzählt, als Sie noch einmal zu ihm gegangen sind und mit ihm geredet haben?« Coward fühlte sich hilflos und gelähmt, bis ihm plötzlich der Trick wieder einfiel, den Sullivan ihm verraten hatte. »Wenn man eine Lüge glaubhaft machen will, müsse sie einen Funken Wahrheit enthalten.« Und dieses Rezept wandte er an, die richtige Mischung aus Lügen und Wahrheit. »Er wollte ein volles Geständnis ablegen,« sagte Coward. »Ein bisschen wie Ted Bundy, als er kurz vor seiner Exekution den Ermittlern sämtlicher Verbrechen gestand, die er begangen hatte. Dasselbe hat Sullivan getan.« »Wieso? Wie viele? Wen?« Er hob beide Hände. »Leute, mal halblang. Bis jetzt haben wir noch zu keinem einzigen Verbrechen eine Bestätigung. Ich kann noch nicht mit Sicherheit beurteilen, ob er mir die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Er kann genauso gut gelogen haben. »Kurz bevor er auf den Grill kommt, das glauben Sie doch selbst nicht,« brüllte jemand von hinten. Coward reagierte gereizt. »Hören Sie, ich weiß es nicht.« Folgendes hat er nämlich auch gesagt. Er meinte, »wenn ich kein Problem damit habe, Leute umzubringen, was glauben Sie, wie schwer es mir wohl fällt, zu lügen?« Während die Kollegen seine Worte emsig schwarz auf weiß festhielten, trat ein wenig Ruhe ein. »Sehen Sie,« fuhr Coward fort, »wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Blair Sullivan den Mord an XY gestanden hat und es stellt sich heraus, dass es einen solchen Mord gar nicht gab oder dass ein anderer Täter längst überführt ist, dann haben wir einen ganz schönen Schlamassel. So viel kann ich Ihnen versichern, er hat sich zu einer ganzen Serie von Morden bekannt. Wie viele?« »Vierzig.« Die Zahl schlug die Menge in den Bann. Es stürmten weitere Fragen auf ihn ein, und die Scheinwerfer erschienen ihm noch greller. »Wo?« »In Florida, Louisiana und Alabama. Und noch ein paar andere Verbrechen, Vergewaltigungen, Raubüberfälle.« »Wie lange?« »Mindestens über Monate, möglicherweise Jahre.« »Was ist mit diesen Morden in Monroe County?« »Sein Stiefvater und seine Mutter, was hat er Ihnen darüber gesagt?« Cowart holte tief Luft. »Mit diesen Verbrechen hat er jemanden beauftragt,« »sagt er jedenfalls.« Cowarts Blick wanderte zu Schäfer. Er sah, wie sie sich anspannte und zu ihrem Kollegen hinüberneigte. Weiß bekam ein rotes Gesicht. Cowart wandte sich sofort ab. »Wen angeheuert?« »Keine Ahnung,« sagte Cowart. »Das hat er mir nicht gesagt.« Die erste Lüge. »Irgendetwas muss er Ihnen doch verraten haben.« Er hat sich auf Andeutungen beschränkt. Die erste Lüge zog die nächste nach sich. »Wollen Sie uns weismachen, er hätte einen Doppelmord angezettelt und Sie hätten ihn nicht danach gefragt? Wie?« »Doch, natürlich, aber er wollte es mir nicht verraten.« »Und wie hat er mit dem Mörder Verbindung aufgenommen? Seine Telefonate wurden überwacht, seine Post wurde zensiert und er saß im Todestag den Isolierhaft. Also, wie hat er es angestellt?« Diese Frage stieß auf lautstarke Unterstützung. Sie kam von einem der Berichterstatter, der skeptisch den Kopf schüttelte. Er deutete an, er hätte es durch eine Art Gefängnisflurfunk gedeichselt. »Nicht mal ganz gelogen,« dachte Cowart, »nur eine missverständlich formulierte Wahrheit.« »Sie verschweigen etwas,« brüllte jemand. Er schüttelte den Kopf. »Einzelheiten,« forderte jemand anderes. Erneut hob er beschwichtigend die Arme. »Wir sollen es morgen früh im Journal nachlesen, stimmt's?« Empörung und Eifersucht schwappten ihm entgegen. Ihm wurde bewusst, dass sämtliche Reporter, die sich um ihn scharrten, ihre Seele verkauft hätten, um mit ihm zu tauschen. Sie alle wussten, dass etwas passiert war, und sie hassten es, im Trüben zu fischen. Informationen waren ihre Währung, und er machte die Schotten dicht. Niemand hier, so viel war ihm klar, würde ihm das je verzeihen, falls die Wahrheit je ans Licht kam. »Ich weiß noch nicht, was ich tun werde,« warb er um Verständnis. »Erstmal muss ich endlos viele Aufnahmekassetten abhören, also ein bisschen Geduld, Kollegen.« »War er geistesgestört?« »Er war ein Psychopath. Er verfolgte seine eigenen Ziele.« Das entsprach ausnahmsweise einmal hundertprozentig der Wahrheit. Und dann kam die Frage, die er gefürchtet hatte. »Was hat er Ihnen über Johnny Schreiber erzählt? Hat er Ihnen den Mord endlich gestanden?« Coward wurde bewusst, dass er einfach Ja sagen konnte, und die Sache wäre erledigt. Er konnte die entsprechenden Bänder vernichten, mit dem Geheimnis leben. Stattdessen stolperte er und landete irgendwo zwischen Wahrheit und Fiktion. »Sie war Teil seines Geständnisses,« sagte er. »Also hat er sie umgebracht?« »Er hat mir Einzelheiten genannt, er kannte Details, die nur der Mörder wissen konnte.« »Wieso? Sagen Sie nicht einfach Ja oder Nein?« Coward versuchte, sich möglichst wenig zu winden. »Leute, Sullivan war ein Fall für sich. Es passte nun mal nicht zu ihm, sich klar und einfach auszudrücken. Selbst bei seinem Geständnis gab er nicht immer eindeutig Auskunft.« »Was hat er über Ferguson gesagt?« Coward holte Tiefluft. »Für Ferguson empfand er nichts als Hass.« »Kommt er bei alledem irgendwo ins Spiel?« »Nach meinem Eindruck hätte Sullivan am liebsten auch Ferguson umgebracht. Wenn er das irgendwie hätte bewerkstelligen können, dann hätte er auch Ferguson auf seine Liste potenzieller Opfer gesetzt.« Indem er Ferguson als mögliches Opfer hinstellte, war es ihm gelungen, ihm einen anderen Status zu verleihen, als er es eigentlich verdiente. »Werden Sie uns eine Niederschrift von dem, was er gesagt hat, zukommen lassen?« Er schüttelte den Kopf. »Ich bin kein Berichterstatter.« Der Ton der Fragen wurde aggressiver. »Und was haben Sie jetzt vor, ein Buch zu schreiben? Wieso halten Sie sich so bedeckt? Was soll das? Spekulieren Sie auf einen zweiten Pulitzer?« Er schüttelte den Kopf. »Ganz bestimmt nicht.« Eher rechnete er damit, dass er sich von dem, den er bereits hatte, bald wieder verabschieden musste. »Einen weiteren Preis?« »Ich kann froh sein, wenn mein Preis das hier alles übersteht.« Er hob die Hand. »Ich wünschte, die Exekution heute Nacht würde einen Schlussstrich unter die Geschichte von Blair Sullivan ziehen, Leute. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Es gibt immer noch ungeklärte Fragen. Es gibt Detektives, die mit mir sprechen wollen. Ich habe meine eigene Deadline. Tut mir leid, aber das war's. Machen wir Schluss.« Er trat vom Rednerpult und floh vor den Kameras und den lautstarken Fragen Richtung Ausgang, während sich das mulmige Gefühl in ihm immer breiter machte. Hände griffen nach ihm, doch er drängte sich durch die Menschentraube, erreichte die Gefängnistür und trat endlich in das tiefschwarze Dunkel nach Mitternacht. Am Straßenrand hatte sich eine Schar von Demonstranten gegen die Todesstrafe postiert, die Kerzen und Transparente hielt und Kirchenlieder sang. Die lauten Stimmen zerrten ihn wie ein böiger Wind vom Gefängnis weg. »Welch ein Freund ist unser Jesus!« Eine junge Frau in einem Kapuzen-Sweatshirt, in dem sie an einen bizarren Inquisitor erinnerte, brüllte schrill und aggressiv. »Guhl! Mörder!« Er kramte gerade nach seinen Autoschlüsseln, als Andrea Schäfer ihn einholte. »Ich muss mit Ihnen sprechen,« sagte sie. »Kein guter Zeitpunkt. Nicht jetzt.« Sie packte ihn am Hemd und zog ihn zu sich heran. »Wieso nicht? Was sollen die Faxen, Coward? Gestern war nicht gut, heute Morgen war nicht gut, heute Abend ist nicht gut. Wann sind Sie endlich mal offen und ehrlich zu uns?« »Hören Sie,« sagte er gereizt. »Sie sind tot, verdammt! Sie waren alt und er hat sie gehasst. Sie wurden ermordet, und daran ist nun absolut nichts mehr zu ändern. Sie brauchen Ihre Antwort nicht heute. Das kann bis morgen warten. Heute Nacht stirbt keiner mehr.« Die Polizistin wollte etwas sagen, biss jedoch die Zähne zusammen. Sie sah ihn mit einem durchdringenden, grimmigen Blick an, presste die Lippen zusammen und schob das Kinn vor. Dann stach sie ihm dreimal mit dem Zeigefinger in die Brust, bevor sie zur Seite trat, damit er einsteigen konnte. »Morgen früh,« sagte sie. »Ja.« »Wo?« »In Miami, in meinem Büro.« »Ich werde da sein.« »Und sehen Sie zu, dass Sie auch da sind.« Sie trat vom Wagen zurück und murmelte mit einem drohenden Unterton. »Ja, verdammt, ja, Miami!« Dann wedelte sie mit der Hand. »Worauf warten Sie noch?« Schien Sie zu sagen. Dabei kniff sie misstrauisch die Augen zusammen. Er sprang in den Wagen, legte den Gang ein und setzte zurück. Als er aus der Parklücke fuhr, streiften die Scheinwerfer die grotesken, roten Karos von Detective Wilcox Sportsakko. Er hatte sich mit verschränkten Armen auf der Fahrbahn postiert und verstellte dem Reporter den Weg. Im Zeitlupentempo schüttelte er den Kopf, formte die Faust zu einer Pistole und feuerte auf ihn. Dann trat er zur Seite und ließ ihn durch. Cowart wandte sich ab. Inzwischen war es ihm egal, wohin er fuhr, Hauptsache weit weg. Hinter dem Gefängnistor gab er Vollgas und tauchte in die Nacht. Teil 2 Der Kirchgänger Die Schlaflosigkeit des Lieutenants In der Nacht, in der Blair Sullivan hingerichtet wurde, warf Lieutenant Tanny Brown einen flüchtigen Blick auf die Uhr. Zehn vor zwölf. Bei dem Gedanken an den Mann im Todestrakt beschleunigte sich sein Puls. Auf dem abgewetzten Sofa ihm gegenüber saß eine Frau und weinte hemmungslos. »Oh, mein Gott! Mein Gott, wieso? Gott, wieso?« Schluchzte sie so laut, dass an der falschen Holzverkleidung des kleinen Wohnwagens den Nippes und die Bilder klirrten. Draußen herrschte trotz der vorgerückten Stunde bleierne Schwüle. Alle paar Sekunden leuchteten die Warnlampen der Streifenwagen auf, die dort im Halbkreis parkten, und tauchten ein geschnitztes Kruzifix, das neben einem aus der Zeitung ausgeschnittenen Segensspruch an der Rückwand des beengten Karawans hing, in rot-blaues Licht. Im Takt der Blitze verrannen unerbittlich die Sekunden. »Gott im Himmel, warum?« schluchzte die Frau erneut. »Um die Frage scheint er sich immer zu drücken«, dachte Tanny Brown, besonders in Trailerparks. Für einen kurzen Moment fuhr er sich mit der Hand über die Stirn und versuchte, mit reiner Willenskraft etwas Ruhe in seine Umgebung zu bringen. Erstaunlicherweise stieß die Frau einen letzten Klagelaut aus und verstummte. Er drehte sich zu ihr um. Sie hatte die Beine hochgezogen und sich in einer Ecke wie ein Kind zusammengekauert. Mit ihrem strähnigen, zerzausten, braunen Haar und der dürren Gestalt gab sie eine absonderliche Mörderin ab. Sie hatte ein blaues Auge, und das schmale Handgelenk trug sie eine elastische Binde. Unter den hochgerutschten Armen eines ausgefransten rosa Morgenmantels kamen dunkelviolette Flecken zum Vorschein, die Brown sich für seinen Bericht vormerkte. Als sie die Hände hob, um sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen, die ihr immer noch die Wangen herunterliefen, sah er die Nikotinflecken an ihren Fingern. Sie starrte auf ihren nassen Hände, als wunderte sie sich darüber, dass sie nicht blutverschmiert waren. In der Stille, die so plötzlich eingetreten war, betrachtete Tanny Brown die Frau. »Sie ist verbraucht«, dachte er, und korrigierte sich im selben Moment. »Sie ist jünger als ich.« Jahrelange Prügel hatte sie im Zeitraffer altern lassen. Er winkte einen der uniformierten Polizisten heran, die hinter dem Raumteiler zur Küche standen. »Fred«, sagte er ruhig, »hätten Sie vielleicht eine Zigarette für Mrs. Collins?« Der Polizist in Uniform trat vor und hielt der Frau eine Packung hin. Während sie danach griff, murmelte sie, »ich versuch mir, das Rauchen abzog erfüllen.« Brown beugte sich vor und gab ihr Feuer. »Und jetzt, Mrs. Collins, erzählen Sie mir in aller Ruhe, was passiert ist, als Buck von der Spätschicht kam.« Draußen war ein leiser Knall zu hören und durch die Fenster drang für einen Moment blendendes Licht. »Verdammt«, dachte er, als er die erschrockenen Augen der Frau sah. »Das ist nur ein Polizeifotograf, Ma'am. Ein Glas Wasser. Ich könnte was Stärkeres vertragen,« antwortete sie, hob mit zitternden Fingern die Zigarette an die Lippen und nahm einen tiefen Zug, der in einem Hustenanfall endete. »Ein Glas Wasser, Fred.« Kaum brachte der Kollege das Glas, hörte Brown draußen Stimmen. Er sprang auf. »Ma'am, bitte versuchen Sie, sich zu beruhigen. Bin gleich wieder da.« »Sie gehen bestimmt nicht weg.« Sie schien in Panik. »Nein, ich muss nur kurz nachsehen, wie die Arbeiten draußen vorangehen. Bleiben Sie so lange hier.« Beim Anblick der Frau, die wie ein gehetztes Tier wild um sich blickte und jeden Moment erneut zusammenzubrechen drohte, wünschte er sich, Wilcox wäre da. Sein Partner hätte instinktiv gewusst, wie er Mrs. Collins beruhigen konnte. Bruce hatte ein Händchen für die Menschen am Rande der Gesellschaft, für die Ausgegrenzten, um die Tag für Tag ihre Arbeit kreiste, besonders die Weißen. Wohnwagensiedlungen waren seine Welt. Er hatte selbst genügend Schläge eingesteckt, kannte den Fadengeschmack enttäuschter Hoffnungen. Wilcox konnte einer Frau wie dieser gegenüber sitzen und sie binnen Sekunden dazu bringen, die ganze Geschichte auszuspucken. Jenny Brown fühlte sich unbehaglich. Er passte nicht hierher, fühlte sich nicht wohl inmitten der silbernen Wohnwagen, die mit ihrer Stromlinienform an Patronen erinnerten. Er kletterte aus dem Karawan und warf einen Blick auf den Polizeifotografen, der immer wieder den Winkel wechselte, um die dunkle Gestalt abzulichten, die auf dem spärlichen Gras und der verkrusteten Erde vor dem Wohnwagen lag. Mehrere andere Beamte vermaßen den Tatort. Andere Polizisten hielten die Nachbarn, die neugierig die Hälse reckten, um einen Blick auf den toten Ehemann der Frau zu werfen, in Schach. Brown ging hinüber und starrte dem Mann am Boden ins Gesicht. Es glich einer grotesken Maske. Mit ungläubigem Staunen richtete sich sein toter Blick in den nächtlichen Himmel. In seinem Oberkörper klaffte ein riesiges rotes Loch. Das Blut hatte um seinen Kopf und seine Schultern einen Glorienschein gebildet. Die Druckwelle der tödlichen Schüsse hatte eine halbleere Flasche Scotch und eine billige Pistole ein Stück weggeschleudert. Einige Männer von der Spurensicherung lachten. »Was ist so komisch?«, fragte Brown. »Blitzscheidung«, antwortete einer von ihnen, während er sich bückte und die Scotchflasche in einen Beweisbeutel steckte. »Da können die nicht mal in Tijuana oder Vegas mithalten.« Der olle Buck hier hat sich offenbar eingebildet, er könne seine Herzensdame verdreschen, egal ob verheiratet oder nicht. Da lag er wohl falsch, flüsterte ein anderer Techniker, und alle prusteten unwillkürlich los. »Hör zu, Jungs«, sagte Brown brüsk. »Behaltet eure Meinung so lange für euch, bis wir den Tatort räumen.« »Sicher«, sagte der Fotograf, während er weiterknipste. »Wollen doch Bucks Gefühle nicht verletzen.« Brown konnte sich selbst ein Grinsen nur mühsam verkneifen, was den anderen Polizisten nicht entging. Mit einer energischen Handbewegung demonstrierte er seine gespielte Entrüstung und sorgte bei den Männern, die an der Leiche und am Tatort ihrer Arbeit zu Ende führten, noch einmal für Erheiterung. Er hatte schon reichlich Tote gesehen. Autounfälle, Mordopfer, gefallene Soldaten, Opfer von Jagdunfällen oder auch Herzinfarkten. Tanny Brown hatte plötzlich seine alte Großmutter wieder vor Augen, wie sie in einem offenen Sarg aufgebahrt lag, ihre dünne, dunkle Haut spröde und zerknittert, die Hände über der Brust zum Gebet gefaltet. Die Kirche erschien in seiner Erinnerung wie eine riesige Höhle, in der alle weinten. Er wusste noch genau, wie ihm der frisch gestärkte Kragen seines neuen und einzigen Anzughemds die Kehle abschnürte, er war damals gerade sechs gewesen, und am deutlichsten spürte er noch die schwere Hand seines Vaters auf der Schulter, der ihn auf seinem Weg am Sarg vorbeiführte und beruhigte. Und dann im Flüsterton »Sag deiner Grandma leb wohl. Mach schnell, mein Junge, sie ist auf dem Weg in eine bessere Welt, also sag's schnell, damit sie dich hört.« Noch Jahre später hatte er geglaubt, die Toten können einen hören, als seien sie nur kurz eingeflafen. Er schmunzelte bei dem Gedanken, welchen Eindruck die Worte eines Vaters manchmal hinterlassen. Dann dachte er an all die Gefallenen, die er nach kurzer, aber intensiver Kameradschaft in schwarzen Gummisecken verstaut hatte. Zuerst hatte er immer versucht, etwas zu sagen, ein paar Worte des Trostes zu sprechen, als könnte er ihnen damit die Reise ins Jenseits erleichtern. Doch dann wurden es immer mehr, er wurde immer frustrierter und erschöpfter, also begnügte er sich zuerst mit ein paar Abschiedsworten in Gedanken, bis er in den letzten Wochen und Tagen selbst diese kleine Ehrerbietung aufgab und seine Arbeit in bitterem Schweigen verrichtete. Er sah auf die Uhr. Mitternacht. »Jetzt betreten Sie die Kammer«, dachte er. Er stellte sich den Schweißfilm auf der Oberlippe des Wachmannes vor. Die aschfallen Gesichter der Zeugen. Ein kurzes Zögern, dann die zügigen Handgriffe der Vollzugsbeamten, mit denen sie Sullivan die Riemen um Hand- und Fußgelenke festschnallten. Er wartete eine Minute. Jetzt der erste Stromschlag, dachte er. Eine Minute verstrich. Und der zweite. Er sah vor sich, wie der Arzt an die Leiche trat, wie er sich vorbeugte und mit dem Stethoskop das Herz abhorchte. Dann würde er den Kopf heben und erklären, »Der Mann ist tot.« Ein Blick auf die Armbanduhr. Der Wachmann trat vor, wendete sich den offiziellen Beobachtern zu und sprach den vorgeschriebenen Satz, »Das Urteil und die Strafe des erstinstanzlichen Gerichts des elften Gerichtskreises im Bundesstaat Florida wurde kraftgesetzesvoll streckt. Gott gebe deiner Seele Frieden.« Brown schüttelte den Kopf. »Für diese Seele gab es keinen Frieden.« »Genauso wenig wie für meine«, dachte er. Brown kehrte in den Wohnwagen zurück. Die Frau war inzwischen vollkommen gefasst. »Also, Mrs. Collins, wollen Sie mir sagen, was passiert ist? Oder wollen Sie auf Ihren Anwalt warten? Oder wollen Sie jetzt reden und mit sich ins Reine kommen?« Die Frau sprach so leise, dass sie kaum zu verstehen war. »Er hat angerufen, wissen Sie, von diesem verdammten Sportclub aus, wo er immer nach Fabrikschluss hingeht. Meinte, das würde er sich von mir nicht gefallen lassen. Er würde auch ohne Richter und Scheidungsanwälte mit mir fertig.« »Hat er Ihnen gesagt, er wollte mit einer Waffe kommen?« »Oh ja, Mr. Brown, und ob er das gesagt hat.« Er hat gesagt, er hätte die Knarre seines Bruders dabei, und diesmal würde ich damit Bekanntschaft machen.« Er ist schon am Sonntag da gewesen. Nicht so betrunken, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, aber trotzdem ganz schön voll, und er hat draußen die Lampen kaputt geschossen, hat gelacht und mich beschimpft. Und dann hat er angefangen, mich zu verprügeln. Meinem Ältesten, der ist erst elf, dem hat er den Arm gebrochen, als der Junge versuchte, ihn von mir wegzuziehen. Ich dachte, der bringt uns alle um. Ich hatte solche Angst. Deshalb habe ich die Kinder heute früh zu ihrem Cousin geschickt, habe sie heute Morgen alle in den Bus gesetzt.« Die Frau nahm ein kleines Fotoalbum mit Kunstledereinband von einem Beistelltisch. Sie schlug es auf und warf es Tanny Brown zu. Er sah drei gewaschene und gekämpfte Kinder. Schulfotos. »Es sind gute Kinder«, sagte sie. »Ich bin froh, dass Ihnen das hier erspart geblieben ist.« Er nickte. »Wieso haben Sie am Sonntag nicht die Polizei gerufen?« »Das hätte nichts gebracht. Ich habe sogar eine richterliche Anordnung, dass er sich fernhalten muss, hat nur nichts gebracht. Wenn er betrunken war, hat gar nichts was gebracht, außer vielleicht dieser Schrotflinte.« Ihre Oberlippe zitterte, und ihr standen die Tränen in den Augen. »Oh, mein Gott, mein Gott!«, wimmerte sie. »Die Schrotflinte. Wo haben Sie die Schrotflinte her?« »Ich bin in Panzer Cola in den nächstbesten Sears gegangen, nachdem sie mich dort im Krankenhaus zusammengeflickt hatten. Ich hatte noch Bugs Sears Kreditkarte, also habe ich damit bezahlt. Ich hatte solche Angst, Mr. Brown. Und als ich seinen alten Pickup kommen hörte, da wusste ich, dass er mich umlegen wollte. Ich wusste es einfach.« Die Frau schluchzte wieder los. »Haben Sie die Waffe in seinen Händen gesehen, bevor Sie geschossen haben?« »Keine Ahnung. Es war dunkel und ich hatte solche Angst.« Tenny Brown sprach eindringlich und leise, während er das Album mit den Kinderfotos in der Hand behielt. »Überlegen Sie bitte ganz genau, Mrs. Collins. Was haben Sie gesehen?« Der Lieutenant warf dem uniformierten Polizisten einen Blick zu. Der Beamte nickte unauffällig. »Also, Sie hätten bestimmt nicht geschossen, wenn Sie nicht gesehen hätten, wie er mit dieser Waffe auf Sie zählt, nicht wahr?« Die Frau starrte ihn verständnislos an. »Sie hätten nicht geschossen, hätten Sie nicht Angst um Ihr Leben gehabt.« »Nein«, antwortete sie langsam. »Sie hätten nicht geschossen, wenn Sie nicht gewusst hätten, dass Sie sich einzig und allein durch tödliche Gewalt vor ihm retten konnten. Richtig.« Ganz allmählich schien es der Frau zu dämmern, auch wenn Brown wusste, dass sie seine Worte nicht einmal halb verstanden hatte. »Also«, erwiderte sie leise, »ich habe gesehen, wie er etwas hochgehoben und auf mich gerichtet hat.« Und da er schon einmal auf Sie geschossen hatte, »ja, genau, Mr. Brown. Ich hatte Angst.« »Und Sie konnten nirgends hin und sich verstecken.« Die Frau gestikulierte heftig. »Wo wollen Sie sich denn hier drin verstecken? Die reinste Mausefalle!« »Drei Kinder.« »Alle von ihm?« »Nein, Sir, Buck war nicht Ihr Daddy. Wahrscheinlich haben Sie ihn an meinen anderen Mann erinnert, aber es sind gute Kinder, Mr. Brown, gute Kinder.« »Wo ist Ihr richtiger Daddy?« Die Frau zuckte die Achseln. Die Geste sprach Bände über die blauen Flecken und das Elend in Trailerparks. »Wollte nach Louisiana, um sich auf den Bohrinseln Arbeit zu suchen. Es war sieben Jahre her. Er ist weg, ganz einfach. Wir waren nicht richtig verheiratet.« Tanny Brown wollte gerade noch eine Frage stellen, als von draußen wütendes Gebrüll ertönte, gefolgt von Rufen der Polizisten. Die Frau auf dem Sofa schnappte hörbar nach Luft und kauerte sich auf den Boden. »Das ist sein Bruder. Ganz bestimmt. Er bringt mich um. Gott, er bringt mich um.« »Nein«, sagte Brown ruhig. Er gab der Frau die Fotos ihrer Kinder zurück, und sie drückte das Album fest an die Brust. Dann gab er dem Streifenpolizist Zeichen, an der Tür Wache zu stehen, während er selbst den Wohnwagen verließ. Von der Treppe aus sah er, wie sich zwei Polizisten nach Kräften bemühten, einen großen, schweren Mann zu überwältigen, der sie in ohnmächtiger Wut abzuschütteln versuchte. Inzwischen waren die Kriminaltechniker verschwunden. Der Mann war außer Rand und Band und wehrte sich so heftig gegen den Zugriff, dass er die Ordnungshüter mit zur Leiche zerrte. »Wack! Wack! Mein Gott, nein, bitte nicht! Mein Gott, lass mich los! Ich bring die Schlampe um! Ich bring sie um!« Die Polizisten im Schlepptau stürzte er voran. Im selben Moment verstellten ihm zwei weitere Uniformierte den Weg. Einer der Kops fiel hin und fluchte. Die Menschentraube fing an zu pfeifen und zu johlen, was den Mann nur noch wütender machte. »Ich bring das Miststück um, verdammt!« brüllte er in glühendem Zorn. Sein wutverzerrtes Gesicht wurde von den Warnleuchten der Streifenwagen erfasst. Ein Fußtritt traf einen der Polizisten, die ihn festhielten am Schienbein. Der Mann schrie auf und packte sich im Sturz ans Bein. Tenny Brown war mit wenigen Schritten bei dem Bruder des Toten. Er stellte sich ihm direkt in den Weg. »Maul halten!« brüllte er. Für einen Moment hielt der wild gewordene Mann inne und starrte den Lieutenant an. Dann stürmte er weiter. »Ich bring das Dreckstück um!« kreischte er. »Ist das Ihr Bruder?« brüllte Brown ihm hinterher. Der Mann wandte sich unter dem Griff der Polizisten. »Sie hat Bock umgelegt! Dafür lege ich sie um! Du verfluchtes Dreckstück! Du bist tot!« schrie er an Brown vorbei. »Ist das Ihr Bruder?« wiederholte Brown seine Frage etwas leiser. »Du bist tot, du Miststück!« fauchte der Mann. »Was geht dich das an? Wer bist du, Nigger?« Innerlich zuckte Brown bei dem Schimpfwort zusammen. Doch äußerlich blieb er ungerütt stehen. Eine Sekunde fühlte er sich versucht, dem Mann in den Magen zu boxen. Wusste es jedoch besser. So dämlich es von dem Kerl auch war, ihn zu beleidigen, er war höchstwahrscheinlich nicht zu dämlich, um sich über ihn zu beschweren. Vor seinem geistigen Auge sah Brown einen Haufen Schriftkram. Einer der Beamten, die den Mann zurückhielten, schaffte es in diesem Moment, seinen Schlagstock aus dem Holster zu ziehen. Brown schüttelte den Kopf und trat so dicht an den Bruder des Toten heran, dass er fast sein Gesicht berührte. »Ich bin Lieutenant Theodore Brown, Arschloch, und wenn du nicht augenblicklich die Schnauze hältst, werde ich richtig ungemütlich. Ich kann dir nur dringend raten, dich nicht mit mir anzulegen, Arschloch.« Der Mann schwieg einen Moment. »Sie hat ihn umgelegt, die Schlampe!« »Das sagtest du bereits.« »Und? Wieso nehmen Sie das Miststück nicht fest?« Tanny Brown überhörte die Frage. »Ist das Ihre Waffe?«, fragte er. »Ja, die gehört mir. Hat er sich von mir geliehen.« »Ihre Waffe? Ihr Bruder?« »Ja, Mann! Verhaften Sie das Miststück nun, oder muss ich sie alle machen?« Zwar war die körperliche Gegenwehr des Mannes erlarmt, doch sein Ton wurde immer bedrohlicher. »Sie wussten, dass er hierher kommen wollte.« »Das hat er allen in der Bar gesagt!« »Und wozu brauchte er die Waffe?« »Er wollte nur ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, so wie vor ein paar Tagen.« Brown drehte sich um und sah ein Licht, das aus dem Inneren des Wohnwagens fiel, den Polizisten in der Tür stehen und die Frau ängstlich in seinem Rücken. Er wandte sich wieder dem wutschnaubenden Mann zu, der, die Arme im eisernen Griff der zwei Beamten hinter sich verschränkt, ihn anstarrte. Der Lieutenant ging langsam zu dem Toten am Boden, sah ihn an und flüsterte »Kannst du mich hören?« »Du bist die Mühe nicht wert!« Dann richtete er den Blick auf den Bruder. »Tun Sie nur endlich was!«, fragte der Mann. Tenny Brown verzog den Mund zu einem Lächeln. »Aber ja!« Er wandte sich an einen der Kriminaltechniker. »Tom, holen Sie doch bitte mal die Schrotflinte von Mrs. Collins.« Der Mann ging in den Wohnwagen und kam wenig später mit dem Gewehr heraus. Brown nahm es, knickte den Vorderlauf ein und lud nach. Grinsend sah er dem Bruder des Toten ins Gesicht. »Geben Sie Mrs. Collins die Flinte zurück!«, sagte er, ohne den Blick zu wenden. »Fred«, rief er laut, »Officer Davis, stellen Sie Mrs. Collins einen Strafzettel aus für unbefugte Müllentsorgung. Fünfzig Dollar Ordnungsgeld. Und dann rufen Sie bei der Müllabfuhr an und sagen Ihnen, Sie sollen diesen Abfall hier entfernen.« »Hä?«, sagte der Mann. »Ganz recht. Einen Strafzettel dafür, dass Sie dieses Stück scheiße erschossen und unerlaubt hier draußen liegen gelassen hat. »Hey!«, wiederholte der Mann. »Und sagen Sie, Mrs. Collins, falls Sie je wieder Leichenmüll einfach in Ihrem Vorgarten ablädt, kostet Sie das noch einmal einen Fünfziger.« Er richtete den Zeigefinger auf den Bruder des Toten. »So was wie den hier.« »Sagen Sie ihr, Sie hätte meine Erlaubnis, diesem jämmerlichen Arschloch die Rübe wegzublasen, aber das kostet Sie einen Fünfziger extra.« »Das, das können Sie nicht machen!«, sagte der Mann. Er hatte die Arme sinken lassen. »So?« »Meinen Sie?«, sagte Brown und kehrte mit wenigen Schritten zu ihm zurück. Dann brüllte er ihm ins Gesicht. »Meinen Sie?« »Hey, Tanny!«, rief einer der Uniformierten. »Ich kann hier einen Fünfziger leihen.« Ein paar andere Polizisten posteten los. »Ja, wie wär's mit einer Kollekte? Wir legen alle zusammen, bis sie all diese Arschlöcher weggepustet hat.« »Ich bin mit zehn dabei,«, sagte einer der Polizisten und rieb sich das Kinn. »Hey!«, sagte der Mann. »Hey, was?«, hörschte Tanny Brown ihn an. »Das, das können Sie nicht machen!« »Dann wollen wir doch mal sehen, was ich machen kann,« sagte der Lieutenant in gelassenem Ton. »Verhaften Sie diesen Mann!« »Hey, Moment mal!«, rief der Mann, als einer der Polizisten die Handschellen um seine Gelenke zuschnappen ließ. »Wiederrechtliches Betreten, Behinderung der Staatsgewalt, Körperverletzung an einem Polizisten, Belästigung. Und dann wäre da noch zu klären, ob wir es hier nicht mit Verabredung zum Mord zu tun haben. Er hat seinem dämlichen, besoffenen Bruder eine Waffe geliehen. »Das können Sie nicht machen!«, wiederholte der Mann, und jeder Anflug von Zorn war ihm vergangen. »Das sind alles Straftaten, Arschloch, und wetten, dass du für diese Knarre keinen Waffenschein hast, und als letztes Trunkenheit am Steuer.« »Moment mal, ich bin nicht betrunken!«, Tanny Brown durchbohrte den Mann mit seinem Blick. »Schau ganz genau hin«, sagte er ruhig. »Wenn du dieses Gesicht das nächste Mal zu sehen bekommst, kriegst du richtig Ärger.« »Kapiert.« »Das... das können Sie nicht machen!« »Nehmt ihn in Haft«, sagte Brown zu den Polizisten. »Erweist ihm ein bisschen Gastfreundschaft.« »Mit Vergnügen«, sagte der Mann, der den Tritt abbekommen hatte, und riss den Mann brutal an seinen Handschellen herum. »Immer sachte«, sagte Brown. Der Untergebene starrte den Lieutenant an. »Na ja«, fügte Brown mit einem Lächeln hinzu. »Sie müssen es mit der Sanftmut auch nicht übertreiben.« Die letzte Anweisung fügte er im Flüsterton hinzu. »Und stecken Sie den Kerl zu den kräftigsten, bösartigsten, fiesesten schwarzen Brüdern in die Zelle, die wir haben. Vielleicht können die ihm beibringen, Leute nicht zu beleidigen.« Zwei der uniformierten Polizisten brachen in Gelächter aus. Tenny Brown wandte sich von dem Mann ab, der unter wildem Protest zum Streifenwagen geschleift wurde, und kehrte zu der Frau zurück, die schweigsam im Wohnwagen saß. »Mrs. Collins, wir müssen zur Polizeistation. Dort verlesen wir Ihnen Ihre Rechte. Dann möchte ich, dass Sie diesen Anwalt anrufen und ihn kommen lassen, damit er Ihnen hilft.« »Haben Sie verstanden?« Sie nickte. »Ich muss meine Kinder anrufen.« »Das kann warten.« Er drehte sich zu dem uniformierten Beamten um. »Sorgen Sie dafür, dass so schnell wie möglich eine Kollegin hier rauskommt, um Sie zum Revier zu fahren. Sie soll ihr unterwegs was zu essen geben.« »Wie lautet die Anklage?«, fragte der Polizist. Tenny Brown drehte sich ein letztes Mal zu dem Klumpen Fleisch um, der vor dem Wohnwagen auf der Erde lag. »Wie wär's mit... Abfeuern eines Schusses aus einer Feuerwaffe innerhalb der Stadtgrenzen. Das wird reichen, bis ich mit dem Staatsanwalt gesprochen habe.« Er kehrte nach draußen zurück und blieb neben der Leiche stehen. »Idiotisch«, dachte er. »Absolut idiotisch.« Er sah auf die Uhr. »Heute Nacht wird viel gestorben«, dachte er. Als er in die Augen des Toten blickte, verblasste das Gesicht. Stattdessen sah er Jonny Schrivers Leichnam vor sich, der, von einem betroffenen wütenden Suchtrupp umringt, reglos auf dem Boden lag. Sie standen in ihren schlick- und dreckverschmierten Warthosen und Gummistiefeln am Rand des Sumpfs. Er erinnerte sich, wie er sie berühren, sie zudecken wollte, wie er sich mühsam beherrschte und alle Willenskraft zusammennahm, um Schritt für Schritt nach ehernen Regeln die Ermittlungsarbeit zu dem Gewaltverbrechen einzuleiten. Er schluckte, um das Bild aus seiner Erinnerung zu verbannen. »Es war meine Schuld«, dachte er. »Ich werde es in Ordnung bringen. Diesmal werde ich es nicht vermasseln.« Und so verfolgten die Toten Tenny Brown, während er langsam zu seinem Streifenwagen ging. Dabei war in dieser Nacht nichts endgültig vorbei, nicht einmal das Leben, das der Staat eingefordert hatte. In den frühen Morgenstunden rief Bruce Wilcox an. Am Himmel und durch die Bäume schimmerte das erste fahle Licht und gab den Gegenständen Kontur. Brown hatte sich die verbleibende Nacht mit dem Geständnis von Mrs. Collins um die Ohren geschlagen. Zwei Stunden lang hatte er sich die bittere Geschichte sexueller Gewalt und regelmäßiger Prügel angehört, in etwa das, was er erwartet hatte. »Die Geschichten sind austauschbar«, dachte er. »Nur die Opfer wechseln.« Anschließend hatte er sich mit einem mürrischen, stellvertretenden Staatsanwalt angelegt, der nicht gerade begeistert war, aus dem Schlaf gerissen zu werden, und zuletzt mit einem auf Scheidungen spezialisierten Anwalt verhandelt, für den der Fall offenbar eine Nummer zu groß war. Notwehr hatte Brown gegenüber dem Staatsanwalt argumentiert, der seinerseits auf Mord beharrte. Am Ende hatten sie sich auf Totschlag im Affekt geeinigt, und er hatte dem Mann klargemacht, dass die Verbrechen, die Mrs. Collins im Lauf der Jahre erduldet hatte, das, was in dieser Nacht geschehen war, weit in den Schatten stellten. Als er im Morgengrauen die letzten Berichte unterzeichnete und die Erschöpfung ihn wie ein Bleigewicht niederdrückte, klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. »Ja.« »Tanny?« »Ihr spricht Bruce.« »Ein Serienmörder weniger auf der Welt.« »Er hat es durchgezogen.« »Lass hören.« »Im Prinzip hat er allen gesagt, sie könnten ihn mal und sich auf den Stuhl gesetzt.« »Gütiger Gott!« Brown nagte, dass seine Erschöpfung wie weggeblasen war. »Kannst du laut sagen. Der alte Sully war bis zuletzt ein verdammter Wichser. Aber deswegen rufe ich nicht an. Ich habe da noch was viel Interessanteres für dich.« Tanny Brown hörte seinem Partner die fast kindliche Aufregung an, die zu allem, was in dieser Nacht passiert war und zu der frühen Stunde so gar nicht passen wollte. »Schieß los«, sagte er. »Was ist so interessant?« »Unser guter Mr. Cowart.« »Mann, der alte Knabe, war fast den ganzen Tag mit dem grusigen Typ allein, um sich anzuhören, wie der Scheißkerl einen Mord nach dem anderen gesteht, über den Daumen rund vierzig. Quer durch Florida, Louisiana und Alabama. Eine regelrechte Verbrechenswelle, nur eben eine One-Man-Show.« »Naja, jedenfalls kommt unser guter alter Cowart kurz vor Mitternacht von seinem Tete-a-Tete zurück und...« »Junge, ich kann dir sagen, der Kerl ist fix und fertig. Kreide bleich, der kann sich kaum auf den Beinen halten.« »Als sich die anderen Presse-Arsgeier auf ihn stürzten, ist er beinahe ausgerastet. Die haben ihn ziemlich gnadenlos mit ihren Fragen bombardiert. Hat mich irgendwie an diese Wrestling-Kämpfe erinnert. Ich meine, du weißt, dass du unterlegen bist und trotzdem versuchst du einen Griff nach dem anderen, obwohl der Gegner jeden pariert und im selben Moment kontert, bis du keine Chance mehr hast und zum Schluss nur einkassierst. Aber jedes Mal tut's mehr weh.« »Ja, das ist allerdings interessant.« »Ja, mein Reden. Und als er es schließlich satt hatte, sich von seinen Kumpels auseinandernehmen zu lassen, ist er abgezischt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her.« »Wo ist er hin?« »Nach Miami zurück,« hat er zumindest gesagt. »Na ja, ich kann's nicht beschwören. Er soll sich heute irgendwann mit diesen Ermittlern aus Monroe County treffen. Die waren mit unserem alten Coward auch nicht ganz zufrieden. Der weiß was über diesen Doppelmord und rückt nicht damit raus.« »Woher willst du das wissen?« »Na ja, Tanny, es ist nur so ein Gefühl, aber der Kerl sah nach allem, was er sich angehört hatte, ziemlich seekrank aus, und ich glaube, er hat nicht mal die Hälfte von dem rausgelassen, was da zwischen ihm und Sully abgegangen ist.« Während er dem aufgeregten Bericht seines Partners lauschte, lehnte Brown sich zurück. Man brauchte nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie es dem Reporter unter der Flut an Informationen die Füße wegzog. »Es gibt Dinge,« dachte er, »die wir lieber nicht erfahren.« Er überlegte fieberhaft. »Bruce, weißt du, was ich denke?« »Wetten dasselbe wie ich?« Ich wette, Coward hat was zu hören bekommen, das er nicht hören wollte. Etwas, das ihm seine ganze schöne Theorie in der Luft zerfetzt hat. »Das Leben läuft eben nicht immer nach Plan, was, Chef?« »Kann man wohl sagen.« »Also, wenn du mich fragst, hätte es den eiskalten Bastard nicht so leicht umgehauen, sich ein paar Mordgeständnisse anzuhören, egal wie viele. Ich meine, fast alle sind davon ausgegangen, dass Sully mehr auf dem Kerbholz hatte, als diejenigen, die er zugegeben hatte. Es war demnach also keine große Überraschung. Aber«, fing Wilcox an, »doch weiter kam er nicht,« da Brown seinen Gedanken zu Ende führte, »es gibt nur einen Mord, der ihm was bedeutet.« »Ja, sehe ich verdammt genauso.« »Und nur einen, der mir etwas bedeutet,« dachte Brown. Während er im ersten Morgengrauen nach Hause fuhr, überschlugen sich die Fragen in seinem Kopf. Vor ihm fuhr der Zeitungsjunge auf seinem Rad im Zickzackkurs die Straßen entlang. Brown holte ihn ein. Als er das Auto hörte, drehte sich der Junge um, winkte beim Anblick des Detektives und trat in die Pedale. Brown sah ihm hinterher. In der Dämmerung verschwammen die Umrisse der Häuser und Gärten wie auf einem verwackelten Foto. Er bog in seine Einfahrt und blickte sich einen Moment lang um. Was er vor sich sah, war ein Bild moderner bürgerlicher Sicherheit. Ordentlich in Reih und Glied verputzte, gemauerte Häuser in strahlenden Pastellfarben oder in Weiß, allesamt in mitten gepflegter Gärten mit ziergehölzen und saftig grünen Rasenflächen, dazu das neueste Automodell in der Einfahrt. Eine typische Mittelschicht-Existenz. Jedes Haus in diesem Viertel mit zehn Straßen war von ein und derselben Baufirma entworfen, ein Viertel mit eigener, wenn auch gleichförmiger Handschrift. Das hier war nicht der alte Süden. Hier wohnten ein paar Anwälte, einige Ärzte, der eine oder andere Polizist, Leute, die sich so wie er aus der Arbeiterschicht hochgearbeitet hatten. Schwarze und Weiße. Das moderne Amerika auf dem Weg in die Zukunft. Er betrachtete seine Hände. Weich, dachte er. Stubenhocker-Hände. Anders als die Hände seines Vaters. Er blickte auf seine wohlgenährte Taille. Himmel, dachte er. Ich passe hierher. Drinnen hängte er sein Schulterholster neben zwei Büchertaschen voller Kladden und losen Papieren an einen Haken. Dann zog er wie gewohnt den Revolver heraus und überprüfte ihn. Es war eine .357er Magnum mit kurzem Lauf- und Weightcutter in der Trommel. Er hielt die Waffe in der flachen Hand und nahm sich vor, ein paar Termine auf dem Schießstand seiner Dienststelle zu buchen. Seit Monaten hatte er nicht mehr geübt. Er zog eine Schublade auf, holte ein Abzugsschloss heraus und schob es über den Feuermechanismus. Dann verstaute er die Waffe und bückte sich nach seiner Reservepistole am Knöchelholster. Aus der Küche kam ihm der Duft von gebratenem Speck entgegen, und an den dänischen Möbeln vorbei folgte er seiner Nase. Ein paar Sekunden lang blieb er im Türrahmen stehen und sah seinem Vater zu, der sich über den Herd beugte und Eier in eine Pfanne schlug. »Hallo, alter Herr«, sagte er ruhig. Sein Vater reagierte nichts und dann fluchte nur, als ihm etwas Bratfett auf den Handrücken spritzte. »Ich sagte guten Morgen, alter Herr.« Langsam drehte sein Vater sich um. »Ach, hab dich gar nicht reinkommen hören«, sagte er lächelnd. Tanny Brown begrüßte ihn mit einem Grinsen. Sein Vater hörte nicht mehr gut. Brown ging zu ihm hinüber und legte ihm den Arm um die breiten Schultern. Er spürte die Knochen des alten Mannes unter dem verblichenen Baumwollhemd. Als er den alten Mann an sich drückte, wurde ihm bewusst, wie dünn, wie zerbrechlich er geworden war. Der Gedanke, dass für diese Arme früher einmal fast nichts zu schwer gewesen war und inzwischen fast alles, war deprimierend. Die ganze Kraft von Krankheit aufgezehrt. Da wird man als Kind Jahr für Jahr älter und wartet trotzig auf den Tag, an dem man stärker ist als der eigene Vater. Doch dann ist der Tag da und man ist nur beschämt. »Du bist früh auf«, sagte der Sohn. Sein Vater zuckte mit den Achseln. Brown wusste, dass er wegen der Schmerzen und weil er sich nicht helfen ließ, kaum noch schlief. »Was fällt dir überhaupt ein, mich alter Herr zu nennen? Na, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Kann dich immer noch übers Knie legen, wenn es sein muss.« »Ja, das könntest du«, antwortete Brown grinsend. Die Lüge machte ihnen beiden immer wieder Vergnügen. »Wetten«, beharrte sein Vater. »Sind die Mädchen schon am Deck?« »Nein, allerdings scheint sich da oben was zu rühren, vielleicht zieht ihnen ja der Speckgeruch in die Nase. Aber die beiden sind jung und verwöhnt. Wenn deine Mama noch am Leben wäre, würde die schon dafür sorgen, dass sie mit den Hühnern aufstehen. Da stünden die Mädels jetzt am Herd, um den Speck zu brutzeln und vielleicht Brötchen zu backen.« Brown schüttelte den Kopf. »Und wenn ihre Mama noch am Leben wäre, würde sie ihnen sagen, sie bräuchten ihren Schönheitsschlaf, die beiden würden den Schulbus verpassen und von ihr mit dem Auto kutschiert.« Beide Männer lachten und gaben einander Recht. Brown wusste, dass sein Vater sich nicht ernstlich beklagte. Der alte Mann trug seine Enkeltöchter auf Händen. Sein Vater drehte sich wieder zum Herd um. »Ich mach dir ein Rührei. Muss ne anstrengende Nacht gewesen sein. Eine Frau hat ihren Ex erschossen, als er mit einer Knarre bei ihr auftauchte, Dad. Nichts Außergewöhnliches. Nur eine ziemlich traurige und blutige Angelegenheit. Setz dich. Du musst völlig fertig sein. Wieso hast du keine geregelten Arbeitszeiten, na? Der Tod kennt keine geregelten Arbeitszeiten, also ich auch nicht. Und das ist deine Entschuldigung dafür, dass du am Sonntag nicht im Gottesdienst warst und auch den Sonntag davor nicht. Also, fing er an, deine Mama würde dir den Hintern versohlen. Ach, was sage ich, in diesem Fall würde sie mir den Hintern versohlen, weil ich dir sowas durchgehen lasse. Es ist nicht recht. Ich weiß. Nächsten Sonntag bin ich da. Ich versuch's. Sein Vater schlug das Ei in eine Schüssel. Ich hasse all diesen neumodischen Kram, wie diesen Elektroofen, diesen Atomkocher oder wie das Ding heißt. Mikrowelle, Dad. Ja, egal, es funktioniert nicht. Doch, du weißt nur nicht, wie man es bedient. Das ist ein Unterschied. Sein Vater grinste. Er fühlte sich über den modernen technischen Fortschritt erhaben, was typisch war für seine Generation, die ein Leben lang mit Eishaus, Holzofen, Außenklo und Brunnenwasser zurechtgekommen war. Sein Vater musste sich fühlen, als hätte man ihn als betagten Mann in ein Raumschiff verpflanzt, mit technischem Schnickschnack, den er amüsant, vor allem aber unnütz fand. Jedenfalls kann ich nicht sehen, wozu das Ding gut sein soll, außer vielleicht zum Auftauern von Tiefkühlsachen. Wo sein alter Herr recht hatte, da hatte er recht. Brown sah seinem Vater dabei zu, wie er mit den knorrigen Händen das Omelett in die Pfanne gab, es gekonnt in die Höhe warf und schließlich umgeklappt servierte. Bemerkenswert, dachte der Sohn. Unter der Arthritis hatte seine Beweglichkeit gelitten, unter dem Alter seine Sehkraft und sein Gehör, die Herzschwäche hatte seinen Körper, der einmal vor Muskeln nur so strotzte, ausgezehrt, bis ihm die Haut schlaff von den Armen hing. Doch seine Geschicklichkeit hatte sich der Gerbe bewahrt. Nach wie vor konnte er einen Apfel in gleiche Stücke schneiden oder mit einem Bleistift eine vollkommen gerade Linie ziehen. Nur, dass es ihm zu viele Schmerzen bereitete. »So, denke, das wird dir schmecken.« »Ist du nicht mit?« »Nein, ich mach noch was für die Mädels. Mir genügt ne Scheibe Brot und ne Tasse Kaffee.« Der alte Mann sah an seiner Brust herunter. »Brauch nicht mehr viel, um mich in Gang zu halten. Auf Sparflamme. Na, was soll's?« Mühsam ließ er sich auf seinem Stuhl nieder, und der Sohn tat so, als merkte er es nicht. »Ach, die verdammten alten Knochen!« »Was?« »Ach, nichts!« Eine Weile saßen sie schweigend da. »Theodor«, fing sein Vater an. »Wieso heiratest du nicht wieder?« Der Sohn schüttelte den Kopf. »Eine Frau wie Lissy gibt's nur einmal«, sagte er. »Woher willst du das wissen, wenn du nicht suchst?« Als Mama tot war, hast du ja auch nicht nach einer neuen Frau Ausschau gehalten. »Ja, ich war alt. Du bist noch jung.« Brown schüttelte den Kopf. »Ich hab alles, was ich brauche. Ich habe dich und die Mädchen, meinen Job und dieses Haus. Mir fehlt nichts.« Der alte Mann schnaubte, sagte aber nichts. Als sein Sohn aufgegessen hatte, nahm er den Teller und trug ihn mit steifen Gliedern zum Ausguss. »Ich geh hoch und weck die Langschläferinnen,« sagte Brown. Sein Vater brummte etwas, das er nicht verstand. Der Sohn blieb stehen und betrachtete ihn. »Ein tolles Paar«, dachte er. »Junger Witwer, alter Witwer, die so gut sie können zwei Mädchen großziehen.« Sein Vater fing an, etwas vor sich hin zu summen, während er sich an den Abwasch machte. Brown unterdrückte ein mitfühlendes Lachen. Der alte Mann weigerte sich immer noch beharrlich, den Geschirrspüler zu benutzen und untersagte auch dem Rest der Familie die Verwendung der Maschine. »Es gibt nur eine Möglichkeit«, sagte er, »festzustellen, ob etwas wirklich sauber ist, nämlich, es mit eigenen Händen abzuwaschen.« Irgendwie war die Logik nachvollziehbar. Als sich die Mädchen, kurz nachdem sein Vater eingezogen war, darüber beklagt hatten, hatte Brown ihnen nur erklärt, alten Leuten fiel es schwer, sich an Neues zu gewöhnen. Ein paar Tage lang hatte es deswegen dicke Luft gegeben. Schließlich hatte Tanny Brown seine Töchter zu einem Wochenendausflug in seinen Dienstwagen verfrachtet und war mit ihnen Richtung Norden, fünfzig Meilen nach Bay Minet, kurz hinter der Grenze nach Alabama, aufgebrochen. Am anderen Ende der Kleinstadt, die mit ihren klotzigen Klinkerbauten wie ein Backofen in der Mittagssitze glühte, waren sie an einer langen Reihe Trauerweiden vorbei aufs Land hinaus zu einem alten Gehöft gefahren. In einem kleinen Tal, in dem sich die Hitze so staute, dass man glaubte, keine Luft zu bekommen, hatte er auf einen Weiler mit ein paar verfallenen Hütten gedeutet und ihnen erklärt, hier sei ihr Grandpa geboren und groß geworden. In der Schule für Schwarze, an der sie auf dem Rückweg nach Petschula Halt machten, hatte er Lesen und Schreiben gelernt. Auf der Farm, ihrer nächsten Station, hart gearbeitet, bis er zum Verwalter aufstieg und schließlich das Gerberhandwerk erlernte. Sie besuchten das Haus, das ihr Großvater in Blacktown erworben und in dem ihre Großmutter ihre Nähstube aufgemacht hatte, die schon bald einen so guten Ruf genoss, dass sie auch weiße Kundschaft anzog, was vor ihr in der Gemeinde noch niemandem gelungen war. Zu guter Letzt hatten sie sich die kleine weiße Schindelkirche angesehen, in der Grandpa Diakon gewesen und Grandma im Chor gesungen hatte. Seit diesem Wochenende hatte sich niemand mehr wegen des Geschirrspülers beschwert. »Ich hab das Ding inzwischen selbst vergessen«, stellte Brown fest. »Wir alle.« Im Flur, der zu den Zimmern der Mädchen führte, hingen jede Menge Familienfotos. Sein Blick fiel auf sein eigenes Konterfei im Fullback-Trikot mit einem Football in der Hand. Der schimmernde elastische Stoff war an den Schulterblättern verschlissen. Die rot-grauen Schuluniformen hatte die Schule secondhand aus dem benachbarten weißen Bezirk bekommen. Das verstehen die Mädchen nicht, dachte er. Sie verstehen nicht, wie es sich anfühlt, wenn jede Uniform, die man trägt, jedes Buch, das man in der Bibliothek in die Hand bekommt, jede Bank, die man im Klassenzimmer drückt, vorher von der weißen Highschool ausrangiert worden ist. Er wusste noch genau, wie er zum ersten Mal seinen Helm aus zweiter Hand entgegennahm und einen dunklen Schweißrand an der Innenseite entdeckte. Er hatte die Polsterung befühlt und die Finger an die Nase gehalten, um festzustellen, wonach sie rochen. Bei der Erinnerung schüttelte er den Kopf. Mit dem Krieg wurde für mich alles anders, dachte er. In dem Jahr tat der Civil Rights Act in Kraft. Ein Jahr später, 1965, das Wahlrechtsgesetz. Den ganzen Süden erfasste ein tiefgreifender Wandel. Bei seiner Rückkehr aus dem Militärdienst war er mit einem GI-Stipendium ans College gegangen, und bei seiner Heimkehr nach Petschula hatte er festgestellt, dass es die Schule für Schwarze nicht mehr gab. Stattdessen bauten sie gerade an einem riesigen hässlichen Betonklotz, in den die Bezirkshighschool einziehen sollte. Auf dem vertrauten alten Sportplatz spross das Unkraut. Er rief sich den Applaus ins Gedächtnis und räumte ein, dass es in seinem Leben zu wenig Siege gegeben hatte. Vergiss das alles nicht, dachte er. Ihm kam das Schimpfwort in den Sinn, das erst vor wenigen Stunden dem Bruder des Toten herausgerutscht war. Manche Dinge ändern sich nicht. Er klopfte an die Tür seiner ältesten Tochter. »Hey, Lisa, raus aus den Federn! Höchste Zeit!« Er drehte sich um und donnerte an die Tür seiner Jüngsten. »Samantha, beweg dich! Dalli, Dalli, du kommst so spät zur Schule!« Als er von drinnen nur wohlige Grunzlaute hörte, schmunzelte er und vergaß für einen Moment Patchula, das ermordete Mädchen und die beiden Männer, die im Todestrakt eingesessen hatten. Die nächste halbe Stunde verbrachte Tanny Brown so wie unzählige Väter um diese Zeit in ihrem Vorstadteigenheim. Mit Zureden, Drängen, Mahnen und Fordern bekam er die Kinder samt Schulaufgaben und Pausendosen rechtzeitig für den Bus aus dem Haus. Sein Vater hatte sich noch einmal hingelegt, und so war er an diesem Morgen zum ersten Mal allein. Die Sonne flutete ins Zimmer, der hatte das Gefühl, als sei der Zeitfluss ein wenig durcheinandergeraten. Er fühlte sich wie ein Tier, das auf der Suche nach dem Schutz der Nacht von einem Schatten zum anderen huscht. Er ließ den Blick durchs Zimmer wandern, bis er bei einer leeren Blumenvase im Regal verweilte, einer hohen, eleganten Vase in der Form einer Sanduhr mit einer Blume unter der Glasur. Bei der Erinnerung, wie seine Frau das Souvenir im Urlaub in Mexiko gekauft und eigenhändig nach Hause getragen hatte, statt es Türstehern, Gepäckträgern oder Portiers anzuvertrauen, schmunzelte er. Kaum waren sie angekommen, hatte sie die Vase auf den Esstisch gestellt und von da an immer mit frischen Sträußen gefüllt. So war sie. Wenn sie etwas wirklich wollte, kannte sie kein Halten, selbst wenn sie dafür eine alberne Vase mit eigenen Händen nach Hause schleppen musste. Keine Blumensträuße mehr. Er dachte daran, wie sie in der Notaufnahme um ihr Leben gerungen hatten, wie die Ärzte und Schwestern ihr bei seiner Ankunft immer noch Adrenalin und Plasmainfusionen gaben und versuchten, mit Herzmassage das letzte Fünkchen Leben wieder zu entfachen. Ein einziger Blick hatte ihm gesagt, dass ihre Mühe vergeblich war. Der sichere Instinkt stammte noch aus seiner Zeit im Krieg. Er wusste, wann eine unsichtbare Schwelle überschritten war und keine Apparate Medizin der Welt dem Tod noch ein Schnippchen schlagen konnte. Sie hatten verzweifelt gekämpft, alles gegeben, um sie zu retten. Gerade einmal zwanzig Minuten davor war sie eine von ihnen gewesen und hatte in der Notaufnahme dasselbe für andere getan. Zwanzig Minuten, um nach einem letzten kleinen Scherz bei Dienstschluss in den Regenmantel zu schlüpfen, sich von den anderen zu verabschieden, zum Wagen zu laufen und loszufahren, bis ihr an der fünften Kreuzung ein Betrunkener mit seinem Pickup ins Auto raste. Selbst nachdem sie schon tot war, als sie wussten, dass es keine Hoffnung mehr für sie gab, hatten sie weitergemacht. So erschöpft er auch war, er fand keinen Schlaf und starrte an die Decke. Seit einiger Zeit wurde ihm plötzlich bewusst, hatte die Frage, wann sie ihm nicht mehr fehlen würde, aufgehört, ihn zu quälen. Er hatte begriffen, dass er nie über ihren Tod hinwegkommen würde und sich genügend mit seinem Schicksal ausgesöhnt, um die Tage irgendwie durchzustehen. Er rappelte sich auf und ging ins Zimmer seiner jüngsten Tochter, wo er an die Kommode trat und einige der Mädchensachen beiseite räumte, die sich darauf türmten, ein Kästchen voller Perlen, Ringe und Schleifen, ein Teddy mit einem Ohr, ein altes Ringbuch mit losen Hausaufgabenblättern, ein Sammelsurium an Kämmen, Bürsten und Spangen. Er brauchte nicht lange, bis er gefunden hatte, was er suchte. Ein kleines Foto in einem Silberrahmen. Er hielt es hoch. Der Rahmen blitzte in der Sonne. Es war ein Bild von zwei Mädchen, eins schwarz, eins weiß, eins mit dunklem, eins mit blondem Haar, die Arm in Arm mit breitem Zahnspangen grinsen, wildverschmiertem Make-up und in schrill-bunter Verkleidung für die Kamera posierten. Versonnen betrachtete er die beiden Gesichter auf dem Bild. Freundinnen, dachte er. Wer dieses Foto sah, erkannte auf Anhieb, dass für sie nichts anderes zählte, dass die beiden sich einfach mochten, ihre Geheimnisse, ihre Gefühle, Tränen und Späße miteinander teilten. Das Foto hatte er zu Halloween gemacht. Sie waren damals neun gewesen und hatten für seine Schnappschüsse albern und ausgelassen Fratzen geschnitten. Als er im Geist das höhnische Gesicht von Blair Sullivan vor sich sah, konnte er die Wut kaum bändigen. »Hoffentlich hat es wehgetan«, dachte er. »Ich hoffe, es hat dir unter den größten Qualen die Seele aus dem Leib gerissen.« Sullivans Gesicht verblasste und er musste an Ferguson denken. »Du meinst, du bist frei? Du glaubst, du kommst damit durch. Vergiss es. Er senkte den Blick und starrte auf das Foto. Besonders gefiel ihm, wie sich die beiden Mädchen, eng aneinandergeschmiegt, die Arme um die Schultern geschlungen hatten. Ihre erste und beste Freundin. Er blickte in Joannys Augen. Sie waren strahlend blau, von derselben Farbe wie der Himmel an dem Morgen, als sie seine Frau zu Grabe trugen. Er hatte ein Stück abseits von den übrigen Trauergästen gestanden und seine Töchter gehalten, während die monotonen Worte des Pastors, der von Glauben und Ergebenheit von Liebe und Heimkehr sprach, an ihm vorbeirauschten, ohne dass er viel davon mitbekam. Er war wie gelähmt gewesen, außerstande auch nur einen Schritt zu machen. Seine Kinder, fest an sich gedrückt, nahmen nichts anderes wahr, als das Beben ihrer Körper und ihr Schluchzen. Er wünschte sich damals nichts als Wut zu empfinden. Dabei wusste er genau, dass die Dinge nicht so einfach waren, dass ihn diese dumpfe Qual für den Rest seines Lebens begleiten würde, und obendrein die Angst, mit seiner Frau auch seine Töchter zu verlieren, weil sie ohne die Schwerkraft ihrer Mutter auseinanderdriften könnten. Es hatte ihm die Sprache verschlagen. Er hatte nicht gewusst, was er den Mädchen sagen sollte, wie er sie, besonders Samantha, die seit dem Unfall nur noch weinte, trösten konnte. Die anderen Trauergäste waren auf Abstand geblieben. Doch Joni Schreiber hatte sich von der Hand ihres Vaters losgerissen, war mit dem Ernst einer Erwachsenen an all den Leuten vorbeigegangen und vor ihm stehen geblieben. »Mach dir keine Sorgen um Samantha. Sie ist meine Freundin, ich kümmere mich um sie.« Dabei hatte sie seine Tochter an die Hand genommen und nicht mehr losgelassen. Und sie hatte Wort gehalten. Jedes Mal, wenn Samantha jemanden brauchte, war sie da gewesen. Am Wochenende, an einsamen Feiertagen, nach der Schule. Sie hatte ihnen dabei geholfen, in ihrem Leben wieder Routine und Stabilität einkehren zu lassen. Neun Jahre alt und um vieles klüger als irgendeine Erwachsene. Sie war, dachte er, mehr als nur Samanthas Freundin. Sie war auch meine Freundin. Sie hat uns wieder auf die Beine geholfen. Er fühlte eine Woge von Selbsthass. Und trotz aller Autorität und Macht als Polizist konnte ich sie nicht beschützen. Im Krieg riefen sie nur Sanitäter, und er kam gerannt. Er erinnerte sich an einen weißen Jungen, der erst seit einer Woche zu ihrem Zug gehörte, einen Cowboy aus Wyoming, der eine Salve in die Brust abbekommen hatte. Es pfiff aus einer klaffenden Wunde, die all seinen Versuchen, den Jungen zu retten, Hohn spottete. Unter dem Nebelschleier der Schmerzen und der Angst hatte der todgeweihte Soldat Tanny Brown mit seinem Blick durchbohrt, als hoffte er, ihm vom Gesicht abzulesen, ob er leben oder sterben würde. Noch während des letzten röchelnden Atemzugs hatte er ihn angestarrt. Genauso wie George und Betty Schreiber, als er mit der entsetzlichen Nachricht an ihrer Haustür stand. Brown schüttelte den Kopf. »Wie lange kenne ich George Schreiber schon?« »Seit ich mir im Laden seines Vaters was dazu verdient habe, und er sich einen Wischmob schnappte und neben mir schrubbte.« Ihm zitterte die Hand. »Ich habe zu viele zu Grabe getragen.« Er barf einen letzten Blick auf das Foto und stellte es auf die Kommode zurück. »Es ist noch nicht vorbei,« dachte er trotzig. »Ich, ich verdanke dir zu viel.« Er verließ das Zimmer seiner Tochter und ging ins Schlafzimmer hinüber. Die Erschöpfung war wie weggeblasen, Empörung und Schuldgefühle verscheuchten jeden Gedanken an Schlaf. Er packte eine Garniturwäsche und Kleider in eine Reisetasche und dachte nur noch an den nächsten Flieger nach Miami. Eine löchrige Geschichte Er hatte keinen Plan. Matthew Cowart sah dem Tag nach der Exekution Blair Sullivans mit dem Enthusiasmus eines Mannes entgegen, dem man eröffnet hatte, er sei als Nächster dran. Er brauste mit seinem Leihwagen durch die Nacht und legte in den wenigen Stunden mehr als die Hälfte des Bundesstaates zurück. Südlich von St. Augustine stieß er auf die Interstate 95, fuhr über 300 Meilen in wechselndem Tempo zuweilen mit 90 Meilen pro Stunde und wunderte sich, dass ihn die Verkehrspolizei unbehelligt ließ, obwohl ihn in entgegengesetzter Richtung drei Streifenwagen passierten. Getrieben von Zorn und Scham über seine verzwickte Lage, mit all den Widersprüchen, in die er sich verwickelt hatte, raste er durch die Dunkelheit. Als im Osten die ersten Sonnenstrahlen am Horizont erschienen, ohne Licht in seine verworrenen Gedanken zu bringen, kam er an Palm Beach vorbei. Lange nach Tagesanbruch gab er den Wagen endlich bei der Herzfiliale am Internationalen Flughafen ab, bei einem mürrischen Angestellten, der nicht verstand, wieso Cowart ihn nicht in Nordflorida gelassen hatte, wo er ihn gemietet hatte. Ein kubanischer Taxifahrer, der über Politik und Baseball plapperte, ohne zwischen beidem einen Unterschied zu machen, kämpfte sich mit ihm durch den morgendlichen Rushhour-Verkehr bis zu Cowarts Wohnung durch, wo er ihn in der flirrenden Hitze seinem Schicksal überließ. Rastlos lief der Journalist in seinen vier Wänden hin und her und fragte sich, was zu tun war. Er sagte sich, dass er auf dem schnellsten Wege in die Redaktion fahren sollte, doch im Moment fehlte ihm dazu die nötige Energie. Die Zeitung erschien ihm nicht länger als Zufluchtsort, sondern eher als ein Minenfeld. Er starrte auf seine Hände, zählte die Falten und Adern und dachte an die Ironie, dass er sich noch vor wenigen Stunden nichts sehnlicher gewünscht hatte, als allein zu sein und jetzt, wo er es war, nicht weiter wusste. Er kramte in seinem Gedächtnis nach, wie andere in einer ähnlichen Zwickmühle gehandelt hatten, als wären die eigenen Fehler weniger schlimm, wenn sie auch anderen unterliefen. Ihm fielen William F. Buckleys Bemühungen in den frühen 60er Jahren ein, Edgar Smith aus dem Todestrakt in New Jersey zu holen und Norman Mailers Einsatz für Jack Abbott. Er sah den Kolumnisten vor sich, wie er vor einer Reihe Mikrofone stand und wütend einräumte, dass ihn der Mörder hereingelegt hatte. Er stellte sich vor, wie es dem Schriftsteller im erbarmungslosen Blitzlichthagel ergangen sein musste, als er es ablehnte, über seinen mörderischen Schützling zu sprechen. Ich bin nicht der erste Reporter, dem ein solcher Irrtum unterläuft, dachte er. Kein Journalist ist gegen ein sorgfältig eingefädeltes Täuschungsmanöver gefeit. Doch ihm war nur noch Elende zumute. Er richtete sich im Sessel auf und sagte, als säße ihm jemand gegenüber, »Was hätte ich denn machen sollen?« Er erhob sich und lief erneut im Zimmer auf und ab. »Es gab Beweise, verflucht noch mal, es war logisch, es war absolut logisch, verdammt, verdammt!« In einer Auffallung von ohnmächtiger Wut packte er den nächstbesten Zeitungsstapel und fegte ihn zu Boden. Bevor er dort auftraf, packte Coward schon einen Tisch und schmetterte ihn gegen das Sofa. Das Krachen der Möbelstücke klang berauschend. Er fing an, Obszönitäten zu murmeln, wurde immer hektischer und richtete seine Zerstörungswut gegen das Zimmer. Teller landeten klirrend auf dem Boden, dicht gefolgt von sämtlichen Büchern aus einem Regalfach. Er stieß Tühle um, schlug gegen die Wände und warf sich schließlich neben dem Sofa auf den Boden. »Woher in Gottes Namen hätte ich das denn wissen sollen?«, brüllte er. Zur Antwort schlug ihm eisiges Schweigen entgegen. Hinüber kam eine andere Art von Erschöpfung. Er lehnte den Kopf zurück und starrte an die Decke. Im nächsten Moment lachte er los. »Junge, Junge, Junge«, sagte er und äffte einen schwermütigen Hollywood-Südstaaten-Singsang nach. »Du hast es grandios versaut, aber so richtig, im ganz großen Stil vermasselt und versaut.« Er zog die Worte wie Kaugummi in die Länge und starrte auf das Chaos, das er angerichtet hatte. Dann saß er senkrecht. »Also gut. Wie geht's jetzt weiter?« »Schweigen.« »Hätte ich nicht besser formulieren können«, sagte er und musste wieder lachen. »Wenn wir das nur wissen, stimmt's?« Er stand auf, bahnte sich einen Weg zu seinem Schreibtisch und zog die oberste Schublade auf. Er stöberte in einem Stoß Zeitungen, bis er die Sonntagsausgabe mit seinem ersten Artikel fand. Sie war ein Jahr alt und schon ein wenig vergilbt. Der Druck fühlte sich unter den Fingern spröde an. Die Schlagzeile sprang ihm entgegen und er fing an, den Artikel zu lesen. »Fragen zum Mädchenmord in Petrula«, fasste er den Inhalt des ersten Abschnitts zusammen. »Mein, wer hätte das gedacht?« Er las, soweit er konnte, von der Einleitung unter der Schlagzeile über die Fortsetzung auf der Folgeseite und schließlich den Hauptteil auf der Doppelseite. Das Foto von Johnny Schreiber wagte er nicht anzusehen. Umso wütender starrte er auf die Fotos von Sullivan und Ferguson. Er war drauf und dran, die Zeitung frustriert zusammenzuknüllen und in den Papierkorb zu werfen, als er zusammenzuckte und noch einmal hinsah. Er las von vorne und machte sich daran, einzelne Wörter und Passagen mit einem gelben Marker hervorzuheben. Alles, was er bisher gelesen hatte, stimmte. Er konnte nichts entdecken, was der Wahrheit widersprach. Keine Ungenauigkeiten. Außer natürlich alles zusammen. Noch einmal ging er seinen Text durch. Die Fragen, die der Fall aufwarf, waren ausnahmslos richtiggestellt. Robert L. Fergusons Verurteilung beruhte auf äußerst dürftigen Beweisen, die in einer Atmosphäre der Voreingenommenheit zustande gekommen war. Hatte man Ferguson das Geständnis herausgeprügelt? Seine Artikel gaben nur wieder, was der Häftling vorgetragen und die Polizisten geleugnet hatten. Danny Brown hatte zum Beispiel nicht erklären können, wieso sie Ferguson vor dem Geständnis so lange in Haft gehalten hatten. Dies musste herausgestellt werden. Die Geschworenen hatten sich bei der Verurteilung von ihren übermächtigen Gefühlen leiten lassen, ein brutal ermordetes weißes Mädchen und ein wütender schwarzer Angeklagter mit einem inkompetenten alten Anwalt als Rechtsbeistand. Die perfekten Voraussetzungen für Vorverurteilungen. Dann das mit rechtswidrigen Mitteln zustande gekommene Geständnis, das ihn in den Todestrakt brachte. Dies alles stand außer Zweifel. Die Ungerechtigkeit, der sich Ferguson in den Tagen nach dem Auffinden von Jonny Schwyvers Leiche ausgesetzt sah, wurden hier aufgedeckt. Nur ein klitzekleines Detail liest der Artikel unerwähnt. Dass Ferguson das Mädchen ermordet hatte. Zumindest, wenn er den Worten eines Serienmörders Glauben schenkte. Ihm schwirrte der Kopf. Cowart überflog seine Reportage weiter. Blair Sullivan war zur Zeit des Mordes in Escambia County gewesen. Dies war hinreichend belegt. Ebenso unstrittig war es, dass Sullivan einen Mord nach dem anderen beging. Hätte die Polizei über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut, hätte er als Verdächtiger ins Auge springen müssen. Die einzige eindeutige Lüge, die Cowart entdecken konnte, falls es tatsächlich gelogen war, stellte Fergusons Behauptung dar, Sullivan habe das Verbrechen gestanden. Doch das waren Fergusons Worte, die Cowart gewissenhaft und eindeutig als Zitat gekennzeichnet hatte. Und doch war alles eine Lüge. Das abgekaterte Spiel von zwei Männern, die alles taten, um die Wahrheit vollkommen zu verschleiern. Das ist die Hölle, dachte Cowart. Wie er es auch drehen und wenden mochte, kam er nicht an der Tatsache vorbei, dass aus den richtigen Gründen das falsche Geschehen war. Das Telefon klingelte. Das erste und das zweite Mal ignorierte er es. Beim dritten Mal rappelte er sich auf und griff unwillig zum Hörer. Ja. Oh, na endlich, Matt! Es war Will Martin von der Redaktion. Will? Mann, Matt, wo hast du nur gesteckt? Hier flippen alle bald aus auf der Suche nach dir. Ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren, gerade erst zur Tür reingekommen. Von Stark? Das sind acht Stunden! Keine sechs, ehrlich gesagt. Ich habe Gas gegeben. Also, dann kann ich nur hoffen, dass du so schnell schreiben kannst, wie du fährst. Die Lokalredaktion schreit nach deinem Manuskript. Die Deadline für die Morgenausgabe ist in ein paar Stunden. Beweg deinen Hintern, Junge, aber mit Vollgas! Der Redakteur klang aufgekratzt. Ja, klar, schon unterwegs. Seine eigene Stimme klang ihm fremd, als wäre jemand anderes am Telefon. Ach, Will, was melden die Agenturen? Wilde Gerüchte! Sie schreiben immer neue Artikel über deine kleine Pressekonferenz. Was war da oben eigentlich los, Junge? Die reden von nichts anderem, dabei hat keiner einen blassen Schimmer. Du solltest mal deine Telefonmitteilungen sehen. Die großen Sender, die Times und die Post, die Nachrichtenmagazine, um nur ein paar zu nennen. Sämtliche Reporter vor Ort belagern die Eingangstür. Wir müssen uns also was einfallen lassen, wie wir dich hier ohne viel Aufsehens reinschleusen können. Und dann wäre da noch ein halbes Dutzend Anrufe von Cops. Die interessieren sich für alte Mordfälle, die auf Sullivans Route liegen. Alle wollen wissen, was der Killer dir erzählt hat, bevor sie ihn gegrillt haben. Also lasse nicht schmoren, wenn der Karlauer gestattet ist. Sullivan hat einen Haufen Verbrechen gestanden. Ja, ja, das ist mir nicht neu. Das haben die Nachrichtenagenturen schon verbreitet. Das hast du allen da oben erzählt. Aber wir brauchen hier und jetzt eine Insider-Story, mein Freund. Hieb und stichfest. Namen, Daten, Details. Und zwar pronto. Hast du alles auf Band. Das muss sofort zu einer Schreibkraft. Ach, was sage ich. Wenn nötig, zu einem halben Dutzend Stenotypisten. Komm schon, Matti. Ich weiß, du musst erschöpft sein, Kumpel. Aber du musst dich zusammenreißen. Hau dir ein paar Wachmacherpillen rein oder literweise Kaffee. Hauptsache, du stehst hier gleich auf der Matte. Mach dich auf die Socken, Matt. Hier ist es jetzt sowieso schon wie im Irrenhaus. Schlafen kannst du später. Schlaf wird sowieso überschätzt. Eine richtig gute Story ist hundertmal besser. Glaub mir. Okay, sagte Cowart hilflos. Jeder Gedanke daran zu erklären, was passiert war, ging in der Woge der Begeisterung, die Cowart am Telefon entgegenströmte, unter. Wenn Will, ein bedächtiger Mann, der alles, was über seinen Redaktionstisch ging, sorgsam überprüfte, derart aus dem Häuschen war, dann konnte Cowart sich denken, was bei den anderen Kollegen los war. Eine große Story, ein Knüller, hat auf alle Mitarbeiter einer Zeitung ausnahmslos dieselbe elektrisierende Wirkung. Sie steckt alle an, schlägt sie in den Bann, gibt ihnen das Gefühl, an den Ereignissen teilzuhaben. Er holte einmal tief Luft. Dann fahre ich mal los, sagte er ruhig. Aber wie komme ich an den Kameracruz vorbei? Nichts leichter als das. Du weißt, wo das Hotel Marriott praktisch hinter der Omnimon verschwindet? An dieser kleinen Nebenstraße an der Bucht. Ja, klar. Also genau an dieser Ecke holte ich einen Lieferwagen ab in zwanzig Minuten. Steig ein und komm zum Lieferanteneingang rein. Nacht und Nebel, was? Cowart musste unwillkürlich grinsen. Wir leben in gefährlichen Zeiten, mein Freund. Da muss man sich was einfallen lassen. Und was Besseres ist uns auf die Schnelle nicht eingefallen. Die CIA oder der KGB hätten vermutlich eine elegantere Lösung gefunden. Aber so schwer sollte es ja wohl nicht sein, einem heute Fernsehreporter auszutricksen, nicht wahr? Ich zieh dann mal los. Doch im selben Moment dachte er an die Kassetten in seiner Aktentasche, jene mit dem Geständnis und der Wahrheit über den Mord an Johnny Schreiber. Niemand durfte diese Worte hören. Jedenfalls nicht, bis einigermaßen Ruhe eingetreten war und er wusste, was er machen sollte. Deshalb fügte er hastig hinzu. Das heißt, ich muss erst unter die Dusche. Der Transporter soll in, sagen wir, einer Dreiviertelstunde bereitstehen oder in einer Stunde. Kommt nicht in Frage, Matt. Du brauchst nicht frisch gewaschen zu sein, um zu schreiben. Ich muss meine Gedanken ordnen. Soll ich der Lokalredaktion vielleicht erklären, du müsstest denken? Nein, nein, sag ihnen einfach, ich wäre unterwegs. Ich muss nur noch meine Notizen ordnen. Eine halbe Stunde, Will, versprochen. Keine Minute länger. Mach dich auf die Socken, Matt. Mann, wir haben keine Sekunde zu verlieren. Will Martin unterstrich seine Botschaft, indem er bei jeder Silbe mit der Flachen Hand auf seinen Schreibtisch schlug. Halbe Stunde. Keine Minute länger. Einverstanden. Ich sag's dem Lokalredakteur. Ich sag dir, der kriegt einen Herzinfarkt. Dabei ist es gerade mal zehn Uhr. Der Transporter steht dann für dich bereit. Beeil dich. Sieh zu, dass der Mann den Tag überlebt, okay? Martin lachte und legte auf. Cowart schwirrte der Kopf. Er wusste, dass es eng für ihn wurde, dass die Detektives jeden Moment in seinem Büro auftauchen mussten. Es ging alles zu schnell, um den Lauf der Dinge noch ändern zu können. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich in die Höhle des Löwen zu begeben und etwas zu schreiben. Er konnte sich den Erwartungen, die sich an ihn richteten, nicht entziehen. Doch statt sich sein Jackett zu schnappen, nahm er seine Aktentasche und zog die Aufnahmekassetten heraus. Da er sie nummeriert hatte, fand er auf Anhieb die letzte aus dem Interview. Einen Moment lang hielt er die Kassette in der Hand und überlegte, ob er sie vernichten sollte. Doch stattdessen ging er damit zu seiner Stereoanlage und schob sie in das Tape-Deck. Er spurte die Kassette bis zum Ende, dann wieder ein Stück zurück und drückte auf die Abspieltaste. Blair Sullivans raue Stimme drang aus den Lautsprechern, und seine sarkastische Botschaft dröhnte durch die kleine Wohnung. Coward wartete, bis er die Worte »Und jetzt erzähle ich Ihnen die Wahrheit über die kleine Joni Schriver« hörte. Er hielt das Band an und spulte es bis zu der Stelle zurück, an der Blair Sullivan sagte »Das sind alle neununddreißig.« »Irre Story, was?« Und er antwortete »Mr. Sullivan, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Daraufhin hatte der Mörder gebrüllt »Haben Sie nicht zugehört, Junge?«, bis es mit »Und jetzt ist es Zeit für meine letzte Story« weiterging. Noch einmal spulte er zu »Irre Story, was?« zurück. Dann trat er an seine Kassettensammlung und fand ein Tape, das er vor ein paar Jahren aufgenommen hatte »Miles Davis – Sketches of Spain«. »Es war eine alte Kassette, die er schon oft abgespielt hatte mit einem verblassten Etikett.« Er wusste, dass darauf am Ende der Aufnahme noch ein ganzes Stück leeres Band war, und so schob er die Kassette ins Gerät, fand das Ende der Musikaufzeichnung, dann holte er die Kassette heraus, steckte sie in sein Aufnahmegerät und legte es direkt vor seine Stereo-Lautsprecher, drückte die Abspieltaste zum Sullivan-Interview und die Aufnahmetaste zum Band mit Miles Davis.« Cowart versuchte, sich die Worte des Mörders nicht zu nahe gehen zu lassen. Als das Band zu Ende war, schaltete er beide Geräte aus. Zuletzt spielte er zur Probe den Sullivan-Abschnitt am Ende des Davis-Bands ab. Die Stimme hatte etwas an Klarheit eingebüßt, war aber immer noch laut und deutlich zu verstehen. Er nahm die Kassette und sortierte sie an der gewohnten Stelle im Regal ein. Einen Moment lang starrte er auf das originale Sullivan-Band. Dann spulte er es bis zum Anfang der Stelle zurück, die er am Ende von Davis überspielt hatte, drückte die Aufnahmetaste und ersetzte Sullivans Worte durch atemloses Schweigen. Das Ergebnis war natürlich ein abruptes Ende, doch mehr konnte er nicht tun. Er wusste auch nicht, ob das Band einer professionellen Untersuchung durch ein Kriminal-Labor standhalten würde. Im Moment verschaffte es ihm ein wenig Zeit. Mehr konnte er nicht verlangen. Cowart blickte kurz vor seinem Bildschirm auf und sah die beiden Detektives durch das Großraumbüro in seine Richtung kommen. Sie bahnten sich ihren Weg zwischen den Schreibtischen hindurch, ohne einen Blick auf die vielen Reporter zu verschwenden, deren Köpfe herumfuhren, sodass alle Augen auf seine Kabine gerichtet waren, als die beiden Gesetzeshüter an seinem Tisch eintrafen. »Also, Mr. Cowart«, sagte Andrea Schäffer kurz und bündig. »Jetzt sind wir dran.« Die Worte auf dem Monitor schienen vor ihm zu flimmern. »Bin gleich fertig«, erwiderte er, ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden. »Sie sind jetzt fertig«, warf Michael Weiss ein. Cowart ignorierte die Detektives. Binnen Sekunden war der Lokalredakteur zur Stelle und pflanzte sich zwischen dem Polizisten und Cowart auf. »Wir wollen hier und jetzt eine Einvernahme in vollem Umfang. Das versuchen wir nun schon seit Tagen und wir sind es leid, dem Mann hinterherzulaufen«, erklärte Schäffer. Der Lokalredakteur nickte. »Sobald er fertig ist.« »Das haben wir schon mal gehört, nachdem er die Leichen gefunden hatte. Dann musste er mit Sullivan reden. Dann sollten wir ihn nach der Unterredung mit Sullivan erstmal in Ruhe lassen. Jetzt muss er erstmal alles niederschreiben. Verdammt, was sollen wir mit einer Zeugenaussage? Abonnieren wir doch einfach Ihr Blatt!« »Er steht Ihnen jeden Moment zur Verfügung«, beschwichtigte der Lokalredakteur, während er versuchte, die beiden Ermittler von seinem Schreibtisch wegzumanövrieren. »Jetzt«, wiederholte sie unbeeindruckt. »Sobald er fertig ist«, wiederholte der Redakteur. »Wollen Sie, dass ich Sie wegen Behinderung unserer Ermittlungsarbeit verhafte?«, fragte Wise. »Ich hab's wirklich dicke darauf zu warten, dass Ihr Jungs hier erstmal eure Arbeit erledigt, bevor wir mit unserer loslegen können.« »Das Risiko gehe ich ein«, entgegnete der Redakteur. »Wir machen einen netten Schnappschuss, wie Sie mir beide Handschellen anlegen und bringen es morgen auf der Titelseite. Der Sheriff von Monroe County wird begeistert sein.« Wütend streckte er die Hände vor sich aus. »Hören Sie«, Schäfer versuchte, zu einem sachlichen Ton zurückzufinden. »Er verfügt über Informationen, die für die Ermittlungen in einem Mordfall wichtig sind. Finden Sie's wirklich unangemessen, wenn wir ein wenig Kooperationsbereitschaft von ihm erwarten?« »Nein, finde ich nicht«, antwortete der Redakteur und funkelte sie dabei an. »Aber er hat auch einen Abgabetermin für die Morgenausgabe, und da tickt die Uhr. Es gibt Prioritäten.« »Wie wahr«, konterte Wise mit zusammengebissenen Zähnen. »Prioritäten! Wir haben nur ein Problem mit dem, was für Sie Priorität hat, zum Beispiel eine Zeitung zu verkaufen, statt einen Mordfall aufzuklären.« »Matt, wie lange brauchst du noch?«, fragte der Redakteur über die Schulter. »Ein paar Minuten«, erwiderte Cowart. »Wo sind die Kassetten?«, fragte Schäfer. »Werden gerade transkribiert. Sie sind fast fertig.« Dem Mann schien eine Idee zu kommen. »Warten Sie. Wie wär's, wenn Sie sich durchlesen würden, was Sullivan unserem Reporter erzählt hat, während er seinen Artikel fertig schreibt?« Die Detektives nickten. Während der Redakteur sie von Cowarts Schreibtisch weggeleitete, warf er ihm einen einzigen Blick zu mit der unmissverständlichen Botschaft. »Mach schon!« Dann verschwand er mit den hartnäckigen Polizisten in einem Besprechungsraum, in dem drei Stenotypisten mit Kopfhörern emsig an den Bändern arbeiteten. Cowart atmete tief durch. Er hatte gerade seine Beschreibung der Hinrichtung abgeschlossen, sich anschließend durch den größeren Teil von Sullivans Geständnis durchgeackert und dabei jedes Verbrechen aufgezählt, dessen Sullivan sich schuldig bekannt hatte. Fehlten nur noch die Toten, die Wise und Schäfer interessierten. Cowart wusste nicht weiter. Das war ein zentraler Gegenstand seiner Reportage. Der Doppelmord würde bereits in der Einleitung eine wichtige Rolle spielen. Zugleich aber barg dieser Aspekt für ihn die größte Gefahr. Er konnte weder der Polizei gestehen, noch in der Zeitung schreiben, dass Ferguson in das Verbrechen verstrickt war, ohne die Frage aufzuwerfen, wieso. Und die einzige Antwort darauf, wie es überhaupt zu diesem Doppelmord hatte kommen können, führte zum Mord an Joni Schreiber zurück und, wenn er Sullivan glaubte, dem Deal zwischen den beiden Männern im Todestrakt. Matthew Cowart sah es wie gelähmt an seinem Computer. Wenn er sich, seinen Ruf und seine Karriere schützen wollte, musste er Fergusons Rolle vertuschen. »Einen Mörder decken«, dachte er. Sullivans Stimme hallte ihm durch den Schädel. »Habe ich sie getötet?« Einen kurzen Moment lang überlegte er, wie es wäre, wenn er einfach die Wahrheit zeigte. Doch im selben Moment drängte sich ihm die Frage auf, was die Wahrheit war. Alles stand und fiel mit den Worten des Hingerichteten. Ein Mann, der gerne log. Bis zu seinem Tod. Als er aufsah, bemerkte er, dass der Lokalredakteur ihn beobachtete. Der Mann breitete die Arme aus und wedelte mit beiden Händen. »Komm zum Schluss«, wollte er ihm mit der Geste sagen. Cowart wandte sich wieder dem Artikel zu, an dem er schrieb, und der, wie er wusste, unverändert in die Zeitung kommen würde. Als er unschlüssig auf den Bildschirm starrte, hörte er hinter sich eine Stimme. »Das kaufe ich ihm nicht ab!« Es war Edna McGee. Das blonde Haar flatterte ihr ums Gesicht, als sie energisch den Kopf schüttelte. Sie starrte auf ein paar Seiten getippten Text. Sullivans Geständnis. »Was?« Cowart wirbelte zu seiner guten alten Freundin herum. Sie runzelte die Stirn und verzog das Gesicht, während sie die Worte des Delinquenten verschlang. »Hör mal, Matt. Ich glaube, wir haben hier ein Problem.« »Was denn?« fragte er noch einmal. »Naja, ich werfe nur gerade einen Blick drauf und sicher, was er zu einigen dieser Verbrechen sagt, klingt ehrlich, kann gar nicht anders sein, ich meine, mit den Einzelheiten und so. Aber hier, in diesem Absatz, da behauptet der Kerl, er hätte für ein paar Jahren diesen Jungen umgebracht. Den Verkäufer in dem Minimarkt beim Souvenirstand für Indianerzeug am The Miami Trail. Behauptet, er wäre wegen einer Cola oder so reingegangen, hätte dem Jungen in den Rücken geschossen und die Kasse ausgeräumt, bevor er nach Miami weitergezogen ist. »Naja, und ich kann mich an dieses Verbrechen erinnern, verflucht noch mal, ich habe darüber berichtet, weißt du noch? Ich habe eine Reportage über all die Geschäfte geschrieben, die rings ums Mikosuki-Reservat wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch ein bisschen über die Verbrechen recherchiert, denen die Leute da draußen in den Everglades ausgeliefert sind. Erinnerst du dich?« Er hielt sich am Schreibtisch fest. »Matt?« »Ist alles in Ordnung?« »Ich erinnere mich an deine Reportage,« antwortete Cowart langsam. Edna sah ihn eindringlich an. »Also bei den meisten ging es um Raubüberfälle, zum Beispiel auf dem Weg zu den Bingo-Spielen, und um die Bürgerwehr, die die Indianer wegen all der Bargeschäfte zusätzlich organisiert hatten.« »Kann mich dunkler erinnern.« »Na, und ich habe mich auch mit dieser Schießerei beschäftigt. Ich meine, es ist mehr oder weniger so passiert, wie Sullivan es beschreibt. Und es klingt auch so, als hätte er diesen Laden schon mal von innen gesehen. Und es stimmt auch, dass der Junge von hinten erschossen wurde. Das stand überall in den Zeitungen.« Sie wedelte mit dem Stoß beschriebener Seiten in der Luft. »Ich meine, oberflächlich betrachtet hat er das alles richtig wiedergegeben. Nur, dass er es nicht gewesen ist. Auf gar keinen Fall. Sie haben dafür drei Teenager aus Southgate verhaftet. Die Forensik konnte nachweisen, dass das Projektil im Rücken des Jungen aus einer ihrer Waffen stammt, gibt ein Geständnis von einem der drei und eine Aussage gegen den Schützen vom Fahrer des Fluchtfahrzeugs. Zwei der Burschen sitzen wegen vorsätzlichen Mordes einer Haftstrafe von 25 Jahren ab. Der dritte konnte einen Deal aushandeln. »Aber es steht absolut fest, wer den Mord begangen hat.« »Sullivan.« »Was weiß ich? Keine Ahnung.« »Er war zu fraglichen Zeit in Südflorida. Daran besteht kein Zweifel. Ich meine, ich müsste mir die Daten oder so noch mal genauer ansehen. Wahrscheinlich ist er, als es passiert ist, fast dran vorbeigefahren.« »Der Fall machte Schlagzeilen.« »Der ermordete Junge war der Neffe eines der Stammesältesten. Das kam ausführlich in den Lokalblättern, auch im Fernsehen. Weißt du das nicht mehr?« Er entsann sich vage und fragte sich, wieso er nicht darauf gekommen war, als Sullivan ihm die Geschichte erzählt hatte. Er nickte. Edna schüttelte den Stoß Papiere in ihrer Hand. »Was soll's, Matt? Wahrscheinlich hat er die Wahrheit gesagt, zumindest bei den meisten von diesen Verbrechen. Aber bei allen? Wer weiß? Eins stimmt jedenfalls nicht. So viel steht fest. Wie viele noch?« Coward wurde flau. Die Worte »wahrscheinlich«, hat er die Wahrheit gesagt, trafen ihn wie ein Schlag in den Magen. Was muss ich daraus schließen, falls er einmal gelogen hat? Gibt es einen zweiten Fall? Ein Dutzend anderer Fälle? Wen hat der Kerl nun ermordet und wen nicht? Wo hat er die Wahrheit gesagt und wo nicht? Vielleicht war er alles gelogen, und Ferguson hat doch die Wahrheit gesagt. Sein Bild von Ferguson verwandelte sich von einer Sekunde auf die andere wieder vom krankhaften, mörderischen Monster in den zu Unrecht verurteilten, wütenden Mann zurück. Sullivans Lügen, Halbwahrheiten und Fehlinformationen bildeten ein heilloses Wirrbar. »Unschuldig«, dachte Coward. Er starrte auf den Bildschirm, während er sich an Sullivans Worte erinnerte. »Schuldig?« »Er war's. Er war's nicht.« Edna wedelte erneut mit der Abschrift. »Da sind noch ein paar, die möglicherweise auch nicht stimmen, aber das ist nur eine Vermutung. Fragt sich nur, wieso. Wozu gesteht er Morde, die er nicht begangen hat?« Sie schwieg einen Moment und beantwortete dann die Frage selbst. »Weil er bis zuletzt ein kranker Irrer war. Und einen Serienmörder scheint es mächtig anzutörnen, der brutalste oder schlimmste von allen zu sein. Kannst du dich noch an diesen Henley in Texas erinnern? Hat zusammen mit diesem anderen Knaben 28 Menschen um die Ecke gebracht. Und dann sitzt er endlich im Knast und muss erfahren, dass John Gacy aus Chicago 33 auf dem Kerbholz hat. Prompt ruft Henley bei der Kripo in Houston an und sagt, ich halte doch den Rekord. Ich meine, wie krank kann man sein?« »Ja, kann man wohl sagen«, erwiderte Coward, während ihm die Zweifel an den Eingeweihten nagten. Edna beugte sich über seine Schulter, um einen Blick auf seinen Artikel zu werfen. »Mindestens 39 Verbrechen. Na ja«, sagt er, »besser, du relativierst das.« »Mach ich.« »Gut. Hat er dir zu dem Doppelmord in den Kies irgendwas gesagt?« »Nein«, antwortete Coward prompt, »nur, dass er ihn angestiftet hätte.« »Also irgendetwas muss er dir doch dazu verraten haben.« »Er hat was von Flurfunk erzählt«, beeilte sich Coward zu sagen, »der bis in den Todestrakt reicht.« »Meinte, es ließe sich alles deichseln, sei nur eine Frage des Preises, hat nur nicht gesagt, was er bezahlt hat.« »Also, ich überlege gerade. Ich meine, du musst natürlich schreiben, was er gesagt hat, aber rauszufinden, was dahinter steckt, also viel Spaß.« Sie blickte auf und sah zu den beiden Polizisten hinüber, die sich in das transkribierte Geständnis vertieft hatten. »Meinst du, die haben irgendwelche handfesten Beweise?« »Schätze mal, die hoffen einfach, dass du ihnen die Lösung des Falls auf dem Silbertablett servierst.« Der zynische Unterton war nicht zu überhören. Er sah zu ihr auf. »Edna«, fing er an, »du könntest Hilfe brauchen, um diesen Ungereimtheiten auf den Grund zu gehen, stimmt's?« Edna klang hellauf begeistert. Sie schlug mit der flachen Hand auf den Stoß Papiere. »Um rauszukriegen, welcher davon ein klares Ja, ein Vielleicht oder ein Unmöglich ist.« »Ja, bitte.« »Würdest du das übernehmen?« »Mit Vergnügen. Wird nur ein paar Tage dauern, aber ich mach mich gleich dran. Ich sag der Chefetage Bescheid. Bist du sicher, dass es dir nichts ausmacht, die Story mit mir zu teilen?« »Nein, kein bisschen.« Edna deutete auf den Bildschirm. »Sei lieber vorsichtig mit Sully's Geständnis. Könnte sein, dass es noch mehr Probleme damit gibt. Grab dir keine Löcher, aus denen du nicht wieder rauskommst.« Cowart wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. »Weißt du, eins muss man dem alten Sully ja lassen. Hat es keinem leicht machen wollen, und das ist ihm gelungen,« sagte sie und drehte sich um. Er verfolgte den Slalom von Edna McGee durch das Großraumbüro, bis sie den Lokalredakteur erreichte und angeregt mit ihm sprach. Er sah, wie beide auf den Stapel mit transkribierten Aussagen des Mörders starrten. Er sah, wie der Mann den Kopf schüttelte und eilig zu ihm herüberkam. »Stimmt das,« fragte ihn der Redakteur. »Sagt sie jedenfalls. Kann ich nicht beurteilen.« »Dann müssen wir jede klitzekleine Einzelheit in der Geschichte überprüfen.« »Ja, das sehe ich auch so.« »Aber verflucht! Wie willst du dann den Artikel schreiben?« Als die letzten Worte des Mannes vor seinem Tod. Behauptungen ohne Beweise, noch völlig ungewiss, wo die Wahrheit liegt, Fragen über Fragen, so in der Art. »Okay, verlege dich vor allem auf die Schilderung und halte dich mit Schlussfolgerungen zurück. Wir brauchen mehr Zeit.« Edna hat ihre Hilfe angeboten. »Gut, gut. Sie wollte sich sofort an die Strippe hängen. Was meinst du, wann du damit loslegen kannst?« »Ich brauche erst ein bisschen Schlaf.« »Okay, geht klar. Und diese Detectives? Ich gehe gleich zu Ihnen.« Coward wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Schließlich pickte er sich ein Zitat von Sullivan aus den Aufzeichnungen in seinem Notizbuch heraus und setzte es ans Ende seines Artikels. »Irre Story. Was?« Er sendete seine Arbeit an die Lokalredaktion, die sie für die Titelseite bearbeiten und formatieren würde. Er konnte nicht mehr sagen, ob das, was er geschrieben hatte, auf die Wahrheit oder auf Lügen hinauslief. Ihm wurde bewusst, dass er zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Journalist beides nicht mehr auseinanderhalten konnte. So sehr hatte es sich in seinem Kopf vermengt. Von Ratlosigkeit und Doppeldeutigkeiten verunsichert, machte er sich auf den Weg zu den Detectives. Schäffer und Weiß waren gereizt. »Wo ist es?« herrschte die Frau ihn an, kaum dass er zur Tür hereingekommen war. Die drei Stenotypistinnen hefteten gerade an einem großen Tisch, an dem nachmittags Pressekonferenzen abgehalten wurden, die Seiten zusammen. Als sie aus dem Tonfall der Polizistin die kaum verhaltene Wut heraushörten, brachten sie ihre Arbeit hastig zu Ende, ließen einen Stapel Transkriptionskopien auf dem Konferenztisch und eilten aus dem Raum. Coward antwortete nicht. Sein Blick wanderte zum großen Panoramafenster. Sonnenlicht wurde vom Wasser der Bucht reflektiert und durchflutete den Raum. Er beobachtete ein Kreuzfahrtschiff, das mit Volldampf durch den Governors Cut ins offene Meer fuhr. »Wo ist es?«, wiederholte Schäffer ihre Frage. »Wo bleibt seine Erklärung zum Doppelmord an seinem Stiefvater und an seiner Mutter?« Wütend hielt sie ihm eine getippte Transkription unter die Nase. »Da drin findet sich kein einziges Wort dazu!«, schrie sie beinahe. Auch Wise hielt es nicht länger auf seinem Stuhl. Mit spitzem Zeigefinger kam er auf ihn zu. »Ich habe Ihre Hinhaltemanöver satt, Coward! Wir könnten sie als wichtigen Zeugen verhaften und in eine Zelle sperren!« »Klingt verlockend«, erwiderte der Journalist, da er keine Lust mehr hatte, auf die beiden Ermittler mit einem ähnlichen Maß an Empörung zu reagieren. »Ich könnte ein bisschen Schlaf gebrauchen.« »Wissen Sie was? Ich habe die Nase gestrichen voll davon, wie Sie beide meinen Mitarbeiter hier bedrohen«, hörte Coward hinter sich jemanden sagen. Es war der Lokalredakteur. »Wie wär's, wenn Sie selbst mal ein bisschen Arbeit in die Ermittlungen stecken würden? Stattdessen sind Sie wie der Teufel hinter Coward her und erhoffen sich sämtliche Antworten von ihm.« »Weil ich davon überzeugt bin, dass er sämtliche Antworten hat«, erwiderte Schäffer langsam und leise, doch in mühsam beherrschtem Ton. Einen Moment lang waren alle im Raum wie erstarrt. Um die knisternde Spannung ein wenig abzubauen, deutete der Redakteur nach einer Weile mit einer entschlossenen Geste auf die Stühle. »Setzen wir uns alle erst mal«, sagte er streng. »Versuchen wir, die Sache zu klären.« Coward sah, wie Schäffer einmal tief Luft holte und versuchte, sich zu fassen. »Na schön«, sagte sie ruhig. »Nichts weiter als eine umfassende Aussage hier und jetzt. Dann sehen Sie uns los. Was halten Sie davon?« Coward nickte. Der Redakteur wandte ein. »Wenn er damit einverstanden ist, meinetwegen. Aber noch so eine Drohung und dieses Gespräch ist beendet.« Weiss sackte auf einen Stuhl und zückte ein kleines Notizbuch. Schäffer stellte die erste Frage. »Bitte erklären Sie mir, was Sie im Gefängnis in Stark zu mir gesagt haben.« Sie ließ ihn keine Sekunde aus den Augen, registrierte jede Regung bei ihm. Coward erwiderte ihren unverwandten Blick. »So sieht sie Verdächtige an«, dachte er. Sullivan hat behauptet, er habe den Doppelmord veranlasst. »Das sagten Sie bereits. Und wie? Durch wen? Was genau hat er gesagt? Und wieso ist das nicht auf dem Band?« »Er hat verlangt, dass ich das Aufnahmegerät ausschalte. Keine Ahnung, wieso.« »Na schön«, sagte sie gedehnt. »Fahren Sie fort?« Es war nur ein kleiner Teil unseres Gesprächs. »Sicher. Fahren Sie fort.« »Also gut.« »Sie wissen, dass er mich nach Islamorada geschickt hat, mir die Adresse und eine Wegbeschreibung gegeben hat. Ich sollte die Leute interviewen, die ich dort vorfinden würde. Dabei hat er mir verschwiegen, dass sie tot sein würden. Er hat nicht die geringste Andeutung gemacht, nur darauf bestanden, dass ich hinfahre und... »Und Sie haben keine Erklärung von ihm verlangt, bevor Sie darunter gefahren sind?« »Wozu?« »Er hätte mir keine gegeben. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Schließlich sah der Mann seiner Hinrichtung ins Auge. Also bin ich gefahren, ohne Fragen zu stellen. So schwer ist es doch wohl nicht zu verstehen.« »Sicher, sicher.« »Fahren Sie fort.« Kaum kam ich zu seiner Zelle zurück, wollte er, dass ich ihm die Toten genau beschreibe. Er wollte alle Einzelheiten wissen, wie sie da gesessen haben, wie genau sie gestorben sind und wie es am Tatort ausgesehen hat. Vor allem interessierte ihn, ob sie gelitten hatten. Nachdem ich ihm alles erzählt hatte, was ich über die beiden Leichen wusste, schien er zufrieden. Geradezu erfreut. »Ja, fahren Sie fort.« Ich fragte ihn, wieso, und er sagte, »weil ich sie getötet habe.« Und auf meine Frage, wie er das angestellt habe, antwortete er, »alles lässt sich deichseln, es ist nur eine Frage des Preises.« Ich hakte nach, was er dafür bezahlt habe, doch er hielt dicht. »Find's raus«, meinte er nur. Bis er das Zeitliche segnete, würde er die Klappe halten. Ich habe versucht, aus ihm rauszubekommen, wie er das gedreht hat, aber er hat wirklich kein Wort mehr dazu gesagt. Dann fragte er plötzlich, »interessieren Sie sich nicht für mein Vermächtnis?« Und an der Stelle sollte ich das Aufnahmegerät wieder einschalten, und er fing an, all diese anderen Morde zu gestehen. Die Lügen kamen ihm leicht über die Lippen. Er staunte selbst wie leicht. »Glauben Sie, dass es zwischen dem darauf folgenden Geständnis und dem Doppelmord in Monroe County eine Verbindung gibt?« »Genau das war die Frage,« dachte Cowart. Er zuckte mit den Achseln. »Schwer zu sagen.« »Aber Sie glauben, dass er Ihnen die Wahrheit gesagt hat?« »Ja, jedenfalls zum Teil. Ich meine, offensichtlich hat er gewusst, dass in dem Haus dort unten etwas passieren würde, sonst hätte er mich nicht hingeschickt. Folglich wusste er, dass sie ermordet werden sollten. Ich denke, er hat bekommen, was er wollte. Was allerdings die Rechnung dafür betrifft.« Cowart sprach den Satz nicht zu Ende. Schäfer stand abrupt auf und starrte Cowart ins Gesicht. »Gut«, sagte sie. »Danke. Können Sie sich sonst noch an etwas erinnern?« »Falls ja, melde ich mich bei Ihnen.« »Wir hätten gern die Originalbänder.« »Schauen wir mal,« warf der Redakteur ein. »Spricht wahrscheinlich nichts dagegen.« »Sie könnten Beweismaterial sein,« konterte sie in scharfem Ton. »Jedenfalls müssen wir uns vorher Kopien davon machen. Vielleicht heute Nachmittag oder am frühen Abend. Vorerst können Sie eine Kopie der Transkription mitnehmen.« »In Ordnung,« sagte sie. Cowart sah den Lokalredakteur an. Die Ermittlerin wirkte plötzlich überaus verbindlich. »Falls ich Sie erreichen muss, finden Sie mich hier. Sie haben nicht vor, irgendwo hinzufahren?« »Nur nach Hause und ins Bett.« »Verstehe. Wir melden uns wegen der Bänder.« »Bei mir,« stellte der Redakteur klar. Sie nickte. Weiss schlug lautvernehmlich sein Notizbuch zu. Einen Moment lang durchbohrte Schäffer Cowart mit ihrem Blick. »Wissen Sie was? Eine Sache macht mir zu schaffen. Bei der Pressekonferenz nach der Exekution haben Sie gesagt, Blair Sullivan habe mit Ihnen über den Mord an diesem kleinen Mädchen in Petschula gesprochen.« Cowart zog sich der Magen zusammen. »Ja«, sagte er. Aber auch davon stand kein Wort in dieser Transkription. »Ich musste das Gerät ausschalten,« sagte ich bereits. Sie lächelte zufrieden. »Ach, richtig. Hatte ich mir schon gedacht.« Sie legte eine wirkungsvolle Pause ein, dann fügte sie hinzu, »Nur, dass Sullivan wenn dann irgendwo sagen müsste, schalten Sie den Apparat aus oder dergleichen, meinen Sie nicht?« Cowart kämpfte gegen die Panik an, zog jedoch nur lässig die Achseln. »Nein«, antwortete er langsam. »Von dem Verbrechen hat er gesprochen, als es auch um den Doppelmord ging.« Schäffer nickte. Sie kniff die Augen zusammen. »Ach, ja, natürlich.« »Aber das hatten Sie eben nicht erwähnt, oder ist mir da etwas entgangen?« »Seltsam finden Sie nicht.« »Alle anderen Verbrechen sind auf dem Turnband, bis auf diese zwei.« »Der Mord, der sie überhaupt zu ihm geführt hat, und dann sein letzter.« »Es schon ungewöhnlich, oder wie sehen Sie das?« »Kann ich nicht sagen, Detective.« »Er war ein ungewöhnlicher Mann.« »Ich glaube, Sie auch, Mr. Cowart,« sagte sie, machte auf dem Absatz kehrt und verließ gefolgt von ihrem Partner den Konferenzraum. Cowart sah ihr hinterher, wie sie sich mit zügigen Schritten ihren Weg durch die Redaktion bahnte und durch die Eingangstür verschwand. Sie hatte muskulöse Waden. Vermutlich war sie Joggerin, dachte er. Sie ist dieser durchtrainierte Typ mit diesem getriebenen, gequälten Ausdruck. Er hätte sich gerne eingeredet, dass sie ihm seine Darstellung abgekauft hatte. Doch er wusste, wie lächerlich das war. Auch der Lokalredakteur verfolgte den Abgang der beiden Polizisten. Dann holte er tief Luft und stellte das Offensichtliche fest. »Matty,« sagte er ruhig, »das Mädel glaubt ihr kein Wort.« »War es so bei Sullivan?« »Ja, in etwa.« »Das steht alles auf ziemlich wackeligen Füßen, stimmt's?« »Ja.« »Matty, ist da irgendetwas im Busch?« »Es liegt nur an Blair Sullivan,« antwortete Cowart. »Psychospierchen.« »Die hat er mit mir getrieben, mit jedem.« »Das war seine Hauptbeschäftigung, wenn er nicht gerade Leute umbrachte.« »Und was die Polizistin da eben angedeutet hat? Wie stehst du dazu?« Cowart suchte nach einer einigermaßen plausiblen Erklärung. Irgendwie schien es, als machte der Kerl einen Unterschied zwischen seinen Verbrechen. Diejenigen, die ihm wichtig waren, die beiden, die nicht auf der Kassette sind, die hatten offenbar eine besondere Bedeutung. All die anderen dagegen waren für ihn offenbar nur Massenware, Stoff für die Legende, sein Vermächtnis. Ich bin kein Seelenklempner. Ich kann nicht sagen, was in seinem Kopf vor sich ging.« Der Lokalredakteur nickte. »Steht das morgen so in der Zeitung?« »Ja. Mehr oder weniger jedenfalls.« »Wir sollten mit dem, was wir drucken, immer auf Nummer sicher gehen, okay? Falls du irgendwo Zweifel hast, lass es lieber weg. Oder sorge zumindest dafür, dass es belegt ist. Es läuft uns ja nicht weg, wir können es später bringen.« Cowart rang sich zu einem Lächeln durch. »Ich versuch's.« »Tu dein Bestes,« sagte der Lokalredakteur. »Du weißt, dass der Artikel mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. Ich meine, wen wollte Sullivan decken? Du findest das raus, nicht wahr? Während Edna die anderen Morde überprüft, kümmerst du dich um diesen Aspekt.« »Ja.« »Es ist eine Mordsgeschichte. Ein Mann, der unmittelbar vor seiner Exekution noch einen Mord anzettelt. Womit haben wir's hier zu tun? Mit einem korrupten Gefängniswachmann? Einem Anwalt vielleicht? Einem anderen Häftling?« »Schlaf dich aus und mach dich dann an die Arbeit. Einverstanden? Schon eine ungefähre Ahnung, wo du am besten anfängst?« »Denke schon,« antwortete Cowart. »Nicht nur, wo ich anfangen soll, sondern auch, wo es hinführt,« dachte er zähneknirschend. »Zu Robert Earl Ferguson.« Trotz seiner Erschöpfung blieb Cowart bis in die frühen Abendstunden hinein in der Redaktion. Solange er konnte, ignorierte er die Fernsehcrews, die sich vor dem Gebäude postiert hatten und beharrlich auf ihn warteten. Doch als die Direktoren der jeweiligen Sender beim Chefredakteur anriefen, sah er sich gezwungen, hinauszugehen und ein kurzes, unbefriedigendes Statement abzugeben. Was sie natürlich nur noch mehr erzürnte, statt sie zu beschwichtigen. Nachdem er die improvisierte Pressekonferenz beendet hatte, machten die Fernsehjournalisten keine Anstalten zu gehen. Cowart hingegen wartete einfach auf den Schutz der Dunkelheit. Nachdem die Frühausgabe gedruckt war, las er die Worte, die er mit so viel Überwindung geschrieben hatte, als würden sie ihm physisch spät tun, noch einmal durch. Für die Spätausgabe änderte er ein, zwei Sätze, um die Zweifel an Sullivans Geständnis und das letztlich rätselhafte Handeln des hingerichteten Mannes zu unterstreichen. Er tauschte sich ein letztes Mal mit Edna McGee und mit dem Lokalredakteur aus und glitt dann mit dem Lastenfahrstuhl hinunter durch die Eingeweide des Zeitungsgebäudes an den Serverräumen der Anzeigenredaktion und der Cafeteria vorbei bis zur Auslieferung. Bis in die Fußsohlen hinein war die Vibration von den Druckmaschinen zu spüren. Wieder gabelte ihn ein Transporter auf und brachte ihn bis fast zu seiner Wohnung. Er klemmte sich ein Exemplar der nächsten Ausgabe unter den Arm und lief das restliche Stück durch die nächtliche Stadt. Das anonyme Geräusch seiner Schuhe auf dem Pflaster hatte eine beruhigende Wirkung. Aus sicherer Entfernung mustete er seinen Wohnblock und suchte die Umgebung nach Pressevertretern ab. Weit und breit war keiner zu sehen. Dann hielt er nach den Polizisten aus Monroe Ausschau. Der Verdacht, dass sie ihm gefolgt sein könnten, war nicht allzu weit hergeholt. Doch die Straße war offenbar menschenleer, und so ging er im Schatten der Straßenlampen zur Eingangstür und in die Lobby. Zum ersten Mal seit seinem Einzug bedauerte er die mangelnde Sicherheitsvorkehrungen in dem bescheidenen Gebäude. Vor dem Fahrstuhl blieb er einen Moment stehen, dann stürzte er durch die Tür zum Notausgang und rannte keuchend die Fluchttreppe hinauf. Er schloss seine Wohnungstür auf und trat in das Durcheinander, das er hinterlassen hatte. Einen Moment blieb er mitten im Wohnzimmer stehen und wartete, bis sich sein Herzschlag normalisiert hatte, dann trat er ans Fenster und starrte über das dunkle Wasser in der Bucht. Dann stürzte er durch die Tür zum Notausgang und rannte keuchend die Fluchttreppe hinauf. Er schloss seine Wohnungstür auf und trat in das Durcheinander, das er hinterlassen hatte. Einen Moment blieb er mitten im Wohnzimmer stehen und wartete, bis sich sein Herzschlag normalisiert hatte, dann trat er ans Fenster und starrte über das dunkle Wasser in der Bucht. Ein paar Lichter der City spiegelten sich in der wogenden, schwarzen Tinte, dahinter ging alles in der Weite des Ozeans unter. Er fühlte sich ganz und gar allein, doch er irrte, denn ihm war nicht klar, dass eine Reihe von Menschen, auch wenn sie meilenweit von ihm entfernt sein mochten, wie Gespenster unsichtbar bei ihm im Zimmer lauerten und auf seinen nächsten Schachzug warteten. Dabei waren ein paar von ihnen weniger weit weg, zum Beispiel Andrea Schäfer, die ihren Wagen einen ganzen Häuserblock entfernt abgestellt, aber die unruhige Heimkehr des Reporters im Schutz der Dunkelheit aufmerksam durch ein Nachtsichtgerät verfolgt hatte. Sie konzentrierte sich so sehr auf ihre Zielperson, dass sie nicht bemerkt hatte, wie Tanny Brown an ihr vorbeikam. Jetzt stand er im Schatten eines benachbarten Gebäudes. Er starrte zu den Lichtern in Cowards Wohnung hoch, bis sie erloschen. Dann wartete er, bis der nicht gekennzeichnete Streifenwagen der Ermittlerin langsam Richtung City davonfuhr, bevor er sich wie eine streunende Katze zu Cowards Wohnhaus schlich. Geständnis Tanny Brown hielt das Ohr an Cowards Wohnungstür. Er hörte, wie aus der Ferne der Verkehrslärm in die nächtliche Stille drang und sich mit dem Summen einer Flaschen grünen Fliege mischte, die sich selbstmörderisch immer wieder gegen die Flurlampe stürzte. Als in der Nachbarwohnung plötzlich Gelächter aufbrandete und wieder verebte, zuckte er zusammen. Einen Moment lang hätte er gerne gewusst, was so komisch war. Erneut horchte er an Cowards Tür. Drinnen war es mucksmäuschenstill. Brown griff nach dem Türknauf und drehte ihn sacht, bis er auf Widerstand stieß, abgeschlossen. Er sah sich das Bolzenschloss darüber an und stellte fest, dass es verriegelt war. Enttäuscht ballte er die Faust. Er hasste den Gedanken Cowards, um Einlass zu bitten. Viel lieber wäre er wie ein Dieb in der Nacht hineingeschlichen, um Cowards erbarmungslos zu wecken und aus dem schlaftrunkenen Reporter die Wahrheit herauszuholen. Als er hinter sich ein metallisches Surren hörte, wirbelte er herum und versuchte mit ein und derselben Bewegung in den Schatten zu treten. Eine Hand fuhr unwillkürlich zum Schulterholster. Es war der Fahrstuhl auf dem Weg zu einem anderen Stockwerk. Brown beobachtete, wie der schmale Lichtstrahl hinter der geschlossenen Lifttür nach oben verschwand. Er ließ die Hand sinken und fragte sich, wieso er so nervös war. Erschöpfung und Zweifel. Er wandte sich wieder der Wohnungstür zu und ihm wurde bewusst, dass jeder, der unerwartet vorbeikäme, ihn für einen Eindringling mit bösen Absichten halten musste und die Polizei verständigen würde. Er schmunzelte bei dem Gedanken, atmete einmal tief durch, um einen klaren Kopf zu bekommen und konzentrierte sich auf den Entschluss, der ihn hergebracht hatte. Ohne länger zu zögern, klopfte er fest an das dicke Holz. Cowards saß im Schneidersitz inmitten seiner ramponierten Wohnung auf dem Boden und grübelte über den nächsten Schritt nach. Als es viermal an seine Tür donnerte, war sein erster Impuls, sich wie ein Reh im Scheinwerferkegel nicht vom Fleck zu rühren. Der zweite war sich zu verstecken. Doch stattdessen rappelte er sich hoch und ging mit weichen Knien zur Tür. Er holte tief Luft und fragte »Wer ist da?« »Ärger für Sie«, dachte Tenny Brown, doch er sagte nur »Lieutenant Tenny Brown, ich muss mit Ihnen reden.« Es herrschte einen Moment Schweigen. »Machen Sie auf!« Cowards hätte beinahe losgeprustet. Er schloss auf und streckte den Kopf um die Ecke. »Alle wollen heute mit mir reden. Ich dachte schon, es wären wieder ein paar von diesen Fernsehfritzen.« »Nein, ich bin's nur«, erwiderte Brown. »Aber mit denselben Fragen wetten?« meinte Coward. »Also, wie haben Sie mich gefunden? Ich stehe nicht im Telefonbuch und die Redaktion rückt meine Privatadresse nicht raus.« »War nicht weiter schwer«, antwortete der Detektiv, der immer noch vor der Tür stand. »Ich habe damals, als Sie Bobby Earle aus dem Knast geholt haben, von Ihnen Ihre private Telefonnummer bekommen. Es genügte einen Anruf bei der Telefongesellschaft mit dem Hinweis, dass es sich um eine polizeiliche Angelegenheit handelt.« Die beiden Männer sahen sich einander ins Auge und der Reporter schüttelte den Kopf. »Ich hätte wissen müssen, dass Sie bei mir aufkreuzen würden. Heute ist ja auch sonst so ziemlich alles schiefgelaufen.« Brown gestikulierte mit der Hand. »Soll ich hier draußen stehen bleiben oder lassen Sie mich rein?« Der Reporter schien das irgendwie komisch zu finden. Schmunzelnd schüttelte er den Kopf. »In Ordnung. Wieso nicht? Ich wäre sowieso zu Ihnen gekommen.« Er hielt die Tür auf. Das Zimmer hinter ihm lag im Dunkel. »Wie wär's mit Licht?« Cowart betätigte einen Schalter. Der Detektiv sah sich verblüfft in dem Chaos um. »Mein lieber Mann, Cowart.« »Was ist passiert? Ist bei Ihnen eingebrochen worden?« Wieder schmunzelte der Reporter. »Nein. Nun Wutanfall. Und ich hatte noch keine Lust aufzuräumen. Passt zu meiner Stimmung.« Er trat in die Mitte des Zimmers und fand einen umgefallenen Sessel. Er stellte ihn auf die Beine, trat zur Seite und lud den Detektiv mit einer stummen Geste ein, darauf Platz zu nehmen. Dann fegte er ein paar Papiere vom Sofa auf den Boden und ließ sich auf die freie Sitzfläche fallen. »Müde«, sagte Cowart, »lange nicht geschlafen.« Er rieb sich das Gesicht. »Geht mir genauso«, antwortete Brown. »Zu viele Fragen und zu wenig Antworten.« »Ja, das reicht, um einen wachzuhalten.« Die beiden erschöpften Männer starrten einander an. Cowart lächelte und schüttelte, als sie beide eine Weile geschwiegen hatten, erneut den Kopf. »Also, dann stellen Sie mir eine Frage«, ermunterte er den Detektiv. »Was ist hier eigentlich los?« Cowart zuckte mit den Achseln. »Ach, zu vage, die Frage. Kann ich Ihnen nicht beantworten.« Wilcox meint irgendetwas, das Blair Sullivan zu Ihnen gesagt hat, bevor er auf den Stuhl kam, hätte sie ziemlich fertig gemacht. »Wie wär's, wenn Sie mir davon erzählen würden?« Cowart grinste. »Das hat er gesagt?« »Sieht ihm ähnlich.« »Eiskalt, der Bursche. Als Sie Saft gaben, hat er nicht mal mit der Wimper gezuckt.« »Wieso auch? Sie wollen mir sicher nicht weismachen, Sie hätten dem Kerl auch nur eine Träne nachgeweint.« »Nein, sicher nicht. Trotzdem«, Brown fiel ihm ins Wort, »Bruce Wilcox sieht die Dinge einfach ein bisschen anders als sie.« »Hm?« »Mag sein«, räumte der Reporter ein und nickte. »Kann ich nicht beurteilen. Sie wollen also wissen, was mir so zu schaffen gemacht hat, ja? Würde es Sie nicht auch ein bisschen aus der Fassung bringen, wenn Ihnen jemand reihenweise seine Morde schildert?« »Doch, sicher.« »Ist auch schon vorgekommen.« »Richtig.« »Der Tod ist ja auch Ihr Metier, nicht nur Sullivans.« »Kann man natürlich so sehen.« Brown versuchte zu kaschieren, dass der Reporter ihn schon mit seinem ersten Zug in Bedrängnis brachte. Er saß da und betrachtete den angeschlagenen Mann in seiner chaotischen Wohnung und fragte sich, wie lange er es schaffen würde, ruhig sitzen zu bleiben, statt sein Gegenüber zu packen und die Antworten aus ihm herauszuschütteln. Coward lehnte sich zurück. »Da habe ich also den alten Sully vor mir und der Bursche redet wie ein Wasserfall. Erzählt mir, wie er die Leute abgeschlachtet hat. Alte Männer, alte Frauen, junge Leute, welche in mittleren Jahren Mädchenjungen, Tankwarte und Touristen, Verkäufer in ihren Läden, Passanten auf der Straße. Zack, zack. Ein einziger Mann macht Hackfleisch aus all diesen Leuten, kaut ein paar Mal drauf rum und spuckt sie aus. Er hat sie erstochen, erschossen, mit bloßen Händen erwürgt, mit Knüppeln erschlagen und ertränkt. Kaum eine grausame Todesart ausgelassen. Hat Fantasie walten lassen, ne? Nein, das war nicht angenehm. Absolut nicht. Kann man schon mal ins Grübeln kommen? Wie weit ist es mit der Menschheit gekommen? Wie kann man bei so viel Bösartigkeit einfach weitermachen, als wäre nichts? Wenn man sich das mehrere Stunden anhören musste, erklärt das nicht, wieso ich mich danach ein wenig unschlüssig oder ratlos gefühlt habe? Vielleicht. Aber Ihrer Meinung nach nicht. Nein. Sie glauben, mir hat etwas anderes zu schaffen gemacht. Und Sie haben den weiten Weg hierher auf sich genommen, um mich zu fragen, was? Ihre Anteilnahme rührt mich. Meine Anteilnahme gilt weniger Ihnen. Nein, wohl eher nicht. Cowart lachte süß-säuerlich. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten, Lieutenant, während wir die Säbel kreuzen? Brown überlegte, dann zuckte er mit den Schultern, wieso nicht, und lehnte sich im Sessel zurück. Er sah zu, wie Cowart aufstand, in die Küche ging und kurz darauf mit einer Flasche und zwei Gläsern in der Hand, so wie einem Sixpack unter dem Arm zurückkam. Er hielt die Flasche hoch. Billiger Whisky und Bier, falls Ihnen danach ist. Das haben die Journalisten bei der Zeitung getrunken, bei der mein alter Herr gearbeitet hat. Gehst dir ein Bier ein, trink ein paar Schluck und schwupp, kipp einen kurzen. Oder man mischt beides. Äußerst wirkungsvoll, wenn es darum geht, den Stress eines langen Tages loszuwerden. Zu vergessen, dass man einen harten Job mit reichlich Überstunden, schlechter Bezahlung und bescheidenen Zukunftsaussichten hat. Cowart mixte für jeden einen Drink. Perfekt für uns beide. Prost, sagte er. Mit wenigen Schlucken hatte er das Glas halb leer getrunken. Der Whisky brannte Tenny Brown in der Kehle und wärmte ihm den Magen. Er verzog das Gesicht. Ach, schmeckt gräulich. Versaut sowohl das Bier als auch den Whisky, kommentierte er. Richtig, bestätigte Cowart mit einem Grinsen. Das ist ja das Schöne da dran. Man nehme zwei Getränke, die jedes für sich ganz ordentlich schmecken, und kippe sie zu einem ungenießbaren Gesöff zusammen. In großen Zügen trinken. Der Detektiv nahm einen beherzten Schluck. Komm langsam auf den Geschmack. Tja, da unterscheidet es sich vom Leben. Cowart füllte ihre Gläser auf, machte es sich auf dem Sofa bequem, strich mit den Fingern über den Glasrand und lauschte auf das quietschende Geräusch. Wieso soll ich Ihnen was erzählen? Als ich das erste Mal mit meinen Fragen zu Ihnen kam, haben Sie Ihren Bluthund auf mich gehetzt, Wilcox. Sie haben es mir nicht gerade leicht gemacht, was? Haben Sie sich für die Wahrheit interessiert, als wir das Messer fanden? Oder hatten Sie eher Sorge, dass Ihnen Ihre Anklage wie ein Kartenhaus zusammenfällt? Sagen Sie es mir. Wieso sollte ich Ihnen helfen? Aus einem einzigen Grund. Weil ich Ihnen helfen kann. Cowart schüttelte den Kopf. Ich glaube kaum. Und ich halte das auch nicht für einen guten Grund. Brown wechselte die Stellung und nahm den Reporter ins Visier. Wie wär's damit, sagte er nach kurzem Zögern. Wir stecken beide da drin, von Anfang an. Die Angelegenheit ist noch nicht erledigt, oder? Nein, räumte Cowart ein. Mir stellt sich nun das Problem, dass ich da in einer Sache drin stecke, aber nicht weiß, worin genau. Wie wär's, wenn Sie Licht in mein Dunkel bringen würden? Cowart lehnte sich zurück und starrte zur Decke, während er überlegte, was er dem Detektiv sagen sollte und was er lieber für sich behielt. Ja, darauf läuft es immer mehr oder weniger hinaus, nicht wahr? sagte er. Was? Cops und Reporter. Brown nickte. Tun sich als Komplizen ein bisschen schwer, gelinde gesagt. Ich hatte mal einen Freund, wie sie im Morddezernat, hat immer zu mir gesagt, wir interessieren uns für dieselbe Sache, nur zu unterschiedlichen Zwecken. Hat lange gebraucht, bis jeder von uns die Motive des Anderen verstand. Er dachte, ich wäre bloß auf die gute Story versessen, und ich habe ihm unterstellt, er wolle nur Fälle lösen, um die Karriereleiter hochzusteigen. Was er mir erzählte, hat mir dabei geholfen, meine Reportagen zu schreiben, und die Publicity, die seine Fälle dadurch bekamen, waren für ihn und seine Dienststelle von Hilfe. Wir beide brauchten dieselben Informationen, bedienten uns zum Teil derselben Methoden, waren uns ähnlicher, als wir es uns jemals eingestehen wollten, und haben uns wie der Teufel misstraut. Dasselbe Territorium, nur jeweils von der anderen Straßenseite aus, und wir haben sie nie überquert. Hat ziemlich lange gedauert, bis wir begriffen hatten, dass uns mehr verbannt, als uns trennte. Brown füllte sein Glas auf und merkte schon jetzt, wie der Alkohol seine gereizten Nerven beruhigte. Er ließ den nächsten Schluck die Kehle hinunterfließen und starrte Cowart an. Es liegt einem Ermittler im Blut, allem zu misstrauen, was er nicht unter Kontrolle hat. Vor allem Informationen. Cowart grinste. Genau das macht die Sache ja so interessant, Lieutenant. Ich weiß etwas, das Sie erfahren möchten. Für mich ist es eine höchst ungewöhnliche Situation. Normalerweise versuche ich aus Leuten wie Ihnen etwas herauszubekommen. Brown lächelte ebenfalls, doch nicht, weil er etwas amüsant fand. Bei diesem Lächeln fasste Cowart sein Glas ein wenig fester und wechselte die Sitzposition. Zwischen uns gibt es und gab es von Anfang an nur eine einzige Angelegenheit, über die wir zu sprechen haben. Ich habe nicht genug getrunken, um diese eine Angelegenheit zu vergessen. Meinen Sie nicht auch, Mr. Cowart? Ich glaube, Sie haben hier in Ihrer ganzen Wohnung nicht genug zu trinken, damit ich das vergessen kann. Nicht mal auf der ganzen Welt. Der Reporter schwieg. Dann beugte er sich vor. Wissen Sie was, Detective? Sie wollen was wissen. Ich will was wissen. Was halten Sie von einem Tauschgeschäft? Mein Wissen gegen Ihres. Der Detective stellte langsam das Glas ab. Was genau? Fergusons Geständnis. Damit fängt es an, nicht wahr? Ja. Sagen Sie mir die Wahrheit über Fergusons Geständnis und ich sage Ihnen die Wahrheit über Ferguson. Brown saß plötzlich stocksteif dar, als sei er von der Erinnerung erstarrt. Mr. Cowart fing er langsam an. Wissen Sie, wie es ist, wenn Sie an einem kleinen Ort aufwachsen und leben? Man kennt seine Umgebung so gut, dass man recht und unrecht förmlich riecht. Es ist, als läge etwas in der Luft, als spürte man es durch die Haut. Man spürt es wie die Mittagshitze, die sich aufstarrt. Ich will keineswegs sagen, dass die Kleinstadt eine Idylle ist, in der keine schrecklichen Dinge passieren. Petula ist nicht Miami, aber das heißt noch lange nicht, dass wir keine Ehemänner hätten, die ihre Frauen schlagen, oder jugendliche Drogendealer, Nutten, Kredithaie, Erpresser, Mörder. Das alles haben wir auch, nur nicht so, dass es ins Auge springt. Und Bobby mit dem stimmte vom ersten Tag an etwas nicht. Ich wusste, dass er nur auf eine Gelegenheit wartete, jemanden umzubringen. Vielleicht habe ich es daran erkannt, wie er ging, oder wie er redete, oder an diesem kurzen Lachen, wenn ich ihn mit seinem Wagen heranwinkte. Er stammte aus schlechtem Hause, nicht viel anders als ein Hund, der als Kampfhund gezüchtet und erzogen wird. Das Leben in der Stadt hat alles nur noch schlimmer gemacht. Er war voller Hass, auf mich, auf sie, einfach auf alles. War nur eine Frage der Zeit, bis dieser Hass von ihm vollkommen Besitz ergreifen würde. Dabei wusste er die ganze Zeit, dass ich ihn im Visier hatte, dass ich auf der Lauer lag, so wie er wusste, dass ich wusste, dass er auf der Lauer lag. Als Cowart die zusammengekniffenen Augen des Detektives sah, stellte er fest, dass Ferguson nicht der einzige Mensch voller Hass war. Geht es etwas genauer? Ich wünschte ja. Ein Mädchen beklagt sich, er sei ihr nach Hause gefolgt. Ein anderes meldet, er habe versucht, sie in sein Auto zu locken, hat er angeboten, sie ein Stück mitzunehmen, behauptete er, wollte nur freundlich sein. Doch dann erwischt ihn eine Bürgerwehrstreife dabei, wie er um Mitternacht ohne Licht durch die Straßen in ihrem Viertel fährt. In den angrenzenden Counties gibt es eine ganze Reihe Vergewaltigungen und Überfälle, doch die Forensik findet keine Übereinstimmungen. Eine Woche vor der Entführung und dem Mord scheucht ihn eine Streife vor der Mittelschule auf und er hat keine Erklärung parat, was er da zu suchen hatte. Ich habe seinen Namen sogar durch die landesweite Verbrecherdatei gejagt, habe die Staatspolizei in Jersey angerufen, um zu sehen, ob in Newark irgendetwas gegen ihn vorlag. Ohne Erfolg. Nur, dass eines Tages Joni Schriver tot aufgefunden wird. Brown seufzte. Ein wenig wurde sein Zorn vom Alkohol gedämpft. Richtig. Eines Tages wird Joni Schrivers Leiche gefunden. Coward starrte den Lieutenant an. Bisher haben sie mir noch nichts Neues verraten. Brown nickte. Sie war die beste Freundin meiner Tochter. Sie war auch für mich eine Freundin. Der Reporter nickte. Und? Brown sprach ruhig weiter. Ihr Vater, dessen Vater gehörten ein paar Haushaltswarengeschäfte. Als ich an der Highschool war, hat er mir einen Job gegeben. Ich hab bei ihm in den Läden geputzt. Zu einer Zeit, als für die meisten die Hautfarbe ganz oben auf der Liste stand, hat er keinen Unterschied gemacht. Wissen Sie noch, wie das in den Sechziger Jahren in Florida war? Wir hatten die Protestmärsche und Sit-Ins und brennende Kreuze. Und in dieser aufgeheizten Stimmung hat er mir einen Job gegeben. Hat mir geholfen, als ich an die Highschool ging. Und als ich aus Vietnam zurückkam, hat er mir vorgeschlagen, zur Polizei zu gehen, hat Strippen gezogen, mit Leuten geredet, die ihm einen Gefallen schuldeten. Meinen Sie, diese kleinen Dinge zählen nicht viel? Und sein Sohn war mein Freund. Er hat mit mir zusammen im Laden gearbeitet. Wir haben uns über unsere Probleme ausgetauscht, miteinander witzige Rissen, von der Zukunft geträumt. So was hatte damals seltenheitswert, auch wenn Sie davon vielleicht nicht viel mitbekommen haben. Wir waren einander ebenbürtig. Es hatte einen hohen Stellenwert. Und dann haben unsere Kinder zusammengespielt. Und wenn sie auch nur die leiseste Ahnung davon hätten, was mit das bedeutet hat, dann würden sie verstehen, wieso ich nachts nicht gut schlafe. Diese Familie hat bei mir eine Menge gut. Und daran hat sich nichts geändert. Fahren Sie fort. Wissen Sie, wie sehr man sich dafür hassen kann, dass man etwas geschehen lassen hat, dass man so wenig hätte verhindern können, wie den nächsten Sonnenaufgang oder die nächste Flut? Cowart sah ihn durchdringend an. Kann schon sein. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das ist zu wissen, mit absoluter Sicherheit zu wissen, dass etwas Schlimmes passieren wird und dagegen absolut machtlos zu sein? Wie es sich anfühlt, wenn es dann tatsächlich passiert und einem ein Mensch, den man liebt, entressen wird? Einem wirklichen Freund, Herz bricht? Und ich konnte nichts tun. Ich konnte nicht das Geringste tun. Brown hatte mit solcher Leidenschaft gesprochen, dass er unwillkürlich aufgesprungen war. Er ballte die Faust, als hätte er damit die ganze Wut gepackt, die er empfand. Verstehen Sie jetzt, Mr. Coward? Sehen Sie ein bisschen klarer? Ich glaube schon. Da sitzt dieser Bastard also vor mir auf dem Stuhl und feichst mir ins Gesicht, treibt seinen Spott mit mir. Er wusste das alles. Verstehen Sie? Er dachte, keiner könnte ihm etwas anhaben. Bruce warf ihm Blick zu und ich nickte. Ich verließ das Zimmer und er hat's dem Bastard gegeben. Sie meinen, wir hätten Robert Earl Ferguson dieses Geständnis herausgeprügelt? Da liegen Sie hundert Prozent richtig? Genau das haben wir gemacht. Brown schlug mit Wucht die geballte Faust in die andere Hand, sodass es wie ein Schuss klang. Patsch! Und wir haben das Telefonbuch benutzt, genau wie der Bastard gesagt hat. Der Detektiv durchbohrte Cowart mit seinem Blick. Wir haben ihn gewirkt, ihn geschlagen, was weiß ich. Doch der Kerl hielt durch, hat uns nur ins Gesicht gespuckt und immer noch gelacht. Der SC wussten sie das? Und er ist viel stärker als er aussieht. Brown holte tief Luft. Ich wünschte wir hätten ihn umgebracht auf der Stelle. Der Polizist stieß Cowart die geballte Faust entgegen. Wenn physische Gewalt nichts bewirkt, fragt man sich, was noch bleibt. Ein bisschen psychologische Kriegsführung kann Wunder wirken. Sehen Sie, er hatte keine Angst vor uns, egal wie fest wir zugeschlagen haben. Aber wissen Sie, wovor er Angst hatte? Brown zog sein Hosenbein hoch. Da steckt die verdammte Pistole, genau wie er gesagt hat, im Knöchelholster. Und die hat ihn am Ende dazu gebracht, ein Geständnis abzulegen? Oh nein, sagte Brown in sarkastischem Ton. Angst hat ihn dazu gebracht. Der Detektiv fasste nach unten und löste mit einer einzigen flinken Bewegung die Waffe aus dem Futteral. Sie sprang ihm in die Hand und im Bruchteil einer Sekunde hatte Coward die Mündung an der Stirn. Er ist Mr. Coward Angst und Ungewissheit zu welchen Wahnsinnstaten die Wut einen Mann treiben kann. Die kleine Waffe wirkte in den Händen des Detektives, der sich in voller Größe über ihn beugte, verschwindend klein. Ein paar Sekunden lang drückte er Coward den spitzen Lauf wie einen Eiszapfen gegen den Schädel. Ich will es wissen, sagte der Detektiv. Ich will nicht warten. Er zog die Waffe zurück und richtete sie in kurzer Entfernung auf Cowards Gesicht. Der Reporter rührte sich nicht. Nur mit Mühe konnte er den Blick von der schwarzen Mündung losreißen und auf den Polizisten richten. Wollen Sie mich erschießen? Soll ich, Mr. Coward? Meinen Sie nicht, ich hasse Sie genug dafür, dass Sie mit all Ihren Fragen nach Petschula gekommen sind. Denn nicht ich wäre jemand anderes gekommen. Cowards Stimme klang vor Anspannung heiser. Ich hätte auch jeden anderen genug gehasst, um ihn zu töten. Den Reporter erfasste wilde Panik. Er stachte auf den Finger des Detektives, der sich immer fester um den Abzug krommte. Er glaubte zu sehen, wie er sich langsam bewegte, Oh mein Gott, dachte Coward. Er macht Ernst. Einen Moment lang fürchtete er, bewusstlos zu werden. Aus mit der Sprache, sagte Brown in eisigem Ton. Sagen Sie mir, was ich wissen will. Coward merkte, wie ihm alles Blut aus dem Gesicht wich. Ihm zuckten die Hände auf dem Schoß. Er hatte keine Kontrolle mehr über sich. Ich sag's Ihnen, aber nehmen Sie die Waffe weg. Der Detektiv starrte ihn an. Sie hatten Recht. Sie hatten von Anfang an Recht. Das wollten Sie doch hören, oder? Brown nickte. Sehen Sie, sagte er leise und in sachlichem Ton, ist gar nicht so schwer, jemanden zum Reden zu bringen. Coward sah den Polizisten an. Wenn Sie jemanden töten wollen, dann nicht mich. Eine Weile rührte Tanny Brown sich nicht. Dann ließ er die Waffe sinken. Das stimmt. Oder vielleicht doch, aber es ist der falsche Zeitpunkt. Er setzte sich wieder hin, legte den Revolver auf die Stuhllehne und griff zum Glas. Er spülte die Wut mit dem Alkohol herunter und holte langsam Tiefluft. Knapp, Coward. Knapp. Der Reporter lehnte sich zurück. Wie es aussieht, wird es insgesamt eng für mich. Die beiden Männer verstummten für einen Moment, dann ergriff der Detektiv wieder das Wort. Ist es nicht genau das, worüber ihr Burschen von der Presse euch ständig beschwert? Dass man euch dafür hasst, die schlechte Botschaft zu überbringen? Dass alle am liebsten den Boten für die Botschaft lünchen möchten? Sicher, sicher, nur dass wir es nicht gar so wörtlich meinen. Coward atmete langsam aus und brach in ein lautes Lachen der Erleichterung aus. Er überlegte einen Moment. So etwa ist es also gewesen, nicht wahr? Bohr einem das Ding da ins Gesicht und die letzten Hemmungen sich eines Verbrechens zu bezichtigen sind verflogen. Steht so allerdings nicht in den gängigen Polizeilehrbüchern, erwiderte Brown. Aber sie haben Recht und sie hatten von Anfang an Recht. Ferguson hat ihnen die Wahrheit gesagt. So haben wir das Geständnis von ihm bekommen. Allerdings gibt es da noch ein winziges Problem. Ich kenne das Problem. Die beiden Männer starrten sich an. Coward entsprach den Satz, der in der Luft hing, zu Ende. Das Geständnis entsprach der Wahrheit. Der Reporter legte eine Pause ein und fügte dann hinzu »Zumindest sagen Sie das. Zumindest glauben Sie das.« Brown sackte auf seinem Sessel zurück. »Stimmt.« Er holte tief Luft und schüttelte den Kopf. »Ich hätte es nie so weit kommen lassen dürfen. Als alter Hase. Mit meiner Erfahrung. Ich wusste, was passieren konnte, wenn man erst einmal zu solchen Mitteln gegriffen hatte, aber das ist nicht das Einzige, was ich zugelassen habe. Ist so ähnlich wie eine glitschige Stelle auf der Straße. Man hat sein Fahrzeug unter Kontrolle und gibt Gas und von einem Moment auf den anderen kommt man ins schleudern und dreht sich um die eigene Achse, während man hilflos weiter rutscht. Brown griff erneut nach seinem Drink. Aber sehen Sie, ich dachte wirklich, wir kommen damit durch. Bobby Earle war vor Gericht sein eigener schlimmster Zeuge. Sein alter Anwalt hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wir haben seinen Mandanten mit Pauken und Trompeten in den Todestrakt befördert, wo er hingehörte, mit einem Minimum an Lügen und Falschaussagen. Also habe ich gedacht, das Ganze könnte funktionieren. Dann hätte ich jetzt vielleicht keine Albträume von der kleinen Johnny Shriver mehr. Mit Albträumen kenne ich mich aus. Und dann kommen auf einmal Sie daher und stellen all die richtigen Fragen, pulen in all den kleinen Fehlschlägen, den Ungereimtheiten, den Lügen herum, durchschauen mit einem Blick diese Verurteilung, als hätte es sie nie gegeben. Verdammt! Je mehr sie recht hatten, desto mehr habe ich sie gehasst. War ja wohl nicht anders zu erwarten, oder? Er trank die letzten Tropfen aus und schenkte sich nach. Wieso haben sie bei unserer ersten Unterredung zugegeben, dass Ferguson geohrfeigt worden war? Ich meine, das hat meine ersten Zweifel gesät. Der Detektiv zuckte mit den Schultern. Nein, wie Bruce ausgerastet ist, das hat ihre Zweifel gesät. Als sie seine Frustration und seine Wut sahen, wusste ich, dass sie davon ausging, er hätte Ferguson geschlagen, so, wie Ferguson es behauptet hatte. Ich dachte, ich könnte die eigentliche Wahrheit unter dem Deckel halten, indem ich eine kleine Wahrheit sage. Ich habe gepokert und verloren. Aber beinahe hätte es geklappt. Coward nickte. Spitze des Eisbergs, sagte er. Genau, bestätigte Brown. Man sieht nichts weiter als das schöne weiße Eis da oben. Die gefährlichen Abgründe sieht man nicht. Coward stieß ein kurzes, freudloses Lachen aus. Es war ein Ventil für die Anspannung und die Nervosität. Nur noch eine Kleinigkeit. Auch der Polizist lächelte. Hastig fiel er Coward ins Wort. Sehen Sie, ich weiß, was Blair Sullivan an ihnen erzählt hat. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir umso leichter denken. Das ist Ihre Kleinigkeit, nicht wahr? Der Reporter nickte. Was sagten Sie eben noch gleich? Wussten Sie von Anfang an über Bobby Earl? Dass er ein Mörder ist. Nun ja, ich glaube, da könnten Sie richtig liegen. Natürlich könnten Sie sich auch irren, ich weiß es nicht. Mögen Sie Musik, Detective? Sicher. Was für Musik? Vor allem Pop. Biss in Soul aus den Sixties und Rock. Nostalgische Erinnerungen an meine Jugend. Meine Kinder lachen mich dafür immer aus. Sie finden, ich sei aus der Steinzeit. Hören Sie schon mal Miles Davis? Ja, sicher. Das hier ist eines meiner Lieblingsalben. Coward trat an die Stereoanlage. Er legte die Kassette ein und drehte sich zu dem Detective um. Was dagegen, wenn wir uns nur das Ende anhören? Er drückte eine Taste und schwermütige Jazzklänge erfüllten den Raum. Brown starrte den Reporter an. Coward, was soll das? Ich bin nicht hergekommen, um Musik zu hören. Coward warf sich wieder aufs Sofa. Sketch of Spain. Es berühmt. Fragen Sie einen beliebigen Kenner und er wird Ihnen sagen, dass dies ein bahnbrechendes Album amerikanischer Musikgeschichte ist. Man hat das Gefühl, als glitten die Rhythmen durch einen hindurch, sanft und schroff zugleich. Wenn Sie jetzt denken, das Stück klingt harmonisch aus, dann haben Sie Und jetzt erzähle ich Ihnen die Wahrheit über Jonny Schreiber, die makellose kleine Jonny Schreiber. Die Stimme des inzwischen hingerichteten Mannes mit dem spöttischen Unterton halte klar und deutlich aus der Lautsprecheranlage. Nummer vierzig, sagte Coward auf dem Band, und das Lachen des Toten drang schrill ins nächtliche Zimmer. Der Reporter und der Detektiv saßen reglos da. Als das Band mit einem schleifenden Geräusch zum Ende kam, starrten die beiden Männer sich an. Verdammt, sagte Brown. Ich hab's gewusst. Der Hurensohn. Ja, erwiderte Coward lakonisch. Brown stand auf und schlug sich mit der Faust in die offene Hand. Es war, als hätten ihn die Worte des Mörders unter Strom gesetzt. Mit zusammengebissenen Zähnen sagte er, »Ich hab dich, Bastard, ich hab dich!« Coward beobachtete den Polizisten und blieb ungerütt sitzen. »Niemand hat irgendwen,« sagte er ruhig und resigniert. »Wie soll ich das verstehen?« Brown deutet auf das Abspielgerät. »Wer weiß sonst noch davon?« »Nur Sie und ich? Sie haben es den Kollegen, die an dem Doppelmord arbeiten, nicht gesagt? »Noch nicht. Ihnen ist klar, aber ist wichtiges Beweismaterial bei einer Mordsache vorzuenthalten.« »Was für Beweismaterial? Ein durchgeknallter Killer, der lügt, wenn er nur den Mund aufmacht, erzählt mir eine Geschichte. Hängt alles Mögliche jemand anderem an. Was heißt das schon? Reporter hören sich so einiges an. Wir nehmen es zur Kenntnis, sichten das Material und müssen es oft genug verwerfen. Sagen Sie es mir. Beweise wofür? Sein gottverdammtes Geständnis! Seine Beschreibungen, wie seine Mutter und sein Stiefvater umgekommen sind, wie er das alles gedeichselt hat, Erklärung auf dem Sterbebett, das ist tatsächlich gerichtsverwertbar, so wie er es sagt. Er hat gelogen. Er hat gelogen, dass sich die Balken begen. Ich glaube, am Ende konnte er selbst nicht mehr zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden. Ach, dummes Zeug! Für mich Sie wollen, dass sie stimmt. Dann sehen Sie es doch mal von einer anderen Warte. Wenn ich Ihnen nun sagen würde, dass er im übrigen Interview gelogen hat, Dinge erfunden hat, Morde für sich verbucht hat, die in Wahrheit nicht auf sein Konto gingen, alles Mögliche falsch dargestellt hat, hat Morde gestanden, die er unmöglich begangen haben kann. Er war selbstherrlich egoistisch, hat diesen beiden Morden die Wahrheit sagt. Brown zögerte. Nein. Coward startete den Detektiv an. Meinetwegen vielleicht nicht. Und was ist mit ihm und Bobby Earl? Wo genau fängt sein Verrat an? Vielleicht wollte er damit Bobby Earl eins auswischen. Ich meine nur, was hat das zu bedeuten? Und jetzt ist er tot. Sie können ihn nicht mehr fragen, es sei denn, sie machen einen kleinen Abstecher in die Hölle. Wenn's der Wahrheitsfindung dient, seh ich genauso. Der Polizist funkelte Coward wütend an, doch dann entspannten sich seine Züge und er nickte. Ich denke, ich habe begriffen. Was begriffen? Wieso sie immer noch mit aller Macht glauben wollen, dass Bobby Earl unschuldig ist. Ich begreife, wieso sie ihre eigene Wohnung demoliert haben, ihr eigenes behagliches Leben in Stücke gerissen haben, als sie hörten, was Sullivan ihnen zu sagen hatte. Coward machte eine wegwerfende Handbewegung, erzähl mir was Neues. Pulitzer, Reputation, Perspektive, da steht so manches auf dem Spiel. Vielleicht wünschen sie sich, dass das alles wie ein böser Traum vorbeigeht, was Mr. Coward? Das wird es nicht, antwortete er leise. Nein, wohl eher nicht. Vielleicht können sie ja vor so manchem die Augen verschließen, aber sie sehen immer noch das kleine Mädchen, das man triefend nass aus dem Sumpf gezogen hat, nicht wahr? Egal wie fest sie die Augen zukneifen. Sieht so aus. Haben sie das Bedürfnis, etwas in Ordnung zu bringen? Eine Antwort erübrigte sich. Coward lächelte wehmütig und nahm noch einen ausgiebigen Schluck. Mit einer knappen Geste forderte er Brown auf, sich wieder hinzusetzen. Der Detektiv nahm Platz, blieb aber sprungbereit auf der Kante. Also, sagte der Reporter, Sie sind der Ermittler. Was würden sie als nächstes machen? Sich Bobby Earle zur Brust nehmen? Brown überlegte angestrengt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Der Fuchs entwischt aus der Falle, wenn sie nicht sorgfältig aufgestellt wird. Falls es eine Falle gibt, die wir ihm stellen können, und falls er überhaupt so ausgefuchst ist. Na schön, erwiderte Brown konzentriert. Sullivan erwähnte ein paar Sachen, die sich in Petula nachprüfen lassen. Vielleicht sollte man noch mal mit seiner Großmutter reden und sich bei ihr gründlich umsehen. Sullivan meint, wir hätten da etwas übersehen, schauen wir doch mal, ob er da die Wahrheit sagt. Vielleicht fangen wir damit an, um festzustellen, was der Wahrheit entspricht und was nicht. Coward schüttelte langsam den Kopf. Mag sein, nur, dass es uns nicht mal einen Millimeter weiterbringen würde, selbst wenn wir bei der Frau zur Tür rein marschierten und uns vom Kamin Sims Hochglanzfotos im Großformat ins Auge sprengen, auf denen Ferguson den Mord begeht. Er zeigte mit dem Finger auf Tony Brown. Dem Kerl ist nicht beizukommen, jedenfalls nicht mit juristischen Mitteln. Ihnen ist schon klar, dass Sie den Burschen nie wieder vor Gericht bringen werden. Niemals. Nicht mit diesem erpressten Geständnis und all den anderen Komplikationen. Niemals vor keinem Gericht der Welt. Kauert hohe Luft. Und noch etwas. Sobald wir da auftauchen, weiß die alte Großmutter, dass sich etwas geändert hat. und mit der Großmutter weiß auch er es. Brown nickte. Ich will es trotzdem wissen. Da sind wir uns einig, antwortete Kauert und fuhr dann fort. Der Fall in Monroe dagegen ist was anderes. Also falls er das war, wie gesagt, falls, dann könnten sie ihn damit rankriegen. Er überlegte einen Moment und korrigierte sich. Wir könnten ihn dann rankriegen, Sie und ich. Und das würde die Dinge in Ordnung bringen? Ihn wieder in den Todestrakt stecken? Joanie Sühnen, soll ich das so verstehen? Vielleicht, hoffe ich zumindest. Hoffnung, erwiderte Brown, ist ein Luxus, den ich mir nur selten leiste. So überzeugend wie Glück oder Gebet. Außerdem, er schüttelte den Kopf, stellt sich dasselbe Problem. Ein notorischer Lügner sagt, es hätte eine Abmachung gegeben, aber der einzige Beweis sind die beiden Opfer in Monroe County und die können uns nicht mehr sagen, wie es gewesen ist. Fragt sich also, ob wir vielleicht bei Bobby Earle eine Waffe finden oder eine Kreditkarte, mit der er einen Flug gebucht oder einen Leihwagen gemietet hat, damit wir beweisen können, dass er zur Tatzeit da gewesen ist. Meinen Sie, jemand hat ihn gesehen? Oder hat er sich irgendwo verplappert? Oder war er so dämlich Fingerabdrücke oder Haare oder sonst irgendwelche Indizien zu hinterlassen, die ihre lieben Freunde bei der Staatspolizei in Monroe ihnen freundlicherweise überlassen werden, ohne irgendwelche Fragen zu stellen? Meinen Sie nicht, er hat beim ersten Mal genug gelernt, um die Sache sauber durchzuziehen? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, ob er es gewesen ist? Falls er es nicht gewesen ist, wer dann verflucht nochmal? Oder glauben Sie, Blair Sullivan hat im Knast mit jemand anderem einen Deal gemacht? Für mich steht nur eins fest, Deals, Täuschungsmanöver und Manipulation, dafür hat der Kerl gelebt. Und dafür ist er gestorben. Ja, ganz recht. Vielleicht war das sein letzter Deal. Brown entspannte sich. Er nahm seine Pistole und ließ sie um den Finger kreisen. Sie klammern sich daran, Mr. Coward. Sie klammern sich an diese Objektivität. Egal, wie alt sie dabei aussehen. In Coward stieg die blanke Wut hoch. Immer noch besser als jemand, der ein Geständnis aus einem Mordverdächtigen herausprügelt, sodass der Mann so schnell aus dem Knast wieder herauskommt, wie er reingekommen ist. Es herrschte Schweigen zwischen den Männern. Dann sagte der Detektiv, da ist noch diese andere Sache auf dem Band, nicht wahr? Wo Sullivan sagt, jemand vom selben Schlag wie ich? Er taxierte den Reporter mit einem kalten Blick. Hat Ihnen das keine Gänsehaut eingejagt? Wenigstens so ein bisschen, Mr. Coward? Was wollte er wohl damit sagen, was meinen Sie? Und mit zusammengebissenen Zähnen fügte er hinzu, finden Sie nicht auch, dass wir auf die Frage eine Antwort finden müssen? Ja, räumte Coward in wiederherrschte Schweigen. Sie haben Recht, sagte Coward schließlich. Machen wir uns an die Arbeit. Er musterte den Polizisten. Haben wir eine Abmachung? Was für eine Abmachung? Wenn ich das wüsste. Brown nickte. Ja, ich denke schon. Beide Männer sahen einander an. Keiner traute dem anderen über den Weg. Beide wussten, dass sie über das, was passiert war, die Wahrheit herausfinden mussten. Das Problem war nur, wie beide im Stillen einräumen mussten, dass jeder von ihnen eine andere Wahrheit brauchte. Was ist mit den Detectives aus Monroe? fragte Coward. Sollen sie doch ihre Arbeit machen, für den Augenblick. Ich muss mir selbst einen Eindruck davon verschaffen, was da unten passiert ist. Sie werden wiederkommen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der ihnen weiterhelfen kann. Schauen wir mal. Aber ich schätze, sie gehen noch mal ins Gefängnis, würde ich jedenfalls an ihrer Stelle tun. Er zeigte auf die Stereoanlage, wenn ich nichts davon wüsste. Der Reporter nickte. Erst vor wenigen Minuten haben sie mir vorgehalten, dass ich mich strafbar mache. Brown stand auf und warf dem Journalisten einen einzigen grimmigen Blick zu, den Coward erwiderte. Bis wir mit dieser Sache fertig sind, wird es wohl noch ein paar weitere Gesetzesverstöße geben, sagte der Polizist. Vermisst und vergessen Die Hitze staute sich zwischen dem hellblauen Meer und dem Himmel. Die stickige Luft schien ihnen die Lunge zu zu drücken. Das unfreiwillige Verschwörerpaar ging über die Muschel- und Korallensplitter des Top-and-Drive und wirbelte bei jedem knirschenden Schritt grau-weißen Staub auf. Ihre Gedanken behielten sie jeweils für sich. Keiner von ihnen sah im anderen einen Verbündeten. Ihre Zweckgemeinschaft legte nahe, dass sie zusammen arbeiteten und das war's auch schon. Coward hatte neben dem Haus geparkt, in dem er die Leichen gefunden hatte. Mit einem Foto von Ferguson aus dem Archiv der Zeitung gingen sie von Haus zu Haus. Als sie beim dritten Haus klingelten, hatte sich eine Routine herausgebildet. Tenny Brown zückte seine Dienstmarke, Matthew Coward stellte sich mit Namen vor. Dann hielten sie den Bewohnern das Foto unter die Nase und stellten eine einzige Frage. Haben sie diesen Mann schon mal gesehen? Eine junge Mutter mit einem dünnen gelben Träger Kleid, der die blonden Locken in die schweiß getränkte Stirn fiel und die ihr weinendes Baby auf der Hüfte trug, hatte beim Anblick des Bildes den Kopf geschüttelt. Zwei Jungen um die 14 15, die im Vorgarten an den Einzelteilen eines Außenbordmotors arbeiteten, hatten sich den Mann mit einem lebhaften Interesse angesehen, von dem ihr Lehrer in der Schule wohl nur träumen konnte, aber ebenfalls bescheinigt, den Mann noch nie gesehen zu haben. Ein Riese von einem Mann, der über dem Bierbauch zu ölverschmierten Jeans eine Denimjacke mit abgeschnittenen Ärmeln und über der Brust einen Harley-Davidson Motorcycles aufnäher trug, hatte sich geweigert, mit ihnen zu sprechen. »Ich laber nicht mit Cops, ich laber auch nicht mit Reportern und so, gibt niemanden, wo ich gesehen Schaus für Haus vor. Ein paar der Anwohner fragten zurück, wer ist der Bursche und wieso wollen sie das wissen? Coward merkte schnell, dass Brown darin versiert war, in solchen Fällen den Spieß herum zu drehen und mit einer Gegenfrage zu reagieren. Erkundigte sich jemand, hat das was mit diesem Doppelmord zu tun? hakte er nach, können sie uns irgendetwas dazu sagen. Doch ausnahmslos gab es dann nur Kopfschütteln und ratlose Blicke. Brown erkundigte sich außerdem bei allen, ob schon jemand vom Polizeirevier Monroe da gewesen sei, um sie zu befragen. Alle sagten ja. Alle konnten sich an eine junge Polizistin erinnern, die an dem Tag, als alles abgegrast, murmelte Tanny Brown. Wer? Ihre Freunde aus Monroe. Dasselbe hätte ich auch getan. Cowart nickte. Er betrachtete das Foto in seiner Hand, war jedoch nicht bereit, die Gedanken, die hinter der Gluthitze des Tages lauerten, in Worte zu fassen. Der Kragen des Polizisten war nass. Romantisch, was? Sie standen vor einem niedrigen Maschendrahtzaun und hatten einen verblassten verfarbenen Plastikflamingo vor sich, der mit grauem Isolierband an die Tür geklebt war. Die Sonne schlug ihnen heiß von den Stahlseiten des Caravans entgegen. Ein einziges Klimagerät an einem Fenster mühte sich klappernd und surrend gegen die Hitze ab. Zehn Meter entfernt blickte ihnen, an einen schiefen, eingesunkenen Pfosten gekettet, ein braungescheckter Pitbull- misstrauisch entgegen. Matthew Cowart registrierte, dass der Hund trotz der Hitze das Maul geschlossen hatte, statt mit heraushängender Zunge zu hecheln. Er schien wachsam, aber nicht sonderlich interessiert zu sein, so als ginge er selbstverständlich davon aus, dass niemand seine Autorität auf dem eingezäunten Gelände in Zweifel zog. Was? fragte Cowart. Polizeiarbeit. Brown warf einen Blick auf den Hund und dann auf die Tür. Die sollte man erschießen. Schon mal gesehen, was so ein Vieh mit ihnen machen kann? Oder mit einem Kind? Cowart nickte. Pitbulls waren in Florida weit verbreitet. Im Süden hielten sich Drogendealer diese Beißmaschinen zu ihrem Schutz. Alte Männer züchteten sie in der Nähe des Okeechobee Sees auf verrotteten illegalen Farmen und richteten sie als Kampfhunde ab. In Neubaugebieten erfreuten sie sich bei den Bewohnern wegen der Angst vor Einbrechern große Beliebtheit und wenn eins der possierlichen Tierchen einem Nachbarskind das Gesicht zerfetzt hatte, gaben sie sich höchst verwundert. Er hatte einmal eine Reportage darüber geschrieben, nachdem er in einem verdunkelten Krankenhauszimmer einem Jungen gegenüber gesessen hatte, dessen Worte vor Schmerzen unter dem Verband quer übers Gesicht und nach einer notdürftigen plastischen Chirurgie nur schwer zu verstehen waren. Cowards Freund Hawkins hatte versucht, den Hundebesitzer wegen Überfalls mit tödlicher Waffe dran zu kriegen, doch ohne Erfolg. Noch bevor sie das Grundstück betreten hatten, flog die Wohnwagentür auf und ein Mann mittleren Alters trat heraus, legte die Hand über die Augen und starrte die beiden Fremden an. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kakifarbene Hose, beides hatte offenbar seit Monaten keine Waschmaschine mehr gesehen. Rings um die Stirnglatze klebte dem Mann das ungekämmte strähnige Haar am Schädel und im verkniffenen geröteten unrasierten Gesicht. Ohne den Hund zu beachten, der sich rührte nur ein, zwei Fragen. Über diese alten Leute, denen Sie die Kehle aufgeschlitzt haben? Ja. Da waren schon andere Polizisten da. Wusste von nichts. Ich würde Ihnen gerne ein Foto von jemandem zeigen und Sie fragen, ob Sie den schon mal hier in der Gegend gesehen haben. Irgendwann in den letzten Wochen oder überhaupt schon mal. Der Mann nickte, während er vom Zaun etwa einen Kopf. Schauen Sie genauer hin. Sind Sie sicher? Der Mann sah coward verärgert an. Klar bin ich sicher. Ist er sowas wie ein Verdächtiger? Nur jemand, den wir überprüfen, sagte Brown. Er nahm das Bild wieder entgegen. Hat sich nicht hier herumgetrieben oder ist vielleicht mit einem Leihwagen vorbeigekommen? Nein, sagte der Mann. Dabei verzog er den Mund zu einem Anflug von Lücken. Hab keinen hier rumhängen sehen. Auch keinen, der sich hier umgesehen hat oder so. Keiner mit nem Leihwagen. Und Sie sind der einzige Neger, den ich hier überhaupt jemals gesehen habe, da bin ich mir ganz sicher. Der Mann spuckte, lachte sarkastisch und fügte hinzu. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht sind auf dem Foto? Neger? Er dehnte die beiden zu, der augenblicklich aufsprang, die Nackenhaare aufrichtete und die Zähne fletschte. Cowart trat unwillkürlich einen Schritt zurück, als ihm bewusst wurde, dass der Mann wahrscheinlich mehr Zeit, Mühe und Geld für das Gebiss des Hundes verwendete, als auf das eigene. Als der Reporter noch einen Schritt rückwärts machte, merkte er, dass der Detektiv nicht vom Fleck gewichen war. Nach einer Weile, in der nur das tiefe Knurren des Hundes zu hören war, drehte Brown sich um und ging schweigend weiter. Cowart musste sich beeilen, um mit ihm Schritt zu halten. Brown war auf dem Weg zu Cowart Wagen. Fahren wir, sagte er. Da sind noch ein paar Häuser. Fahren wir, wiederholte Brown. Er blieb stehen und deutete mit einer knappen Handbewegung auf die schäbigen Wohnwagen und Eigenheime. Der Bastard hat Recht. Womit? Ein Schwarzer, der am hellichten Tage hier langfährt, wäre wie ein Knallkörper, unübersehbar, besonders wenn er jung ist. Falls Ferguson hier gewesen ist, dann heimlich nachts im Schutz der Dunkelheit. Wäre durchaus möglich, aber sehr riskant, wissen sie. Was wäre daran riskant? Schließlich kann ihn ja keiner sehen. Der Polizist lehnte sich seitlich an den Wagen. Mann Coward! Überlegen Sie mal! Sie haben eine Adresse und einen Auftrag, einen Mordauftrag. Sie müssen in ein Haus, in dem sie noch nie gewesen sind. Erstmal müssen sie das Haus finden. Dann müssen sie unbemerkt einbrechen und zwei Leute umbringen, die sie nicht kennen, dann abhauen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen oder Aufmerksamkeit zu erregen. Ziemlich riskante konnten, sich erst mal ansehen, wo sie hinmüssen und womit sie es zu tun haben. Und wie will er das machen, ohne gesehen zu werden? Keiner von den Leuten hier geht irgendwo hin. Aber was sag ich, die meisten von denen sind Rentner, die draußen sitzen, egal wie heiß die Sonne vom Himmel knallt, und die andere Hälfte hat höchstens mal fünf oder zehn Minuten einen Job gehabt. Die haben nichts anderes zu tun, als in die Gegend zu glotzen. Coward schüttelte den Kopf. Kommt alle Nase lang vor, entgegnete er. Was? Ich meine nur, sowas kommt vor. Nehmen wir mal an, Sullivan hätte ihm einen Grundriss gezeichnet und ihm alles erklärt, was er wissen musste. Brown schwieg. Nicht auszuschließen, sagte er. Aber ich nachdem er drei Jahre im Trakt gesessen hat, sich hütet, irgendeinen Fehler zu begehen, der ihn dahin zurück bringt, wo er hergekommen ist. Das leuchtete Coward ein. Doch so leicht war er nicht zu überzeugen. Wieso sollte er erst letzte Woche hergekommen sein? Vielleicht war er schon letztes Jahr hier. Nicht lange nach seiner Entlassung. Sobald der Trubel vorbei ist, sobald sein es um ein altes Ehepaar geht, dass sich kein Mensch darum scheren wird, prägt sich die Umgebung und das Haus ein, in dem er es tun muss, vielleicht klopft er sogar an, versucht ihnen irgendeine Enzyklopädie oder ein Zeitungsabo zu verkaufen, so dass er lange genug im Haus ist, um sich umzusehen, bevor sie ihn an die Luft setzen. Dann geht er wieder. Es nicht schlecht für einen Reporter, sagte er. Schon möglich. Wer drüber nachdenken. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem zarten Grinsen, bevor er hinzufügte, aber das ist natürlich das Gegenteil von dem, was sie rauskriegen wollen, nicht wahr? Sie wollen rausfinden, dass er es nicht gewesen sein kann, stimmt's? Und nicht, wie er es angestellt haben könnte. Coward setzte zu einer Antwort an, überlegte es sich aber anders. Und da kommt mir noch ein Gedanke, fuhr Brownford. Der wird Ihnen gefallen, denn das würde eher für seine Unschuld sprechen. Nehmen wir rein hypothetisch an, Blair Sullivan steckt, wie er behauptet, hinter diesem Doppelmord, nur nicht mit Hilfe von Bobby Earl, sondern von jemand ganz anderem. Und er hätte sicherstellen wollen, dass niemand unter den richtigen Stein guckt und den Abschaum findet, mit dem er seine Abmachung getroffen hat. Was könnte es besseres geben, sein Geheimnis zu warnen, als Ihnen zu erzählen, Ihr Unschuldslamm sei der Mörder. Er wusste, dass früher oder später jemand mit dem Foto von Bobby Earl hier die Straße entlang kommen würde, und wenn Bobby Earl erneut Schlagzeilen machte, gäbe das dem eigentlichen Täter genügend Vorsprung, um die Sie wissen, Cowart, wie wichtig es ist, den Täter schnell zu finden und genug gegen ihn in der Hand zu haben, dass es für eine Anklage reicht, nicht wahr? Bevor die Zeit darüber hingeht und die Spuren so verwischt, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt. Ich weiß, dass es wichtig ist, zügig zu handeln, aber in Petschula haben Sie genau das getan und Sie wissen ja selbst, wie es ausgegangen ist. Zur Antwort warf ihm Brown einen finsteren Blick zu. Cowart merkte, wie ihm der Schweiß aus den Achseln trat und an den Rippen kitzelte. Alles ist möglich, antwortete er. Richtig. Brown straffte die Schultern und strich sich mit der Hand über die Stirn, als versuche er, die Gedanken zu verscheuchen, die ihm im Kopf herum kreisten. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Ich will den Tatort sehen, sagte er. Er starrte die Straße entlang und machte sich mit zügigen Schritten auf den Weg, als hoffte er, möglichst schnell der Hitze zu entkommen. Als sie vor der Nummer 13 ankamen, zögerte der Polizist einen Moment und drehte sich zu Cowart um. Zumindest das hier war von Vorteil für ihn. Was? Na sehen sie sich das Haus doch ankauert. Ideal, um darin jemanden zu ermorden. Er machte eine ausladende Handbewegung. Von der Straße zurückgesetzt, keine Nachbarn in unmittelbarer Nähe, und es steht in einem Winkel, dass es von keiner Seite aus einzusehen ist, es sei denn, man steht unmittelbar an der Eingangsseite, und zwar dicht davor. Meinen Sie, der faule Zahn da drüben führt hier abends ein Schoßhündchen Gassi? Wohl kaum. Ich wette vielleicht diese Jugendlichen. Alle anderen sind entweder betrunken, gucken Wiederholungen von Dallas oder beten fürs jüngste Gericht. Schätze die Ahnen alle nicht, wie nah es war. Cowart ließ den Blick über die Fassade wandern. Er stellte sich das Haus bei Nacht vor und kam zu dem selben Schluss wie Brown. Hier und da gab es sicher den einen oder anderen lauten Wortwechsel, einen Ehestreit oder dergleichen. Das Geschrei würde im Lärm der auf volle lautstärke eingestellten Fernseher untergehen. Eine Flasche, die zu Bruch ging, Beschimpfungen nach ein paar Bier, vielleicht das Bellen eines Hundes und selbst wenn jemand hörte, wie ein Auto schnell davon fuhr, würden die Nachbarn annehmen, dass sich irgendwelche Jugendlichen mit ein bisschen Draufgängertum die Langeweile vertrieben. Ein richtig guter Ort zum Töten, bekräftigte Brown. Das Haus war ringsum von gelbem Absperrband eingefasst. Der Detektiv schob sich darunter durch. Cowart folgte seinem Beispiel an der von der Straße abgewandten Seite. Da rein, sagte Brown und zeigte auf die aufgebrochene Hintertür. Die ist versiegelt. Scheiß drauf. Brown riss die Tür mit einem kräftigen Ruck auf. Nach kurzem Zögern kam Cowart hinterher. In der Küche schlug ihnen noch immer der Gestank nach Verwesung entgegen, sodass man sich in dem Raum wie in einer Gruft vorkam. Überall im Inneren des kleinen Hauses hatte die Polizeiarbeit Rückstände hinterlassen, Tisch und Stühle waren mit Spurensicherungspulver überstäubt, Kreidepfeile und Markierungen zeigten, wo sich was abgespielt oder befunden hatte. Auf dem Boden waren sämtliche Blutflecken unangetastet, auch wenn offensichtlich Proben herausgekratzt worden waren. Cowart sah, wie Brown alles aufsog und begutachtete. Tanny Brown ging innerlich eine Checkliste durch. Im Geist sah er die teamste Spurensicherung bei der Arbeit, der Routine, die auf jeden gewaltsamen Tod folgte. Er kniete sich neben eine der Lachen, die auf dem hellen Linoleum inzwischen fast schwarz erschien. Er als er aufstand, stellte er sich die beiden alten Leute vor, die gefesselt und geknebelt dem Tod entgegensahen. Er ertappte sich bei dem Gedanken, wie oft sie wohl zum Frühstück oder Abendessen auf denselben Stühlen zusammengesessen hatten, oder auch zur Bibelstunde oder irgendeiner anderen Alltagsverrichtung. Es gehörte zu den schrecklichen Aspekten der Arbeit im Morddezernat, wie das Böse völlig unerwartet was diese Menschen als Heim, als Zufluchtsort empfunden hatten, mit einem Schlag zur Todesfalle wurde. Im Krieg hatte er es am meisten gehasst, Wunden zu versorgen, die von Minen rührten. Dabei waren die entsetzlichen Verstümmelungen nicht einmal das Schlimmste, sondern die Art und Weise, wie sie zustande kamen. Man trat mit der Schuhsohle auf, machte einen einzigen Schritt und peng! Wenn man Glück hatte, verlor man nur einen Fuß. Hatte dieses alte Paar gewusst, dass es auf einem Minenfeld lebte? Er drehte sich zu Cowart um. Wenigstens er versteht das, dachte er. Selbst der Boden ist nicht sicher. Brown verließ die Küche, wo Cowart unmittelbar an der Stelle stand, an der die beiden ihr Leben ausgeröchelt hatten. Mit wenigen Schritten lief er durch das kleine Haus und machte eine Bestandsaufnahme des heruntergekommenen Lebens, das sich dort Tag für Tag nach dem gleichen Muster abgespielt hatte. Trostlos dachte er, sich an Jesus zu klammern und seine Zeit auszusitzen, bis der Tod an die Tür klopft. Wahrscheinlich glaubten sie, irgendwann an Altersschwäche zu sterben, wo es doch ganz anders kommen sollte. Vor einem kleinen Wandschrank im Schlafzimmer blieb er stehen zum Appell auf dem Boden standen. Sein Vater war genauso. Ältere Menschen haben es gerne, wenn alles seinen Platz hat. In einer Ecke stand ein Korb mit Strickzeug, lange silberne Nadeln und mehrere Knäuel Garn. Das überraschte ihn. Was in Gottes Namen strickte man in einer Gegend wie dieser? Ein Pullover? Absurd. Auf der Kommode fiel sein Blick auf zwei Gips Figürchen, Hüttensänger mit aufgerissenen Schnäbeln. Ihr habt gesehen, was passiert ist, fragte er in Gedanken die stummen Zeugen. Wer ist hier reingekommen? Dann schüttelte er über den ganzen Irrsinn den Kopf. Dennoch wanderte sein Blick weiter durch das Zimmer. Ein Zimmer mit wenig Komfort, dachte er. Wer hat euch umgebracht? fragte er stumm die Toten. Schließlich kehrte er in die Küche zurück, wo Cowart immer noch wie angewurzelt dastand und auf den blutverschmierten Boden starrte. Er drehte sich um. Neue Erkenntnisse? fragte er. Ja. Was denn? fragte Cowart neugierig und erstaunt. Ich habe erkannt, dass ich irgendwo im Verborgenen sterben möchte, sodass niemand hinkommt und in meinen Sachen kramt, erwiderte Tenny Brown. Cowarts Blick fiel auf eine Kreidenotiz auf lautete Nachtzeug. Was hat das zu bedeuten? fragte Brown. Die alte Frau war nackt. Ihre Kleider waren hier fein säuberlich zusammengefaltet, als sei sie dabei, sie in einer Kommode zu verstauen, statt sich umbringen zu lassen. Brown zuckte zusammen. Säuberlich zusammengefaltet? Cowart nickte. Der Polizist sah den Reporter scharf an. Sie erinnern sich, wo wir Johnny Schreiber gefunden haben. Ja, Cowart rief sich die Lichtung am Rand des Sumpfs ins Gedächtnis. Ihm war bewusst, dass Brown ihm eine Frage gestellt hatte, erinnerte sich jedoch nicht mehr, wie sie lautete. Im Geist lief er durch die Lichtung, sah im Geist das Blut an der Stelle, an der das kleine Mädchen getötet worden war, sah, wie die Sonnenstrahlen durch die dichten Baumkronen und die Janen drangen. Er lief bis an den Rand des schwarzen stillen Sumpfs und starrte zwischen den verschlungenen Wurzeln hindurch, bis in die Wassertiefe, in der Johnny Schreivers Leiche gelegen hatte, und von dort zu der Stelle, zu der die Sucher sie getragen hatten, bis ihm endlich wieder einfiel, was sie am Rand des Tatorts gefunden hatten. Ihre Kleider, Ordentlich gefaltet. Auf dieses Detail hatte er in seinem ursprünglichen Artikel besonderes Augenmerk gelegt. Eine bittere Ironie, die dem Leser diesen Moment umso lebhafter vor Augen führte. Der Mörder eines kleinen Mädchens, der einen ausgeprägten Ordnungssinn an den Tag legte, musste umso beängstigender und realer zugleich erscheinen. Er erwiderte den Blick des Ermittlers. Das spricht Bände. Einen Moment lang überließ sich Brown der Woge blanker Wut, die in ihm aufstieg. Dann kämpfte er dagegen an und verbannte sie aus seinem Bewusstsein. Schon möglich, sagte er, als er sich wieder im Griff hatte. Ich würde es mir wünschen. Cowart deutete mit einer ausladenden Handbewegung auf das ganze Haus. Ist Ihnen noch irgendetwas aufgefallen, was darauf hindeutet? Nein, nichts. Vielleicht das andere, dem wir entnehmen können, um was für Menschen es sich bei den Opfern gehandelt hat, aber nichts, was uns etwas über den Mörder sagt. Außer diesem kleinen Detail. Er blickte zu Cowart hinüber, bevor er fortfuhr. Auch wenn Sie wahrscheinlich immer noch glauben wollen, dass das reiner Zufall ist. Dann ging er zu den Blutflecken auf dem Boden hinüber und verließ das Haus, ohne sich schweigsam kehrten die beiden Männer vom Tatort zu ihrem Wagen zurück. Haben Sie sich ein Urteil gebildet? fragte Cowart. Ja. Und? Darf ich es erfahren? Der Polizist zögerte mit seiner Antwort. Wissen Sie Cowart, manchmal kommen Sie an einen Tatort und Sie können die Emotionen in dem Zimmer, in dem der Mord stattgefunden hat, mit Händen greifen. Wut, Hass, Panik, Angst, was auch immer, alles liegt noch in der Luft, wie Gerüche. Aber darin, womit haben wir es da zu tun? Mit jemandem, der einen Auftrag erledigt, so wie Sie oder ich oder der Postbote, der zu kam, als sie die verdammten Leichen fanden? Eins steht fest, wer auch immer da reingegangen ist und diese alten Leute umgebracht hat, verstand was vom Töten, hatte keine Angst, da waren keine Emotionen im Spiel, der wollte nichts weiter als einen Job erledigen. Und genau das hat er getan, nicht wahr? Cowart nickte. Brown ging bei ihrer rückkehr zur Fahrerseite und öffnete die Tür, doch bevor er einstieg, sah er über das Dach hinweg kauert an. Aber habe ich da drin irgendetwas gesehen, das mir mit absoluter Sicherheit beweist, dass es Ferguson war? Er schüttelte den Kopf. Lediglich, dass der Täter sich Zeit genommen hat, Kleidungsstücke ordentlich zu falten und sich bestens in der Handhabung eines Messers auskannte. Und ich kenne einen Mann der Messer liebt, nicht wahr? Mit den Upper Keys verließen sie Monroe County und kehrten nach Dade zurück. Cowart hatte das Gefühl, wieder auf vertrautem Terrain zu sein. Auf dem Weg nach Miami kamen sie an einem riesigen Schild zum Shark Valley und zum Everglades National Park vorbei und sie fuhren weiter, bis Brown vorschlug, irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Eine Fastfood-Lokale lehnte der Lieutenant ab, und so kamen sie schließlich in die Gegend von Perrine Homestead. Dort verließen sie den Highway und folgten einer Reihe von Straßen, die mit Bodenwellen und Schlaglöchern übersät waren. Cowart betrachtete die Häuser, an denen sie vorbeikamen, kleine, quadratische, einstöckige Häuschen aus Betonsteinen mit Jalousie- Fenstern und Flachdächern, aus denen riesige Fernsehantennen ragten. In den Vorgärten kämpfte die spärliche Fingerhörse auf nacktem trockenem Boden ums Überleben und hinter vielen Maschendrahtzäunen lagen ringsum aufgebockte Autos Fahrzeugteile herum. Die wenigen Kinder, die er draußen spielen sah, waren schwarz. Schon mal in diesem Teil ihres Landes gewesen, Cowart? Sicher, erwiderte der Reporter. Über Verbrechen berichtet? Ja. Sie kommen sicher nicht hier raus, um über Geschichten über Jugendliche zu schreiben, die sich ein Studienstipendium erarbeitet haben, oder über Eltern, die zwei Jobs schmeißen, um ihren Kindern eine Perspektive zu bieten. Doch tun wir. Aber bestimmt nicht oft. Nein, eher selten. Der Polizist ließ den Blick über das Städtchen schweifen. Wissen Sie, in Florida gibt es mindestens hundert, wenn nicht sogar tausend solcher Gemeinden. Was für welche? Städte in der Grauzone zwischen Armut und Stabilität. Städte, in denen nicht einmal so etwas wie eine untere Mittelschicht lebt. Schwarze Gemeinden, die zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben haben und einfach nur dumpf vor sich hin brüten. All diese Eigenheime hängen von zwei Einkommen ab. Nur dass die Einkommen ziemlich bescheiden sind. Der Mann bei der American Dream. Eigenheim, Schule vor Ort. Sie fühlen sich hier zu Hause. Sie fühlen sich durchaus nicht zu höheren Berufen. Allenfalls wünschen sie sich ein kleines bisschen voranzukommen. Sie haben einen schwarzen Bürgermeister, einen schwarzen Stadtrat. Wahrscheinlich ist der Polizeichef Schwarzer, so wie die Dutzend Leute, die unter ihm arbeiten. Woher wissen sie das? Ich bekomme Angebote, Karrierestufen, Leitung des Morddezernats bei der Bezirkspolizei. Auf bundesstaatlicher Ebene kennt mich nicht gerade jeder, aber ich bin auch kein Unbekannter, wenn sie verstehen, was ich meine. Folglich komme ich ein bisschen herum, besonders in solchen Cuffs wie Perrine. Sie fuhr noch eine Weile durchs Wohngebiet. In Cowards Augen wirkte die Gegend unwirtlich und öde. In Süd Florida wächst im Prinzip alles. Lässt man ein Stück Boden brach liegen, wuchern, darauf im Handumdrehen, Lianen und Farren und anderes Grün. Hier dagegen nicht. Die Erde schien so staubtrocken, dass man sich in einen anderen Landstrich nach Arizona oder New Mexiko versetzt fühlte, in die Nähe der Wüste, nicht des Sumpfs. Brown fuhr auf eine breite Durchgangsstraße und hielt schließlich an. Sie standen vor einem kleinen Einkaufszentrum. Am einen Ende lag ein riesiger Supermarkt, am anderen ein riesiges Spielzeugkaufhaus und dazwischen zwei Dutzend kleinere Geschäfte sowie ein Restaurant. Da, sagte Brown, wenigstens wird das Essen dort frisch vor Ort gekocht und nicht von der Firmenzentrale eingeflogen. Dann sind Sie also nicht zum ersten Mal hier? Doch, ich war nur schon an unzähligen ähnlichen Orten. Nach einer Weile kennen Sie das Schema. Er lächelte. Nicht vergessen, darum geht's doch schließlich bei der Polizei. Cowart starrte auf den Spielzeugladen am Ende der Mall. Ich war mal hier. Ein Mann hatte eine Frau und ein Kind entführt, die aus dem Laden da kam. Zufällig die beiden erwischt, als sie zur Tür heraus kamen, ist mit ihnen einen halben Tag lang durch die Gegend gefahren und hat zwischendurch immer mal wieder angehalten, um sich an der Frau zu vergreifen, schließlich hat ein Staatspolizist auf dem Heimweg von seiner Schicht den Wagen herangewunken, weil er das Gefühl hatte, dass irgendetwas nicht damit stimmte, hat ihr das Leben gerettet und dem Kind. Er hat den Kerl erschossen, als er ein Messer zückte, ein einziger Schuss direkt ins Herz. Glückstreffer, könnte man sagen. Brown schwieg und folgte Cowarts Blick zum rote und blaue Luftballons und lustige spitze Hütchen mit Clowns vorne drauf. Bei ihrer Rettung hatten sie ihre Einkäufe noch dabei. Er erinnerte sich, wie die Frau die Tüte in der freien Hand hielt, das Kind an der anderen, während sie in den Krankenwagen geschoben wurden. Man hatte ihnen eine Decke umgelegt, obwohl es Mai und drückend heiß war. Ein solches Verbrechen begleitet immer eine Eiseskälte. Wieso hat der Polizist sie angehalten? fragte Brown. Er hat ausgesagt, weil sich der Fahrer verdächtig benahm, Schlangenlinien fuhr und gleichzeitig versuchte unauffällig zu sein. Auf welche Seite kam ihr Artikel? Kauer zögerte, bevor er antwortete. Titelseite, untere Hälfte. Der Detektiv nickte. Ich weiß, weshalb der Kollege den Wagen angehalten hat. Er sprach ruhig. Weiße Frau, schwarzer Mann, stimmt's? Cowart brachte das Ja nicht über die Lippen. Wieso wollen sie das wissen? Ach, Cowart, kommen sie schon. Sie haben mir mal die Statistik unter die Nase gerieben, erinnern sie sich? Sie wollten wissen, ob ich die FBI-Statistik zu Verbrechen schwarzer gegen Weiße kenne. Nun, ich kenne sie. Und ich weiß, wie selten ein solches Verbrechen ist. Und ich weiß auch sehr wohl, dass es ihr Artikel nur aufgrund dieses Umstands auf die Titelseite geschafft hat. Also ich kenne die Zahlen. In jedem anderen Fall wäre ihre Story unter ferner liefen in den Kurzmeldungen ganz weit hinten erschienen. Sechs Absätze nicht mehr. Ich meine, wenn der schwarze Täter sich an einer Schwarzen vergriffen hätte, stimmt's? So ungern er es zugab, aber Brown hatte recht. Wahrscheinlich. Der Polizist schnaubte. Wahrscheinlich ist eine unverfängliche Antwort Coward. Brown holte mit dem Arm aus. Meinen Sie, der Lokalredakteur hätte einen seiner Stars extra aus der Metropole hierher geschickt, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre, dass es für die Titelseite reicht? Nee, ganz bestimmt nicht. Die sechs Abschnitte hätte ihm ein freier Mitarbeiter oder ein kleiner Redakteur aus der Vorstadt geliefert. Brown überquerte den Parkplatz in Richtung des Restaurants und sprach im Gehen weiter. Wissen Sie, was Coward? Wissen Sie, wieso es nicht leicht ist, an einem solchen Ort zu wohnen? Weil jeder hier weiß, dass er mit einem Bein im Ghetto ist. Davor haben so klammern Sie sich an diesen Traum vom Status der unteren Mittelschicht wie an einen Rettungsring, dem die Luft ausgeht. Sie wissen alle, wie es im Ghetto ist. Es ist wie ein ständiger Sog, gegen den sie sich abstrampeln, so gut sie können. All diese Jobs in aller Herrgotts Rühe, die Lohnschecks, die so schnell eingelöst, wie sie ausgestellt werden, diese kleinen heißen Häuser sind alles, was sie davor bewahrt. Und wie ist das in Nord Florida, in Petula? Mehr oder weniger dasselbe. Nur, dass sie da oben fürchten, der alte Süden holt sie wieder ein. Sie wissen schon, die Provinz, die Holzhütten. Kam Ferguson nicht genau daher, aus der Armut und der Rückständigkeit der Provinz? Der Detektiv nickte. Ja, aber er ist aufgestiegen und hat es geschafft. So wie sie. Brown blieb abrupt stehen und drehte sich zu Cowart um. So wie ich, sagte er mit einem verärgerten Unterton. Aber mir gefällt der Vergleich nicht, Mr. Cowart. Sie betraten das Restaurant. Es war früher Nachmittag und so hatten sie die Gaststätte für sich. Sie setzten sich in eine Nische am Fenster mit Aussicht über den Parkplatz, eine Kellnerin in enger weißer Kleidung, die ihren üppigen Busen zu stark betonte, einen Kaugummi im Mund und einem finsteren Blick, der die Gäste vor anzüglichen Bemerkungen warnte, nahm ihre Bestellung entgegen und reichte sie durch ein Fenster an einen Koch weiter. Binnen Sekunden hörten sie das Brutzeln ihrer Hamburger in der Pfanne und noch ein paar Sekunden später drang der Duft zu ihnen herüber. Schweigend aßen sie und als sie fertig waren, bestellte Brown ein Stück Limettenkuchen zum Kaffee. Nach dem ersten Bissen spießte er ein zweites auf und richtete die Gabel auf Cowart. Ausgemacht, den sollten sie probieren, den Petula bekommt man sowas nicht, zumindest nicht so gut. Der Reporter schüttelte den Kopf. Mensch, Cowart, ich wette, Sie sind der Typ, der in der Mittagspause in die Salatbar geht und sich diese asketische Figur mit Karnickelfutter erhält. Ertappt zuckte Cowart die Achseln. Und wahrscheinlich trinken sie auch noch dieses beschissene Mineralwasser aus Frankreich. Während der Detektiv sprach, beobachtete Cowart, wie die Kellnerin in eine andere Sitznische trat. Sie hatte einen Schaber in der Hand und beugte sich vor, um etwas vom Fenster zu entfernen. Als sie Klebeband von der Scheibe rieb, machte es ein kratzendes Geräusch. Dann richtete sie sich, ein Plakat unter den Arm geklemmt auf. Cowart erhaschte den Blick auf ein junges Gesicht. Die Kellnerin wollte ihnen gerade den Rücken kehren, als er sie, ohne dass er sagen konnte, warum heranwinkte. Sie trat an ihren Tisch. Wollen Sie auch ein Stück von dem Kuchen probieren? fragte sie. Nein, antwortete er. Ich bin nur neugierig wegen des Plakats. Er zeigte auf das Poster unter ihrem Arm. Ach das? fragte sie. Die Frau reichte es ihm und er breitete es auf dem Tisch zwischen ihnen aus. Auf dem Plakat war ein schwarzes Mädchen abgebildet, das mit seinen Zöpfchen freundlich in die Kamera lächelte. Unter dem Bild stand in großen Lettern Vermisst. Es folgte in kleinerer Schrift. Dawn Perry, zwölf Jahre alt, 1,58 groß, 50 Kilo, wird seit dem 12. August 1990 vermisst. Sie trug bei ihrem Verschwinden blaue Shorts, ein weißes T-Shirt, weiße Turnschuhe und hatte eine Büchertasche dabei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen, die Ermittlungen leitet Detective Howard, Telefon 555 1212. Am Ende dieser Mitteilung stand in Großbuchstaben Belohnung ausgesetzt. Cowart sah zu der Kellnerin auf. Was ist da passiert? Das Mädchen zuckte mit den Achseln, als wollte sie sagen, das übersteige die Aufgaben einer Bedienung. Keine Ahnung, kleines Mädchen, eben ist sie noch da im nächsten Moment wie vom Erdbudden verschluckt. Wieso nehmen sie das Plakat dann runter? Ist lange her, Mister, viele Monate. Wenn bis jetzt noch niemand die Kleine gefunden hat, dann wird das Plakat wohl auch nichts daran ändern. Jedenfalls hat mein Chef mich gestern das übersteige die Aufgaben einer Bedienung. Keine Ahnung, kleines Mädchen, eben ist sie noch da im nächsten Moment wie vom Erdbudden verschluckt. Wieso nehmen sie das Plakat dann runter? Ist lange her, Mister, viele Monate. Wenn bis jetzt noch niemand die Kleine gefunden hat, dann wird das Plakat wohl auch nichts daran ändern. Jedenfalls hat mein Chef mich gestern drum gebeten und ich hatte es bis jetzt vergessen. Cowart beobachtete, wie Brown sich auf das Poster konzentrierte. Er sah auf. Hat die Polizei schon irgendetwas rausgefunden? Nicht, dass ich lächelte und zog das Poster auf dem Tisch zu sich heran. Ich übernehme das für sie, sagte er. Die Kellnerin ging weg, um das Wechselgeld zu holen. Da kommt man schon ins Grübeln, oder? sagte Brown. Da ist man gerade innerlich darauf eingestellt, Cowart. Und schon stürmen schreckliche Dinge auf einen ein, oder? Der Reporter antwortete nicht, und so fuhr der Detective fort. Ich meine, da hat man ohnehin wahrlich genug mit Mord und Totschlag zu tun, und da springen einem solch ungewöhnliche Vorgänge einfach zu uns Gesicht, als gehörten sie zum ganz normalen Alltag, und sie würden einem gar nicht weiter auffallen, wenn man nicht gerade über der Frage brüten würde, wieso sich Menschen gegenseitig töten. Cowart nickte. Nachdem er die letzten Krümel von seinem Kuchenstück aufgepickt hatte, lehnte sich Brown zurück. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass es hier frisches Essen gibt?« sagte er. Dann beugte er sich mit einem Ruckzuck Cowart vor. Da kann einem schon der Appetit vergehen, nicht wahr? Ein klitzekleiner Zufall zum Nachtisch, was? Er tippte mit dem Zeigefinger auf das Plakat. Ich meine, was ist das schon? Nur wieder eins von den Mädchen die Uhr plötzlich verschwinden und wahrscheinlich stellt sich heraus, dass es auch nicht passt, Zeitpunkt, Gelegenheit und so. Aber schon interessant, nicht wahr? Dass nicht allzu weit von dem Highway entfernt, der zu den Keys runterführt, ein kleines Mädchen verschwindet. Da frage ich mich doch, ob es vor der Schule passiert ist. »Fünfzig Meilen von Tarpendrive entfernt«, warf Cowart ein. Der Detective nickte. »Und absolut nichts, was diesen Fall mit den anderen beiden in Verbindung bringt, die uns interessieren. Wieso? fragte Brown bedächtigt zurück. Wollten sie es dann sehen, als die Kellnerin es wegwerfen wollte? Der Polizist faltete das Plakat zusammen und steckte es in die Tasche. Dann stand er auf und ging zur Eingangstür. Die beiden Männer blieben draußen auf dem Bürgersteig und sah, vor dem Eingang ein Mann in blauem Hemd und einem Schlagstock im Holster saß. Ein Wachmann stellte er fest und wunderte sich, dass er den Mann nicht gleich registriert hatte. Vermutlich hatten sie diese Sicherheitsmaßnahme erst nach der Entführung angeordnet, als ob damit verhindert werden könnte, dass der Blitz an derselben Stelle zum zweiten Mal einschlägt. Er erinnerte sich, dass damals sogar, als draußen die Polizisten eintrafen, die Leute, Erwachsene wie Kinder, weiter in den Laden strömten und ungeachtet der blutigen Konfrontation, die sich draußen auf dem Bürgersteig abspielte, nach einer Weile wieder mit Spielzeug in großen Plastiktüten erschienen. Er drehte sich zu Brown um. Und wie geht's jetzt weiter? Wir sind extra zu den Kies runtergefahren und Wieso knöpfen wir uns nicht Ferguson vor? Der Detektiv schüttelte den Kopf. Nein, wir fahren zuerst nach Petschula zurück. Wozu? Nun ja, es wäre doch schön zu erfahren, ob Sully wenn ihnen wenigstens in einem Punkt die Wahrheit gesagt hat. Oder? In Miami trennten sich die beiden Männer kurz nach ihrer Ankunft. Die Hitze des Tages staute sich noch immer in der Luft, so dass die Dunkelheit dichte Masse über den Straßen hing. Cowart setzte Brown am Holiday Inn im Zentrum ab, in dem er sich ein Zimmer genommen hatte. Das Hotel lag gegenüber dem Bezirksgericht, etwa auf halben Wege zwischen der Orange Bowl und Liberty City, in einer Art städtischem Niemandsland mit Krankenhäusern, Bürogebäuden, Gefängnissen, zwischen denen mit ihrem unaufhaltsamen Wachstum die Slums in die Lücken vordrangen. Kaum war er in seinem Zimmer, zog sich Brown Jackett und Schuhe aus, dann sank er auf den Bettrand und wählte eine Nummer. »Staatspolizei Dade County, Südstation?« »Ich würde gerne mit Detective Howard sprechen.« Er hörte, wie er durchgestellt wurde, dann die kurz angebundene Stimme eines Mannes. »Detective Howard, was kann ich für Sie tun?« »Das wird sich zeigen. Detektiv Lieutenant Brown ist Cambia County.« »Hallo!« Nett von Ihnen zu hören, Lieutenant. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?« Die militärische Unnahbarkeit war augenblicklos. »Dich einer jovialen Hemdsärmlichkeit gewichen.« »Ah«, sagte Brown in demselben Ton. »Wahrscheinlich nur eine wilde Spekulation, aber ich wollte Sie trotzdem um ein paar Informationen über dieses Mädchen bitten, Don Perry, das vor ein paar Monaten verschwunden ist.« »Ja, auf dem Heimweg vom Gemeindezentrum. Gott, was für eine furchtbare Geschichte.« »Wie genau ist es passiert?« »Haben Sie irgendwelche Hinweise zu dem Fall?«, fragte der Detective zurück. »Nein«, erwiderte Brown. »Ehrlich gesagt habe ich das Poster eben zum ersten Mal gesehen, und irgendwie hat es mich an einen Fall erinnert, in dem ich selbst ermittelt habe. Dachte nur, ich gehe der Sache vorsichtshalber nach.« »Mist«, antwortete der Detective. »Schade. Einen Moment lang habe ich mir Hoffnung gemacht, Sie kennen das ja. Können Sie mir ein bisschen was drüber erzählen?« »Klar. Gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Kleines Mädchen, keine Feinde auf der Welt, geht eines Nachmittags zum Schwimmunterricht im Gemeindezentrum. Es sind Schulferien, wissen Sie also, laufen alle möglichen Programme für die Kinder. Zuletzt wurde sie von ein paar Freunden auf dem Nachhauseweg gesehen.« »Hat jemand beobachtet, was passiert ist?« »Nein, eine alte Dame ein Stück die Straße runter. Also, das sind alles alte Häuser mit Klimageräten in den Fenstern, die einen Höllenlärm machen. Na, jedenfalls kann sich diese alte Lady die Stromkosten nicht leisten, nicht die ganze Zeit, und so sitzt sie in der Küche an einem Ventilator, und sie hört ein kleines Mädchen schreien, und dann wie ein Auto davon rast, aber bis sie es zur Haustür schafft, ist der Wagen schon zwei Häuserblocks weiter. »Weißer Wagen, amerikanische Marke, das war's auch schon. Kein Kennzeichen, keine Beschreibung. Büchertasche mit ihrem Schwimmzeug bleibt auf der Straße liegen. Die alte Dame hat es echt drauf, das muss man ihr lassen. Meldet das, was sie gesehen hat, sofort der Polizei, aber bis die Streife bei ihr ist, das Haus findet, mit der alten Dame spricht und eine Suchmeldung rausbringt, ist kaum noch was zu holen. Wissen Sie, wie viele weiße Autos es im Dade County gibt?« »Eine Menge. Ja, kann man wohl sagen. Trotzdem ermitteln wir aufgrund des Bisschen, was wir haben. Wir konnten verflucht noch mal nur einen einzigen Fernsehsender dazu kriegen, an dem Abend das Bild des Mädchens zu bringen. Vielleicht war sie denen nicht hübsch genug, was weiß ich. Vielleicht hat es an der falschen Hautfarbe gelegen. »Ach, Sie sagen es. Weiß der Teufel, wonach diese Mistkerle entscheiden, was in die Nachrichten kommt und was nicht. Nachdem wir die Poster verteilt hatten, kamen ein paar Dutzend Anrufe rein. Soll mal hier, mal dort, mal sonst wo gesehen worden sein. Dann haben wir ihre Familie gründlich überprüft, wollten wissen, ob sie vielleicht jemand entführt hat, der sie kannte, aber nein, die Perrys waren anständige Leute. Er arbeitet bei der Kraftfahrzeugbehörde, sie in der Cafeteria einer Grundschule. Keine häuslichen Probleme, noch drei andere Kinder. Was sollten wir denn machen? Ich hatte noch hundert andere Fälle auf dem Tisch. Überfälle, Einbrüche, bewaffneter Raub. Gibt sogar ein paar Fälle, die ich lösen kann. Muss meine Zeit sinnvoll nutzen, wissen Sie. Naja, ist ja bei Ihnen vermutlich nicht anders. Also wurde einer von diesen Fällen draus, bei denen man einfach abwarten muss, dass irgendwann jemand die Leiche findet und dann das Morddezernat übernimmt. Aber vielleicht passiert das nie. Schließlich sind wir hier unten verdammt nah an den Everglades. Da kann man jemanden ziemlich schnell loswerden. Normalerweise geht's um Drogendealer. Die biegen einfach auf eine alte Zufahrtsstraße ab und schmeißen eine Leiche in die Glades. Vertrauen darauf, dass der gute alte Sumpf ihnen die Arbeit abnimmt. Kinderspiel. Das schafft jeder durch die Bank, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es kann jeder gewesen sein, ja. Jeder, der eine Schwäche für kleine Mädchen hat und verhindern will, dass Sie jemandem sagen, was mit Ihnen passiert ist. Der Detective schwieg. Manchmal wundere ich mich, dass wir nicht hunderte Fälle dieser Art haben. Wenn Sie dieses Mädel in Ihren Wagen bekommen können, ohne sich erwischen zu lassen, naja, dann kommen Sie mit allem durch. Aber Sie hatten keine... Ne, ne, sonst hatten wir keinen solchen Fall. Ich hab in Monroe und Broward nachgehört, aber die hatten auch nichts. Ich hab ein Sexualtäterprofil durch den Computer gejagt und er hat ein paar Namen ausgespuckt. Zwei von den Arschlöchern haben wir uns sogar vorgeknöpft, aber der eine war nicht in der Stadt, als Dorn verschwand, und der andere bei der Arbeit. Aber das war auch schon ein paar Tage nach Ihrem Verschwinden. Sie wissen ja, wie das ist. Und? Ja, und nichts. Nada, null. Keinerlei Beweise oder Anhaltspunkte. Nur ein Mädchen, das schon zu lange verschwunden ist. Aber dann erzählen Sie doch mal was zu Ihrem Fall. Irgendwelche Parallelen? Nein? Brown überlegte sich seine Antwort genau. Nein, wohl eher nicht. Bei uns war es ein weißes Mädchen, das gerade aus der Schule kam. Liegt eine Weile zurück. Wir hatten einen Verdächtigen, konnten ihn aber am Ende doch nicht festnageln. Na, verstehe. Schade. Dachte, Sie hätten vielleicht etwas, das uns weiterhelfen könnte. Brown bedankte sich bei dem Detective und legte auf. Er konnte nicht still sitzen, und so sprang er auf, trat ans Fenster und starrte in die Dunkelheit. Von seinem Zimmer aus konnte er bis zum Highway in westöstlicher Richtung blicken, der mitten durchs Zentrum von Miami und weiter ins Innere des Bundesstaates führte. An den Neubaugebieten, dem Flughafen, den Fabriken und Einkaufszentren vorbei und schließlich durch die ärmeren Außenbezirke am äußersten Rand der Stadt, zur morastigen Mitte des Bundesstaates. Die Everglades grenzen an Big Cypress. Es folgen die Sumpfgebiete Loxahatchee und Corkscrew, die Gegend um den Fluss Withlacoochee, die Wälder der Naturschutzgebiete Ocala, Osceola und Apalachicola. In Florida ist man nie weit weg von einem Niemandsland, einem dunklen, entlegenen Versteck. Eine Weile beobachtete Brown den Verkehrsstrom, der mit seinen scheinen Werfern wie eine Leuchtspur im Dunkeln verschwand. Er legte die Hand über die Augen, als wollte er das Bild des zweiten Mädchens, das verschwunden war, aus dem Kopf verbannen. Dieser Fall ist in der Großstadt passiert, inmitten all der anderen alltäglichen Schrecken. Eben noch war sie da, im nächsten Moment nicht mehr. Als hätte es sie nie gegeben, außer in der Erinnerung einiger trauender Angehöriger, die für immer mit dem Albtraum weiterleben mussten. Er schüttelte den Kopf und sagte sich mit dem Verstand, er sei paranoid. Ein anderes kleines Mädchen. Joni Schreiber. Seitdem hatte es weitere gegeben. Dawn Perry. Wahrscheinlich ist gestern ein mehr oder weniger ähnlicher Fall passiert. Und morgen vielleicht der nächste. Verschwunden einfach so. Eine Grundschule. Ein Gemeindezentrum. Die Lichter draußen vor seinem Fenster glitten weiter durch die Nacht. Bei Cowards Ankunft befand sich nur noch eine weitere Person im Archiv des Miami Journal, eine junge Hilfskraft mit einer scheuen Ehrerbittigkeit, die es ihm schwer machte, sie direkt anzusprechen, und die bei ihrer Antwort den Kopf gesenkt hielt, als sei ihr jedes Wort, das sie sagte, peinlich. Sie geleitete Coward zu einem Computer und fuhr ihn hoch. Als er das Stichwort Dawn Perry eingab, ließ sie ihn allein. Zwei Einträge erbrachte seine Suche. Er rief sie auf. Der erste war nur vier Absätze lang. Es handelte sich um einen Aufruf der Polizei, der sich an die Haushalte im Süden des Bezirks richtete. In der überregionalen Ausgabe war über das Verschwinden des Kindes nichts erschienen. Die Überschrift der Lokalausgabe lautete, Polizei melde zwölfjähriges Mädchen als vermisst. Dem Text war lediglich zu entnehmen, dass Dawn Perry vom Schwimmunterricht in einem örtlichen Gemeindezentrum nicht nach Hause gekommen sei. Der zweite Eintrag lautete, Polizei im Fall des vermissten Mädchens ohne jede Spur. Diese Meldung war ein wenig länger als die erste, doch die Überschrift fasste im Wesentlichen zusammen, was in dem Artikel stand. Coward druckte beide Suchergebnisse aus. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Streng genommen wusste er nicht mehr als das, was er auch schon von der Kellnerin erfahren hatte. Er stand auf. »Tanny Brown hat recht«, gab er wieder willig zu. »Du schnappst allmählich über.« Geistesabwesen sah er sich um. Ein paar Reporter saßen an Computern und vergaßen alles außer dem Bildschirm vor ihrer Nase. Es war ihm gelungen, sich ins Archiv zu schleichen, ohne dass die Nachtschicht der Lokalredaktion etwas merkte. Er wollte nicht, dass irgendjemand mitbekam, was er machte. Einen Moment lang sah er den anderen Reportern bei der Arbeit zu. Es war spät, die Leute wollten nach Hause, und so wurden die Worte, die sie abgespannt und müde für die nächste Morgenausgabe formulierten, immer kürzer, schnörkelloser. Er merkte, wie ihn dieselbe Erschöpfung packte. Er starrte auf die zwei Ausdrucke mit den wenigen dürren Worten, die das Verschwinden von Don Perry dokumentierten. Zwölf Jahre alt. Bricht an einem heißen Augustnachmittag zum nächstgelegenen Schwimmbad auf. Wahrscheinlich seit Monaten tot. konstatierte er lakonisch. Schnee von gestern. Er wandte sich vom Computer ab, als ihm ein Gedanke kam. Ein Versuch war es immerhin wert. Also kehrte er zum Computer zurück und gab den Namen Robert Earl Ferguson ein. Nach einem Piep kam die Meldung, 24 Einträge. Coward setzte sich wieder hin und tippte, Verzeichnis. Wieder erschien eine Liste auf dem Bildschirm. Jeder Eintrag mit Datum und einer Angabe des ungefähren Umfangs. Coward ging das Verzeichnis mit den Artikeln durch, die er alle kannte. Die ursprüngliche Reportage wurde durch spätere, kürzere Artikel ergänzt. Dann folgte die Freilassung und zuletzt kamen die jüngsten Beiträge, die er nach Fergusons Freilassung geschrieben hatte. Er ging die Liste ein zweites Mal durch. Diesmal sprang ihm ein Eintrag vom letzten August ins Auge. Er sah sich das Datum an und stellte fest, dass der Artikel etwa aus der Zeit stammte, als er mit seiner Tochter in Disney World Urlaub gemacht hatte. Es war einen Monat nach der Freilassung von Ferguson, in der Zeit, bevor das Gericht seinen Fall aufgegeben hatte. Und vier Tage, bevor Don Perry diese Welt verließ. In dem Eintrag war die Länge der Nachricht angegeben. Nur wenige Zeilen. Eine Kurzmeldung nicht mehr. Er rief die Seite auf. Der Eintrag stammte aus einem kirchlichen Beiblatt, in dem die Predigten und Ansprachen im ganzen Dade County für den folgenden Tag angezeigt wurden. Etwa in der Mitte der Liste las er Ansprache von ehemaligem Todeskandidaten. Robert R. Ferguson spricht morgen Sonntag um elf Uhr in der New Hope Baptist Church darüber, wie er dank seines Glaubens die Prüfungen und Drangsal als Justizopfer im Todestrakt durchgestanden hat. Die Kirche befand sich in Perrine. Die junge Ermittlerin Detective Andrea Schäffer sah dem Morgen an ihrem Schreibtisch entgegen. Sie hatte versucht zu schlafen, jedoch lange kein Auge zu bekommen, bis sie schließlich in einen leichten, unruhigen Schlummer fiel. Als sie in aller Herrgottsfrühe aufgestanden war, war sie froh, dass sie von dem Blut und den aufgeschlitzten Gurgeln nur geträumt hatte. Rasch hatte sie sich angezogen und war zum Morddezernat des Polizeireviers Key Largo gefahren. Ihr Büro lag im zweiten Stock und von ihrem Platz aus konnte sie durch das Fenster den ersten zarten Lichtsaum am Rande der Nacht sehen. Sie stellte sich vor, wie sich im Lauf der nächsten Stunde draußen im Golfstrom das Dunkel verflüchtigte und der Morgen die Konturen auf dem bewegten Meer gestochen scharf in Szene setzte, um zuletzt mit einem einzigen tiefen Schnitt den Horizont vom Ozean zu lösen. Sie wünschte sich, im Fischerboot ihres Stiefvaters im allerersten Morgengrauen dort draußen zu sein, in der Dünung die Füße zu beiden Seiten gegen das Dollbord zu stemmen, während sie mit glitschigen Händen die Leitschnüre fädelte und knotete. Wie es aussah, dämmerte ein prächtiger Tag zum Angeln herauf, mit großen Gewitterwolken draußen über dem Meer und, wenn die Hitze ihren Siedepunkt erreichte, schmalen Wasserhosen, die noch dunkler und bedrohlicher in den Himmel ragten. Doch die Fische spürten das Unwetter im Voraus, und sie würden hungrig an die Oberfläche tauchen. Du hältst dich immer dicht am Rand des Wirbels und die Köder in Bewegung, schnelle Köder, für Königsmakrelen und Wahoos, besonders für Schwertfische, etwas, das gegen die Wellen klatscht, die dunkle Golfströmung durchpflügt und für die großen Fische unwiderstehlich ist. »Das hat mich am Angeln immer so gereizt«, sinnierte sie. »Nicht der noch so spektakuläre Kampf mit dem Haken und der Schnur und ebenso wenig das panische Zappeln an Bord, schon gar nicht das Schulterklopfen und die bierselige Anerkennung. Ich war schon immer versessen auf die Jagd.« Während sie zum Fenster hinausstarrte, ging sie im Geist durch, was sie wusste und was nicht. Als das Licht den Kampf endlich gewonnen hatte, löste sie sich von dem Schauspiel und senkte den Blick auf die Papiere, die über ihren Schreibtisch verstreut lagen. Sie überflog ihren zusammenfassenden Bericht über die Befragung der Nachbarn am Tarpendrive. Niemand hatte irgendetwas Bemerkenswertes gesehen oder gehört. Dann suchte sie den Bericht der Gerichtsmedizin heraus. Bei beiden Opfern war die unmittelbare Todesursache gleich, das rasche Durchtrennen der Halsschlagader und der daraus resultierende hohe Blutverlust. Er war Linkshänder, stellte sie fest, stand hinter ihnen und führte die Klinge quer über die Kehle. Die Haut an den Schnitträndern war nur geringfügig zerfetzt. Ein Rasiermesser, vielleicht auch ein Jagdmesser aus Karbonstahl, etwas richtig Scharfes jedenfalls. Keins der Opfer wies besonders auffällige postmortale Verletzungen auf. Er hat sie getötet und ist weg. Zu den prämortalen Verletzungen gehörten Prellungen rings um die Arme, was auf der Hand lag. Der Mörder hatte sie brutal gefesselt, die Stricke schnitten ihnen ins Fleisch. Außerdem waren sie mit Isolierband geknebelt. Das männliche Opfer hatte eine Prellung an der Stirn, eine aufgeplatzte Lippe und ein gebrochenes Rippenpaar. Die Knöchel an der rechten Hand waren aufgeschürft, Farbrückstände waren gefunden worden und die Stuhlbeine hatten Schrammen auf dem Linoleum des Küchenbodens hinterlassen. Wenigstens hat er sich gewährt, und wenn auch nur für einen Moment. Er war wohl als Zweiter dran, hatte die Handrücken gegen das Stuhlgestell gedrückt, um sich herauszuwinden, bis der Täter ihn mit aller Kraft quer über die Brust und gegen den Kopf schlug. Bei der Frau war kein sexuelles Trauma zu erkennen, obwohl sie nackt aufgefunden worden war. Demütigung. Schäfer erinnerte sich an den Stoß ordentlich zusammengefalteter Nachtwäsche in der Küchenecke. Ordentlich zusammengefaltet. Von wem? Dem Opfer? Oder dem Mörder? Keine Hautrückstände unter den Fingernägeln. Schäfer warf den Stoßpapier auf den Tisch. »Führt uns kein bisschen weiter«, dachte sie. »Jedenfalls, soweit ich sehe.« Sie griff nach dem Tatortbericht und fand, wie oft schon, den Fachjargon irritierend. Der Tod auf denkbar knappe, nüchterne Formeln reduziert. Gemessen, gewogen, fotografiert, bestimmt. Bei dem Strick, mit dem das ältere Ehepaar gefesselt worden war, handelte es sich um eine Viertelzoll Nylon-Wäscheleine, wie man sie in jedem Haushaltswarengeschäft oder Supermarkt kaufen konnte. Zwei Stücke, eins 103 Zentimeter lang, das andere 98 Zentimeter lang. Beide waren von einer 3,70 Meter langen Schnur abgeschnitten worden, die an der Hintertür gefunden worden war. Der Mörder hatte einen einfachen Henkersknoten geknüpft, den Opfern die Schlinge über die Hände gestreift und an den Handgelenken festgezurrt, dann je zwei weitere Schlingen angelegt und das Ganze mit einem einfachen Kreuzknoten zusammengebunden. Ein gewöhnlicher, unauffälliger Knoten, am Tatort improvisiert. Stark genug, um bis zu einem schnellen Tod zu halten, bei mehr Zeit aber durchaus vom Opfer zu lösen. Das hatte etwas zu bedeuten. Das war keiner aus der Gegend, sondern er kam von woanders her. Auf den Kies kannten sich die meisten Bewohner mit Tauen aus, sie hätten einen festeren Schifferknoten verwendet. Sie nickte. Mitten in der Nacht. Er ist eingebrochen, hat sie überwältigt, gefesselt, geknebelt. Sie glaubten, es wäre ein Raubüberfall und Stillhalten wäre die angemessene Überlebenstaktik. Keine Chance. Er hat sie einfach umgebracht. Schnell, effizient. Das Ganze möglichst zügig hinter sich bringen, lautlos mit dem Messer, keine Schüsse, die neugierige Nachbarn auf den Plan rufen könnten, kein Raub, keine Vergewaltigung, kein Türknallen, kein aufheulender Motor, keine quietschenden Reifen. Ein Mörder, der am Tatort erscheint, mordet und wieder geht, nachdem er sich gerade einmal die Zeit genommen hat, auf dem Tisch zwischen seinen Opfern eine Bibel aufzuschlagen. Außer seinen Opfern hat ihn niemand gesehen oder gehört. Alle Morde, überlegte sie, senden eine Botschaft aus. Die Leiche des Drogendealers, die halb verfault in den Mangroven entdeckt wird, mit einer einzigen Schussverletzung im Hinterkopf, goldener Armbanduhr und Diamantschmuck unangetastet an den Handgelenken, sendet eine Botschaft aus. Die junge Frau, die glaubt, nur dieses eine Mal könnte sie spätabends vom Restaurant, in dem sie als Kellnerin jobbt, per Anhalter nach Hause fahren und die nackt und vergewaltigt und tot drei Countys entfernt wieder auftaucht, eine andere. Der Tod eines alten Manns im Wohnwagen, der irgendwann nicht mehr die Kraft hat, seine unheilbar krebskranke Frau zu pflegen, der sie und dann sich selbst erschießt und mit dem Hochzeitsalbum auf dem Schoß gefunden wird, kündet von einem eigenen Drama. Sie betrachtete die Tatortfotos. Die Hochglanzabzüge erinnerten sie an die drückende Hitze in der Küche mit den Toten und den entsetzlichen Gestank der Leichen. Wenn an einem Tatort Zeitverstrich und die Verwesung einsetzte, war der letzte Rest an Würde, der von ihrem Leben übrig sein mochte, schnell verflogen. Außerdem spielte die Verzögerung den Ermittlern üble Streiche. Sie hatte gelernt, dass jede Minute, die nach einem Mord verstrich, die erfolgreiche Aufklärung erschwerte. Alte Fälle, bei denen man irgendwann doch noch einen Mörder hinter Gitter bringen konnte, schrieben Schlagzeilen. Doch für jeden Mord, der doch noch gesühnt wird, dachte sie, bleiben hundert auf der Strecke, jeder davon ein verworrenes Knäuel an Verdachtsmomenten und Spekulationen. Zwei alte Menschen, die einen Serienmörder auf die Welt losgelassen haben, fallen selbst einem Mord zum Opfer. Was für ein seltsames Verbrechen. Rache. Vielleicht Gerechtigkeit. Möglicherweise eine perverse Kombination aus beidem. Sie ging die Tatortberichte weiter durch. Sie hatten zwei partielle Fußabdrücke in der Blutlache am Boden abgenommen. Das Sohlenprofil hatte die Forensik einem paar knöchelhohen Reebok Basketballschuhen zugeordnet, zwischen Größe neun und elf. Und dieses spezielle Profil grenzte die Fertigung auf das letzte halbe Jahr ein. In dem Blutfleck an der Brust des alten Mannes waren Textilfasern gesichert worden, eine Baumwoll-Polyester-Mischung, die gewöhnlich bei Sportkleidung verarbeitet wurde. Der Täter war durch die Hintertür ins Haus eingedrungen. Schon bei der ersten Berührung mit einem Schraubenzieher oder Meißel aus Stahl war das morsche alte Holz gesplittert. Sie schüttelte den Kopf. Damit hatte man auf den Kies ständig zu tun. Sonne, Wind und Salzluft setzten den Türrahmen zu, was auf dem 160 Meilen langen Terrain zwischen Miami und Key West jeder kleine Gauner wusste. Nur, dass bei diesem Verbrechen kein kleiner Gauner am Werk gewesen war. Sie griff nach einem Stift und machte sich ein paar Notizen. In Haushaltswarengeschäften und Baumärkten überprüfen, ob jemand ein Messer, Nylonschnur und einen Schraubenzieher oder ein kleines Stemmeisen gekauft hat. Noch einmal mit allen Nachbarn reden, vielleicht hat jemand einen unbekannten Wagen gesehen. Die hiesigen Hotels überprüfen, hat er die Bibel mitgebracht? In Buchläden nachfragen. Viel Hoffnung machte sie sich bei keiner dieser Maßnahmen. Weiter, bei dem Kriminallabor nachhören, das die Hautproben an den tödlichen Schnittwunden genommen hat, vielleicht bekommen wir mit einer spektografischen Untersuchung ein paar Metallfragmente zu Gesicht und damit Aufschluss über die Waffe. Das war wichtig. Sie ordnete ihre Gedanken mit militärischer Präzision. Wenn ein Mörder nichts hinterlässt, das irgendwie von Beweiskraft wäre, nichts von sich selbst wie Fingerabdrücke oder Haare oder Sperma, dann muss man, um ihn mit dem Tatort in Verbindung zu bringen, etwas finden, das er mitgenommen hat. Die Mordwaffe? Blutspuren an seinen Schuhen oder Kleidern? Ein Gegenstand aus dem Haus? Irgendetwas? Schäfer rieb sich einen Moment die Augen und war mit den Gedanken wieder bei Cowart. »Was verschweigt der Mann?«, fragte sie sich. Irgendeine Sache an dem Verbrechen, die für ihn von Bedeutung ist, aber welche? Sie führte sich den Reporter vor Augen, seinen Blick, seine Redeweise. Auch wenn sie nicht viel Erfahrung mit Reportern hatte, wusste sie zumindest, dass sie sich im Allgemeinen gern den Anschein gaben, mehr zu wissen, als es tatsächlich der Fall war, dass sie über Informationen aus erster Hand verfügten, statt sie einem zu entlocken. Auf Cowart traf das nicht zu. Nach ihrer ersten Konfrontation am Tatort hatte er ihr keine einzige Frage zu den Morden am Tarpendrive gestellt, sondern alles daran gesetzt, seinerseits ihren Fragen auszuweichen. Was sagt ihr das? Dass er die Antwort bereits wusste. Doch welchen Grund hatte er sie ihr vorzuenthalten? Um jemanden zu schützen. Blair Sullivan? Ausgeschlossen. Er muss sich selbst schützen. Doch auch das brachte sie nicht weiter. Sie kritzelte auf dem leeren Block, der vor ihr lag, konzentrische Kreise, die immer enger wurden. Also noch einmal von vorn. Blair Sullivan verrät Matthew Cowart, er habe den Doppelmord in Auftrag gegeben. Wie stellte das vom Todestraktors an? Sie verließ der Mut. Gefängnisse sind eine Welt für sich. Wenn jemand bereit und in der Lage ist, den richtigen Preis zu zahlen, kann er alles bekommen, sogar einen Mord. Und alle Insassen wissen, wie der Tauschhandel funktioniert. Für jemanden von draußen war es allerdings schwierig, in dieses geölte Räderwerk Einblick zu erhalten, wenn nicht gar unmöglich. Die normalen Hebel, die für die Polizei so wichtig waren, die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung oder vor juristischen Konsequenzen, waren im Strafvollzug außer Kraft gesetzt. Ihre nächste Aufgabe stand ihr vor Augen. Die Befragung sämtlicher Häftlinge, die mit Sullivan in Berührung gekommen waren. Einer davon müsste der Draht nach draußen sein, dachte sie. Aber was hat der Kerl im Gegenzug zu bieten? Er hatte kein Geld. Oder doch? Er besaß kein Ansehen. Er war ein Einzelgänger gewesen und endete auf dem elektrischen Stuhl. Oder habe ich was übersehen? Womit bezahlte er die Tat? Und wieso erzählte er Matthew Coward davon? Ihr kam der Gedanke, vielleicht hat er ja längst bezahlt. Sie holte Tiefluft. Blair Sullivan schließt einen Handel über einen Mord. Und wir gehen davon aus, dass die Bezahlung fällig wird, sobald der Auftrag ausgeführt wird. So wäre es normal. Aber drehen wir die Sache mal anders herum. Schäfer wurde plötzlich warm. In ihrem Kopf arbeitete es, als hätte jemand gleich mehrere Schalter zugleich umgelegt. Sie war so aufgeregt wie früher, wenn sie den breiten, dunklen Schatten eines Schwertfischs durch das grün-schwarze Wasser zielstrebig auf ihren Köder zuschwimmen sah. Ein einziger Moment, wie elektrisiert, beschleunigter Puls, kurz bevor der Kampf beginnt. Der beste Moment, dachte sie. Sie griff zum Telefon und wählte eine Nummer. Es klingelte dreimal, dann ein unwirsches Brummen in der Leitung. »Ja«, »Mike?« »Ich bin's, Andy.« »Oh, mein Gott. Willst du's nicht mal mit Schlafen versuchen?« »Tut mir leid, nein.« »Sekunde.« Während sie am Apparat blieb, hörte sie, wie er leise seiner Frau etwas erklärte. Sie konnte die Worte »Es ist ihr erster großer Fall« verstehen, und der Rest ging im Rauschen von Wasser unter. Dann Stille und schließlich die Stimme ihres Partners. »Hör mal, verdammt! Ich bin ein altgedienter Detektiv und du der Grünschnabel. Wenn ich sage »Schlafen«, dann hast du gefälligst zu schlafen. »Tut mir leid«, entschuldigte sie sich noch einmal. »Aha«, erwiderte er, »lassen wir die Heuchelei, also.« »Was liegt an?« »Matthew Cowart.« In dem Moment, als sie seinen Namen aussprach, sagte er ein Gefühl, besser die Karten noch nicht gleich auf den Tisch zu legen. »Unser »Ich weiß was, was du nicht weißt«, Reporter. »Eben der«, sie schmunzelte. »Junge, der Mistkerl geht mir vielleicht auf den Geist.« Sie sah ihren Partner auf der Bettkante sitzen. Seine Frau hatte sich vermutlich sein Kissen geschnappt und sich über den Kopf gedrückt, um den Geräuschpegel zu dämpfen. Anders als bei einer Reihe von Kollegen war ihre Beziehung zu Michael Weiss rein dienstlich. Sie waren noch nicht lange zusammen, lange genug, um hier und da miteinander zu lachen, nicht lange genug, um sich zu fragen, was eigentlich so witzig war. Er war ein Raubein, fantasielos und ein Heißsporn. Taugte am besten dazu, Zeugenfotos unter die Nase zu halten und Unterlagen von Versicherungsgesellschaften zu durchforsten. Der Umstand, dass er zehn Dienstjahre, sie dagegen nur ein paar Monate vorzuweisen hatte, zählten für sie nicht. Sie zog mit Leichtigkeit an ihm vorbei. »Mir auch.« »Also, was liegt an?« »Ich denke, ich sollte ihm ein bisschen auf die Pelle rücken. Nicht mehr in Ruhe lassen. In seinem Büro, in seiner Wohnung, wenn er joggen geht, wenn er in der Badewanne sitzt.« Wise lachte. »Was versprichst du dir davon?« »Er soll merken, dass wir ihm so lange im Nacken sitzen, bis wir wissen, was er uns wirklich zu sagen hat. Zum Beispiel, wer diese Verbrechen begangen hat.« »Er leuchtet mir ein.« »Aber es muss sich auch jemand um das Gefängnis kümmern, rausfinden, ob dort jemand was weiß, zum Beispiel dieser Sergeant. Außerdem könnte es nützlich sein, wenn sich jemand Sullivans persönliche Habe ansehen würde. Vielleicht ist da irgendetwas dabei, was uns weiterhilft.« »Andy. Hätte diese Besprechung nicht bis, sagen wir, acht Uhr Zeit gehabt?« Wise Ton war eine Mischung aus Müdigkeit und trockenem Humor. »Ich meine, ein bisschen Schlaf soll wirklich gesund sein.« »Tut mir leid, Mike. Ja, habe ich auch gehört.« »Ich hasse es, wenn du mich an meine eigene Vergangenheit erinnerst. Mein erster Fall, ich habe Feuer gespien, mit den Hofen gescharrt. Aber lass dir raten, geh's mit Bedacht an.« »Mike, schon gut, schon gut. Du würdest also lieber den Reporter in die Zange nehmen, als Häftlinge und Wachmänner zu befragen, ja?« »Stimmt.« »Weißt du was?«, sagte Weiß lachend. »Mit dem intuitiven Ansatz bringst du's im Dezernat noch weit. Also, meinetwegen. Tritt du, kauert auf die Zähne, und ich fahr nochmal nach Stark. Aber ich will, dass wir reden. Einmal täglich, besser zweimal, klar?« »Ja, selbstverständlich.« Sie konnte nicht sagen, ob sie ernsthaft vorhatte, ihm den Gefallen zu tun. Sie beendete das Gespräch und räumte ihren Schreibtisch auf, legte Berichte zu einem ordentlichen Stapel zusammen, heftete ihre eigenen Notizen mit Büroklammern an die Ordner, steckte Kugelschreiber und Bleistifte in einen Köcher. Als sie mit der Ordnung an ihrem Arbeitsplatz zufrieden war, sonnte sie sich für einen Moment in freudiger Erwartung. »Freie Bahn«, dachte sie. Unter einer Mittagssonne, die die Kühlerhaube zum Glühen brachte, summte sie einige Takte aus einem Jimmy Buffett-Song über das Leben in den Florida Keys, während sie bei zügigem Tempo ihren Gedanken nachhing. Im Morddezernat war sie ein Neuling. Vor gerade mal neun Monaten war sie noch Streife gefahren, und vor drei Monaten hatte sie sich im Einbruchsdezernat ihre ersten Sporen verdient. Dank ihrer Fähigkeiten und eines Gleichstellungsverfahrens für Frauen und Minderheiten in ihrem Revier hatte man sie erneut befördert. Sie war von Ehrgeiz getrieben, platzte vor Energie und hegte die feste Überzeugung, dass sie ihre mangelnde Erfahrung durch harte Arbeit wegmachen konnte. Seit ihrer einsamen Kindheit in den Upper Keys war dies ihre Lösung für fast alle Probleme gewesen. Ihr Vater war Detective bei der Polizei von Chicago gewesen und in Ausübung seiner Pflicht ums Leben gekommen. Sie hatte über die Redewendung »in Ausübung seiner Pflicht gestorben« nachgedacht. Welch dürre Worte die, wie sie längst begriffen hatte, einer momentanen Kurzschlusshandlung oder einfach nur dem Pech einen militärischen Nimbus verliehen. Damit sollte suggeriert werden, dass er mit seinem Tod etwas Wichtiges bewirkt hatte, was nicht der Fall war. Ihr Vater hatte im Dezernat für Kleinkriminalität gearbeitet, wo er es normalerweise mit Trickbetrügern, kleinen Gaunern und Schwindlern zu tun hatte. So gut er konnte, hatte er sich der nie endenden Flut an Pensionären und Mittelschichtern entgegengestellt, die mit einer bizarren Idee nach der anderen reich zu werden hofften. Eines Morgens hatte er in einem dubiosen Unternehmen eine Razzia durchgeführt. Zwanzig Männer und Frauen, die in Reih und Glied an ihren Telefonen saßen und Leute zu einer Investition in Gold beschwatzten. Weder das Konzept noch der Polizeieinsatz waren ungewöhnlich, sondern sowohl für die Kriminellen als auch für die Polizisten Routine. Das Einzige, was aus dem Rahmen fiel, war ein junger Heißsporn unter den Telefonisten, der heimlich eine Schusswaffe bei sich trug, nicht vorbestraft war und keine Ahnung hatte, dass die Strafjustiz ein Vergehen wie ein Kavaliersdelikt behandeln würde. Es war ein einziger Schuss gefallen, der durch einen billigen Raumteiler aus Faserplatte drang und dahinter ihren Vater in die Brust traf, als er gerade dabei war, die falschen Namen der Festgenommenen zu notieren. Sinnlos, dachte sie. Vollkommen sinnlos. Er war mit dem Stift in der Hand gestorben. Sie war damals zehn Jahre alt gewesen, und sie erinnerte sich an einen stämmigen Mann, der mit ihr, als sie klein war, ständig herumgetollt war und der sie später zu spielen der White Sox in den Comiskey Park mitgenommen hatte. Er hatte ihr Werfen und Fangen beigebracht und Respekt vor körperlicher Stärke. Es war ein vollkommen normales Leben gewesen. Sie hatten in einem bescheidenen Backsteinhaus gewohnt. Sie und ihre älteren Brüder waren an die nächstgelegenen Schulen gegangen. Die kurzläufige Pistole, die ihr Vater im Dienst getragen hatte, war ihr weniger im Gedächtnishaften geblieben, als die auffälligen Jacketts und schrill bunten Krawatten, die er so gerne trug. Ein einziges Foto von ihnen beiden hatte sie behalten. Es hatte geschneit, und sie standen draußen neben einem Schneemann, den sie zusammengebaut hatten, und den sie beide wie einen Freund umarmten. Der Schnappschuss war Anfang April entstanden, als der mittlere Westen sich aus dem eisigen Griff des Winters zu lösen versuchte und zur Strafe einen letzten Kälteeinbruch bekam. Der Schneemann hatte eine Baseballkappe auf dem Kopf, Steine als Augen und abgebrochene Äste als Arme. Sie hatten ihm einen Schal umgebunden und mit dem Finger ein dümmliches Grinsen verpasst. Es war ein großartiger Schneemann gewesen, beinahe lebensecht. Natürlich war er geschmolzen. Mit dem erneuten Wetterumschlag verschwand er in wenigen Tagen. Ein Jahr nach seinem Tod waren sie in die Kies gezogen. Eigentlich hatten sie damals nach Miami übersiedeln wollen, doch als ihre Mutter eine Stelle als Managerin eines Restaurants an einem beliebten Hafen für Sportangler bekam, waren sie weiter südlich gelandet. Ihr Stiefvater stammte von dort. Sie hatte ihn einigermaßen gemocht. Auch wenn sie nie so recht warm geworden waren, hatte er ihr bereitwillig alles beigebracht, was er vom Angeln verstand. Wenn sie an ihn dachte, erinnerte sie sich an die sonnengebräunten Arme mit den weißen Flecken, den Vorboten von Krebs, die seine Haut übersäten. Sie hatte diese Arme immer berühren wollen, es aber nie getan. Unweit Whale Harbor fuhr er seine Kundschaft immer noch mit dem Charterboot hinaus und sein vierzehn Meter langes Fischerboot hatte er die letzte Chance getauft, was die Angler stets auf die Fische bezogen, während es in Wahrheit auf seine prekäre Existenz anspielte. Auch wenn ihre Mutter es nie zugeben mochte, vermutete sie, dass sie als Nachzüglerin der über zehn Jahre älteren Brüder eine Art Betriebsunfall ihrer in die Jahre gekommenen Eltern war. Die Brüder hatten die Keys so schnell verlassen, wie es ihnen das Alter und die Ausbildung erlaubten, der eine, um in Atlanta als Anwalt für Körperschaftsrecht zu arbeiten, der andere, um in Miami ein mehr oder weniger erfolgreiches Import-Export-Geschäft zu betreiben. In der Familie witzelten sie, dass er der einzige Gesetzestreue und darum ärmste Importeur der ganzen Stadt wäre. Während sie an der University of Florida auf der Stelle trat und sich mit dem minimalen Notendurchschnitt für das Aufbaustudium begnügte, hatte sie zuerst dem einen, dann dem anderen in die Fußstapfen folgen wollen. Der Entschluss, zur Polizei zu gehen, war nach der Vergewaltigung gefallen. Die Erinnerung schwerte wie eine nie verheilende Wunde in ihr. Es war zum Semesterende in Gainesville gewesen, kurz vor Sommereinbruch, heiß und schwül. Eigentlich hatte sie nicht vorgehabt, zu der Party im Verbindungshaus zu gehen, doch nach einer Abschlussprüfung in Psychopathologie hatte sie sich ausgelaugt und lethargisch gefühlt und sich von ihren Mitbewohnerinnen zum Mitkommen überreden lassen. Es war laut gewesen, Stimmengewirr, dröhnende Musik, zu viele Menschen auf zu engem Raum. Der alte Bau aus Holzständerwerk hatte unter der Menge gebebt. Bei der Hitze hatte sie zu schnell zu viel Bier getrunken, bis sie nicht mehr klar dachte und sich etwas benommen von der Menschenmenge leiten ließ. Nachdem sie längst nicht mehr wusste, wo ihre Freundinnen abgeblieben waren und sich erfolgreich gegen so manche Zudringlichkeit zur Wehr gesetzt hatte, war sie weit nach Mitternacht allein zu ihrem Wohnheim aufgebrochen. Sie war nur so betrunken, dass sie sich ein wenig schwankend im spärlichen Licht der Sterne durch das Dunkel tastete, keineswegs so voll, dass sie nicht mehr heimgefunden hätte. Nur eben so beschwipst, dass sie etwas länger brauchte. Leichte Beute, dachte sie bitter. Die zwei Männer, die hinter ihr aus dem Schatten traten, hatte sie erst bemerkt, als es zu spät war. Die beiden packten ihr Opfer, warfen ihr eine Jacke über den Kopf und schlugen mit Fäusten auf sie ein. Keine Zeit, um zu schreien, keine Zeit, um sich loszureißen und wegzureinen. Diesen Teil ihrer Erinnerung hasste sie mehr als alles, was folgte. Sie hätte es schaffen können. Sie spürte, wie sie die Wadenmuskeln anspannte. Siegerin im Tausendmeterlauf der Bezirkshighschool, in der Leichtathletikmannschaft der Frauen an der Uni eine der Besten. Sie hätte sich nur eine Sekunde losreißen müssen. Und sie hätten sie nie eingeholt. Sie erinnerte sich, wie die beiden Männer sie mit ihrem Gewicht fast erdrückten. Zuerst waren die Schmerzen heftig gewesen, dann seltsam entrückt. Sie hatte Angst gehabt zu ersticken, und hatte sich gewehrt, bis einer von ihnen ihr einen solchen Schlag gegen das Kinn versetzte, dass ihr Kopf nach hinten flog und ihr Schwarz vor den Augen wurde. Als sie bewusstlos wurde, war sie fast erleichtert, von dem Entsetzlichen, das mit ihr geschah, nichts mehr zu spüren. Während sie auf ihrer Fahrt nach Miami die Erinnerungen einholten, trat sie aufs Gas. Nichts passiert, dachte sie. Nach der Vergewaltigung war sie im Krankenhaus aufgewacht. Dann die Abstriche, und noch einmal wurde in sie gedrungen und in ihr herumgestochert. Dann ihre Aussage gegenüber der Beamtin von der Sitte. Können Sie die Angreifer beschreiben, Miss? Es war dunkel. Sie haben mich zu Boden gedrückt. Aber wie sahen sie aus? Sie waren stark. Einer hat mir eine Jacke über den Kopf gestülpt. Waren es weiße, schwarze, Latinos, klein oder groß, untersetzt, dünn? Sie waren auf mir. Haben sie etwas gesagt? Nein, sie haben es einfach nur getan. Sie hatte zu Hause angerufen und gehört, wie ihre Mutter in nutzlose Tränen ausbrach und ihr Stiefvater sich vor Zorn kaum halten konnte, fast so, als sei er wütend auf sie. Schließlich sprach sie mit einer Sozialarbeiterin, die Vergewaltigungsopfer betreute. Die hatte genickt und ihr zugehört. Schäffer war bewusst geworden, dass das Mitgefühl der Frau zu ihrem Beruf gehörte, so wie die Leute, die in Disney World den Touristen scheinbar freundlich und spontan zuwinken, für diesen falschen Enthusiasmus bezahlt werden. Sie wurde entlassen, kehrte nach Hause zurück und wartete darauf, dass etwas geschah. Doch es geschah rein gar nichts. Keine Verdächtigen, keine Verhaftungen. Es blieb eine verhängnisvolle Nacht, in der auf einem College Campus etwas schiefgegangen war. Böser Streich von Burschenschaftlern. Schluck die Erinnerung herunter und bekomm dein Leben in den Griff. Ihre Prellungen heilten und verschwanden. Sie tastete sich mit dem Finger über die kleine weiße Narbe am Augenwinkel. Die war geblieben. In ihrer Familie hat es keine Gespräche über das Geschehene gegeben. Sie kehrte in die Kies zurück und stellte fest, dass alles beim Alten geblieben war. Sie wohnten immer noch in einem Massivhaus mit Meeresblick im Obergeschoss und Deckenventilatoren gegen die Schwüle. Ihre Mutter ging immer noch ins Restaurant, um dafür zu sorgen, dass der Limettenkuchen frisch war und dass die Muscheln in schwimmendem Fett frittiert wurden, dass alles ordentlich hergerichtet war, bevor sich die Touristen und der heimischen Fischer am Tresen drängten. Die Routine von Jahren hatte sich in ihrer Abwesenheit nicht verändert. Sie kehrte auf das Boot ihres Stiefvaters zurück und half ihm bei der Arbeit, als wäre nichts geschehen. Sie entsann sich, wie sie zur Laufbrücke hinauf sah, wo er wie ein Fels in der Brandung stand, durch die Sonnenbrille in die grünen Wellen starrte und nach Beuteausschau hielt, während sie den Kunden aus dem Cockpit Bier besorgte, über deren schlüpfrige Witzel lachte, Köder an die Haken spießte und darauf wartete, dass etwas geschah. Sie rückte sich die eigene Sonnenbrille gegen das blendende Licht auf dem Highway zurecht. Doch ich hatte mich geändert, dachte sie. Sie hatte sich angewöhnt, ihrer Mutter Briefe zu schreiben, auf dem leicht parfümierten lila Notizpapier, das sie sich in der Drogerie im Ort besorgt hatte. Sie hatte das Bedürfnis, ihrem Herzen Luft zu machen und all die Kränkungen, die verletzten Gefühle über das, was passiert war, aufzuschreiben, sodass der Kugelschreiber auf dem dünnen Papier unter den Tränen verfleckte. Irgendwann schrieb sie nicht mehr über die Verletzungen, das Loch, das diese gesichtslosen Männer in ihr Innerstes gerissen hatten, sondern über die Welt, das Wetter, ihre Zukunft, ihre Vergangenheit. An dem Tag, an dem sie zur Aufnahmeprüfung an der Polizeischule ging, hatte sie geschrieben, »Ich kann Dad nicht zurückbringen.« Doch sie fühlte sich besser, nachdem sie dieses Gefühl zu Papier gebracht hatte, wie vorhersagbar es auch war. Natürlich schickte sie keinen dieser Briefe ab, noch zeigte sie sie einer Menschenseele, sondern sie sammelte sie in einer Kunstledermappe. In letzter Zeit war sie dazu übergegangen, in diesen Briefen ihre Fälle zusammenzufassen und all ihre Mutmaßungen und Hypothesen in Worte zu fassen, die sie aus den offiziellen Meldungen und Berichten heraushielt. Manchmal fragte sie sich, was für ihre Mutter, wenn sie diese an sie gerichteten Briefe je in die Hände bekommen hätte, schockierender gewesen wäre. Das, was ihre Tochter widerfahren war? Oder womit sie als Polizistin konfrontiert wurde? Sie führte sich das alte Ehepaar am Tarpendralf vor Augen. Die hatten nie eine Chance, dachte sie. Zweifellos wussten sie, was sie hervorgebracht hatten. Oder hatten sie geglaubt, sie könnten einen Blair Sullivan auf die Menschheit loslassen und nicht dafür bezahlen? Jeder bezahlt. Schäfer dachte daran, wie sie das erste Mal den schweren Colt 375er Magnum, die Standardwaffe der Hilfssheriffs in Monroe County, in der Hand gehalten hatte. Das Gewicht des Revolvers gab ihr ein beruhigendes Gefühl und zugleich die Gewissheit, nie wieder zum Opfer zu werden. Sie trat aufs Gaspedal und schon schoss das nicht gekennzeichnete Polizeiauto los, bis es mit 70, 80 Meilen pro Stunde durch die Mittagshitze brauste. Am ersten Übungstag hatte sie bei sechs Schuss einmal ins Schwarze getroffen. Am nächsten Tag zweimal. Als sie die sechswöchige Ausbildung abschloss, drängten sich alle Projektile dicht an dicht in der Mitte. Danach hatte sie mindestens einmal die Woche weiter trainiert. Seitdem hatte sie sich noch mit weiteren Schusswaffen vertraut gemacht, einer kleineren Automatik sowie der Riot Pumpgun, die zur Ausrüstung jedes Streifenwagens gehörte. In letzter Zeit hatte sie am Schießstand mit einer M16 aus Militärbeständen umzugehen gelernt und sich für den eigenen Gebrauch eine 9 Millimeter besorgt. Sie nahm den Fuß vom Gas und drosselte das Tempo auf das Tempolimit. Im Rückspiegel beobachtete sie, wie ein anderer Wagen dicht an sie heranfuhr und dann auf die Spur neben ihr wechselte. Es war ein Staatspolizist in einem nicht gekennzeichneten Fort, der Rasern auflauerte. Sie war offensichtlich in seiner Radarfalle getappt, sodass er aus der Deckung gekommen war, um sie heranzuwinken. Er spähte hinter seiner Pilotensonnenbrille zu ihr hinüber. Sie lächelte und zuckte übertrieben mit den Schultern, als der Mann in ein Grinsen ausbrach. Er hob die Hand, als wollte er sagen »geht klar«, dann gab er Gas und überholte sie. Sie griff zum Funkgerät und wechselte zur Frequenz der Staatspolizei. »Hier spricht Morddezernat Monroe, 1-4, bitte kommen.« »Morddezernat Monroe? Trooper Wills. Ich habe Sie mit 95 Meilen gestoppt, wo brennt's denn?« »Tut mir leid, Troop. Es war ein schöner Tag, ich arbeite an einem interessanten Fall und ich hatte Lust, mir ein bisschen frischen Wind um die Ohren wehen zu lassen. Bin schon runter.« »Kein Problem, 1-4. »Ähm, hätten Sie Zeit für einen kleinen Imbiss?« Sie lachte. »Anbaggern am Tempolimit.« »Im Moment negativ. Aber Sie können's ja in ein paar Tagen nochmal auf dem Revier Lago versuchen.« »Wird gemacht.« Sie sah, wie er die Hand hob und zurückfiel. Jetzt machte er sich ein paar Tage lang Hoffnung, dachte sie, und hätte sich am liebsten bei ihm entschuldigt. Er wird enttäuscht sein. Sie hatte eine eiserne Regel. Nie mit jemandem schlafen, der wusste, dass sie bei der Polizei war. Nie mit jemandem schlafen, den sie eventuell wiedersehen würde. Zwei Narben, dachte sie. Eine außen, eine innen. Sie konzentrierte sich wieder auf den Highway Richtung Miami. Eine Empfangsdame in der Redaktion des Miami Journal erklärte ihr, Matthew Coward sei nicht im Büro. Zuerst war sie verblüfft, dann gespannt. »Er ist einer Sache auf der Spur«, dachte sie, »er ist hinter jemandem her.« Während sie den Wunsch äußerte, den Lokalredakteur zu sprechen, ging sie ihre Vermutungen durch. Die Empfangsdame telefonierte kurz, dann bat sie die Polizistin, auf einem Sofa Platz zu nehmen, wo sie ungeduldig wartete. Es dauerte zwanzig Minuten, bevor der Lokalredakteur in der Flügeltür erschien, um sie zu begrüßen. »Es tut mir leid, dass Sie warten mussten«, sagte er. »Wir saßen mitten in einer Nachrichtenkonferenz, ich konnte nicht weg.« »Ich würde gerne noch einmal mit Coward sprechen«, antwortete sie und war bemüht, sich ihre Anspannung und Neugier nicht anmerken zu lassen. »Ich dachte, Sie hätten ihn in dieser Tage schon befragt.« »Ich habe noch keine vollständige Aussage von ihm.« »Nicht?« Die Art, wie er die Achseln zuckte, ließ keinen Zweifel daran, dass sich sein Mitleid in Grenzen hielt. »Es gibt noch Klärungsbedarf.« »Ja, tut mir leid, aber er ist nicht da«, sagte der Redakteur. Er sah sie aufmerksam an. »Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen.« Sie durchschaute die Unaufrichtigkeit seines Angebots. »Nun ja«, sagte sie und bemühte sich um einen dankbaren Ton. »Ähm, ich bekomme immer noch nicht auf die Reihe, wie Sullivan seine Kontakte knüpfen und seinen Handel abschließen konnte.« Sie hob die Hand, um einer Zwischenfrage des Redakteurs zuvor zu kommen. »Schon klar, ich weiß auch nicht, wie mir Mr. Cowart da weiterhelfen soll, aber das Ganze übersteigt irgendwie mein Vorstellungsvermögen und ich hatte gehofft, er könnte mir vielleicht einen zusätzlichen Hinweis geben.« Das klang hoffentlich harmlos genug und der Redakteur wirkte ein wenig beruhigt. »Ja, was soll ich sagen«, antwortete er, »wir ertappen da alle genauso im Dunkeln.« Sie lachte. »Ganz schön vertragt, was?« Er nickte lächelnd, ohne ihr auf den Leim zu gehen. »Ich denke, er hat Ihnen nach bestem Wissen Auskunft gegeben, aber...« »Ja, wissen Sie«, erwiderte sie, indem sie jedes Wort betonte, »jetzt, wo er Zeit gehabt hat, alles, was er gehört hat, noch einmal zu überdenken, fällt ihm ja vielleicht doch noch das eine oder andere ein. Sie glauben nicht, woran sich manche Leute auf einmal wieder erinnern können, wenn sie erst mal in Ruhe darüber nachgedacht haben.« Der Lokalredakteur lächelte. »Das überrascht mich nicht im Geringsten. Das, woran sich die Leute erinnern, ist schließlich auch unser Metier.« Er wechselte die Stellung der Füße und strich sich mit der Hand durch schüttere Haar. »Er ist wegen einer Story unterwegs.« »Ach, und wohin?« Der Journalist zögerte etwas, bevor er erwiderte, »nach Nordflorida.« Für einen Augenblick sah er so aus, als würde er sich eine Krankheit einfangen. Wenn er mit der Information herausrückte. Schäfer lächelte. »Toll da oben, in Nordflorida.« Der Redakteur zuckte mit den Schultern. »Diese ganze Geschichte, von der wir hier reden, hat nur an zwei Orten stattgefunden, im Gefängnis von Stark und in einer kleinen Stadt namens Pichula. Das brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu sagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Detective Schäfer, die Arbeit ruft. Können Sie Coward bitte sagen, dass ich mit ihm reden muss? Ich richte es ihm aus. Kann allerdings nichts versprechen. Und, ähm, woher reicht er Sie?« »Auf der Suche nach ihm«, sagte sie. Als er sich vom Sofa erhob, kam er noch ein Gedanke. »Kann ich mir Cowards Artikel im Original ansehen?« Der Lokalredakteur überlegte, dann deutete er auf das Archiv. »Lassen Sie sich dort weiterhelfen«, sagte er. »Falls es irgendwelche Probleme gibt, verweisen Sie die Mitarbeiter an mich.« Sie stand an einem Lesepult und blättete durch einen Folianten mit gebundenen Ausgaben des Journal. Zuerst war sie von der schieren Flut an Katastrophen, die ein einziger solcher Band dokumentierte wie erschlagen. Doch dann hatte sie sich zu der Sonntagsausgabe mit Matthew Cowards ursprünglichem Beitrag zum Mordfall Johnny Shriver durchgearbeitet. Sie las ihn aufmerksam durch, machte sich Notizen, hielt Namen und Daten fest. Im Fahrstuhl auf dem Weg zum Haupteingang versuchte sie, die Gedanken, die ihr im Kopf herumschwirrten, zu sortieren. Kaum hielt der Lift im Erdgeschoss, wandte sie sich zum Ausgang, doch mit einem Ruck blieb sie mitten in der Lobby stehen. Diese Geschichte hat nur an zwei Orten stattgefunden, hatte der Redakteur gemeint. Sie versuchte, sich in Cowards Ausgangssituation hineinzuversetzen. »Was bringt ihn dazu, Blair Sullivan aufzusuchen?«, überlegte sie. »Die Ermordung eines kleinen Mädchens in Patchola.« »Um wen dreht sich dieses Verbrechen?« »Robert Earl Ferguson.« »Wer stellt die Verbindung von Coward zu Sullivan her?« »Robert Earl Ferguson.« »Was bringt ihm den Pulitzer an?« »Robert Earl Ferguson.« Sie machte auf dem Absatz kehrt und begab sich in eine hintere Ecke der Eingangslobby, in der sich eine Reihe Münzfern-Sprecher befand. Sie sah in ihren Notizen nach und rief die Auskunft in Pensacola an. Anschließend wählte sie die Nummer, die sie von der elektronischen Stimme bekommen hatte. Nachdem sie die Hürde der Sekretärin genommen hatte, meldete sich der Anwalt in der Leitung. »Roy Black am Apparat? Was kann ich für Sie tun, Miss?« »Mr. Black«, sagte sie. »Andrea Schäffer. Ich bin hier beim Miami Journal.« Über dieses kleine Täuschungsmanöver musste sie selbst schmunzeln. »Wir müssen unbedingt Mr. Coward erwischen. Er ist auf dem Weg nach Patchola, um ihren Klienten zu sprechen. Wir müssen ihn dringend an die Strippe kriegen, und hier scheint keiner eine Nummer zu haben. Sie sind meine letzte Hoffnung. Tut mir wirklich leid, sie damit zu behelligen.« »Ach, macht überhaupt nichts, Miss. Aber Bobby Earl ist nicht mehr in Patchola. Er ist nach Newark, New Jersey zurückgekehrt. Ich habe keine Ahnung, was Mr. Coward noch einmal nach Patchola treibt.« »Ach so?« sagte sie mit dick aufgetragener Überraschung und Hilflosigkeit. »Er arbeitet an einem weiteren Artikel über die Situation nach Blair Sullivans Hinrichtung. »Meinen Sie, dass Mr. Coward stattdessen auf dem Weg nach Jersey ist? Er hat uns über seine Reiseroute nur sehr vage informiert, und es ist wichtig für uns, ihn aufzuspüren. Haben Sie vielleicht eine Adresse? Es ist mir wirklich sehr unangenehm, sie damit zu behelligen, aber hier findet niemand Mr. Cowards Terminkalender.« »Hm, ich gebe höchst ungern Adressen weiter«, sagte der Anwalt widerstrebend. »Ah, verstehe«, fuhr sie fort. »Kann ich nachvollziehen. Oh Mann, wie bekomme ich ihn denn nur zu fassen? Mein Chef reißt mir dafür den Kopf ab. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich ihn unterwegs abpassen kann?« Der Anwalt zögerte. »Ah, was soll's«, sagte er schließlich. »Ich suche sie Ihnen raus. Sie müssen mir allerdings versprechen, sie niemandem sonst weiterzugeben, schon gar nicht irgendwelchen anderen Blättern oder Agenturen. Mr. Ferguson versucht, das alles hinter sich zu lassen, wissen Sie, einen neuen Anfang zu machen.« »Ehrlich, das würden Sie für mich tun?« »Selbstverständlich verspreche ich Ihnen das Ehrensache«, beteuerte sie hoch und heilig. »Bleiben Sie dran«, erwiderte der Anwalt. »Ich seh mal nach.« Sie wartete geduldig, gespannt. Die kleinen Täuschungsmanöver waren ihr leicht gefallen. Sie hoffte so schnell wie möglich, einen Flug nach Norden zu erwischen. Zwar hatte sie noch keine Ahnung, was sie mit Ferguson machen sollte, wenn sie ihn fand, doch eins stand für sie fest. Wo dieser Mann war, da waren die Antworten auf all ihre Fragen nicht weit. Sie rief sich die Augen des Mannes ins Gedächtnis, wie sie ihr aus der Zeitung entgegengeblickt hatten. Der unschuldige Mann. Newark Ihre Maschine zog eine letzte Schleife über dem Flughafen und brach dann im Sinkflug durch die dünne Wolkendecke, und sie sah die Stadt wie wahllos durcheinandergewürfelte Bauklötzchen unter sich liegen. Über den hohen, rechteckigen Bürogebäuden schimmerte die schwache Frühlingssonne. Als Andrea aus dem Fenster starrte und das feucht-kalte Aprilwetter sah, das sie erwartete, sehnte sie sich einen Moment lang nach der verlässlichen Hitze in den Kies. Dann wischte sie den Gedanken beiseite und konzentrierte ihre ganze Energie auf Ferguson. Gehs behutsam an, mahnte sie sich. Behandle ihn wie einen dicken Fisch an einer dünnen Angelschnur. Ein heftiger Ruck oder zu viel Druck, und schon ist die Schnur gerissen, und der Fisch sucht das Weite. Und dieser Faden war besonders zart. Außer dem Auftauchen eines gewissen Reporters gab es nichts, was Ferguson mit dem Doppelmord am Tarpendrive verbannt. Keine Zeugen, keine Fingerabdrücke oder Blutrückstände. Nicht einmal die Vorgehensweise. Denn was hatte der Sexualmord an einem kleinen Mädchen mit dem Abschlachten eines alten Ehepaars gemein? Dabei hatte er, wenn sie Coward und seiner Zeitung glaubte, nicht einmal den ersten Mord begangen. Als das Flugzeug zur Landung ansetzte, sah sie das breite Band des Turnpike, des Nord-Süd-Highways von New Jersey, der sich durch die Landschaft wand. Plötzlich fühlte sie sich mutlos und niedergeschlagen. Sie war ohne Sinn und Verstand einem verrückten Einfall gefolgt, und hätte wahrscheinlich gut daran, einfach den nächsten Flieger zurück nach Florida zu nehmen und an der Seite von Weiss weiterzuarbeiten. Als sie in der Lobby des Miami Journal gestanden hatte, war ihr alles so klar und eindeutig erschienen. Doch der trübe, graue Himmel von New Jersey spiegelte ihre Unsicherheit, die sie plötzlich überkam. Sie fragte sich, ob Ferguson aus seiner Erfahrung im Knast und vor Gericht etwas gelernt hatte. Vermutlich schon. Nach allem, was sie von Coward wusste, war der Mann intelligent, gebildet und passte nicht in das übliche Bild eines Schwerverbrechers. Es gehörte zu den erstaunlichen Binsenweisheiten der Polizei, dass ein Verdächtiger, der den Knast von innen gesehen hatte, deshalb nicht schwerer zu überführen war, sondern sogar leichter. Ferguson allerdings, vermutete sie, war wohl ein Fall für sich. Sie erinnerte sich an einen Moment auf dem Boot ihres Stiefvaters vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Sie waren mit der Ebbe am frühen Abend zum Angeln hinausgefahren. Unter einer der unzähligen Brücken der Käse hatte der Kunde einen großen, vielleicht fünfzig Kilo schweren Tapun am Haken. Der Fisch hatte sich mit zitternden Kiemen zweimal aufgebäumt und den Kopf hin- und hergeworfen, dann war die elegante, silbrige Gestalt untergetaucht und durch das dunkle Wasser geschwommen. Dabei hatte er sich die Strömung zunutze gemacht, um dem Zug der Schnur zu entkommen. Der Kunde hatte sich ächzend und stöhnend mit gespreizten Beinen gegen die Bootswand gestemmt und fast eine Stunde lang seine Kräfte mit dem Tier gemessen. Der Fisch hatte ihn gezwungen, immer mehr Schnur nachzulassen, während er unbeirrbar auf die Brückenpfeiler zuschwamm. Kluger Fisch, dachte sie. Starker Fisch. Als hätte er gewusst, dass er, wenn er es erst einmal bis dahin geschafft hatte, die Schnur an einer scharfen Kante zertrennen konnte. Er brauchte nichts weiter zu tun, als die straffgespannte dünne Nylonschnur an einem Pfeiler zu reiben. Der Fisch war schon einmal an einem Haken gewesen. Er kannte den Schmerz des Widerhakens in seinem Maul und die Kraft der Angelschnur, die ihn an die Oberfläche zog. Die Erfahrung war seine Stärke. Er geriet nicht in Panik, sondern hielt unbeirrbar Kurs auf die Brücke und seine Rettung. Was sie damals getan hatte, war verrückt gewesen. Mit wenigen Sätzen war sie an der Seite des Mannes und mit einer einzigen impulsiven Bewegung hatte sie die Rolle blockiert, sodass sich keine Schnur mehr abspulen konnte. Werfen Sie sie über Bord, schnell, über Bord! Der Mann hatte sie verwirrt angesehen, und sie hatte ihm die Rute aus der Hand gerissen und über die Bootswand geworfen. Der Fisch zog sie so schnell durchs Wasser, dass sie eine kleine Bugwelle bildete. »Fass zum Teufel!« hatte der Mann sie angefahren, doch in dem Moment hatte ihr Stiefvater das Boot in der Fahrrinne gedreht und war mit Vollgas unter der Brücke hindurch gedonnert, um auf der anderen Seite scharf beizudrehen. Sie sah ihren Stiefvater vor sich, wie er auf der Laufbrücke stand und in die zunehmende Dunkelheit starrte, bis er schließlich mit dem Finger auf eine Stelle im Wasser zeigte. Sie drehten sich um und entdeckten die Angelrute, deren Korkgriff etwa zwanzig Meter entfernt auf den Wellen schaukelte. Sie gingen längsseits, sie beugte sich über Bord und zog die Rute aus dem Wasser. Im selben Moment löste sie die Sperre an der Rolle. »Jetzt«, sagte sie zu dem Angler, »holen Sie ihn ein.« Der Mann hatte die Rute zu sich herangezogen und war in ein zufriedenes Grinsen ausgebrochen, als er das Gewicht am anderen Ende spürte. Der Tarpun, der immer noch am Haken hing, brach unter dem Schock und dem Schmerz des Hakens, der sich ihm erneut durch den Kiefer bohrte, durch die Oberfläche. Es war ein gewaltiger Sprung, der ihn hoch in die Luft schleuderte, sodass ihm das schwarze Wasser von den Seiten spritzte. Doch sie hatte gewusst, dass es das letzte Aufbäumen vor der Kapitulation war. Jedes Schütteln des Kopfes und Winden des Körpers zeigte, dass er besiegt war. Nach weiteren zehn Minuten hatte sie den Tarpunen an der Bootswand verteut und dann mit einem Gaff aus dem Wasser gezogen. Nach einer hektischen Reihe Siegerfotos hatte sie den Fisch wieder in die Wellen hinuntergelassen. Sie hatte sich über die Seite gebeugt, den Fisch gehalten und behutsam wiederbelebt. Doch bevor sie ihn in die Freiheit entließen, hatte sie ihm eine Silberschuppe von der Größe einer Münze abgezupft und sich in die Tasche ihrer Bluse gesteckt, während sie zusah, wie der Fisch langsam davonschwamm, bis nur noch seine Schwanzflosse wie eine Sense durch das warme Wasser pflügte. Ein kluger Fisch. Ein starker Fisch. Aber ich war klüger und somit stärker. Wieder hatte sie das Bild von Ferguson vor sich. Auch schon einmal am Haken gewesen, sagte sie sich zur Warnung. Das Flugzeug kam rumpelnd und holpernd zum Stillstand. Sie nahm ihr Handgepäck und strebte zum Ausgang. Der Kontaktbeamte bei der Polizei von Newark stellte zwei uniformierte Polizisten ab, die sie zu Ferguson's Wohnung begleiten würden. Nachdem sie sich kurz miteinander bekannt gemacht und ein paar Höflichkeiten ausgetauscht hatten, fuhren die beiden Kollegen sie durch die Stadt zu der Adresse, die sie ihnen gegeben hatte. Schäfer starrte auf Straßen, die aus einem von Dantes Höllenkreisen zu stammen schienen. Die Gebäude waren aus nachgedunkeltem Backstein und Beton und erhoben sich aus Dreck und Müll und Hilflosigkeit. Selbst die Sonne, die bis in die Straßenschluchten drang, wirkte grau. Endlos reihten sich kleine Läden aneinander. Kleidergeschäfte, Kreditstuben, Haushaltswaren, Möbelverleih klammerten sich mit ihren schmuddeligen Fassaden an die abfallübersäten Bürgersteige. Und überall schwarze Eisengitter, ein notwendiges Übel der Innenstädte. An jeder Straßenecke schienen Gruppen untätiger Männer, Gangs von Jugendlichen oder aufgetakelten Strichmädchen herumzulungen. Selbst die Imbissbuden mit ihren strengen Standards an Reinlichkeit und Ordnung wirkten schäbig und heruntergekommen, von ihren Pendants in den Vorstädten welten entfernt. Die City erinnerte sie an einen Boxer, der bessere Zeiten gesehen hatte, der einen Kampf zu viel ausdruck und sich in der Endrunde taumelnd auf den Beinen hielt, weil er zu alt oder zu dämlich oder zu stur war, um zu Boden zu gehen. »Sie sagen, der Typ geht ans College, Detective? Das muss ein Irrtum sein, nicht in dieser Gegend«, sagte einer der Polizisten, ein wortkarger Schwarzer mit angegrauten Schläfen. »Behauptet zumindest ein Anwalt«, erwiderte sie. »In der Gegend hier lernen Sie was anderes. Urerei, Zuhälterei, Drogenhandel, Einbruch. Keine Ahnung, wie Sie so eine Schule nennen.« »Na ja, mag schon sein«, sagte sein Partner, der am Steuer saß, ein jüngerer Mann mit hellbraunem Haar und Schnauze. »Aber nicht nur. Hier wohnen doch auch eine Menge anständige Leute.« »Ja, sicher«, räumte der ältere Polizist ein. »Hinter Eisengittern verschanzt.« »Ach, hören Sie nicht auf ihn«, sagte der Fahrer. »Der Kerl ist ausgebrannt. Und er hat nicht erwähnt, dass er hier aufgewachsen ist und sich über die Abendschule hochgearbeitet hat. Ist also nicht unmöglich. Vielleicht fährt er hier Bursche jeden Morgen mit dem Zug nach New Brunswick und studiert an der Rutgers. Oder zu Abendkursen an der St. Pete's.« »Ach, das ist doch Unsinn. Wieso sollte jemand in diesem Rattenloch leben, wenn er es nicht muss?«, erwiderte der Ältere. »Wenn er ein bisschen Geld hat, könnte er da drüben leben. Hier lebt niemand, der woanders wohnen kann.« »Ich wüsste da noch einen anderen Grund«, sagte der jüngere Kop. »Und der wäre?«, fragte Schäfer. Der Polizist gestikulierte mit dem Arm. »Wenn Sie sich verstecken wollen, wenn Sie untertauchen wollen, gibt keinen besseren Ort.« Er zeigte auf ein verlassenes Gebäude, drehte sich auf seinem Sitz herum und sah sie an. »Diese Großstädte haben Gegenden, die sind wie ein Dschungel oder ein Sumpf. Wenn wir an einem solchen Bau vorbeikommen, egal wie ausgebrannt oder verlassen oder was auch immer, können Sie unmöglich sagen, was sich wirklich da drinnen verbirgt. Da hausen Leute ohne Heizung, Strom und Wasser. Oder Gangs benutzen sie als Unterschlupf, als Waffenversteck. In einem davon könnten 100 Leichen verborgen sein und wir würden sie nicht finden, nicht mal ahnen, dass sie da sind.« Er legte eine Pause ein. »Der ideale Ort, um zu verschwinden. Wer zum Teufel würde hierher kommen und nach jemandem suchen, wenn er nicht unbedingt muss?« »Ich vermutlich«, sagte sie ruhig. »Wozu wollen Sie den Kerl sprechen?« fragte der Fahrer. »Er könnte etwas über einen Doppelmord wissen, an dem ich arbeite.« »Meinen Sie, der Kerl könnte uns Ärger machen? Vielleicht sollten wir Verstärkung anfordern. Hat das was mit Drogen zu tun?« »Nein.« »Eher was mit Auftragsmord.« »Sicher?« »Ich meine, ich bin nicht scharf drauf, einem Typen gegenüberzustehen, der mich mit glasigem Blick ansieht und in der einen Hand eine Usi und in der anderen im Pfund Craig hält.« »Nein, nichts dergleichen.« »Ist er ein Tatverdächtiger?« Sie musste überlegen. »War er das?« »Nicht direkt. Nur jemand, mit dem wir reden müssen. Möglich wäre es allerdings.« »Na schön. Wir verlassen uns auf Sie«, sagte der Jüngere. »Aber ich bin nicht scharf auf die Sache. Was haben Sie denn gegen ihn in der Hand?« »Nicht viel.« »Demnach hoffen Sie, dass er was sagt, was Sie weiterbringt, richtig?« »Ja, könnte man so sagen.« »Kleine Angelfahrt, ja?« Sie musste schmunzeln. »Stimmt.« Sie sah, wie er seinem Partner einen fragenden Blick zuwarf. Ein kurzes Nicken, und sie fuhren weiter. Als sie an einem kleinen Lebensmittelladen vorbeikamen, sah sie, dass die Bewohner des Großstadtdschungels, die davor herumlungerten, ihnen mit den Blicken folgten. »Die wissen genau, was wir sind«, stellte sie fest. »Sowas sehen Sie im Bruchteil einer Sekunde.« Sie versuchte, sich die Gesichter auf der Straße genauer anzusehen, doch sie verschwammen vor ihren Augen. »Hier ungefähr«, sagte der Polizist am Steuer. »Auf halbem Weg zur nächsten Kreuzung.« Er steuerte eine Parklücke an zwischen einem vier Jahre alten kirschroten Cadillac mit Weißwandballonreifen und Wildledersitzen und einem Wrack, aus dem alles, was sich irgendwie zu Geld machen ließ, herausgebaut war. Neben dem Cadillac saß ein Junge auf dem Bürgersteig. »Traut es heim?«, sagte der jüngere Beamte. »Wie wollen Sie es angehen, Detective?« »Zwanglos«, erwiderte sie, »zuerst mit dem Hausmeister reden, falls es einen gibt, vielleicht mit einem Nachbarn, dann einfach bei ihm auf der Matte stehen.« Der ältere Polizist zuckte mit den Achseln. »Also gut, wir halten uns direkt hinter Ihnen. Aber wenn Sie reingehen, sind Sie mehr oder weniger auf sich gestellt.« Ferguson wohnte in einem sechsstöckigen, schmutzig-roten Klinkerbau. Schäfer ging einen Schritt darauf zu und drehte sich zu dem Jungen auf dem Bordstein um. Er trug blendend weiße, teure Basketballschuhe unter einer zerschlissenen Jogginghose. »Wie geht's?«, fragte sie. Der Junge zog die Schultern hoch. »Geht so.« »Was machst du da?« Der Junge zeigte auf den Wagen. »Ich pass auf die Räder auf.« »Sind Sie von der Polizei?« »Du hast es erfasst.« »Aber nicht von hier.« »Nein.« »Kennst du einen Mann namens Robert Earl Ferguson?« »Der aus Florida? Suchen Sie den?« »Ja. Ist er da?« »Keine Ahnung. Lässt sich kaum mal blicken.« »Wieso nicht?« Der Junge wandte sich ab. »Hat wahrscheinlich was am Laufen.« Schäfer nickte und ging die uniformierten Polizisten im Gefolge die Eingangsstufen hoch. Sie musterte eine Reihe Briefkästen und fand auf einem in Handschrift Fergusons Name. Sie notierte sich auch noch die Namen einiger Nachbarn und stieß auf einen mit der Abkürzung »Sappt«. Sie drückte die entsprechende Klingel und stellte sich an die Gegensprechanlage. Es kam keine Antwort. »Die funktioniert nicht«, sagte der alte Beamte. »So was funktioniert hier nirgends«, fügte der Jüngere hinzu. Sie drückte gegen die Haustür des Wohnblocks, die sich unvermittelt öffnete. Für einen Moment blieb sie verlegen stehen. »In Florida funktionieren Schlösser und Klingeln vermutlich noch«, sagte der Ältere. Im Innern empfing sie ein dunkles, höhlenartiges Treppenhaus. Die Flure waren schmal, graffitizierten die Wände. Es roch ein wenig nach Müll und Urin. Der jüngere Polizist hatte wohl gesehen, wie sie die Nase verzog, denn er sagte »Also im Vergleich zu den meisten ist das hier harmlos«. Er zeigte geradeaus »Sehen Sie hier irgendwelche Betrunkenen, die im Treppenhaus leben? Das ist schon was Besonderes«. Die Hausmeisterwohnung fand sie im Erdgeschoss. Nach dreimaligem energischem Klopfen hörte sie von drinnen Geräusche, dann eine Stimme »Was wollen Sie?« Sie hielt ihre Dienstmarke vor den Spion. »Polizei, Sir«, antwortete sie. Es klickte und klirrte, als hintereinander drei oder vier verschiedene Schlösser geöffnet wurden. Schließlich ging die Tür auf und ein dünner Schwarzer, in mittlerem Alter erschien, barfuß und in Arbeitskleidung. »Sind Sie Mr. Washington, der Hausmeister? Er nickte. »Was wollen Sie denn?« wiederholte er. »Ich stehe nicht gern im Flur und will zu Ihnen rein«, erwiderte sie energisch. Er öffnete die Tür und ließ alle drei in die Wohnung. »Ich hab nix getan.« Schäffer warf einen kurzen Blick über die schäbigen Möbel und fadenscheinigen Teppiche, bevor sie sich wieder an den Hausmeister wandte. »Robert Earl Ferguson. Ist er oben?« Der Mann zuckte mit den Achseln. »Kann sein.« »Kann sein.« »Wahrscheinlich.« »Ich achte nicht sonderlich darauf, wer rein und raus geht, wissen Sie?« »Aber sonst vielleicht jemand?« »Meine Frau«, sagte er und zeigte hinter die Besucherin. Schäffer drehte sich um und sah eine kleine schwarze Frau, die so dick war wie ihr Ehemann dünn und auf ein Gehgestell gestützt, schweigsam in einem Durchgang stand. »Mrs. Washington?« »Ja.« »Ist Robert Earl Ferguson oben?« »Müßte er eigentlich sein.« »Ist heute noch nicht rausgegangen.« »Woher wissen Sie das?« Die Frau machte auf die Gehhilfe gestützt mühsam einen Schritt nach vorn. Sofort kam sie außer Atem, keuchte und schnappte nach Luft. »Ich kann mich nicht viel bewegen. Sitze fast den ganzen Tag da drüben.« Sie zeigte auf ein Fenster zur Straße. »Sieh, was sich in dieser Welt so tut, bevor ich sie verlassen tue.« »Und Ferguson?« »Hat er feste Zeiten, in denen er kommt und geht?« Sie nickte. Schäffer zückte ihren Notizblock und machte sich Stichpunkte. »Wohin geht er?« »Na ja, kann ich nicht so sicher sagen, aber für gewöhnlich hat er seine College-Bücher in so einer Tasche dabei, so einer Art Rucksack oder sowas. Packt man sich auf dem Rücken, als ob man zur Armee will oder wandern oder so. Geht nachmittags raus, kommt meist spätabends nach Hause. Manchmal geht er mit einem kleinen Koffer weg. Dann kommt er für ein paar Tage nicht zurück. Verreist wohl ab und an.« »Und spätabends, da sitzen Sie immer noch hier und sehen raus?« »Kann ja auch schlecht schlafen und schlecht laufen. Kriege auch schwer Luft. Kann kaum noch was besonders gut.« Andrea Schäffer war hellwach. »Haben Sie ein gutes Gedächtnis?«, fragte sie. »Gedächtnis macht bis jetzt noch nicht schlapp, falls Sie das meinen. Es funktioniert ganz gut. Was wollen Sie denn wissen?« »Vor acht bis zehn Tagen. Hat Ferguson da die Stadt verlassen? Haben Sie ihn damit im Köfferchen gesehen? War er ein, zwei Tage weg? Ist Ihnen sonst irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, etwas, das aus dem Rahmen fiel?« Die Frau dachte angestrengt nach. Schäffer sah, wie sie den genannten Zeitraum Revue passieren ließ und alles, was sie am Fenster beobachtet hatte. Plötzlich kniff sie einen Moment die Augen zusammen, als erinnerte sie sich an etwas. Dann öffnete sie den Mund, um etwas zu sagen, und ließ mit einer Hand die Gehhilfe los. Doch bevor sie etwas sagte, überlegte sie es sich offenbar anders und biss die Lippen zusammen. Die Frau betrachtete den Notizblock in der Hand der Polizistin. Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Glaubt nicht. Aber ich denke noch mal drüber nach, muss erst genau überlegen, bevor ich mir absolut sicher sein kann. Wir wissen ja, wie das ist.« Schäffer sah, dass die Frau an ihrem Aluminiumgestell unruhig wurde. Sie erinnert sich an etwas, stellte sie fest. Will es mir nur nicht sagen. »Bestimmt?« »Nein, wie gesagt,« bekräftigte die Frau vorsichtig, »vielleicht fällt mir wieder was ein, wenn ich eine Weile drüber nachgedacht habe. Acht bis zehn Tage, ja? Richtig. »Ich denke drüber nach.« »In Ordnung, tun Sie das. Gibt es noch jemanden, der mir vielleicht weiterhelfen kann?« »Nein, Ma'am, der ist immer allein, geht einfach am Nachmittag raus und kommt spät abends zurück, manchmal auch früher, manchmal ein bisschen später. Der Junge macht nie Lärm, macht keinen Ärger, ist einfach still, hat nicht mal eine Freundin. Und so wollen Sie das alles wissen. In was für Schwierigkeiten stecken der Junge drin, dass die Polizei hinter ihm her ist?« »Wissen Sie, was er in den letzten Jahren gemacht hat? In Florida?« Mr. Washington meldete sich zu Wort. »Wir haben gehört, dass er da eine Weile im Knast war, nur so viel.« »Im Knast zu sitzen, ist hier in der Gegend nix Besonderes, Ma'am. Fast jeder hier hat mal eine Weile gesessen,« warf die Frau ein. Sie sah ihren Mann an. »Und Gott weiß, die, wo noch nicht gesessen haben, sind auch früher oder später dran. So ist das hier in der Gegend, oh ja.« »Wie bezahlt er seine Miete?«, fragte Schäffer. »In Bar. Am ersten des Monats hat nie Probleme gegeben.« Schäffer machte sich einen Vermerk. »Ist ja aber auch nicht viel, wissen Sie. Ist ja nix Besonderes hier, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben.« »Haben Sie ihn je mit einem Messer gesehen, einem Jagdmesser zum Beispiel? Oder ist Ihnen vielleicht mal eins in seiner Wohnung aufgefallen?« »Nein, Ma'am.« »Eine Schusswaffe vielleicht?« »Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber wahrscheinlich haben hier in der Gegend die meisten irgendwo eine versteckt.« »Und sonst irgendetwas, das Ihnen an ihm aufgefallen ist? Etwas Ungewöhnliches?« »Na ja, für die Gegend hier ist es ziemlich ungewöhnlich, sich mit all so eine Bücher zu beschäftigen.« Schäffer nickte. Sie reichte sowohl dem Mann als auch der Frau ihre Visitenkarte, auf dem die Marke des Polizeireviers von Monroe County eingeprägt war. »Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. R-Gespräch. In den nächsten Tagen bin ich unter dieser Nummer zu erreichen.« Sie notierte die Nummer der Telefonvermittlung des Motels in der Nähe des Flughafens, in dem sie ihr Gepäck deponiert hatte. Während sie zur Tür gingen, sahen sich die beiden höflich die Karte an. Im Flur sagte der ältere Polizist, »Irgendetwas erfahren? Hat mich nicht vom Hocker gerissen, abgesehen davon, dass das alte Mädchen vielleicht gelogen hat, als sie behauptete, sie könnte sich nicht daran erinnern, was vor einer Woche war.« »Ja, er ist mit absoluter Sicherheit was eingefallen,« sagte der Jüngere. »Dann haben Sie es auch gesehen, ja?« »Hö, war ja wohl kaum zu übersehen. Aber keine Ahnung, was das nur zum Bedeuten hat. Wahrscheinlich nicht viel. Was meinen Sie, Detective?« »Eins nach dem anderen,« erwiderte sie. »Jetzt schauen wir erst mal, ob unser Mann zu Hause ist.« Das typische Täterprofil Sie holte einmal tief Luft, um ihr pochendes Herz zu beruhigen, und klopfte an. Trotzdem